zu einer neuen ausgabe von zock heute eine highround zu zweit auf dem eisendrachen ich starte das ding schon mal der ladebildschirm dauert ja immer ewig ja zu zweit haben wir es auch noch nicht gemacht runde 80 und runde 76 156 runden packen also heute das wird ja nix hör mal tja das schafft man mit links was ist das her vom pandy? ja merkt man ne das schmeckt anders ne wo holt der das her? das ist deutsch deutsch irgendwann macht der damit ja das schmeckt auf jeden fall sehr komisch kauft red bull nur bei eurem dealer des vertrauens meine freunde niemals von einem pandy ja der pandy ist korrekt ja der ist auch fett aber das schmeckt echt irgendwie als ob der das mit spüli waschen würde nochmal neu abfüllen meinst du? ja auf jeden fall ich mach das ich mach das jetzt auch mal so ich schließe den mal nur ins bein ach draufgekackt ja ein paar pünktchen ich mach das nicht mehr der mag meinst du das ist der mag? ja ich weiss nicht ach nehm ich mir den nur noch mal ja gib dir ruhig wir sollten echt mal gucken dass wir uns so gelkissen für die pontys holen bei so high rounds auf jeden fall empfehlenswert direkt mal einen schluck vernünftige medzumix hinterher also wenn du willst kannst du meinen red bull ruhig haben ich mach das nicht ja ja alles klar hast du deine plattform gemacht schon? ne auch noch keinen schildteil gemacht ja einen schildteil hab ich schon okay und an die plattform machst du auch? ja ja da bin ich da so auswendig um die Wand um das zu merken hier oben ist noch ein zombie ich bin mal wieder nicht oben wie immer die böse deutsche normal mit sehr unbeschuldigen Wort zu sagen mit sehr unbeschuldigen Wort zu sagen soll ich jetzt schon mal die von Ruhe ja moin moin was geht? redest du mit mir? nein redest du mit mir? ja eher natürlich ein instakill ich mach ja ja ok wie gesagt bei einer High Rooms muss man nicht unbedingt gucken dass man den Anfang hier schnell über die Bühne kriegt das ist wirklich Volcom Way da kann man ruhig mal zwischendurch ein paar Bünktchen machen du hast du das? weil kein Expo sich für die Autos warten dann geben wir uns noch die nächste Mal dann geben wir uns noch die nächste Mal so machst du das also normal, was ist da los? können wir bestimmt auch noch irgendwo ein Expo machen Einer hast du nie lieber nochmal die für die ja ich mein die sind jetzt eh nicht mehr so so viele vielleicht können wir die ja na na lass uns die zwei noch die Bühne machen alles klar machen wir das so dann nimm ich ein und du ein und dann brauchst du eine Korte nö? nö? nö machen wir das so lief lief Quantex hi natürlich kenn ich dich ich hab dir sogar vorhin geschrieben ähm dass ich jetzt eine High Rooms mit meiner Frau zusammen mache weil wir das auch noch nicht zusammen gemacht haben ähm ich weiß wir wollten auch nochmal eine Runde zusammen zocken das machen wir auf jeden Fall auch noch aber ich hab ja schon gesagt ihr müsst ein wenig Geduld mitbringen gestern schon ähm drei Runden mit unseren Zuschauern gezockt das dauert natürlich auch immer alles so seine Zeit wir werden uns dann natürlich auch die Zeit nehmen den Leuten die es noch nicht so gut können alles zu erklären, alles mal zu zeigen und so weiter und ähm ja dann kann so eine Stunde äh so eine Runde natürlich auch mal zwischendurch 2-3 Stunden dauern und der Tag hat leider nur 24 Stunden deswegen kann ich nicht direkt mit jedem zocken aber wie gesagt ich hab dir auch geschrieben wir zocken auf jeden Fall auch nochmal eine Runde zusammen Landeplattform aktiviert Landeplattform ich hoffe ihr hört uns auch anständig ja sie ja bestimmt wir haben nämlich ein bisschen wir haben nämlich ein bisschen du hast mir ähm in also ähm geschrieben dass du Quantex bist und deswegen wusste ich das eieieieie du konntest mir das merken der Wahnsinn nein ich konnte mir das nicht merken hast du das zweite Schildteil mitgenommen natürlich klar ich hab schon mal dritte gelernt komm mal oben auf ja warte ich hab jetzt hier grad erstmal ein bisschen Stress na ich hol dir ein paar und da du mir das äh geschrieben hast Quantex und da du mir das äh geschrieben hast Quantex wusste ich dann dass du es bist so jetzt erstmal den Anfang hier ein bisschen auf ruhig machen da geht meistens die Party ab so viele wollte ich dir nicht abnehmen aber die schnellen Sprinten ja schon wieder um mir geben hey austria schön dass du auch mal wieder vorbei schaust schöne grüße direkt mal dein Mann unter Österreich natürlich der Kuschnur Analytics wenigstens kein Atomwunder ich nehme alles mit ja du sowieso ja was ist denn der Chine die Schnellen denken echt die Hände drauf normal so schnell rennen können die Kiste am Anfang aber ich hab auch noch ganz schön Mann 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 Schätzelein so machen wir das Schild doch mal direkt auf ein bisschen weniger Stress schon mal um ich will mir auch mal eine Waffe eine kleine Waffe zocker for fun hi heyo danke danke sehr nett Austria ohja ohja ich kann leider nicht so toll auf die Kommentare achten aber ich finde es natürlich ja ich achte schon drauf ja klar ja ja und ich kriege jetzt Stolper fallen das reicht für ein Anfang aber ja wohl eine Locus ich hab gedacht eine Drakon ja da wäre wenigstens schön noch gewesen mit einer Drakon kann ich leben mit einer Locus nicht so schön ich weiß nicht warum ich hierher gegangen bin aber jetzt zieh ich es auch durch wie gesagt heute auf jeden Fall mal eine Highround zu zweit wird auf jeden Fall sehr sehr anstrengend werden boah ja Mann Mucksu ähm Moment ich gehe jetzt erstmal einmal auf Quantex noch mal seinen Kommentar ja ich kann alle Bögen wir werden bei dieser Runde aber nicht alle Bögen machen oder wollen wir alle Bögen machen? nein nein wir wollen alle Bögen nicht machen das ist nur unnütze Zeitverschwendung immer schnell ähm die Frau mit den rollenden Augen noch mal kurz vorher fragen warte mal was und ähm ich kann ja mal gleich den Käppi abnehmen also ähm ja ich kann alle Bögen auf jeden Fall wir können alle Bögen wir können alle Bögen auf jeden Fall unglaublich Mann und ähm wenn du dazu Fragen hast frag ruhig ist gar kein Problem so Mucksu nein Runde 100 wird natürlich zu zweit unfassbar schwer werden mal gucken wie ähm weit wir kommen wie gesagt ich habe jetzt eine 76er Runde als Highround ähm mein Frauchen hier neben mir liegt noch vier Runden vor mit der 80er Runde von ihr ja wenn man es ähm ähm addiert sind wir bei 156 Runden machen wir heute fresh auf jeden Fall meine Frau ist fertig mal gucken wie es läuft wir hauen natürlich das Maximum für euch raus meine Freunde ja Runde 50 ist schon so in Relation zu setzen wie Runde 80 wenn man es alleine spielt ja auf jeden Fall wenn es wenn man zu zweit spielt dauern die Runden natürlich auch viel viel länger man kann sich nicht allzu viele Pausen gönnen da ähm da ähm ansonsten immer einer den Zombie halten muss das ist auf jeden Fall schon mal besser zum zugucken danke Mucksu sehr nett sehr korrekt von dir ich drücke mir auch die Daumen ja wir drücken uns die Daumen kaputt höchstens der Vorteil an der 2 Runde ist natürlich auch dass man nicht notgedrungenerweise so viermal sterben darf man kann also auch verrecken wie man möchte hauptsache einer überlebt und das haben wir beide eigentlich schon in Kombination recht gut drauf ja Quantex auf jeden Fall auf nochmal zu dir da wir immer mit Feuer und Blitz spielen werden wir wahrscheinlich nur diese Bögen machen wenn ich Langeweile habe mache ich vielleicht noch den Wolfsbogen dazu aber den Schädelbogen der ist für mich komplett sinnfrei für eine High-Round den brauche ich auf jeden Fall nicht der ist nur sinnvoll fürs Easter Egg ja der Panzerhelm mal gucken wollen wir den machen ist mir egal ja Zockervorfahren machen wir machen wir eigentlich wie gesagt kommen wir mit dem Dicken auch so ganz gut klar dann brauchen wir den nicht aber wir können den ja einfach trotzdem mal machen ist ja auch nicht allzu schwer den herzustellen ja ist nur Stress so einen ist da am Anfang immer schön alles mitnehmen hast du denn noch so nichts bei dir da drin? ja ich denk schon ja allzu viele dürfte der jetzt einfach brauchen nö nö aber du kannst schon mal einen übrig lassen ja ja Munition so da ist der Drache auch fertig finde ich mal hier die beiden noch und dann kann ich gleich hast du da noch welche? ja zwei ja wäre cool wenn ich die Tür aufmachen könnte dann kannst du dir den Rest mal sparen achso die für die für 1,5 ja ich hole erstmal eben kurz den Bogen ja ja der weiße Zombie ist schon immer so zu sein den kannst du ja jetzt bei uns schießen oder hast du ja jetzt noch ein bisschen ja jetzt noch ein bisschen wieder geliebt also so annuliert welchen soll ich davon kümmern? ja ja den weißen hab ich schon angeschossen dann mit dem weißen ach du kacke habt ihr das gesehen? ja so ok über den schaffe ich trotzdem nicht ganz zu wenig Zombies auch volle Möhre daneben hoffentlich kommt mein Elm gleich mal hin auf so so da ist der erste schon mal drin ich hoffe du nimmst den Zombie kurz na der ist von ihm ich muss annehmen dass sie die Vorschung von 5935 für ihre eigenen tagartigen Pläne waren ein bisschen zu weit so das dürfte passen immer noch etwas von ihm was ist denn los? da ist er drin da ist er drin gestern mit einem Zehnjährigen gespielt der den Blitzbogen ähm das erste Mal gemacht hat und unfassbar wie er die Scheiterhaufen direkt getroffen hat das ist wirklich genial die gebe ich mir mal noch ja mal gucken vielleicht kriege ich die Pünktchen noch zusammen für die Tür das wird glaub ich übel werden hier oben ist nur ein Fenster auf ja warte ich kann mir hier auf jeden Fall auch 100 Punkte greppen die anderen Perks hast du schon genommen ne? ja Doppelschuss ja mal gucken wir mal hier ist auch noch ein Fenster auf machen wir mal eine Fenster zu Meek 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 weh? Breadsticks sind das nicht Brot? mhm Breadsticks sind Brotstücke ja ne hey Meek Meek what's up mein Englisch wollt ihr überhaupt gar nicht hören meine Freunde ah komm dein Englisch ist besser als mein mein Englisch ist nicht so gut mein Englisch ist besser mein Englisch ist besser und das von einem Politiker das ist ja unglaublich and now can come what want würdest du sagen meine Freunde ja man und now I smoke a cigarette naja wird uns natürlich auch freuen mal internationale Gäste hier zu haben allerdings müssen wir dann noch ein bisschen an unserem Englisch feilen nice to see you so so geh mal weg ne extra nicht du da kommt der direkt ja nimm mal den Zombie jetzt hier ja stell mal ihn so an ey ja hab ich noch nicht gesehen dass du den mitnimmst man so ein Unkraut so ich krieg keine Punkte mehr ja schön warte ich kill den und dann können wir das ja aber soll ich? soll ich nicht? ach ach ich kann auch eh bezahlen it's okay perfect man ja komm ok dann machen wir das halt so ist doch egal man jetzt machen wir die Ragnarok und dann starten die Runde eh neu ja das sieht schon wieder hey Freddy hi Freddy schön auch dich wieder zu sehen oder hab ich direkt immer Freddy Krüger vor Augen hehehe warum brauchen sie mich? hehehe klingt als röhren ihr hört es immer noch leicht erkältet aber es ist schon viel besser geworden auf jeden Fall die Ragnarok ja ok dann bleib ich hier stehen so komm ich hier zu dir wieder oh du nimmst mir den immer ab pass auf nimm du den Zombie ne nimm du den Zombie nicht obwohl doch warte denn Moment ich muss mal kurz überlegen ok ich muss ja hinten hin ja dann stell du dich mit dem Zombie erstmal da hinten hin dann nehm ich dir den gleich ab hoff ich mal gucken wie wir das machen nein man ich lauf mit dem hier raus mir wane ist ok mir wane hey Simon Simon hi da kann ich bestimmt noch mal ein Schlückchen trinken da kann ich bestimmt noch mal ein Schlückchen trinken das ist ein geiler Name auf jeden Fall da denk ich immer an Rampetibu das fahrende Auto ein Kippchen kann ich mir bestimmt auch noch anmachen ich hab noch nicht meine perfekte Sitzposition gefunden meine Freunde meinst du das geht? meinst du? ne runde 4 meinst du nicht? ja doch geht aber bei deinen bei deinen Händen soll ich das mal probieren? ja ja klar ne lass mal ich kann doch besser ja ja nein lass mal geh mal her ach komm ja sicher Simon muss sein wir dissen uns wie immer das wird nix das wird nix schau schau diese Crawler immer diese Crawler Skills und so geh schon mal rein hier bitte was? sag mir nicht was es zu tun hat da jetzt schaffst du das nicht mehr mein Gott doch man chill doch mal rein dann bin ich beim letzten Mal haben wir im Feuer keine gute Figur gemacht ey Hammer ne? ja nur weil du mit dem hier Hammer ach komm weißt du erzähl doch nicht versuch ja kein Sinn da ist direkt die Hunderrunde pass auf bitte dir ja so da haben wir das Ragnarokteil doch schon mal drin ich werde direkt mal hier stehen wegen den Hunden lass mich die wackeln ok hi Black Shark hi Black Shark hey Black Shark war sehr geil die Runde gestern mit dir übertrieben auf jeden Fall du und der Vanya ihr habt auf jeden Fall richtig viel mit's drauf und ich bin auf jeden Fall richtig fest davon überzeugt wenn wir gestern mal weiter gezockt hätten wir wären zu viert auf jeden Fall mega weit gekommen ihr habt über den Skill richtig richtig Bock gemacht mit euch wir haben Neuigkeiten Ende das wiederholen wir auch auf jeden Fall nochmal wenn wir irgendwann mal eine Vierer eine richtige Vierer Highround in Angriff nehmen und vielen Dank übrigens für die Glückwünsche dann ähm seid ihr auf jeden Fall schon mal in der engeren Wahl dafür so läuft das ich weiß nicht ganz gebrauchen was der Simon nicht hat Simon was hast du nicht mehr wirst du abwaschen da kann es auch schon abgehen zu den Futter stellen was geht aber er wachsen voll aus dem Hinterhalt kommt der hier an mich ran ja Muckst du Runde 100 zu zweit ich geh mal stark von 16 bis 18 Stunden aus oder 20 Stunden also so in dem Bereich wird sich's auf jeden Fall bewegen wie gesagt ich weiß auch noch nicht wir sind eigentlich heute Abend noch zu einer Vierer Runde verabredet so zwischen 19 und 20 Uhr bis dahin ziehen wir es auf jeden Fall durch wir haben unseren Kollegen allerdings gesagt wenn wir bis dahin weit kommen dann ziehen wir es natürlich durch dann verschieben wir die Vierer Runde das können wir dann natürlich nicht mehr abbrechen jetzt komme ich hier auch schlecht raus eine Sekunde reißen wir den Ort hier ein weil hätte ich direkt mal aufladen sollen ich Idiot ja den hab ich ja nicht getroffen man, man, man gucken ob ich dran vorbeikomme was passt denn auf ein paar Zombies konnte ich noch übrig lassen Zockervorfern ja wir haben gerade auch wir sparen natürlich unsere Dividium immer weinen das kenn ich wir haben gerade auch 20 Stück glaube ich gedreht und wir haben auch kein Extrasüchtig erhalten ihr seht das Extrasüchtig ist wirklich mega selten das Volk Frechheit achso ja ok ja Simon ich bin auch meistens zu faul ich bin froh dass ich eine Frau habe Muckst du auf jeden Fall wenn du 18 Stunden durchzockst dann ähm ohne dieses Scuff Scuff heißt das glaube ich dieses Gel Pad für den Controller hast du Fingerschmerzen des Todes so sollte man eigentlich den Titel nennen wenn du eine 18 Stundenrunde zockst Oha 35 Extrasüchtig Boah so Zombbros gib mal welche ab hier ja ohne Scheiße sei doch mal nicht so geizig schieb mal ein paar rüber Junge tausch mal wie bei Pokémon früher so kannst du mir kurz den Rücken hier frei halten nein doch komm mal dein Kreis hier ist noch an sind auch noch genug Zombies der ist gar nicht an ja hier halt mal rein na das wird nix dann machst du doch gleich in Ruhe ja mach ich gleich in Ruhe ich verstehe die ganzen Zombies nur wegen ja 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 immer diese Egos ey bring die mal hier hin boah boah das ist natürlich auch richtig nice muckst du ich krieg immer nur ein die Video wenn ich mit drei Stück drehe ich hab noch nie eins erhalten wenn ich nur ähm mit einem drehe meistens ist es so deswegen drehe ich auch nicht mehr mit einem das ähm ich hatte das auf jeden Fall nein noch nicht ähm auf jeden Fall auch schon mal so dass ich ähm mit einem und mit zwei gedreht habe ich geh jetzt mal kurz hier hin mit einem und mit zwei gedreht habe und dann war an zweiter und an dritter Stelle natürlich ein Divideon drin deswegen drehe ich jetzt nur noch wenn ich drei Divideons habe oha so eine Sekunde ja auf jeden Fall das ist richtig Lack warte warte oh mein Gott ja der will nicht weg immer weg ich hab den eh schon getroffen ja da sind beide an dann geh ich schon mal runter so hi Kilian hey ho ja ja und diese Zombros wie gesagt das ist auf jeden Fall mega Lack 35 von diesen extra süchtig Dingern hat damit kann man auf jeden Fall eine nice Highround machen würde ich sagen ja ich mach nur noch Blödsinn hier ne mach ich nicht Nein! Wir haben einen Endgeschuss! Zehn! Zwei! 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 Ne! Mach er mich! Rackete ist durchgestartet! Schreiner! Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul! Oder auf den Arsch! Diese Viecher können brutal austeilen! Nein! Ja! Das ist natürlich eine miese Sache! Damit unterbreche ich einmal ganz kurz hier! Man sollte auf jeden Fall die Sprüche einfach überhastet mitten in Runde machen! Nein, niemals! Immer schön am Ende der Runde! Wo laufe ich hin? Das dürfte ich aber noch ganz locker packeln! Ja, wer auch immer das geschrieben hat, ist auf jeden Fall richtig so, sich erstmal auf die wesentlichen Sachen konzentrieren, wie Ausbildung, dann kommen die Frauen schon ganz allein! Normal! Meine Frau wird auch nicht leben hier sitzen, wenn ich irgendwie ein arbeitsloser Penner wär! Nö! So, dann geht's wieder ab nach unten! Damit ist der erste Down schon mal drin! Ja! 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 So, mein Bogen fast fertig. Je weniger oft ich das mache, desto besser. Marco Rütsch. Jungen Moin auch an dich. 1, 1, 5, Fusionsprozess. Brauchst du noch? Nein, nein. Das geht, Marco. Geht gleich fertig. So, und ab geht's auch schon nach unten. Den Bogen komplettieren und dann meine Frau ist auch schon mal dabei. Und dann kannst du auf jeden Fall abgehen. Ja. Und zu einer nachgeladenen Waffe sage ich nicht nein. Ich bin der Robin Hood der Explosion. Bleib mal schön auf deiner Seite. Du mit doch. Guck, hast du ein Kieschen auf dich? Und dann ist ja gut. Werd hier nicht frech. Na du. Du hast so viel Denk. Nein. Ja. Verdammt ey. Habt ihr gesehen, ich gezuckt hab? Wie bei einem Horrorfilm. Junge. Ja. Ja, bei uns ist auch alles super. Ist noch ein bisschen früher am Tag. Aber. Ja. Wurde wieder aus dem Bett geschmissen. Aber, muss ja sein immer. Wurde. 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 Unsere fleißigen Zuschauer machen wir uns natürlich auch gerne hier. Wurde. Oder willst du mir gleich erzählen, dass du es genauso geplant hast und alles Gutes. Ja, Runde 10 jetzt sind wir eigentlich auch schon gleich zurecht. Ja, was soll ich sind. Runde 10 ein Pinchen trinken. Wurde. Na, bloß auf ey. Das hat mir auch schon mal passiert. Ich hab schon mal meine letzte Zigarette auch richtig vollkündigt und was passiert mir natürlich falsch rum. Ich hab mal eine Munitionskommung. Brauch ich jetzt noch gar nicht eigentlich. Das war ein bisschen überhastet. Du kriegst ja genug. Ey, Samma. Mach keinen Blödsinn, Samma. Diese dreckigen, schäbigen, Soms. Da haben wir den Blitzbogen auch schon mal drin. Ich hab mal die Gondel geholt. Jetzt erstmal ein Köpfchen. Shisha oder etwas anderes, mein Freund. Daran merkt man. Ich sag mal lieber nicht zu viel. So, jetzt erstmal die ganzen anderen Standard-Kaugenmys. Die ganzen Standard-Kirks. Ja, was ist denn hier los mit... Jetzt kriegt man wieder Muni im Überfluss. Ja man, ich hol mir auf jeden Fall dann so knapp. Mit einer Schrotflinte ist man nie allein. Du willst bestimmt oben laufen, ne? Nö. Willst du nicht oben laufen? Nö. Aber ich will auch nicht oben laufen. Ja dann läuft halt keiner oben. Ja dann? Dann läuft halt der oben, der immer Bock hat. Ja man war richtig nice. Guck mal, direkt beim ersten Mal eine Man-O-War. Ja Simon, das glaube ich dir. Aber besser als nichts zu qualmen zu haben, ne? Ja auf jeden Fall. Du schreibst kinderfreundlich, Marco, alles klar. Marco, sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Du siehst sehr sympathisch aus. Erkennt man schon an deinem Schreibstil auf jeden Fall. Ja. Hi Dave. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich wollte mal im Doppelpakt uns zu sehen. Ja man. Diese verdammte Argus. Die lege ich gleich auf jeden Fall weg. Das würde ich machen, ich würde es nicht machen. Oh, hi. Oh, hi. Der Restete. Also ich glaube erstmal nicht oben, ne? Ich glaube erstmal vorne und später. Mal gucken wir mal vorne zu rein. Aha. Da hast du ein Problem. Aha. Mit einer Knacken. Achso. Elektrischer Sturm auf der Durchreise. Das seht ihr auch schon an, dem gewaltigen Bizeps. Na 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 na. allerdings trainiert sie auch Beine wenn das der Fahri Füste würde ich den Nackenklatscher geben den alten Anaboliker so guck mal hier ist bestimmt mal so drauf er soll aber nicht so viele Pics von Miami machen sondern mal lieber ein bisschen mucko-bum Spasti Mahlzeit Alexander Dave, wir haben bis jetzt nur den Blitzbogen und den Feuerbogen gemacht ansonsten noch nichts wir werden auch nicht mehr viel dazu machen sondern gleich nur noch die Rathmerrock dazu knallen und mit der Highround anfangen Hi Timon Hey Timon Das Warner Fitz ist Na halt mal nur den Zombie einfach ist hier Ah hier ist wo? Ja Ich guck doch nicht immer auf dein Bildschirm Mein Gott Mein Gott ey kannst du nicht sagen gegenüber von Samantha Nein kannst nicht Boah Hammer harte Tief So ich hab hier einen Zombie Ja Schön Dann hau mal rein ey Ich glaub da kommt gleich noch einer Dann kill ich den Ja? Ja mach ich Dann trau ich mich Ja Unglaublich Was soll man wirklich den Panzer hier machen? Ja warum nicht? So nur aufhalten Ja Warum nicht? Ja weil wir nicht so viel Zeit haben Junge Ja mir ist eigentlich Wayne Ich brauchte ihn nicht Du hörst Ähm Jaaaa Spinnennetz Haha Dave Natürlich gerne Einen herzlichen Gruß Geht raus an den Martin Hey Martin Achso und Panamera Flow sollten wir auch an dieser Stelle mal grüßen Genau Hab ich total vergessen Panamera Flow Hi an dich Ja mach ich später nochmal Vielleicht wenn er dabei ist Wenn er dabei ist Aber der Martin ist am Start Von mir auf Klasse Ja ich hab direkt Spinnennetz gezogen Klar aber kein Scheiß Haha So Ach Simon gar kein Problem Ja auf jeden Fall gar kein Problem Freut mich auf jeden Fall schon mal dass ihr So zahlreich beim letzten Mal dabei wart Ja richtig korrekt neu Das war schon richtig cool Hast du den Dicken? Ja ja ist schon dauern Das muss ein echter Schock für euch sein So da haben wir das zweite Ragnarok Teil auch schon mal drin Das andere mach ich gleich Ihr seht jetzt kann man erstmal auch ordentlich loslegen Natürlich Dave an den Philipp auch einen herzlichen Gruß Hi Philipp Hey Phil Phil Marken und Dave sind am Start Das hat sich da passt so geil an wie die drei von Superbad Hahahaha Auf und selbst sogar Film So Ich will mir erstmal ein schneller wiederbeleben Nachdass Hier kann halt nicht schaden in der Runde So mal einer am Leben lassen Jetzt äh rum Ja ich brauch noch ein bisschen Ich mach ja hier im Gegensatz Zu meinem Frauchen mal ein paar Türen auf Ich bin ja so sozial Ist ja nicht mein Problem ne? Ja Simon wir kennen den Pömpel in ähm Der auf dieser Map Pömpelchen Der Pömpelchen aus dem ersten Zeitsprung Oder ähm Beziehungs ja den ersten Zeitsprung den man hier mit der Uhr macht Mhm Aber Benutzen wir halt nicht Der ist eigentlich sinnlos Morgen Pablo Hey Pablo Du warst gestern auch schon dabei Schön schön Call of Duty 2016 Muckst du Weiß ich noch nicht mal gucken Erstmal sind wir jetzt auf jeden Fall noch mit dem Spiel hier beschäftigt Anschließend geht es auf jeden Fall noch mal in GTA 5 weiter Ja mach Time for Speed Ist damals Battlefront Da sind auf jeden Fall noch einige Spiele Division Auch ein richtig cooles Ding So ja ich hab keinen Nee ich glaub der kommt Ja nimm die mal rein Eben 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 Und Kauguin zieht mir dann auch noch Was soll der geil jetzt Eben 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 Da ist schon mal mein Unstil war drin Es ist sehr schön Eben 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 Was machst du Die Kiste Blatt Ja am Ende der Wunde Natürlich Wir wohnen in der wunderschönen Stadt Essen Als gebürtige Gelsenkirchenerinnen für meine Frau nicht unbedingt all zu schön aber Essen ist natürlich viel cooler, muss man mal sagen, ist einfach so. Man merkt, er kann auf jeden Fall nicht neutral antworten. Aber als alter Hosegen ist natürlich Essensvorteil auch da. Zocker-Verfahren, das kann ich auf jeden Fall verleihen, was du da sagst. Zumindest, also wir haben es jetzt auf Xbox, da hat meine Frau natürlich schon durchgespielt, aber es gibt auf jeden Fall so den ein oder anderen Gamer-Punkt-Trophäen, wie auch immer, der nicht allzu einfach ist. Hi, Florie, schön, dass ihr auch vorbeiguckt. Also bei ein paar Trophäen von Need for Speed, zum Beispiel das mit Level 70 erreichen und die ganzen neuen Trophäen, die noch dazu kommen, die sind nicht allzu einfach. Die restlichen Trophäen, natürlich, kann man auf jeden Fall in fünf Tagen ordentlich durchknirren. Hey, das war der, das ist der Flur, ne? Korrekt. Ja, in Wesel, das ist ja ein Katzensprung. Da haben wir meine Rundfunk von uns gebracht. Wo ist das Wonderfits immer noch dahinten? Ja. Dann gehe ich doch mal schnell zum Wonderfits immer. Dave Kiesel, ja, wie gesagt, mitspielen an und für sich gar kein Problem. Gestern haben wir schon mal ein paar Zuschauerrunden gemacht. Drei Stück, glaube ich. Und vorgestern auch. Allerdings ist es zwischendurch nicht immer allzu einfach, alle unter einen Hut zu kriegen. Also seid nicht böse, wenn wir zwischendurch ein bisschen brauchen, um euch einzuladen. Weil wir wollen natürlich auch mal zum Beispiel jetzt eine Runde zu zweit spielen. Aber ansonsten, klar, mitspielen immer gerne. Ich hoffe, du hast mich schon geedit. Ich habe einen aufs Haus. Patty, PvP, hi ho an dich. Hi ho. Soll ich mal nutzen? Ja, ich weiß nicht, ob ich dann Unstillbar kann ich da trotzdem nehmen, ne? Weiß ich nicht. Wenn nicht, dann warte einfach. Wie mache ich es dann Unstillbar? Die Frage ganz kurz an die Zuschauer. Wenn meine Frau jetzt einen aufs Haus nimmt, kann ich das Unstillbar trotzdem verwenden? Haben wir noch nie gemacht. Ja, aber das steht hier für ein Fünf, oder für ein Fünf, oder für ein Fünf, oder für ein Fünf. Sag mir mal für etwas Licht. Gah, bin ich direkt mal down. So ein Quatsch, Hörmer. Das gibt es nicht, da gebe ich mir direkt eine Kippe drauf. Ja, sieben, an uns geht es gut. Allerdings regt mich dieser Down schon etwas auf. Ich habe gedacht, durch den Blitz, den ich vorher geschossen habe, werden die wenigstens schon mal geschockt. Natürlich nicht. Hätte ich nochmal ordentlich reinhalten müssen. Aber egal. Ich habe echt den geworfen. Ein Down ist kein Down. Ich weiß, aber ich brauche Punkt. Achso. Kommst du klar, ja? Ja, ich komme klar. Ich kann ja einen. Ich habe leider keinen Sinn. Das ist eine Waffe, mit der ich arbeiten kann. Aber das ist noch gar kein Problem. Wie gesagt, zu zweit muss man sich die Downs ja jetzt nicht unbedingt einteilen. Da kann man ja so oft sterben, wie man möchte. Allerdings ist es schon ärgerlich. Das gibt es ja nicht. Ja, das Spindens gehen sie nicht rein. Ne. Ja, okay. Da geht es dann. Ich habe hier oben noch ein paar Zombies. Ich hole mir jetzt erstmal Jogger. Ah, ich halte die immer ein bisschen. Habe ich schon erwähnt, dass es eine Heimläcker hat? Ja, das wird auf jeden Fall sehr lange dauern, Vanja. Oh, Vanja ist auch wieder am Start. Sehr geil. Danke, Marcel, auch an dich, dass du uns die Frage beantwortet hast. Jetzt muss ich natürlich erstmal sowieso über da vier Jogger sammeln. Also ein Stilber kann man ruhig nehmen. Aufs Haus kann man ruhig nehmen. Ja. Wer nicht, aber. Dann komme ich aber zu dir. Den Black Shark, dem glaube ich doch schon. Ach, der Black Shark, ja. Aber will ich trotzdem gerne mal, dann kann ich meine Verwandten besuchen gehen. In dem schönen Hessen. Nein, Paolo, haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Wir sind im Moment echt hart am Zocken dieses Wochenende. Aber wir werden uns natürlich nächste Woche... Ich mache das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Zeit dafür nehmen. Ich habe mir extra deinen Namen aufgeschrieben. Ja, aber... Hier kannst du ein paar... Nein, gib dir ruhig. Lass erstmal Rundenballern. Du kannst mal die Falle da oben anmachen. Ja. Jetzt hast du natürlich nicht genug Punkte und ich auch nicht. Ach man, Schätzelein. Ja, du sagst, ich soll die Falle anmachen. Ja, du weißt doch auch, wofür, oder nicht? Ja, du weißt. Ja, warte. Ja, Hardcore Buddies. Wie gesagt, um 19.20 Uhr soll die Folge mit euch beginnen. Eine Highround. Nehmen wir auf jeden Fall in Angriff. Aber ich habe euch ja gesagt, wenn wir jetzt weit kommen, dann müssen wir das natürlich verschieben. Sonst hat wohl niemand Lust, das rumzuschleppen, oder? So. Ansonsten gucken wir erstmal, wie weit wir kommen. Ihr seht ja, wir haben uns jetzt schon beide einen dämlichen Down gezogen. Fängt schon mal gut an. Alles noch im Rahmen. Aber die Daumen fallen wirklich ewig, ja. Dave Kiesel bei PSN. Ich hoffe, du hast es gerade lesen können. Das knallen wir doch direkt mal rein. Mal zwei. Warte. Servus, Niklas. Da ist die Highmaker auch drin. Sehr schön. Dann haue ich jetzt erstmal mit der Highmaker rein. Gibt ein paar mehr Punkte. Können wir die hier vorne sammeln, wenn du willst? Ach, gar kein Problem. Ich mache schon mal eine Punkte. Solange wird das nicht dauern. Wir haben nur keinen Fakt. Das Schildschung holt wieder. Ja. So, holen wir uns erstmal wieder einen Doppelschuss. An dieser Stelle auch nochmal ein herzlichstes Hallo von mir an alle unseren Zuschauern. Sehr geil, dass ihr uns mitverfolgt. Wie gesagt, Dave, noch einmal für dich. Hier unsere PSN-Namen, das ZOG kannst du natürlich weglassen. Da kannst du uns auf jeden Fall hätten. Ja, 156 Runden auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Leistung. Die Ragnaron, baust du die mal eben im Keller auf? Oder ich mache das eben? Niklas, sehr schön, dass du wieder dabei bist und hierher gefunden hast. Ja, das sind, ne? Ja, bei deiner Fantasie. Ich glaube, ich will den ganzen Scheiß gar nicht sehen, den du gesehen hast. Ich werde mal zum Mund, ich werde jetzt vorsichtig bei Äffchen. Ich werde jetzt mit dem Blitzbogen wieder gewesen. Aber kann ich mal bis was abstraben. So. Da sind die Ragnaron auch schon mal wieder drin. Hier ist noch eine Sicherung, falls sie eine Brauze um. Heute gibt es schlechtes Wetter. Warum? Warum? Basina. So. Direkt mal ein schneller Wiederbeleben holen. Ich mache deck mal die... Da ist der schon mal drin. Gondel. Ah, das habe ich gebraucht. Ja, vierte Punkte. Marco, du bist der Maxly. Gestern leider auch nicht mehr geklappt um 11 Uhr. Haben wir uns ja eigentlich verabredet, aber wie gesagt, gestern auch sehr viel mit Zuschauern gezockt. Aber wie gesagt, das holen wir alles nach. Ja mal, Leute. Dann müsst ihr uns auch ein bisschen entschuldigen, dass wir das leider nicht... Genio, hi auch an dich. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, es ist halt ziemlich schwer, das alles unter einen Hut zu kriegen. Wenn mal unsere anderen beiden ZOG-Teamkameraden am Start wären, wäre es für uns umso leichter. Auf jeden Fall. Aber das sind ja so kleine Schlawiner. So, Wonder Fitz ist wo? Immer noch da hinten. Ja, so wie ich war nicht. Mach nicht. Nochmal frei. Was soll ich für den Dicke? Da kannst du das auch aufs Haus schon mal nehmen, weil ich nehme sowieso was kommt. Ja. Ich habe das Stummen abbekommen. Ich habe schneller Nachladen gekriegt. Sehr schön. Das Stummen abbekommen, finde ich sehr zufrieden. Anstatt immer Eselstum zu kriegen, auf jeden Fall. Das Stummen abbekommen, kaufe ich mir gleich. Ja man, will ich auch mal. Das Eselstum? Ja. Ach, gerade vom... Von Wonder Fitz, genau. So, jetzt kann es erstmal weiter gehen. Wie gesagt, die Paxen auch ein Minimum reduzieren, das wäre schon mal ganz gut. Weißt du, wo ist der Pick-and-Punch immer noch oben? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Doch, zurück. Ne Woche hast du jetzt da. Ähm, ich denke ja. Ich weiß es aber jetzt nicht ganz genau. Ich gucke es mir nach der Runde an, ey. Und direkt hochofen Munition. Leider. Immer noch mies erkältet. Gar kein Problem. Max Lee. Oder Marco. Ich nenne dich mal über Marco. Ähm, wie gesagt, wir waren gestern auch ziemlich beschäftigt. Deswegen hätte es wahrscheinlich sowieso nicht hingehauen. Man soll sowieso auch mal sich ein bisschen anderweitig... Und genau, wie gesagt, ist gar kein Problem. Das wird alles nachgeholt. Wir haben ja noch viel Zeit. Und da kommt ein Dicker. Wo? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube bei mir. Ja. Natürlich. Danke, Dave. Für deine Genesungswünsche. Mein Gott, diese Hunde, ne? Ihr merkt, ich puste zwischendurch. Echt mal hart husten. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Vor allem, wenn man noch zwischendurch raucht. Ich idiot. So. Vielleicht auf jeden Fall mal ein Kaugummi ziehen. Kann man auch jetzt schon mal sehen. Vielleicht kriege ich auch einen Hubshaus. Wo ist denn der? Ich habe keine Ahnung, hier ist er nicht. Ah, hier, gegenüber von uns im Moment. Sehr gut. Wenn ich direkt mal auf den Weg bin, hast du den Liegen schon umgelegt? Ja, ja. Klar. Das haue ich mir jetzt auch noch eben rein. Aber ich ziehe eh direkt nochmal. Das kann ich mir nicht immer einladen. Alles klar, Black Shark. Werden wir auf jeden Fall auch tun. Wie gesagt, hat es echt richtig, richtig gut gemacht. Auf jeden Fall. Du und der Mann ja hier habt auf jeden Fall mega den Skill. Ach komm. Habt ihr das gesehen? Da wäre es fast nur noch weit gewesen. Was mache ich nur. So, jetzt fange ich mal an, mich zu konzentrieren, Leute. Unfassbar. Vor allem, das habe ich jetzt auch völlig umsonst genommen. Fällt mir gerade auf, weil ich muss ja gleich noch aufs Haus ziehen. So, wie gesagt, jetzt fange ich mal an, mich zu konzentrieren. Ein Phönix aus der Asche habe ich damit schon mal verschwendet. Aber ich habe ja zum Glück noch eins. Hast du da noch drin? Ja. Also, falls du jetzt in der Runde sterben solltest, ist das kein Problem. Wie gesagt, Dave, gar kein Problem. Heute wird es natürlich sehr schwierig werden, weil wir jetzt erstmal unsere Highround hier knallen wollen. Danach, wenn es noch geht, mit unseren Hardcore Buddies. Den YouTube-Channel könnt ihr euch auch mal ansehen, wenn ihr wollt. Ja, aber sehr gerne auf jeden Fall. Die Hardcore Buddies, die COD Buddies, entschuldigt. Schaut mal auf Ihrem Channel vorbei, auch schon ein paar witzige Videos am Start auf jeden Fall. Mit den beiden Jungs wollen wir heute Abend noch zocken, wenn wir unsere Highround hier verkacken sollten. Dann zocken wir noch eine Runde mit denen. Ansonsten, wie gesagt, Flori, nicht böse nehmen. Wenn wir natürlich weit kommen, dann ziehen wir es natürlich durch. Was haben wir eigentlich Zeit? 40. Ansonsten, wie du so schnell. Ja, stimmt. Black Shark, hattest du gestern, glaube ich, auch schon mal gesagt. Werde ich mal gucken, ob ich das schnell wie möglich hinkriege. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Ne, dafür nehme ich es jetzt doch nicht. Wenn da nur ein paar Schaus. Ansonsten lasse ich das Phoenix aus der Asche erstmal drin. Geh mir mal ein Bonbon-Ski. Ich sage immer Bonbon, Leute. Für mich sind auch ein Bonbon und kein Kaugummi. Alles klar, super. Eine Party-Einladung kann ich natürlich jetzt auch nicht annehmen, Flori. Das ist natürlich jetzt gerade etwas schwierig. Sehr schön. Dort ist ja eh nur ein Aufshaus. Dann kannst du das schon mal hier drin behalten, falls ich hier wieder irgendwelchen Blödsinn mache. Bei dem einen Down will ich jetzt auch erstmal bleiben. Bis Runde 40. Locker. So, gucken wir doch mal. Ich habe ja schon ein Eselstritt drin. Was ich noch so für eine Waffe ziehen kann. Die Dingo, das passt mir sehr gut. Ja, auch okay. Die beiden Waffen werde ich direkt mal behalten. Noch sind die Hunde nicht dabei. Sehr schön. Benjamin, hi auch an dich. Paddy, PvP, wir machen eine High-Round. Zu zweit haben wir auch noch nicht gemacht. Einmal aber nur bis 40. Das spiegelt natürlich noch nicht mal ansatzweise das wieder, was wir zu zweit machen können. Heute also ordentlich Gas geben. Ja, Hardcore. Also, Flori, zock schon mal dich ein wenig warm. Wie gesagt, wenn wir es verkacken sollten, dann seid ihr nachher auf jeden Fall dran. Ansonsten, wie gesagt, ziehen wir das natürlich heute durch. Ach, jo, Daniel. Ach, Daniel, hi. Sorry, ich habe dir ja auch schon geschrieben, dass Christina und ich heute mal eine Runde zu zweit machen wollen. Die letzten beiden Tage haben uns natürlich auch ein wenig geschlaucht. Hat natürlich auch übelst Bock gemacht, mit euch allen zu zocken. Ja, Mann. Diejenigen, die jetzt schon mal dran waren. Wie gesagt, auf unserem YouTube-Kanal ZOG Zocker ohne Grenzen könnt ihr es euch mal angucken. Da haben wir auf jeden Fall schon ein paar Zuschauerfolgen für euch hochgestellt. Einige Easter Eggs, auch einige kleinere High Roads. Aber ging auf jeden Fall schon mal ordentlich ab. Und jetzt heute mal eine High Roads zu zweit. Muss auch mal sein. Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig, der Steven... Weil das Husten geht mir auf den Sack, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nächste Woche könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Auf Nethospeed GTA 5. Wer Bock hat, schaut auch gerne da zu. Würde mich freuen. So, wenn es geht, halt mal einen übrig. Ja. Niklas, FPS wirst du bestimmt eine Blickempfindlichkeit meinen? Denke ich zumindest. Ich zocke horizontal und vertikal auf 7. Ich auch. Meine Frau auch. Wenn du dann möchtest. Günstige Waffen, dann hab ich hier noch einen Sale. Nö. Hast du noch einen Zombie? Ja. Ein? Ein paar, vier. Ja, lass mal einen übrig. Ja, kann ich nicht. Der warte, dann komm ich dir die mal abnehmen. Ja, klar. Eine Sekunde, wenn ich jetzt gleich den Zombie hab, dann kann meine Frau dir da auf jeden Fall Tipps geben. Sie macht den Feuerbogen am häufigsten, Dave. Bezüglich des Feuerbogens am Sprung vorm Teil sagen, ja, schreib mal spezifisch deine Frage auf. Dann können wir dir da auf jeden Fall helfen. Ich hab jetzt zwei. Okay, mal erstmal deine. Ja. Warte, die kommen noch zurück im Laufen. Naja, ähm. Achso, du bist es. Ich hab gedacht, der Flory guckt gerade zu. Ich hab einen. Du hast einen, dann kenn ich meine. Ähm, Dauerfreischalltipp nach Prestige auf jeden Fall empfehlenswert. Meiner Meinung nach alchemistische Antithese, das Standardbonbon. Ja, Mann, auf jeden Fall. Wenn du mal in Munitionsarmheit Gerät sehr von vor... Ja, Armheit. Armut. Armut, dann halt. Ist doch scheißegal, Mann. Der weiß doch, was ich meine. Armheit. 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 Lack, diese Armheit. So, mal kurz gucken, wo ich Kaugummi ziehen kann. Ja, auf jeden Fall das alchemistische Antithese Kaugummi. Das würde ich mir mit den Freischalttoken bei Prestige auf jeden Fall freischalten. Für eine Highround immer sehr, sehr gut geeignet. Ich find grad kein Kaugummi-Automaten. Guck mal im Keller, hast du schon? Ja. Nee, Keller hab ich noch nicht geguckt. Oder bei Sement. Oder um. Da. Da haben wir dann auch Sons. Das gönnen wir uns doch mal direkt. Ja. Die... Warte, hab ich gekriegt. Ja, Jesus, das war mir klar. Ich hab gar nichts gekriegt. Stamina? Nee, hab ich vorher schon. 246. 246. Das ist natürlich sehr mysteriös. Komisch. Also... Ja, du hast Probleme aus der Luft die brennenden Kreise abzuschießen. Eine Sekunde, ich wollte jetzt sowieso mal ganz kurz meine Waffe punchen. Gucken, wo es ist. Unten im Keller. Wenn ich jetzt gleich noch ein paar Pünktchen... Du kannst schon mal alle anderen Türen hier aufmachen. Wo fehlen denn noch welche? Ich glaub, die Tür zum zweiten Drachenraum ist noch zu. Uns geht's ganz gut, Dave. Wie gesagt... Ach, Niklas. Wie gesagt, Dave, ich spring gleich mal. Dann kannst du mal gucken, in welche Richtung ich ungefähr ziele. Dann kannst du dir das vielleicht abgucken. Wir heißen bei PSN so. Was wollte ich jetzt machen? Peck a Punch. Peck a Punch, genau. Verdammt. Und nochmal, verdammt. Ja, das reicht auf jeden Fall noch, um... ...kurz hin und her zu springen. So, ich denke, du wirst die meisten Probleme mit dem mittleren und mit dem... ...Sprung von unten haben. Aber ich zeig's einfach mal. Wenn du mit deinem Bogen diesen Sprung machst, musst du so ungefähr in diese Richtung gucken. Dann springen und hier halt schießen auf den Kreis. Ich bin noch nie gerne geflogen. Am besten vorher auch aufladen, dein Feil. Genau. Bevor du springst, auf jeden Fall den Bogen gedrückt halten, damit der Schuss sich schon mal auflädt. Von diesem Sprung aus kannst du hier so nach rechts unten gucken und kannst dann auch hier perfekt auf den Preis zielen. Und der letzte Sprung ist dieser hier. Von oben sehr, sehr schwierig zu treffen. Ich kann's aber mal zeigen. Ich muss ungefähr so in die Richtung gucken. Sehr nett von dir, danke, Wanya. Da, den Kreis. Da musst du dann hinschießen. Von unten etwas einfacher. Musst du auch wieder hier so nach rechts unten gucken und dann den Kreis in dieser Höhe treffen. Ich hoffe, das hilft dir. Musst du mal probieren. Das hat sowieso nur was mit Übungen zu tun. Und mir auch's ganz im Kind. Ja, vielen Dank, Banya, auf jeden Fall. So, zwischendurch auf jeden Fall mal die Zeit nehmen. Einige Fragen zu beantworten machen wir natürlich. Auch wenn's primär heute erstmal um die High-Round zu zweit geht. Das Easter Egg lassen wir natürlich nicht auf links liegen. Haben wir heute nicht. So oft gemacht. Ja, oft. Ich guck mal gleich gegen Kaufmann. Ich höre kein S.O. mehr. Der hört keinen Sound mehr. Ah, okay. Mein Gott. Ich konnte das... Das ist natürlich sehr komisch. Ich hoffe, alle anderen können uns noch gut hören. Funktionieren gut, das auf jeden Fall. Einfach nochmal in Stream. An den anderen auf jeden Fall mal die Frage, ob ihr uns noch vernünftig verstehen könnt. Ja, wie gesagt, Marvin, ich nehme auf jeden Fall Marvin, glaube ich, deine Freundschaftsabfrage gleich an. Aber wie gesagt, erst nach der Runde... ein elektrischer Sturm auf der Durchreise. Schreiner! Mach dieses Mal bessere Arbeit. Beim letzten Mal hat es keine zwei Minuten gehalten. Alles klar, das kann man auf jeden Fall hören. Dann liegt irgendwas an Daves. An Niklas. An Niklas. Sorry, Leute. Ja, manchmal kommt man hier ein bisschen durcheinander. Ich muss jetzt mal hier durch. Sehr schön, danke auch an dich, Pablo. Pablo Locco. Pablo Locco. Auf jeden Fall richtig korrekter Name. Ja, Mann. Chilt. Chilt. Chilt, chilt. Ich hole die Pilgröse. Begreift ihr Fleischsäcker langsam, wie das läuft. Ja, das läuft doch. Am Schnürchen hier. Runde 23 schon mal drin. Nach einer Stunde. Herzlichen Glückwunsch. Da waren wir schon mal 30 oder so. Mit dem Einzelspieler. Ein Dickerchen. Scheißkerl schon wieder. Zwei, dicke. Beide. Soll ich nicht zu dir kommen? Nein, ich komme auch noch. Na, komm. Ja, mal rein. Darf ich dir an? Ja, mach an. Dann auch mal rein. Ja. Ich hoffe, ihr Tod war wenigstens ein bisschen traurig. Ich bin noch gar nicht. So, damit ist der erste schon mal da und damit ist der zweite da und... Nö, der ist nach unten gefallen, oder? Ja, doch auch nicht. Das sah voll komisch aus. Irgendwie ist es komisch aus. Gucken wir mal, ich gehe mal direkt ein neues Kaugummi ziehen. Bei mir ist es nicht, ich gucke mal am Anfang. Nee. König von alles. Dich hatten wir in der letzten Zeit auch schon öfter mal dabei. Dich kann ich auch direkt mal hart ignorieren bei deinen ganzen komischen Kommentaren, die du immer so hier reinknallst. Ich kann es ja wieder ausspuchen. So. Ich kann mich jetzt leider echt nicht auf die Kommentare konzentrieren, aber... Ob wir ZUG ausbauen wollen? Ja, bestimmt. Wie gesagt, im Moment beschränken wir uns ja noch auf YouTube. Unseren Twitch-Account haben wir zwar schon mal Performa angelegt, aber benutzen wir noch nicht so wirklich. Unsere Facebook-Seite haben wir auch schon mal angelegt, benutzen wir im Moment aber auch noch nicht allzu sehr. Klar wollen wir es mal ausbauen, aber natürlich mal gucken, erstmal was die Zukunft so bringt. Fühlt ihr euch schon erleuchtet, Fleischhafen? Schussverkauf! Immer wenn ich glaube, dass sich das ganze Universum gegen uns gewandt hat, passiert so etwas. Hab ich schon erzählt, ob mein Video dauernd ist, mit meinem Video. Mhm. So close. So, ich warte auf jeden Fall nochmal mit Kaugummi ziehen, bis das hier weg ist. Inwiefern meinst du denn Zocker-Vorfhahn-Ausbauen? Kann man ja jetzt auch so sehen, wie man will. Zocker-Vorfhahn-Ausbauen? Ach so. Ich verstehe. Ich freue mich. Jetzt kommen die Entsenmünde dazu. Alles klar, Dave. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen schonmal an der Stelle. Und ja, auch viel Spaß beim Zocken. Spieler dazu holen, andere Games und so weiter. Wie gesagt, andere Games sind auf jeden Fall jetzt geplant. Als allererstes Need for Speed und GTA 5. Ende April kommt ja endlich Rise of the Tomb Raider auch auf für die PS4. Habe ich schon auf der Xbox One durchgezockt und hat mir auch sehr gefallen, dass ich auch dazu Streams machen werde. Aber dann die PS4 ein bisschen hinterher. Ja, wie gesagt, Spiele auf jeden Fall. Andere Spieler dazu holen, das liegt natürlich erstmal primär nicht nur an uns, sondern auch an unseren beiden Teamkollegen, die wir in der letzten Zeit eher selten zu Gesicht bekommen haben. Da möchten wir nicht über ihre Köpfchen wegentscheiden. Ja, und da wir ja ursprünglich zu Piert gestartet haben. Ansonsten, klar, könnte man auch mal drüber nachdenken. Dann kommt es aber ein bisschen auf die Planung an. Wie gesagt, das rückt erstmal noch in weite Ferne, aber prinzipiell möglich natürlich auch. Doppelte Punkte! Der ideale Zeitpunkt, um sie fertig zu machen. Aber Zockervorfahren auf jeden Fall auch eine sehr interessante Frage. Wir sind immer für Vorschläge offen, also wenn ihr irgendwie Wünsche beziehungsweise Interesse habt. Auf jeden Fall zocke ich natürlich auch, nicht nur mit Abonnenten, auch mit Zuschauern, die uns nicht abonniert haben. Na, ist vollkommen egal. Klar. Wie du auf unserem Channel schon sehen kannst, haben wir diese Woche mit einigen unserer Zuschauer schon ein paar Runden gezockt. Allerdings, wie gesagt, können wir nicht alle auf einmal annehmen und mit allen auf einmal zocken. Weil eine Runde natürlich auch immer etwas länger dauert. Und zwischendurch haben wir dann natürlich, gestern hatte ich einen Spieler dabei, der zehn Jahre alt war, der das Spiel erst drei, vier Mal gezockt hat. Und da nimmt man sich dann natürlich auch gerne die Zeit, um alles mal in Ruhe zu erklären und so weiter. Und deswegen dauert es dann halt ein wenig länger. Und deswegen kann man nicht alle Leute direkt an einem Tag bedienen. Allerdings machen wir das natürlich sehr gerne. Und wie gesagt, wenn ihr uns addet, gucken wir immer, dass wir zwischendurch noch mit ein paar Leuten von euch zocken. Das ist auch mal geil, wenn die Macher von Black Ops eine Map erstellen, wo es möglich ist, mit acht Leuten gleichzeitig eine Runde zu leben. Das wäre auch immer eine gute Sache. Ich glaube, ich laufe jetzt oben, wenn ihr hier eh nicht laufst. Ne. Hab ich schon gesagt. Problem? Da musst du meine Frau fragen, Gerüchte, dass GTA 6 schon in Planung ist. Ja, hab ich auch schon von gelesen, aber irgendwie kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen. Also man liest ja viel im Netz und da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Die sollen auch mal nicht so schnell auf Kakao und die müssen ja jetzt erstmal GTA 5 überwinden. Und wie ich schon gehört habe, ist dort der Online-Modus auf jeden Fall sehr komplex. So, ich muss danach auf jeden Fall mal punchen. Ja. So, ich kann das wohl am besten halt übernehmen gehen. Weil mit meiner Mundi ist das immer schlecht. Ja, ich habe zwei Korder jetzt. Ja, aber auch nicht. Du solltest ja auf jeden Fall auch gleich mal noch eine Raffe klar machen mit ungepunchter Mundi. Ja, wenn du ein Überlast kann ich das ja gleich mal tun. Wir gegen dich, Madengesichter! Am besten ist auch die Leute, die uns Freundesanfragen schicken, direkt dazu zu schreiben, wie sie auf YouTube heißen, damit wir sie auf jeden Fall besser identifizieren können. Weil momentan springen die Freundschaftsanfragen unsere Liste. Ein Atomi, ihr lasst es jetzt mal liegen. Ja, das haben wir auch schon gehört, dass der Online-Modus von GTA 5, dass da viele beschmierte Leute dabei sind, die den Spielspaß ein wenig zunichte machen. Aber das hat man ja in jedem Spiel. Ich habe noch einen. Ich brauche eine Dusche, um das ganze Blut abzuwaschen. So, dann kann ich jetzt mal eben kurz punchen. Ja, und dann eine Medi-Marke, wo ich mich nicht so weit mache. Und Kogun geht sich auch nochmal. Alles mit der Ruhe. Ach, der ist schon gar nicht mehr hier. Dann ist er bestimmt bei Raketenstart. Ich habe gerade gar nicht oben geguckt. Ich bin oben gewesen, ich habe den nicht gesehen. Ich bin oben glücklich. Ich höre schon gut. Mein Problem ist alles, dass er mir kosten muss. Das immer Lawolf und Mobili. Sind wir es gut für mich integriert? Warum? ytyy hat es nicht alles gut verhoben. Bin ich 555ager? Ist ein bisschenar, ob ich das Ganze bringe. Sind wir genau unten? Nimm den doch einfach mit. Geh doch einfach mit mir eben runter. Wozu denn? Ich kann ihn hier nicht so fach zu machen mit Spinders. Na immer diese schnelle Aggression. Das hat nichts mit schneller Aggression zu tun, das hat einfach was mit Sinnlosigkeit zu tun. Jetzt gehen wir nicht auf den Keks, Alter. Deine Mutter fäg ich gleich in den Arsch, du huch und so. Da geh ich auch mal stark von aus. Wie man im Internet so frech sein kann, finde ich auf jeden Fall immer sehr sehr witzig. Auch bei so einem Namen König von Alles. Das erzählt mir. Sieht gefährlich aus. Hoffentlich ist das all die Kohle wert. So erstmal tote Leitung. Mal gucken, ob ich noch irgendwo ein Kaugummi krieg. Ah hier, das ist auch an. Guck mal, dann sind nochmal zwei an. So, noch ein auf Saus. Mal gucken, ob ich diesmal einen Perk dazukriege. Ich hab schneller wiederbegeben. Sie bekommt, aber ich nicht. Ich hab schneller nachladen. Das ist ja witzig auf jeden Fall. Egal, punchen wir. Ihr die ganzen Perks auf jeden Fall hoch. Voll dumm hier irgendwie, ne? Gar kein Problem. Warte kurz, ich trink noch mal hier einen Schluck. Scheiß Husten, der geht mir richtig auf den Keks. Wo ist die Kiste? Werde auf dem Lach? Die Preise. Ähm, ne. Ja. Ja, wann ja. Das denk ich mir auch. Kannst du den daneben abnehmen? Warte. So. Boah, das Coming Up ist echt das beste, ne? Jo, ist nur ärgerlich, dass ich keine Perks mehr dazu kriege. Ja, das denk ich auch nicht so gar nicht. Vor allen Dingen, dann hätte ich mir wenigstens, ähm, Dings genommen. Oh, egal. Nehm ich beim nächsten Down. Also, wenn du irgendwann einen Phönix als Arschung hast. Gucken, den kann man bestimmt auch noch zum Vorder machen. Jetzt hätte ich sterben müssen, das wäre ultra witzig gewesen. Warum nimmst du nicht einfach irgendeine Waffe? Ja, die Dinger ist nicht so... Du zockst doch hier nur mit einer Waffe, oder nicht? Päcke Punch war oben. Moment, ich guck. Ja, Päcke Punch ist hier oben. Ach, kannst du da nochmal kurz ficken? Ist das schon? So, gleich geht's weiter, Leute. Soll ich den mal aufrauchen? Ach. Kann ich auch so. Syntex! Hi! Auf dich! Moin Moin! Moin Moin! Moin Moin! Moin Moin! Moin! Moin Moin! Moin Moin! Kann sein, ja. Ich habe nicht genau darauf geachtet. Ich bin dann auf jeden Fall aufgehoben. Nicht hier so, wie sonst in den Baustieren. Ich muss mich erst mal angewöhnen mit 3 Euro. Ein Knapp für dich! Ich glaube, wir sind hier vorne. Naja. Was so vieler Platz wieder ist, Tornado! Wir wollen sie nicht! Tornado! Auf jeden Fall jetzt werde ich auch mal anfangen, meine Radmauks wieder zu benutzen. Ja. Mache ich gar nicht. Ich auch noch nicht. Aber noch geht auch klar. Meine beste Runde 76 kannst du dir auch auf unserem YouTube-Kanal ZOG Zocker ohne Grenzen mal angucken. Die von meiner Frau ist 80. Also sie ist bis Runde 80 gekommen. Ärgert natürlich viel Runden noch. Ja. Aber das passt schon. Nächste Woche Freitag will sie vielleicht nochmal Runde 130 nehmen. Mal gucken, wie weit wir heute zu zweit kommen. Da sind 100 Runden natürlich ordentlich schwierig. Ja, im Solo-Modus habe ich die 76 und meine Frau auch. Zu zweit haben wir nur einen 40er, deswegen nehmen wir den heute mal in Angriff. Ich habe keine Ahnung. Welchen Teil von Abstand halten verstehst du nicht? Meinst du, da ist hier noch ein Schlöber? Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung, ich bin ein bisschen ehrlich, aber passt schon. Okay, ihr macht doch noch mal ein Schild. Jedenfalls könnte ich jetzt in der Stelle mir sehr sinnvoll sein. Das war ja noch. Ja, ähm, Pablo, die Möglichkeit haben wir. Wir haben im Moment halt nur unsere PS3 verliehen. Ähm, da haben wir Black Ops 1 und Black Ops 2 natürlich auch noch drauf. Da ist mein lieber Daniel, den hab ich natürlich auch sehr gerne. Ich denk mal, das ist der Cousin oder der Bruder von König von alles. Oder einfach der eine und dieselbe Person. Ähm, wie gesagt, Black Ops 1 und Black Ops 2 haben wir auf der PS3. Den werde ich auf jeden Fall in naher Zukunft auch mal wieder von meinem Kollegen abholen. Ciao, perfekt. Auf Wiedersehen. Ähm, ja, und dann können wir bestimmt auch mal eine Runde Alcatraz Buried. Das ist jetzt nicht so mein Fall. Eine Runde Alcatraz bestimmt zusammenzocken. War unglaublich. Mit so viel ekligen Schleim im Hals. So sieht man nicht übrigens gar nicht Schätzlein. Ja, das kann ich aber gar nicht, weil man gut wehtut. Okay, das kenne ich, das Problem. E-Kraft. Ähm, ja. Ja, 104 im Solo nicht schlecht. Wie gesagt, da kommt es immer ein bisschen darauf an, wie du das gemacht hast, zumindest für mich. Aber 104 Runden haut auf jeden Fall schon mal rein. Die meisten machen ja diese 100er Runden im Glitch-Modus. Das ist natürlich nichts für uns. Wir versuchen natürlich immer vernünftig zu zocken. Sonst wäre es natürlich ja auch keine Schwierigkeit, 104 Runden im Glitch zu machen. Oder 100 Runden im Glitch zu machen. Ähm, oder sich in eine Ecke hier zu campen und einfach nur mit dem Blitzbogen rein zu halten. Das ist natürlich jetzt auch nicht allzu schwer. Aber wie gesagt, 104 Runden lässt sich auf jeden Fall schon mal ordentlich sehen. Und 40 Runden, wie gesagt, unsere beste Zweierrunde ist auch im Moment bei 40. Die brechen wir heute aber auf jeden Fall. Ja, Zocker vor Fun auf jeden Fall. Alcatraz haben wir auch richtig hardcore gesuchtet. Auf jeden Fall mit dem normalen und dem blauen Tomahawk hat es einfach so viel Bock gemacht. Unfassbar. Und auch mit der Blundergette natürlich. Und dem goldenen Löffel. Ich finde, was ist sonst so gut. Ja, mal zwei Klaas brauchen wir jetzt unbedingt. Das weiß ich gar nicht, Pablo, ob man sich mit der One die Black Ops 2 DLCs da alle runterladen kann. Da bin ich jetzt auch überfragt, habe ich noch gar nicht geguckt. Weil ich Black Ops 2 auf der PS3 gespielt habe. Aber müsste ich mal nachgucken später. Mal gucken, vielleicht. Für die PlayStation 4 jetzt. Nein, für die Xbox One. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass man sich da auch die ganzen DLCs runterladen kann. Heute gibt es schlechtes Wetter. Das wäre richtig fett, auf jeden Fall, wenn die Alcatraz-Map hier nochmal verbessert auftauchen würde. Boah, ja, Mann. Das würde ich auf jeden Fall hart feiern. Einen netten Gruß an die Treyarch, Leute. Macht mal eine Alcatraz-Map hier rein. Richtig, richtig nice. Da ist ein dicker. Wenn der jetzt hier kommt, dann muss ich ihn aber schon mal anmachen. Leiser. Leiser. So, da ist der erste Daumen. Ich weiß noch nicht, ob noch einer hier ist. Nein, hier kommen was. Ich glaube, wir kommen noch mehr. Ich gehe aber erst. Leiser. Ja, halten wir mal einfach so rein. Halte mal mit deinem Feuerbogen rein. Und nochmal maximale Muni. Der ist auch unten. Ein Atom. Ein Atom. Ein Atom. In Form einer Bombe. Ja, 29 ist doch schon mal schön. Ja, geht auf jeden Fall schon mal klar. Geht natürlich noch viel weiter. Anderthalb Stunden haben wir bis jetzt. Und mein Schild ist schon wieder kaputt. Ich bin also in der Unterzahl. Das könnte interessant werden. Jetzt holt sie mir die ganzen Zombies zurück. So was? Das kann wohl nicht wahr sein mit deinem Äpfchen. Achso. Willst du euch schon erleuchtet, Fleischaffen? Vielleicht. Alles klar. Syntax. Viel Spaß bei deiner Solo-Runde. Vielleicht bis später nochmal. Auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal wieder ein fettes Dankeschön an alle, die uns bis hier hinzugucken. Nicht schlecht. Oh ja, da kann ich mich nur anschließen. Ja, richtig cool auf jeden Fall. Für die Leute, die das erste Mal hier sind, falls ihr unseren YouTube-Kanal ZOG Zocker ohne Grenzen noch nicht entdeckt habt, schaut mal vorbei. Auf jeden Fall auch ein paar witzige Folgen vom letzten Wochenende. Die Spezialfolge könnt ihr euch auf jeden Fall immer mal geben. Oder die 80er und 76er Runde von mir und meiner Frau. Jeweils im Solo-Modus. Oder Full-Easter-Egg im Einzelspieler-Modus. Alles dabei auf jeden Fall. Was das jetzt hier ist. Zieht euch rein. Gerne stehen wir auch für Vorschläge zu verfügen, welche Spiele euch so interessieren. Dann werden wir mal nachschauen, ob wir es in naher Zukunft schaffen, auch dazu etwas vorzustellen. Ansonsten gespannt sein könnt ihr auch Mut for Speed und GTA V in der nächsten Woche. The Witcher 3 kommt dann auch nochmal dazu. Und Star Wars Battlefront und... Und, und, und. Ja, auf Gran Turismo freue ich mich auch schon richtig extrem. Der Danny heute war gar nicht da gewesen. Der ist ziemlich ungewöhnlich. Bei anderthalb Stunden guckt er natürlich schon meistens einmal rein. Vielleicht hat er verboten, weil er auf die Freundin kriegt oder so. Man mag es nicht beschreien, meistens wenn man vom Teufel spricht. Er ist wahrscheinlich inkognito schon längst dabei. Weil eigentlich feiert er unsere Streams, aber muss falsch. Stets unsere Zuschauer, die auch uns beleidigen. Aber damit muss man umgehen. Vielleicht war er auch schon in Form eines Daniels, oder eines König von alles. Was H, das weiß ich nicht. Ich denke mal, da kommt gleich noch was Bravo. Ich bin nicht unbedingt ein Mortal Kombat Fan. Ich bin im Allgemeinen jetzt nicht so ein Kampfspiel-Fanatiker. Tekken habe ich natürlich auch früher mal gezockt, oder Soul Calibur. Ja, bei mir sind es auch eher so... Aber... Rollenspiele oder Rennspiele. Eigentlich bin ich da jetzt nicht so der Fan von. Deswegen kann ich dir da jetzt leider gar nicht so viel zu sagen. Heute gibt es... Schlechtes Wetter! Verpiss dich, Monster! Ich hab genug von dir! Ich geh mir auf jeden Fall jetzt, wenn ich von Kaum gut ziehe. Ja, mach ich. Mal gucken, ob ich kriege ich noch... ...gleich einen Königs aus der Asche. Du hast ja jetzt schon so gut wie... ...Tange. Ich hab natürlich noch einen aufs Haus. Das war es nicht mehr. Das muss ein echter Schock für euch sein. So, da sind wir schon mal bei Runde 30. Drei Pinnchen trinken. So wie ich aber auch nicht so immer. Oh, jetzt. Ich muss mich mal strecken, Schätzelein. Ach ja. Du musst immer. Normal muss ich. Ach, dieser elende Hund hat mir schon wieder mein Spinnnetzen klaut. Hammer, ne? Diese Hunde. Echt. Ja, aber es hier lief's auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Ja, darum geht's auch noch relativ gut. Bin ich bei dir aus? Ja, ja. Ist noch etwas angestrengt von gestern und vorgestern. Aber es geht noch seltsam auf den Grenzen. Mach so viel der Platz, wie du willst, Torano. Wir wollen sie nicht. Schussverkauf. Es wird Zeit, dass wir uns ausrüsten. Wenn wir zu zweit hier ne Hunderterhunde rausknallen, dann kotz ich weg, ey. Ohne Scheiß. Bis morgen früh, 8 Uhr, 9 Uhr. Ich hab' mir Zeit. Da hat der Jonas mir gerade zurückgeschrieben. Hoffentlich guckt er gleich auch mal vorbei. Da, mir Jonas. Eigentlich wollte ich nämlich nie mehr nach vorne machen, aber... Da wir schon etwas früher gemacht waren... Hi, wie... Moment. Norman. Ich nimm mich einfach Norman. Ich hoffe, du hattest auch bis jetzt einen schönen Tag. Ich muss mal wieder stilltun. Also kann sein, weil ich den erfinde. Ja, ja. Immer schön auf Nummer sicher gehen. Hi Dennis. Uns geht's gut. Wir sind fleißig dabei, unsere Highround hier in Angriff zu nehmen. Wie gesagt, wir probieren mal bis 100. Aber das wird natürlich eine Monsteraufgabe. Auch von mir. Hi an alle, die neu dazugekommen sind. Ansonsten, wie gesagt, geht's ganz gut. Wir hoffen, euch geht's auch gut. Ich bin ein bisschen im Tunnel, aber ich versuche natürlich auch, ein wenig an der Unterhaltung teilzunehmen. Wir haben uns leider schon einen Daumen gezogen. Aber ein Daumen ist ja kein Daumen. Hey Jonas. Hey Jonas, mein Freund. Sorry, wie gesagt, danke. Schön, dass du es uns nicht übelnimmst. Wie gesagt, wir verschieben das nur mit der Highround. Die ist auf jeden Fall nicht aus der Welt. Mit dir zocken wir auch noch eine Runde. Aber heute haben wir uns gedacht, geben wir uns mal den 2er Highround-Versuch. Cora auch von mir natürlich. Danke für das Kompliment. Wie gesagt, ich kann eure Kommentare leider nicht so gut verfolgen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ey, ist ja Wahnsinn, ne? Runde 30 und es ist Munition gekommen. Jawohl. Heute mal mit dem Blitzbogen im Gepäck. Da meine Frau natürlich den Feuerbogen für sich beansprucht hat. Gar kein Problem, die kann damit eh besser umgehen. Ja, dieser Hund. Kommen wir die auch schon noch nach? Ja, klar. Ich hab den Eindruck, immer die kommen ja alle. Hör mal, wenn du nachst, dann hab ich auch gut. Alter, was geht denn jetzt hier? Cora, vielen, vielen Dank. Wir geben uns allergrößte Mühe. Ich brauche eine Dusche, um das ganze Blut abzumaschen. Wie gesagt, Runde 30 ist jetzt noch nicht allzu spannend. Wartet erstmal ab, wenn wir so Runde 50, 60 sind. Da geht's dann schon in heftigere Gefilde. Da werden die Runden auf jeden Fall wieder anstrengender. Ich hol mal meine Gondel. Runde 31. So, wie gesagt, falls ihr es noch nicht entdeckt habt, schaut mal auf unserem YouTube-Kanal ZOG Zocker ohne Grenzen nach. Da schon einige witzige Videos. Könnt unseren Channel gerne abonnieren, wenn ihr es mögt. Das ist natürlich kein Muss. Ansonsten könnt ihr euch mal auch natürlich unserer Facebook-Seite widmen. Noch alles performbar im Moment. Noch nicht so viel Zeit gehabt, da alles einzustellen. Aber das kommt natürlich in den nächsten Wochen auch noch auf Facebook mit dem gleichen Namen ZOG. Zocker ohne Grenzen wird uns natürlich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Falls ihr mal einen Livestream verpasst habt, werden wir ihn dort posten. Alles klar, Jonas. Ich wünsche dir viel Glück. Hau ordentlich rein und berichte später mal, wie weit ihr so gekommen seid. Heute gibt es schlechtes Wetter. Begreift ihr Fleischsäcker langsam, wie das läuft. Der Korab auch sehr sympathisch. Sympatico. Sympatico. Faire Kämpfe habe ich sowieso noch nie erhebt. Boah, das war schon eng. Ja, boah, diese Geräusche, die sind so schlimm. Ja, nach einer 8-9 Stundenrunde hat man diese Geräusche auf jeden Fall sehr hart im Kopf. Ja, ihr könnt es ja auch sehr gut an unserem äußeren Erscheinungsbild in der Highround 76 sehen, wie man da hinvegetiert. So, am Anfang ist man auf jeden Fall noch sehr krass hart bei der Sache und umso später es wird, umso heftiger sind die Gesichtsaustrucke dann nachher natürlich auch. So, ich finde nur noch der Sabba-Fahrrad meistens. So, im Moment. Jetzt geht, oh ne, hier schon wieder hab ich noch nicht. Irgendjens. So, Mr. Norman kann ich dann auch schon mal direkt ignorieren. Sehr schön, freut mich. Korrekt. Wie gesagt, auch an alle anderen, so Kommentare nehme ich natürlich nicht ernst. Und zwischendurch sind dann halt ein paar so Flitz-Biepen dabei, hör mal. Und die sind so richtige Heldenhelfer mit richtig krassen Internet-Eiern. Und die werde ich dann direkt von Anfang mal hart ignorieren. Würde ich euch natürlich auch den Tipp geben. Amusiert uns natürlich. Oh, sorry Jonas, ich denke du bist jetzt schon weg, aber ich hab deinen Kommentar gerade gar nicht gelesen. Dir natürlich auch ein herzliches Dankeschön für die Glückwünsche. Jetzt noch nicht, aber na, ich bin jetzt so bei 40 oder 30 Muni angekommen, kann ich die Mahi hinterher knallen. Mit dem Bomben muss man? Gar keins. Achso. Ich könnte mal jetzt ziehen, was? Muss aber nicht jetzt machen. Ähm, Korab, ich bin jetzt. Prestige Level, ähm, also Prestige 6, Level 12. Meine Frau ist Prestige 4, so ziemlich zum Ende hin, glaube ich. Ja, ich kann gerade schlecht gucken. Ja. Aber 26 oder 27, glaube ich. Irgendwie sowas in dem Bereich auf jeden Fall. Socke runter vom Schreibtisch. Da haben wir das alchemistische Antithese kaum schon mal gezogen und geben uns natürlich direkt mal noch die Donne, wenn wir hier sind. Was ist das denn? Ja, wie gesagt, ähm, Marcel, auf jeden Fall, er hieß doch Marcel, oder? Ja. Gut. Ähm, Socke noch auf den Tisch, nein, ne? Ne, ne, der ist schon auf sein Dick hier. Er hat ja. Auf jeden Fall machen wir mal, ähm, ne Highround auch noch zusammen, wie gesagt, mit dir sowieso. Ja, Mann. Du bist ein richtig krasser, krasser Zocker. Du hast richtig drauf. Und da können wir uns auf jeden Fall mal ne richtige Highround geben. Und ultra chillig auf jeden Fall. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ihr Matschirne. Ja, das sind so Danys, so Matschirne. Aber die Leute, die es nicht wissen, der Danny ist übrigens der neue Begriff für einen Kevin. Und damit wurde endlich Kevin abgeschissen. Sonst mache ich hier nur Blödsinn. Mach das nicht. Dann labert mir viel zu viel Ohrensinn. Bäh, und für mich einfach. Was denn tut denn alles hier für Schlüssel, ey? Keiner kann das machen. Das ist auch ein sehr... Ja, auch nochmal dich, Korab, danke. Manchmal kriege ich eure Kommentare erst später mit, wenn man hier so am Zocken ist. Gleichzeitig noch zu lesen und dann... Oh, Multitask gegen meine Freunde. Kann er eigentlich sonst sehr gut? Ja, ja. Sagst du ja zumindest immer von dir selbst. Vielen Dank auch an dich, Marcel. Wir geben uns Mühe. Ja, sie ja. Alleine für euch. Aber du bist auf jeden Fall auch schon mal gleich auf, das muss man sagen. Bazinga-Penner. Ob wir zusammen sind? Ja, das ist meine Frau. Ja. Die hat schon einen Ring von mir am Finger, Alex M. Aus der Nummer kommt sie nicht mehr raus. Aber ist ja auch ein Schnuckelchen. Abo. Diese ganzen Spinnennetz auch mal hier. Ihr seid froh, dass ihr Spinnennetz hast. Ja, habe ich auch. Aber die stehen da manchmal so unmöglich im Weg. Muckst du? Ich habe deine Freundschaftsanfrage erhalten. Wie gesagt, auch ich werde am Ende der Runde alle annehmen. Sehr gut. Wenigstens gleichnamig wie dein YouTube-Account. Ja, Mann. Also du kannst es auf jeden Fall gut zuordnen. Sehr geiler Name auf jeden Fall. Wohl eher ich komme dann nicht mehr raus. Ja, möchte ich auch gar nicht. Was? Ja, aber natürlich... Wer trägt denn hier deinen Ring nicht mehr am Finger? Hör mal. Ja. Du hast doch in den letzten Folgen gehört, dass ich unheimlich fett bin. Und ja, wie gesagt, mein Verlobungsring passt mir leider nicht mehr. Weil ich so fett geworden bin. Schafft euch keine Frau an, ihr werdet automatisch fett. Ja, irgendwie müssen wir sie an uns halten. Dann müssen wir sie ein bisschen messen. Wenn du jetzt dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr ans heiraten geht. Dann werde ich mir natürlich einen neuen Ring holen. Ja, ich bitte drum, ne? Ja, hör mal zu, ey. Platin und so, ne? Korab, wir spielen Black Ops seit dem ersten Teil. Ich weiß jetzt nicht, wann der erste Teil rauskommt. Boah, ich hab immer noch ein richtiges Flashback vom Kino der Tod. Auf jeden Fall. Also, fünf, sechs, sieben Jahre, keine Ahnung. Auf jeden Fall seit dem ersten Teil. Hauen wir schon hier den Zombies eins um die Ohren. Gibt gleich auf die Presse. Ich muss mir schon wieder ein Schild holen hier. So, ein Scheiß aber auch. Der Jesse hätte mal ruhig kommen können und hätte unseren Kellner spielen können. Auf jeden. Das ist ein Fettsack. Also, wenn er schon fett ist, dann ist er ja ultravoluminös. Der süße Jesse. Ja. Vielleicht seht ihr ihn ja auch mal, er ist ein wenig kamerascheu. Also, er ist schon zu viel auf unserem YouTube-System. Ja, sieben Jahre, eine krasse Zeit auf jeden Fall. Wir sind jetzt sechs Jahre, sechseinhalb sozusagen. Und ja, wie gesagt, nach der Zeit, vorher war ich auf jeden Fall mal etwas besser im Verfahren. Ich auch. Und man demotiviert sich dann gegenseitig. Ne, man stachelt sich eher gegenseitig an, wo er neck ist. Boah, komm. Das wird mir nie langweilig werden. Vergesst es. Wir sind halt auch so zwei Extreme, ne? Ähm, ne, World at War haben wir nicht gespielt. Wie gesagt, wir sind eigentlich mehr so die Zombie-Zocker. Für diesen Online-Modus, Black Ops, kann man uns eigentlich nicht so begeistern. Sie auf jeden Fall noch mehr als mich. Ähm, ich bin da wie gesagt durch Halo auf jeden Fall vorgelastet. Ich brauche auf jeden Fall Shooter-Spiele, wo es um Präzision geht und nicht jemandem einfach irgendwie ins Bein zu schießen und der stirbt dann. Also das finde ich bei Black Ops auf jeden Fall sehr wack gemacht. Ja, Alex, das verflickte siebte Jahr, wie man immer sagt. Das verflickte siebte Jahr. Ja, Zocken ist auf jeden Fall auch Sport. Zumindest für die Finger. Boah, ja. Eigentlich sollten meine Finger dadurch ja nicht allzu sehr zugenommen haben wegen dem Ring. Aber sie haben es da ja rumgemacht. Genau, nur der Daumen. Da kommt mir das Bild hin. Er kann nichts dafür, aber er sieht aus wie ein Daumen. Dieses Bild posten wir auf jeden Fall auch mal bald auf unserer Facebook-Seite. Damit er was zu lachen hat. Sein Name ist Christoph. Jedoch sieht er aus wie ein Daumen. Ach so, das wusste ich gar nicht, Marcel. Ich habe auf jeden Fall mit Black Ops 1 mit der Zombie-Geschichte angefangen. Pentagon, Kino der Toten. Einfach 50 zum ersten Mal. Ja, mit Zocken Asche machen. Aber Pablo, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es dann so deinen Lebenssinn erfüllt, mit ein wenig Rumgeklimper deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also uns beide interessiert es auf jeden Fall nicht. Wir machen das zum Spaß. Ja, wie gesagt, natürlich, wenn man Geld mit diesem YouTube-Ding verdienen kann, klar nimmt man es mit. Aber das ist auf jeden Fall nicht der primäre Wunsch. Und man sollte auf jeden Fall auch gucken, dass man einen vernünftigen Beruf ausüben kann. So, man streamt hier immer. Das kommt immer ein bisschen drauf an, meistens am Wochenende. Wir nehmen uns natürlich auch unter der Woche die Zeit. Jetzt in der letzten Zeit auf jeden Fall sehr, sehr viel gestreamt, da ich eine Woche einen Krankenschein hatte. Also maximal drei Tage. Ein bisschen hört. Ansonsten befinde ich mich natürlich noch in der Prüfungsphase, in meiner Ausbildung, in meiner Prüfung. Und dadurch werde ich jetzt unter der Woche öfter mal einen Tag ausfallen lassen. Aber wie gesagt, so nach spätestens zwei, drei Tagen habt ihr uns dann wieder auf den Schirm. Ja, wie gesagt, da an der Stelle kann man auch gerne nochmal erwähnen, dass es uns morgen erst einen Monat online gibt auf YouTube. Und bis jetzt schon, ich glaube es, 29 oder 30 Videos sind. Ja, auf jeden Fall, wenn es morgen nicht Gas geben. Ja. Wir versuchen natürlich euch immer auf dem Laufenden zu halten und regelmäßig das Neues anzubieten. Klar, jetzt in der letzten Zeit nur der Eisendrache gezockt, was man da auch so zocken kann. Aber ist auch eine sehr geile Map. Aber nächste Woche geht es endlich an neue Spiele ran. Freue ich mich auch sehr. Mal ein bisschen Abwechslung tut auf jeden Fall gut. Aber ist natürlich auch alles sehr zeitintensiv. Ich muss jetzt noch einmal hier noch drücken, ich kann es hier nicht mehr. So, Alex M, ja, wir zocken mit der Playstation 4. Wir haben es natürlich aber auch auf der Xbox One. Du kannst uns auf jeden Fall mal adden. Unter unseren Eddies blende ich sofort ein. Eine Sekunde. Wie gesagt, in letzter Zeit sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Seid nicht sauer, wenn wir euch nicht immer sofort annehmen können oder beziehungsweise sofort eine Runde mit euch spielen können. Aber das wird auf jeden Fall in naher Zukunft dann noch geschehen. So, das sind auf jeden Fall unsere Eddies. Maxi-Lieber bin ich und Eukalypto meine Frau. Da könnt ihr uns auf jeden Fall adden bei der PS4. Und dann gucken wir mal, wie wir es einrichten können. Heute wird es leider nichts mehr werden, da wir ja jetzt noch unsere High-Round zocken. Und wenn wir weit genug kommen, ziehen wir es natürlich durch. Ansonsten haben sich schon zwei unserer Zuschauer für heute Abend angemeldet. Den haben wir es versprochen. Ja. Wenn wir es irgendwann verkacken sollten mit unserer Runde hier. Ich fange. Ja, ich mich jetzt schon. Ja, der ist jetzt hier rein. Ich habe übrigens auch einen Phönix aus der Asche. Sehr schön. So. Ja, dann warte ich mal. Ja, gar kein Problem. Ich werde mal ein Häffchen brauchen, wenn es noch geht. Wie gesagt, ich habe einen Phönix aus der Asche. Komm mit hoch, Fendi. Ja, pass auf, dann komme ich mit rüber. Da geht nämlich ordentlich die Party ab. So, wie gesagt, bei so einer Runde muss man sich auf jeden Fall gegenseitig mal ein bisschen helfen. So, wie gesagt, ich habe jetzt gerade zugefahren. Boah, drei sind das ja jetzt mittlerweile. Ich komme mal oben. Den einen habe ich jetzt gleich. Ja, einen habe ich schon. Ja, den anderen habe ich. Komm, komm. Die Strahle ist hier auf Holz. Ich glaube, ich erinnere mich ganz. Egal, komm, einfach hier hin. Ich habe einen Apfel. Okay. Ich habe auch letztens schon mal gehört, in Runde, also wenn man zu vier zockt, in Runde 30 oder 40 kommen schon sechs solcher Panzersoldaten. Also da muss man sich auf jeden Fall schon relativ gut irgendwie timen. Moni, ich nehme den Link. Ja, warte, ich nehme den Link. Ja, ich nehme den Link. Jetzt. Ich bin wieder weg, ne? So, weiter geht's. Ihr seht, wir beide sind auch ziemlich gut aufeinander eingespielt. Das liegt natürlich auch daran, dass wir alle Teile vorher miteinander gespielt haben und auch so öfter zusammen zocken. Da verstehen wir uns natürlich blind. Sorry, dass ich unterbreche, aber an der Stelle würde ich gerne meinen Tutsi... ...interizieren. Ich muss dich jetzt auch noch einmal ganz kurz unterbrechen. Korab, wir sind 26 und 24. Zumindest ist sie noch 24. Jetzt, im nächsten Monat, ist es soweit. Da ist das Vierteljahrhundert dann auch endlich voll. Das alte Schächtelchen. Ja, ja, du uralten Opfer. So, jetzt kannst du ruhig weiterziehen. Jedenfalls würde mich interessieren, zockt jemand von einem WoW? WoW? Auch das werden wir Ende des Jahres bestimmt mal zocken mit dem neuen Addon. Er hier hat mich angesteckt damit, mit der Scheiße, jetzt komm ich da nicht mehr weg. Aber in letzter Zeit haben wir es erst mal einfrieren lassen. WoW frisst einfach zu viel Zeit. Noch mehr Zeit als Zombie. Aber ich habe auch schon wieder so langsamer Bock drauf, muss ich sagen. Ist sehr entspannt. Alex, Division kann ich dir sagen, habe ich mir schon angesehen. Ich habe es jetzt selber noch nicht gezockt. Ihr merkt, sie ist auf jeden Fall eine von der unhöflichen... Ja, ich kann einen nicht ausreden lassen. Muss mal zwischendurch. Ja, wie gesagt, Division auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Spiel. Also ich habe nur das Gameplay gesehen und halt zwei, drei Kollegen, die mir gesagt haben, wie es ist. Aber es sieht unfassbar geil aus. Also kann ich nur empfehlen. Wir werden es uns auch noch holen, auf jeden Fall. So, danke auch für das Kommentar, Alex. Mit Legend einsteigen. Du verpasst natürlich sehr viel. WoW ist immer eine coole Sache, egal, wann man damit anfängt. Seid euch nur dessen bewusst. Das kann ich auch nur jedem sagen. Weißt du, wie es bei mir in der Anfangszeit war? Das Spiel macht übel süchtig. Übel. Fangt an, wenn ihr Ferien ruft. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr viel Freizeit habt dafür. Weil ich habe mit einem Kollegen angefangen und wirklich kamen ein paar Wochen gar nicht mehr weg davon. Weil es einfach so heftig Bock macht. Ja, Mann. Und ja, wie gesagt, wenn man jetzt mit Legend einsteigt, hat man natürlich viele Sachen schon verpasst. Ist aber nicht so schlimm. Weil WoW auch darauf aufgebaut ist, dass es egal ist, wann man einsteigt. Und auch egal, wie lange man raus ist. Wenn man wieder anfängt. Man fängt immer an der Stelle an, wo man aufgehört hat und so weiter. Ist auf jeden Fall richtig genial gemacht. Das letzte Add-on hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Ich bin mehr so der Pandaria-Fan gewesen. Ja. Also Drainer war jetzt nicht unbedingt so mein Fall. Ja. Aber wenn du anfangen solltest, dann fang auf Manoroth an. Ja, auf jeden Fall unser Server. Und zock auf jeden Fall kein Ali. Ja, Mann. Ordner sind die Besten. Was ist da denn für uns verkackter Mensch? Ende des Jahres, wenn Legend rauskommt, werden wir uns da auf jeden Fall auch wieder intensiver bückeln. Vielleicht auch schon irgendwann mal Mitte des Jahres mal schauen. So, Korab, was wir noch so zocken. Ich beschränke mich in letzter Zeit hart auf Black Ops. Meine Frau hingegen zockt noch Need for Speed, Tomb Raider, Witcher. Ja, Star Wars Battlefront. Auf jeden Fall viel, viel präsentenreicher als ich. Gran Turismo, richtig hart. Ja, Gran Turismo im Moment. Aber noch warten wir auf den nächsten Teil. Was du jetzt im Moment zockst. Ach so. Ich habe bei Cutter aufgehört. Da ist so ein Moment. Eine Sekunde. Und es ist ein Schwäbisch. Ich kann das nicht verlaufen. Ihr werdet elektrisiert, Fleischsäcke. Genau, Alex, das ist das Problem. Das fand ich auch... Ich habe mit Burning Crusade angefangen. Also, ich bin Burning Crusade eingestiegen. Da haben mir natürlich auch schon sehr, sehr viele gesagt, ja, Burning Crusade war natürlich mit eins der besten Add-Oins, muss man mal sagen. Dazu, wer mit WoW Classic eingestiegen ist, weiß natürlich auch ein Char auf Level 60 damals noch hoch zu zocken. Hat stellenweise ein halbes Jahr, Jahr gedauert. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel ihr so zockt. Aber es hat natürlich viel, viel mehr Zeit gekostet, als es heute der Fall ist. Habt ihr ja gerade gelesen, jetzt kann man sich einen Chart direkt mal eben auf 100 upgraden. Blizzard macht es natürlich mittlerweile auch so, da es so einfacher ist, neue Leute zu generieren für dieses Spiel. Da man direkt... Da das Spiel halt auch mit der höchsten Stufe erst anfängt und richtig Spaß macht, da man die ganzen Arena-Fights dann erst betreten kann, WGs und die ganzen Raids und so weiter... Aber sorry, an der Stelle nicht empfehlenswert für Leute, die gerade anfangen, das Spiel zu spielen. Direkt mit einem 100er Char oder so. Nein, Marcel, Metin2 sagt mir gar nichts dir. Ja, hab ich schon mal gehört, aber hab ich noch nie gezockt oder so. Aber hab ich mal Funk über den. Und ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall Burning Crusade eingestiegen und für mich war es auf jeden Fall am Anfang richtig hart, so erstmal klar zu kommen und dann, als man so überall reingeschnuppert hat, hat es natürlich so Bock gemacht, dass man gar nicht mehr aufhören wollte zu zocken. Also ist auf jeden Fall empfehlenswert, meiner Meinung nach immer noch das beste Spiel, weil Blizzard einfach die meiste Kohle hat und sich auch jeden Mittwoch um neue Upgrades bemüht und halt auch einen unfassbar genialen Support hat. Ähm, aber wie gesagt, es frisst einfach eure Zeit auf. Ich muss mal einen Affen werfen. Ich muss mal einen Arbite. Faire Kämpfe hab ich sowieso noch näher erlebt. An dieser Stelle sei gesagt, wir haben mittlerweile bei W.O.W. glaube ich sechs oder sieben Chars auf hundert. Natürlich alle selber gezockt, nicht irgendwie hochgezogen oder irgendwie sowas. Die Affen sind natürlich töten. Ja, scheiß. Ich versuche auch schon, nach der Zigarette gehen wir da fahren. Fühlt ihr euch schon erleuchtet, Fleischaffen? Aber was ist dann verfallen, weil sie aktiv ist? Genauso ist es auch auf jeden Fall, Alex. Genauso sehe ich das auch. Ich habe, nachdem ich dann viel gezockt habe und auch so meine Erfahrungen bei W.O.W. gesammelt habe, mit drei, vier, fünf Kollegen angefangen, die es vorher noch nie gespielt haben. Und die sind dann auch bei Pandaria oder bei Drainer eingestiegen, konnten sich natürlich einen Schar hochzocken. Aber ich habe direkt hoch Updrainen und ich habe meinen Kollegen immer direkt empfohlen, hört mal zu, wenn ihr damit anfangt, fangt mit einem Chars auf Level 1 an, zockt ein einziges Mal wenigstens von 1 bis zur Maximumstufe durch, weil sonst werdet ihr die Klasse nicht verstehen. Ihr werdet nicht wissen, wie... WoW ist so aufgebaut, man hat am Ende stellenweise 50, 60 Attacken, die man auswendig wissen muss. Und das strengt natürlich auch ein bisschen das Hirn an. Und je nachdem, wie gut und wie schnell du deine Rotation hast, umso besser kannst du deinen Charakter spielen. Und wenn man direkt auf Stufe 100 einsteigt, oder jetzt halt auf Stufe 100, 90, 80 oder was auch immer, dann ist das Problem, man hat keine Ahnung von den ganzen Attacken, hat die vorher noch nicht kennengelernt. Und hat somit keine Ahnung von seinem Charakter und wird somit auf jeden Fall immer hinterherhinken, wenn es um Arena-Fights oder WGs oder sowas geht. Ja, und deswegen auf jeden Fall, wenn man damit anfängt, macht euch einen Char auf 1, zieht es durch, auch wenn es etwas länger dauert. Das Level macht aber wie früher Pokémon. Mir persönlich hat das Level eigentlich immer am meisten Bock gemacht. Natürlich, wenn man es das siebte, achte Mal macht, dann ist natürlich nervlich, immer die gleichen Quests, immer die gleichen Laufwege und so weiter. Aber wie gesagt, das Spiel ist mittlerweile schon so runtergepatcht worden, dass jeder damit klarkommt. Früher musste man früher noch für seine, das weiß ich noch ganz genau, für seine Reitviecher noch verschiedene Quests machen. Und die haben stellenweise echt lange gedauert. Ich habe mit einem Hexter angefangen. Dafür, um das legendäre Reitvieh, die 100% Reitgeschwindigkeit zu haben. Unfassbar die Quest, also die Dungeon-Quest in Ferraris. Unglaublich, das hat so lange gedauert. Man braucht auch eine Fünfergruppe, die gut eingespielt war. Ihr Mann, Schöner, glaubt ihr habt mich umspielt. Ihr seid genau da, wo ich euch umspielt. Ähm, Alex, das ist ja witzig. Ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall auch ein WoW-Fan. Aber ich kann es mir halt im Moment nicht erlauben, wegen meiner Prüfungsphase. Aber wenn du mal Lust hast, Mitte des Jahres, können wir bestimmt auf jeden Fall auch mal eine Runde WoW zusammenzocken. Ähm, ich bin eher der PvP-Spieler, obwohl ich dazu leider sagen muss, ich bin nicht der Beste. Also WoW beinhaltet auch sehr, sehr viele Freaks, die es richtig drauf haben. Ein Kollege von mir hat auch ein 2700er oder ein 3500er Rating. Ein früherer Kollege von mir hat mal 104 Arena-Spiele gemacht mit einem Kollegen und hat von den 104 Spielen 103 gewonnen. Zwei Rogues, also unfassbare Quote. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dadurch auch seine Legendaries gekriegt. Unter die besten 5 des ganzen Realms gekommen. Auf jeden Fall richtig krass gewesen. Ähm, ja wie gesagt, ich bin eher PvP-Spieler. Ich raide jetzt nicht so gerne, da mir die Boss-Fights jetzt nicht immer so viel Spaß machen. Und dann kriegst du da Teil noch nicht mal. Genau, und wenn du dann in der 25er oder in der 50er Raid-Gruppe bist und du würfelst dann mit allen. Und ich habe eh immer Würfel-Pech. Vor allem, wenn die hier dabei ist. Da kannst du vergessen, gegen die zu würfeln. Ami, James, können wir mal zocken? Ja, wie gesagt, sehr gerne. Heute wird es allerdings nichts mehr. Morgen weiß ich auch noch nicht, wie es aussieht. Edit uns einfach mal unter unserer PS4-Eddy. Und dann gucken wir mal, wie wir es einrichten. Wie gesagt, nehmt es uns nicht übel, wenn wir nicht direkt mit allen zusammenzocken können. Wir geben uns allergrößte Mühe, ein wenig für Fairness zu sorgen, so dass jeder mal drankommt. Aber wir können natürlich nicht mit 150 Leuten gleichzeitig spielen. Das ist natürlich potenziell schwierig. Aber, wie gesagt, ihr könnt uns auf jeden Fall sehr gerne adden. Und dann gucken wir mal, wenn wir Zeit haben, laden wir euch ein. Ja, kaum ist nämlich eine Minute wie Fläsi an, explodiert schon unsere Nachrichten. Wie gesagt, Alex, ich habe mir die Europameisterschaft angeguckt, PvP. Die Teams auch richtig extrem. Mage, Shami, also ich habe immer einen Vierer gesehen. Mage, Shami, ein Dudu und ich glaube ein Shadowpriest war da auch noch bei. Also, wie die Leute abgehen, ist unfassbar. Vor allem, ich bin, wie gesagt, jetzt kein DD, ich bin Healer. Aber wie die Healer-Bugos, das Zocken ist unfassbar. Die machen halt zwischendurch noch so einen Schaden. Das kriege ich niemals hin. So wie gesagt, im Heilen bin ich nicht der Schlechteste. Aber dazu noch Schaden zu kloppen bis zum Gehtnichtmehr, wie die das da veranstalten bei der Europameisterschaft. Unfassbar, wirklich. Ami James, dein Alter spielt gar keine Rolle. Runde 31, schon mal Respekt dafür. Ich habe gestern mit einem Kollegen gespielt, da schon mal schöne Grüße an den Nüsi. Das hat man nicht gesehen. Schöne Grüße an den Nüsi. Der ist auch 10 Jahre alt. Mit dem habe ich gestern eine Runde gespielt. Könnt ihr euch auch auf unserem... Ne, die habe ich glaube ich sogar rausgenommen, weil nachher die Verbindung gespackt hat. Leider nicht auf unserem ZOG-Zocker-ohne-Grenzen-Channel. Aber wie gesagt, mit dem habe ich gestern eine Runde gezockt. Für seine 10 Jahre unglaublich gut gewesen. Er hat erst die dritte oder vierte Runde auf dem Kreisdraffen gespielt. Vorher noch nie sich mit jemandem unterhalten. Er hat ihn noch nicht erklärt bekommen. Er wusste noch nicht mal, wie der normale Standardbogen hier funktioniert. Und das haben wir ihm dann ganz in Ruhe alles erklärt. Und er hat direkt die ganzen Scheiterhaufen für den Blitzbogen perfekt getroffen. Den Gravitationsschritt sehr selbstständig auch schon hinbekommen. Also unfassbar. Ich hätte mit 10 Jahren noch nicht so einen Skill gehabt. Das kann ich schon mal sagen. Also wie gesagt, dein Alter spielt überhaupt gar keine Rolle. Kannst du uns auf jeden Fall adden. Und dann, wie gesagt, je nachdem wie viel Zeit wir haben, nehmt es uns zu Flügel. Dann laden wir euch ein und geben uns mal eine Runde für euch. Auf jeden Fall. Es ist halt immer schwierig, jeden unter einen Hut zu kriegen. Du bist 26, korrekt. Ich bin auch 26, Alex. Ja, bei der Europameisterschaft gibt es Preisgeld. Ich glaube, jetzt ist mir leider der Name, nein, ach Quatsch, der Name entfallen von dem Clan, der gewonnen hat. Es war auf jeden Fall einer von Blackrock. Also von dem realen Blackrock, auch einer der ältesten mit Archara und Moment. Wie ist er nochmal? Der Troll, Spakoda, der König. Habe ich jetzt Strall. Genau. Die drei Realms sind auf jeden Fall immer sehr, sehr voll. Einer von, ein Clan von Blackrock hat die Europameisterschaft auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube, sie haben Preisgeld 100.000 pro Kopf gekriegt. Ist natürlich nichts im Vergleich zu den Preisgeldern, die zum Beispiel bei Drainer, bei Dota 2 gezahlt werden. Da fünfer Teams gegeneinander gespielt und das Preisgeld war 5 Millionen Dollar. 5 Millionen. Jeder von denen hat eine Million Dollar gekriegt. Und dazu muss man sagen, die Jungs, die haben keine Manager oder irgendwie sowas. Die eine Million Dollar, die die Preisgeld kriegen, die gehören auch wirklich denen. Da ist dann nicht, die müssen dann noch irgendwie teilen oder kriegen nur anzeilig oder irgendwie sowas. Die haben eine Million mit dem Spiel verdient. Plus die Preisgelder und die Werbeverträge, die sie natürlich davor und danach gemacht haben. Das ist natürlich richtig genial. dann nochmal zum Ami James eine Sekunde für uns. Ja, eine Easter Egg Runde mit dir. Wie gesagt, können wir auf jeden Fall gerne mal machen. Heute wird es nichts. Morgen können wir mal gucken, aber es kann auch sein, dass wir uns morgen mal einen Tag in Spannung gönnen. Da will ich noch nichts versprechen, aber wie gesagt, adde uns mal und dann schreib mir, falls du bei PSN anders heißt, dann schreib mir mal, dass du es bist, Ami James. Dann weiß ich auf jeden Fall, mit wem ich es zu tun habe. Und dann lade ich dich ein, sobald es geht. Marc Steiner, sehr krass, 146 Prestigemeister. Ja, so, das war es auf jeden Fall. Dota habe ich gerade auch schon mal erwähnt. Also wie gesagt, es gibt, sobald ich so viel ich weiß, auch in Japan eingetragen, habe ich die letzte Statistik vor drei, vier Jahren gesehen. Natürlich, japanische Bevölkerungsdichte etwas extremer als bei uns. Aber es gibt circa 150.000 Leute in Japan, die mit professionellen eSports ihren Lebensunterhalt verdienen. Das ist unfassbar. In Deutschland kann man sich das nicht vorstellen. Natürlich gibt es hier auch den ein oder anderen Clan, vor allen Dingen früher schon Mouseboards und sowas bei CS und Unreal. Aber das sind natürlich Ausnahmen. Ja, wie gesagt, adde mich einfach Ami James hier unter den beiden Addys, kannst du das machen und dann schreib mir einfach eine Nachricht dazu, dass du es bist und dann weiß ich Bescheid. Ja, Alex, auf jeden Fall, Dota ist jetzt auch nicht so mein Fall. Ist ungefähr so wie LOL. LOL ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Fall. Wollten mich auch schon ganz, ganz viel dazu überreden, aber das ist nicht so meine Art von Spiel. Soll natürlich cool sein für jeden, der dieses Genre feiert. Ist bestimmt etwas, aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall da eher WoW-Zocker. Diablo ist noch nicht mal so mein Fall. Früher Click and Run, das haben sehr wenigstens schon mal verbessert. Wie gesagt, du kannst durch mich, du kannst auch meine Frau Edan, Ami James, gar kein Problem. Wenn wir zocken, zocken wir eh meistens zusammen. Außer einer von uns macht gerade eine Solo-Runde. Schau mal, das geht ja gleich noch weiter, Alex, was du da schreibst, man hat ja immer nur eine gegrenzte Anzahl an Zeichen, um hier in die Kommentare zu schreiben. Schau mal, der erste Teil, in Japan in Urlaub zu sein, richtig geil, also wir geben uns das auf jeden Fall auch nochmal. Japan, richtig fett, China auch, China muss man allerdings leider sagen, da ist es nicht so einfach ein Visum zu bekommen, auch als Deutscher nicht, also ihr habt als Deutscher auf jeden Fall den mega Vorteil mit eurem Personalausweis fast in jedes Land reisen zu können, ohne Visum. Fragt mal eure türkische Freunde, da ist es nicht so einfach mit dem türkischen Pass, das kannst du gleich selber machen, oder ich denke mal, der Alex hat es schon verstanden. Ja, okay Alex, dann nochmal, falls untergegangen ist, wie lange bist denn du geflogen, ey, das ist ja andere Ende der Welt. Ja, und wie gesagt, auf jeden Fall, die treffen sich da zum Zocken, die haben einen ganz anderen Bezug zum Zocken, auch was Sachen Autos angeht, also, 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 diese ganze, wie hieß der Film To Fast To Furious Tokyo Drift ist natürlich alles sehr à la Hollywood. Danke für deine Freundesanfrage, Ami James, ich hoffe, ich kann es mir später merken, dass du es bist, wenn nicht, wie gesagt, schreib es nochmal als Nachricht. Dieses ganze Tokyo Drift Ding natürlich alles sehr à la Hollywood, aber die haben da auch eine richtig krasse Szene für Autoränder und so was und so eine Tuning-Szene ist unfassbar in Japan. Vor allem in Tokyo bestimmt sehenswert. Wo warst du denn in Japan im Urlaub? Warst du da in Tokyo? Bis hierhin auf jeden Fall auch schonmal gesagt, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wird auch sehr, sehr nette Leute dabei. Ach du Scheiße. 18 Stunden. Mit dreimal umsteigen. Ja, wie gesagt, ist ja egal. Billigflieger hin oder her. Man will ja auch seinem Portemonnaie was Gutes tun. Oh, ich hätte viel zu viel Angst lange zufrieden. Ich als Kaufmann ich würde auch nicht einfach das teuerste Angebot nehmen. Natürlich erst mal vergleichen und dann halt dreimal umsteigen. Scheiß drauf, wenn du dadurch 400 Euro sparen kannst. Abgesehen davon, wenn du noch Aufenthalt hast in anderen Städten oder so, ist doch auch geil. Wenn noch Städte dabei sind, die dich natürlich auch interessieren. Eine fette Sache. Also, Tokio will ich auf jeden Fall auch mal sehen. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Menschenmenge Freund. Jeder kennt ja wahrscheinlich diese berühmte Ampel, wo täglich zig Millionen Menschen über die Ampel laufen. Also, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber für ein Foto wäre ich gerne weiter. Aber Tokio ist natürlich eine mega Stadt und als Zocker oder als Tischtennisspieler sollte man das mal gesehen haben. Dafür gehe ich aber vorher auf jeden Fall erstmal in den Englisch. Ja, erstens das und zweitens sollte man auch jemanden haben, vor allem in Tokio, der einen ein wenig durch die Gegend führen kann. Da ist natürlich auch abends immer High Life und dieses ganze Yakuza-Thema und sowas sollte man auch nicht allzu sehr auf die leichte Schulter nehmen. 1200 Euro geht doch auf jeden Fall klar. 1200 Euro haben wir beide schon fürs Nicht-Fliegen ausgegeben für den ein oder anderen Urlaubstrip. Übers Wochenende. Wir sind halt auch immer so Spendare gegenüber unseren Freunden. Ach, kommt dazu. Wie gesagt, Leute, ich muss zwischendurch immer noch wegen meiner Erkältung mal eklig sein. Ich hole mal die Kunde. Seid mir nicht böse. So, hast du noch einen Zombie? Ja, einen habe ich wohl. Halt den mal ganz kurz. Ich würde mal eben gerne kurz auf Klo. So, in der Zeit kann meine Frau euch eben ein bisschen bespaßen. Wenn geht, natürlich. Ich kann mal schlecht auf zwei Bildschirr-Mähe gucken. Aber mit dem ein Zombie ein Zombie soll es mir schon möglich sein auf jeden Fall. Von mir wie gesagt auch sehr geil, dass ihr uns so zahlreich zuschaut. Ich bin zwischenzeitlich auf jeden Fall ein bisschen abwesend, da ich eure Kommentare nicht so schnell verfolgen kann. Versuche jedoch auch ein bisschen mit in die Unterhaltung einzusteigen. Aber auf jeden Fall echt, Alex, fette Sache. Ich hätte, glaube ich, viel zu viel Angst, so lange zu fliegen. Ich weiß nicht. Aber wer was von der Welt sehen will, muss auch schon einiges drauf nehmen. Ach, das mit der Flugangst erledigt sich nach ein paar Mal Fliegen wieder ganz schnell. Ich bin jetzt auch das letzte Mal vor knapp zehn Jahren geflogen. Ja, da war ich fünf Jahre alt und das war auch mein erster und letzter Flug. Aber ich bin halt schon häufig geflogen, so an die 50 Mal. Und von daher, der Anfang ist immer wieder etwas Nervosität dabei, auf jeden Fall. Die ersten Flüge werde ich mir auf jeden Fall in unmittelbarer Nieder geben. Danach geht's auf jeden Fall wieder klar. Meine Wilds, kann ich noch eben kurz eine rauchen? Oder wenn's dich nicht stört? Ja, dann mach ich mit. Dann können wir weitermachen. keinen Crawler machen und der hat auch noch einen Arm. Ja, ist doch kein Problem. Ja, kannst du mir mal eben eine anmachen? Ja, klar. Mein Spindelz, ich will die auch nicht wegschmeißen, damit ich nächste Runde wieder... Willst du ein Lacki oder wieder... Ja, Lacki. Ich will nicht wieder hitzen hier. Wie kam's eigentlich mit dem Jetlag dort klar? Weil das ist ja auch bestimmt sehr heftig. An der Stelle auf jeden Fall nochmal gesagt, wer es noch nicht getan hat, schaut euch mal unseren ZOG Zocker ohne Grenzen YouTube-Kanal an oder auf unserer Facebook-Seite vorbei. Wird uns natürlich freuen. Wie gesagt, wir rauchen jetzt einmal kurz in Ruhe eine Zigarette nicht während der Runde und dann geht's auch direkt weiter Richtung Level 40, zweieinhalb Stunden ist schon okay. 50, 60, was auch immer. Jetzt geht's so langsam ab in höhere Runden. Wie gesagt, zu zweit dauert's immer ein bisschen lecker. An der Stelle sei schon mal gesagt, falls ihr noch zuguckt, Flori und Marvin, wenn's heute nichts werden sollte mit unserer Highround heute Abend, vielleicht können wir es morgen noch einrichten. Ansonsten verschieben wir es auf nächstes Wochenende, weil ich merke schon heute, das hat auf jeden Fall geschlaucht die letzten Tage. Da braucht man auch mal zwischendurch ein paar Minuten für sich. Wir machen's natürlich gerne, auch weil so viele nette Leute mal zugucken. Richtig korrekt. Mit so einer Resonanz im ersten Monat, morgen sind wir den ersten Monat dabei, haben wir gar nicht gerechnet. Deswegen macht's uns auch so viel schwarz. aber zwischendurch muss man sich auch mal eine Pause gönnen. Aber wir versuchen natürlich so viel wie möglich für euch reinzuknallen, meine Freunde. Wir hätten mal vorher was futtern sollen, wa? Ja. vielleicht macht meine Mama ja mal den Service hier. Oh oh. Vielleicht rufe ich sie gleich mal live auf Sendung an. Vielleicht ist sie da ein bisschen netter. Die Runde, wie gesagt, dauert den ganzen Tag, Marvin. Das dauert auf jeden Fall wegen der Freundschaftsanfrage. Ich nehme die später an, gar kein Problem. Jetzt in einer Party beizutreten, kann ich so oder so nicht machen. Aber wie gesagt, ich nehme die auf jeden Fall an. Den Flori, den habe ich ja schon auf der Freundesliste. Ich weiß, gefällt ihr jetzt nicht unbedingt, aber da musst du auch verstehen, das werde ich jetzt auf jeden Fall nicht während der Runde machen. Hi, Diko. Auch schön, dich wieder dabei zu haben. Heute siehst du uns beide mal. Jetzt gerade eben kurz eine Zigarettenpause, wo, also für die Leute, die gerade einschalten, es geht gleich sofort weiter. Wie gesagt, Zigarette ist jetzt nicht mehr allzu lang. Slimeplay HD, hi auch an dich. von mir auch. Hallöchen. Hallöchön. Da dreht der einfach um, der Zombie. Simultan noch eine WhatsApp-Nachricht schreiben, wenn ihr das gerade sehen könnt, unfassbar. die Frauen sind natürlich uns in Sachen Multitasking einen Schritt voraus. Manchmal. Können atmen, kochen, kochen, sich an den Haaren spielen, alles gleichzeitig. Das ist unfassbar. Und viel scheiße labern am Tag. Aber wäre auch so langweilig, oder? Können alle gleich werden. Moment, ich trinke noch einen Schluck, ja? Na ey. Fetzt mich nicht. Fetzt mich. So. Jetzt fertig. Freunde, jetzt geht's weiter. Endlich ey. Endlich ey. Meine Fräse. So, 38 Runden haben wir damit schon mal. Sehr schön, gegen 2. Also willst du uns echt zerstören, Nico? Wie gesagt, mit ihr hast du Ich glaube, ich schulde dem noch eine Runde. Mit ihr hast du bestimmten Probleme, aber ich glaube, ich muss dann da mal einen Kollegen anrufen, damit es euch nicht allzu einfach gemacht wird. Mein Teamkollege ZOG Wishle89, auf jeden Fall ein sehr harter Online-Spieler. Da habt ihr auf jeden Fall einen Brocken vor euch. Der hat richtige Krüppel da oben. Sorry. Das kann ich euch schon mal versprechen. Der hat's auf jeden Fall übelst drauf. Ich im Online-Modus wird keine Schwierigkeit sein, mich zu besiegen. Da kannst du auch gegen einen Dreijährigen zocken. Der wird auf jeden Fall besser können, ja. Ich bin jetzt auch nicht so die Granate da drin, aber wie gesagt, stellenweise geht schon klar. Nein, ich habe jetzt noch gar keine Freundschaftsaufragen. Moment, jetzt habe ich gerade noch ein Problem. Da bin ich da. Fönix aus der Asche. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Sehr gern. Das ist natürlich richtig korrekt, wenn man zu zweit zockt. Man sollte sich jetzt auf jeden Fall konzentrieren. Ich mache den Fehler öfter. Ich will eure Fragen natürlich immer so schnell wie es möglich ist auf Beantwortung und rennen mich dann manchmal fest. Ich muss diese Runde nochmal kommen. Bin ich selber schuld. So. Wie gesagt, die Freundschaftsanfrage jetzt noch nicht angenommen, Dave. Aber das mache ich alles nach der Runde. Also keine Panik auf den Typanik. Das war ein einziges Fönix aus der Asche. Ich weiß nicht. Aber das wäre natürlich richtig schön. Also ich muss nochmal auf den Kuchen. Ja, jetzt liege ich natürlich mit den Downs wieder einen vor. Hoffen wir mal, dass mein Frauchen sich hier zusammenreißen kann und es mir nicht gleich tut. Gleich wenn die Dicken kommen, geht es auf jeden Fall erst mal Richtung Runde 40. Danach geht es dann weiter. Gleich wenn die Dicken kommen, gehe ich nach oben und werfe erst mal die F in dann warten wir bis die oben angehören. Ne? Ne, so machen wir das. Jetzt juckt gerade meine Hand, die Blöde. So lange es nur die Hand ist. Braucht man unbedingt. Aber an dieser Stelle kann ich mir mal schnell in den V-Gummi ziehen. Ja, gib dir. Ja, die F-Gummi ziehen jetzt wieder an weg. Ja, ausgebrannt. Ja, ich weiß, aber... Ach, ausgebrannt ist doch ganz cool. Ist besser. Ist besser. Ist dasselbe. Ist dasselbe. Nico, nein, die 100 Runden habe ich leider nicht geschafft. Ich bin bei 76 verreckt. Leider, leider. Auch dieser Down, den müsst ihr euch mal angucken auf unserem YouTube-Kanal. Sowas von bescheuert. Meine Frau liegt also noch vier Runden vor mir mit ihrer High-Round, mit der 80er-Runde. Und dann waren ja sogar noch sechs Runden. Richtig übel. Aber das werde ich auch irgendwann nochmal in den Druck nehmen. Jetzt erstmal nicht. Jetzt erstmal, wie gesagt, den Zweier-High-Round-Versuch hier auf Runde 100 zu kommen, das ist natürlich eine richtig extreme Sache, meine Freunde. Vor allen Dingen, da wir heute auch noch überhaupt gar nichts gefuttert haben. Ihr Fleischmann wollt wohl auf Torfüllung gehen. Viel COD, wie gesagt, sehr gerne kannst du auch mal eine Runde mitspielen. Die Frage wird hier häufiger gestellt, deswegen wiederhole ich mich jetzt für die Leute, die schon etwas länger zugucken. Wie gesagt, nehmt es uns nicht übel, wenn wir euch nicht direkt nehmen können oder mit euch zocken können. Es sind jetzt natürlich sehr, sehr viele Leute, die schon darauf warten. Und wir probieren natürlich darauf ein wenig Fairness halten zu lassen. Die Leute, die jetzt etwas länger schon darauf warten, nehmen wir natürlich als nächstes dran. Und, ähm, wie gesagt, wir geben uns natürlich Mühe, mit jedem von euch mal eine Runde zu zocken, aber es sind jetzt mittlerweile 150 Leute dazugekommen, die schon warten. Und, ähm, wir probieren so gut wie es geht und so schnell wie es geht abzubrasen. Aber natürlich auch für Leute, die, ähm, noch nicht so viel Zombie-Erfahrung haben, nehmen wir uns natürlich auch die Zeit, um einiges zu erklären und so weiter. Deswegen dauern gewisse Runden auch mal etwas länger, was nicht schlimm ist. Aber dadurch können wir halt nicht mit 150 Leuten gleichzeitig an einem Tag spielen. Aber wie gesagt, wenn ihr uns eine Freundin-Anfrage geschickt habt, werden wir auf jeden Fall in nächster Zeit versuchen, euch auch mal mitzocken zu lassen. Gar kein Problem. Aber da müsst ihr uns natürlich auch verstehen. Wir, ähm, müssen natürlich auch gucken, was wir mit unserer Zeit anfangen. Also nehmt's uns bitte nicht übeln. Ah, sieh mal allein an. Ein Schild. Na. Ja, richtig. Genau mit der, ähm, letzten 76er Runde von mir, Nico, da hast du recht. Da sind viele Abos dazugekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank schon mal an der Stelle an die ganzen Leute, die uns jetzt mittlerweile abonniert haben. Das ist unfassbar. Mit, ähm, sowas haben wir überhaupt gar nicht gerechnet. Ähm, wenn ihr mal wissen wollt, wir haben uns als Ziel genommen, als wir damit angefangen haben, nach einem halben Jahr vielleicht 100 Abonnenten zu haben. Ja, im ersten Monat so mit Glück die 50 zu erreichen. Ja. Wir wussten natürlich noch nicht, sowas auf uns zukommt. Da echt ein herzliches, richtig fettes Dankeschön. Wie gesagt, auf Abonnenten, um, äh, um die Abos geht's uns natürlich in erster Linie nicht, sondern euch natürlich zu unterhalten. Und euch weiterzunehmen, ne? Genau, was Interessantes zu zeigen, ist natürlich eine coole Sache. Aber, ähm, dass wir direkt so eine schöne Resonanz und auch so viele korrekte, nette Leute kennenlernen, ist natürlich ein, äh, extrem cooler Nebeneffekt. Richtig genial, auf jeden Fall. Klar, zur Motivation pusht es einen natürlich auch, wenn man sieht, dass unsere Leistung honoriert wird. Macht umso mehr Spaß weiterzumachen, jedoch würde es uns auch gar nicht aufhalten, wenn wir jetzt gar keine Abos gehabt hätten. Genau, dann hätten wir so oder so weiter, weiter gezockt. Aber, ähm, das ist natürlich unfassbar. Macht richtig Bock. Und halt, ist halt auch mega schön anzusehen, dass, ähm, direkt so viele mit einer Hunde dazugekommen sind. Unglaublich. Warte mal eben, ich glaub, ich hab den letzten. Ich guck mal eben, wo der Kaugummi-Automat ist. Oder kann ich jetzt gar nicht durch Sale, ne? Ähm, wenn du bei Sale schon... Ne, egal. Ich mach jetzt das. Ja. So, Runde 39 schon mal erreicht. Wie gesagt, zu zweit dauert es alles etwas länger. Gar kein Problem. Bis jetzt geht's uns noch ganz gut. Ja. Wie gesagt, der Hunger plagt schon mal ein wenig. Hm. Für mich nicht so. Bei mir, ihr habt ja schon mitbekommen, ich bin ein dicker, kleiner Junge. Und ich, wie ich, ja, wie ich schon gehört habe, in der letzten Zeit. Und ich muss natürlich auch ordentlich viel futtern. Am Tag. Wer hat denn das? Ja, mach mal. Ich hab jetzt so auch schon hartlich freigesollert. Aber jetzt wird's übel. Kommst du weg? Der Scheißkerl schon wieder. Ich springe rauf mal. Ich brauche eine Dusche, um das ganze Blut abzuwaschen. So, du legst dich hin. Und stream Hintergrund. Fert ein Haar bezahlt. Okay. Ähm, alles klar, Alex. Bis später. Ja, das Socker-Paar. Jetzt kriege ich die Kommentare natürlich erst mal nicht mit. Da wir jetzt ein wenig Stress haben mit dem Wicken. Einer ist. Aber zwei sind auch im Leben. Ja, ich hatte hier gerade auch noch einen. Die sind, glaube ich, wieder zu dem Weg gezogen. Genau. Da fliegt einer runter. Ja, ich komme jetzt zu dir. Geht die Falle schlafen? Nein. Ich komme einmal hier mit dem Munizbogen, wo man mich rein. Und die Racken auch. Da steht ja einer wenigstens. Pass auf, hinter dir der. Ja. Da komme ich jetzt mal mit dem Leiter am Kroposchmatzen. Ihr seht, es geht hier schon richtig ab. Noch höher am Fliegen, da der Typ. Ja, was für mal zwei überhaupt. Ich habe die auch verlegen. Ich verstehe. Alles ist gut gegangen. Da ist ja auch keiner reden hier, ne? Ja, ich glaube, das war eine Tolle. Ich springe hier runter. Ciao. Ciao, ne? Ihr seht, es kann dann zwischendurch mal etwas stressig werden, aber wenn man gut aufeinander eingespielt ist, dann klappt das auch meistens. Das Zockerfahr-Volume-Kleis. Ja, ist auf jeden Fall nicht allzu einfach, muss man mal sagen, eine Frau zu finden, die auch gerne zockt. Muni, sehr schön. Und da auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück hat, meine Freunde. Ich hatte vorher mal die ein oder andere Freundin, die sich natürlich über dieses extreme Zocken, stundenlange Zocken natürlich auch sehr, sehr heftig beschwert hat. Und dann eine Frau zu finden, die es natürlich auch erstens, die den Skill besitzt, diese ganzen Spiele auch mitzocken zu können. Ich bin unfassbar genial, aber es gibt natürlich auch andere Frauen, die gerne zocken und die auch sehr gut zocken. Aber da kann ich auf jeden Fall sagen, meine Ex-Freundin vor knapp zehn Jahren, die hatte auf jeden Fall nichts drauf. Sehr was beizubringen, war auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Hier brauche ich gar nichts mehr beibringen. Meistens bringt sie mir eher was bei. Alles klar, Dave. Bis gleich. Hiro und in einer Stunde hört sich ein bisschen komisch an. Aber gib dir ruhig, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf jeden Fall hat er mich gefreut. Oh... Ähm... Pferdekämpfe hab ich sowieso noch nie erlebt. 39 Runden, knapp 3 Stunden. Wisst ihr Bescheid, schau mal, wie lange eine Runde 100 dauert. Wenn du willst, kannst du auch gleich mal eine Kiste veröffentlichten. Ja, aber nicht so lange. Ja, es geht so. Play, kannst du dich einfach high nennen. Hi, hi. Sag mal, wie ich das aussprechen soll. Schätze, leider gleich eine Sekunde Zeit. Ich nenne dich einfach Play, ob ich später eine First Moon Challenge mache. Sagst du das was? Nee. Ich weiß jetzt gerade nicht, was eine First Moon Challenge ist. Wenn du mich da aufklären würdest, wäre ich dir schon mal sehr verbunden. Ansonsten kann ich die Frage schon mal weiter beantworten. Erstmal werde ich mich heute auf jeden Fall mit der High Round hier beschäftigen. Player? Okay. Wie gesagt, mit der High Round beschäftigen, das wird noch ultra lange dauern, weil wir uns ja Runde 100 vorgenommen haben. Und mal gucken, wie weit wir da so kommen. Ansonsten, wie gesagt, weiß ich nicht, was eine First Moon Challenge sein soll. Ich kann mir vorstellen, die, die als erstes in den Raum kommen und vielleicht im Online-Nodus oder so, ich weiß auch nicht genau. Also, wie gesagt, einmal spezifisch erklären, dann kann ich es vielleicht ein bisschen besser beantworten. Pascal Neymar, die Frage auch schon öfter gestellt worden. Klar, kannst du mitzocken. Heute wird es natürlich schwierig werden, da wir erstmal die High Round machen. Die ganze Zeit im ersten Raum stehen bleiben. Die ganze Zeit im ersten Raum stehen bleiben. Ach du Kacke. Schwierig, jedoch nicht so ruhig. Sehr schwierig, wenn eine interessante Sache aufgeben kann. Habe ich noch nie gehört. Dann machen wir mal, wenn da nicht Zeit bleibt. Wie gesagt, heute beschäftigen wir uns erstmal mit der High Round. Auch an die Zuschauer, die eine Runde mitzocken wollen, edit uns. Und wir gucken mal morgen oder die Tage, wie wir es einrichten können halt. Dass ihr eine Runde mit uns zocken könnt, auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, habt auch ein bisschen Verständnis für uns. Dass wir nicht direkt jeden dran nehmen können. Wir probieren dann natürlich fair genug zu sein. Aber das dauert halt auch ein wenig. Aber, wenn die Zeit bleibt, wäre ich auf jeden Fall dabei, mal so eine First-Room-Challenge zu machen. Bestimmt auch eine nette Sache für unsere Zuschauer auf unserem YouTube-Channel Z.O.G. Auf jeden Fall, wenn ihr das gerne mal sehen wollt. Anzuschauen. Also ich habe davon noch nie was gehört, muss ich sagen. Gibt es da schon irgendwie ein Rekord, den man brechen kann? Habt ihr schon irgendwie so Anhaltspunkte, wer es wie weit geschafft hat und so weiter? Weil man kann ja dann da nur die Standard-Waffen benutzen. Oder mit Wandkraftpalsen aufpassen. Genau, da muss man ja dann ziemlich viel Glück haben. Und wie gesagt, ohne Jugga, nur im ersten Raum. Ich schon nicht. Heftige, heftige Sache auf jeden Fall. Ich gebe mir selber persönlich mal so den Rekord von 10 Runden. Ja, ich glaube auch 10 Runden. Und dann wird es schon schwierig werden. Aber wenn ihr das gerne sehen wollt, gucken wir natürlich auch mal, dass wir das in Anruf nehmen. Ja. Da. Ja, jetzt habe ich aber keinen. Unfassbar, wie doof. Ich habe schon gesehen, dass ich da nicht durchkomme und ich habe es trotzdem probiert. Ekelhaft, Mann. Ich kann gucken, ob ich noch schneller eins ziehe. Nach. Mach dir da jetzt keinen Stress. Da kommen jetzt viele zu dir. Ja, okay. Mit Fchen geht es ja noch. Ah, nee. Aber gar kein Problem. Wie gesagt. Ich krieche mal. Ich hätte schon längst dahin kriechen können. Kannst die Falle erstmal anmachen. Jetzt habe ich mir schon den dritten Down gezogen, meine Freunde. Mach. Ja, da habe ich jetzt voll viel Leben aufgeschoben. So, ich werde mal direkt... Ich komme mal mit. Gibi mir einen neuen Jugger und sowas holen. Das ist natürlich jetzt etwas ärgerlich. Aber dann machen wir am Ende der Runde auf jeden Fall mal einen ganz kurzen Break. Und ich hole mir die ganzen Sachen wieder. So, Nico schreibt Runde 12, Minimum glaube ich 29 ist Rekord. 29 heftig, sehr heftig auf jeden Fall. Wie gesagt, können wir mal in Angriff nehmen, wenn ihr es gerne sehen möchtet. Ich füge mal wieder weg. Aber das üben wir dann erstmal ein, zwei Mal vorher, bevor wir streamen. Was, wenn wir drin, wenn wir drin. Und wir müssen uns umziehen. Dann kannst du den Neues kommunizieren. Na, dann kann man sie nicht spielen. Ja, ja, kann haben. Kann ja, wer cool, wenn sie ein Üblich็del entsteht. Aber ich kann auch probieren, wenn sie ein Üblich zugregieren. Dann holen sie erst mal einen Jugger oder... Viel zudem nicht gestorben. Aber wie gesagt, zu zweit geht das natürlich. Da muss man sich die Downs jetzt nicht unbedingt aufteilen. Hast du eigentlich mal geguckt, ob du nach meinem Phoenix aus der Asche diese Zusatzfolgs hattest? Ja, hatte ich. Ja? Also diese... Nein, diese. Nein, die hatte ich nicht. Voll scheiße. Ja, Marcel, geht schnell auf jeden Fall. Gucken wir mal, ich glaube, die sind schon... Ach, guck mal. Ich kann doch keinen übrig lassen. Ja, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, die Downs bei mir zu reduzieren. Das ist jetzt erstmal bei drei Blätter. Das ist ja unfassbar dämlich. Das muss mal eben ein Schild holen. Für meine Frau habe ich wenigstens noch einen Phoenix aus der Asche, falls es ihr auch mal passieren sollte. Bis jetzt, toi toi toi, nur einen Down. Auch sehr dämlich, der Down. Ja, mein erster Down war auch dumm. Die anderen beiden bin ich auf jeden Fall. Also das jetzt gerade, das ist einfach so ein Panel. Ja, mit einem Perkaholic in dem ersten Raum. Also das soll auch gehen. Also das zählt dann auch als First Blue Challenge, wenn ich einen Perkaholic habe und das im ersten Raum benutze, dann schaffe ich die 29 Runden. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ja, okay, man hat ja keine anderen Waffen. Man kann natürlich hoffen, dass man da die Standardwaffen, um natürlich die 29 Runden direkt zu schaffen. Ja, keine Falle rein. Mein Fernseher soll wieder ausgehen. Unfassbar. Die 29 Runden sind dann natürlich auch noch schwierig, weil man ja halt keinen Bogen und sowas hat. Aber bis Runde 10 schaffe ich es dann auf jeden Fall. Muss man mal gucken. Mit einem Perkaholic geht es auf jeden Fall besser. Ohne Jugga und all das wird es natürlich mega schwer werden. Hast du noch ein Rufa? Ich hoffe mal, dass ich jetzt am Ende irgendwie nicht 10 Downs da stehen habe. Da würde mich natürlich auch schämen dafür. Ja, aber Hauptsache erstmal immer näher Richtung Runde 100 kommen. Genau. Dann sind die Darmte jetzt gleich zweitrangig. Ja genau, passiert alles mal. Aber es ist natürlich ärgerlich. Vor allem, wenn man es vorher schon sieht, dass es nicht funktioniert. Ich mache es trotzdem. Also, so ein Blödsinn mache ich richtig oft. Na willst du wohl? Der will das Feuerwerk nicht nehmen. Ich habe noch zwei Crawler jetzt. Mal gucken, welche neue kommen durch den. Ja, ja. Runde 40 geht. Oh, jetzt ist es so schnell vorbei. Ja. Ja, die erste Waffe punchen. Je nachdem, wenn du halt Waffe hast oder sowas. Äh, Wandpower. Dann klar. Ja, wie gesagt. Hi André. Hi André. Mit einem Perkaholic wird es natürlich einfacher. Diese First Room Challenge. Aber, ähm, Runde 29 zu toppen ist da trotzdem nicht allzu einfach. Weil man halt die Standardwaffen da hat. Und keinen Bogen besitzt oder sowas. Und das soll man dann auch alleine oder zu zweit machen. Ist das egal. Ich dachte, zu viel. Warum wir mit YouTube angefangen haben, ähm, einfach aus Jux erstmal. Wir wollten mal gucken, ähm, ja, ob es uns gefällt, ob es den Leuten, die uns zuschauen, auch gefällt. Und ja, da, aus dem Grund haben wir angefangen halt mit noch zwei anderen Kollegen. Und jetzt ist es natürlich schon, ähm, durch die letzten Runden und durch die ganzen netten Leute, die man so kennengelernt hat, echt, ähm, cool geworden. Und, ja, zu einem richtig schönen Hobby geworden, muss man sagen. Ja, vor allen Dingen, wir zocken eh ständig. Und dachten wir uns, ach, warum nicht einfach mal ausprobieren und online stellen. Und vor allen Dingen, also, ich sag mal so, der erste Grund war, das Easter Egg auf der Eisendrache. Also, hat man online so gut wie nur auf Englisch gefunden. Genau. Und wir haben es dann halt sehr oft ausprobiert und dann hat es auch sehr gut im Einzelspielermodus geklappt. Und dachten uns, ja, komm, für die Leute, die jetzt so nicht die Englisch-Fanatiker sind, lass uns das doch einfach mal auf Deutsch hochstellen und schauen, ob es den Leuten hilft. Ja, und jetzt kommen wir da nicht mehr raus. Nein, macht auf jeden Fall auch so richtig fun. Und, ja, André, heute 101, erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Runde. Ja, wie gesagt, zusammen ist es natürlich etwas einfacher, weil man öfter daumen gehen kann, wie ich es jetzt gerade schon erwähnte. Allerdings muss man sagen, die Runden dauern natürlich länger. Und die Konzentrationsspanne wird natürlich auch nach 5, 6, 7 Stunden abnehmen. Aber, wie gesagt, wir geben uns allergrößte Mühe. Kein Ding. Die Formulierung würde ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Für mich trotzdem anstrengend. Vor allen Dingen nach den ganzen Runden, die wir gestern, vorgestern, vorvorgestern und die ganzen anderen Tage halt gespielt haben. Also, ja, Runde 100, wie gesagt, wir beide, wir versuchen es. Aber, das ist trotzdem auch zu zweit ein ganz heftiges Stück Arbeit. Das muss man schon sagen. Wie gesagt, 3 Stunden. Nach 3 Stunden ist man alleine schon bei Runde 50. Und, ähm, die Runden, die werden ja immer länger werden. Hi Leon, auch schön, dich wieder dabei zu haben. Freut mich. Aber wir geben uns natürlich allergrößte Mühe, die Runde 100 heute zu erreichen. Dann hätten wir es schon mal zu zweit geschafft. Fehlt dann nur noch im Einzelmodus. Da ist halt immer so die Schwierigkeit, dass man halt nur dreimal sterben kann. So, ich habe jetzt gerade einen. Okay, dann halt den mal. Kannst du den Corona machen? Ich versuche den mal in Corona zu machen. Naja, das kriege ich nicht hin. Ja, die kommen jetzt noch mal. Ja, ansonsten, ich habe ja auch vier Stück. Dann kannst du den nochmal. Weil der einfach chilliger ist. Nein. Was hört denn mal auf? Runde 30 ist doch auch schon mal was. Haben wir nicht, Kili? Ich habe ja auch einen. Du hast auch einen. Ich nehme mal jemanden rum. So. Ach, sie mal eine Munition. Vielen, vielen Dank. Auch für deine Glückwünsche, Leon. Ja. Dann hole ich mir erstmal einen Doppelschuss. Wo kommst du her? Hier oben. Anschließend gucke ich auch gleich mal an der Kiste. Aber erstmal gehe ich natürlich jetzt das Wonderfits aufsuchen. Ja. Schneller wiederbeleben brauche ich jetzt nicht. Zumindest nicht unbedingt. Na ja, bei deinen wenigen hast du noch aufs Haus vielleicht. Ja, aber das nehme ich jetzt nicht weg, weil ich habe Fönigstraschung noch einmal. Ach, finde ich sonst ja auch schon. Ja, dann lassen wir auch. Ja. Wie gesagt, ich muss mich jetzt einmal ganz kurz neu einkaufen, da ich mir gerade einen dämlichen Down gefangen habe. Aber dann geht's auch weiter. Hoffen wir mal, dass das Spinnennetz und die Elektro-Kirsche nicht allzu lange auf sich warten lassen. Das kennen wir ja schon von anderen Folgen, von anderen Runden. Die beiden Perks sind immer sehr schwierig zu bekommen. Wäre natürlich jetzt cool, wenn du es auf jeden Fall... Das können wir jetzt gerade gar nicht bebrauchen. Kannst du gleich einmal, weil die Ju ja für meine Arbeit hat geschrieben, hab ich gleich einmal noch umfohlen. Die Korinna ist einfach. Okay. So, es war meine Arbeit in Komma. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ach so. Ja, machen wir, wenn ich hier fertig bin, ja? Ja, ja. Wenn du denn. Ansonsten hoffe ich, habt ihr ein schönes Wochenende. Freut uns natürlich, dass ihr uns so zahlreich hier zuschaut und mitfiebert. Ich bin auch selbst mal gespannt, wie weit wir noch kommen. Zeitlich gesehen auf jeden Fall eine harte Herausforderung schon. Aber mein Gott, die 40, unser bisheriger Rekord, ist jetzt auf jeden Fall drin. Das heißt Rekord, da haben wir glaube ich einfach abgebrochen, weil wir beide einfach nicht mehr in der Lage waren, dazu weiterzumachen. Ja, schön. Da ist die Elektrokirsche schon mal drin. Fehlt nur noch das Spinnnetz. Das lässt natürlich immer gerne auf sich warten. Also noch hast du 62.000 Punkte. Mal gucken, wie lange oder ob die Punkte da ausreichen. Ich bin 26, meine Frau ist noch 24. Jetzt da. Im nächsten Monat ist das Vierteljahrhundert aber auch dann voll. Dicke, fette Part. Dicke, fette Part, ihr mal. Ich hab gehört, da gibt's ein fette, 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 fette Party. Es wird irgendwann mal dazu kommen, dass der Döner den Menschen ersetzen wird. Dicke, fette Part governed. Durch langsam, das war so, geringer, fработanzichtlich gegen sp scotilic. Dicke, fette Part am besten Fallsksole. Dicke, fette Part am besten see- und kleinen gl 160, fett Ummmer-Log, da ist ein fette, uma Gucken wir, vielleicht ist es auch da und dann, dann wird es bestimmt unten sein. Oder gegen unser Konzimentusraum oder? Hab ich auch schon. Hab ich schon geguckt. Je weniger auf dich das Wackel, desto besser. Okay. Yeah, geile Sache Leon. Schön, dass du Ferien hast. Ah sorry, hab ich gar nicht gelesen. Moin Jimmy, was geht ab? Das ist ja unfassbar, dieses verdammte Spinnennetz, Leute. Letztens schon 60.000 Punkte dafür ausgegeben. Fühlt schlimmer, dass das nicht einfach da bleiben kann. Ja. Och. Ja, geile Sache. Dieser verdammte Raketenstart. Türen werden geschlossen. Zehn, neun, acht, sieben, neun, 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 neun. Hi Timo! Hey Timo! Hey Timo! Hast du gedacht? Ja Marcel, auf jeden Fall. Ja Marcel, auf jeden Fall. Und dann direkt den nächsten Down ziehen. Wäre natürlich cool. Test angeschlossen. Systemcheck erfolgreich. Jetzt geht's weg, wenn wir. Ah, nochmal Todesdaikiri, sehr schön. Da ist schon erstmal fünf Meter an der Eselstritt. Ich hatte echt schon mal ein komplettes Wunderfit. Nur mit Eselstritt. Der Eselstritt und Todesdaikiri auf jeden Fall sehr sehr oft vertreten. Da ist er! Die Leute von Treyarch wollen anscheinend, dass ihr da mitspielt. Ne, die wollen euch ärgern. Ne, die wollen euch ärgern. Unfassbar. Weiter geht's zum nächsten Wunderfitz. Noch nicht genug Kohle ausgegeben. Ja, das kann natürlich die Runde natürlich auch ordentlich in die Länge ziehen. Wenn man stirbt und sich seine Perks neu holen muss. Vor allem wenn man jetzt auf ein bestimmtes Perk wartet. Das ist halt sehr ätzend. Aber die Zeit sollte man sich vor allem bei einer Highround auf jeden Fall nehmen. Das sonst später etwas schwieriger wird. So scheppig. Und Eselstritt. Sehr schön. Da trinken wir doch nochmal ein Schlückchen. Und weg, Esel. Eine Sekunde. Timo. Auf Feuerwerk. Auf der Waffe bringt die Munition. Wenn du in einen Pull reinhältst von Zombies, dann gehen sie alle in ein Feuerwerk auf. Also das spart auf jeden Fall ordentlich Munition. Wie eine Rakete. Wie eine Rakete. Ihr seht jetzt gerade die ganze Zeit Einladungen. Das sei auch schon mal gesagt. Der Bombserbomber. Der wird auf jeden Fall hier. Das ist natürlich nicht so schön, da YouTube das auch vernünftig macht und euch ausblendet. Also ihr seht den Namen ja nicht. Sondern ihr seht nur ein schwarzes Feld dort oben. Und das ist natürlich doof, wenn es die ganze Zeit aufblinkt. Wenn ich nicht darauf reagiere, dann habe ich gerade was zu tun. Und wenn ich gerade Zeit habe, dann gehe ich natürlich auf die ganzen Nachrichten ein. Da braucht man mich nicht zuzuspannen. Die Namen von den Bögen. Ne, haben wir mal. Crea ho am mal am ho garok. Sehr einfallsreich. Ja, ihr seht gut 20.000 Punkte schon mal ausgegeben. Kann doch nicht wahr sein. Dieses verfluchte Spinnennetz. Wenn es geht, wie gesagt, ihr könnt ruhig joinen. Meistens lade ich die Leute ein, mit denen ich gerade spielen möchte. Ihr könnt natürlich joinen. Es kann natürlich auch sein, dass ich dann gerade nicht an meiner Playstation bin. Ich lasse sie öfter mal an. Also wenn ich nichts sage, dann wisst ihr Bescheid, warum. Da war es schon da zu kriegen. Natürlich könnt ihr joinen, das ist gar kein Problem. Aber wie gesagt, die Leute, mit denen ich dann eine Runde mache, die wähle ich dann schon selber aus. Aber das würde ich euch dann auch sagen, wenn ihr joinet. Wenn es gerade nicht passt, dann passt es einfach leider nicht. Und hey André, ne, heute war kein Tee. Ne, genau, so langsam geht es immer. Auch mit meiner Stimme. Ich bin natürlich noch ziemlich verschnupft. A dark place. Aber es geht schon wieder so einigermaßen. Bis morgen, übermorgen sollte es ganz weg sein, hoffe ich. Und zwischendurch, wie gesagt, muss ich mal ein bisschen eklig sein. Aber ich gebe mir natürlich größte Mühe, das nicht zu machen. Hallo Max. Auch einen wunderschönen guten Tag an dich, Emma. Was geht ab in der Hut? Was da los? Der Regineer. Bald kommt der WoW-Film raus. Ich freue mich auf dich. Vielen, vielen Dank, Leon. Ja, Mann. Ja, Mann. Finde ich auch sehr cool von dir. Wir machen auf jeden Fall auch zwischendurch immer ein bisschen Blödsinn. Normal. Damit es euch auch nicht zu langweilig wird. Sterben. Sterben, genau. Ziehen einfach mal so. 60.000 Punkte am Wonderfits ausgeben. Einfach alles nur zu eurer Belustigung. Da könnte er ja auf jeden Fall sehen, wo es die ganzen Wonderfits-Produktionen gibt. Je weniger oft ich das mache, desto besser. Jetzt komm. Ach, nix. Der fahrt. Oh, ich habe wieder ein Todes-Daikigi. Es darf nicht wahr sein, verdammt. Diese zwei Drecksperks, ey. Ich würde jetzt gerne irgendwas anderes nehmen, aber es kann nicht. Es geht nicht. Du stirbst ja bestimmt gleich nochmal. Da ist er wieder. Battlefield habe ich nicht. The Trudy Gamer aus Hamburg. Nein, wir kommen aus Essen. Also ich komme aus Essen. Sie kommt aus Gelsenkirchen. Und dazu auch noch geborene Härtenerin. Das ist doch ums Eck, ey. Unfassbar. Ich weiß auch nicht, was meine Mama für Probleme hat. Die wollte einfach nicht nach oben. Ja, da hätte ich mein Kind auch nicht zur Welt gebracht. Härten ist doch cool. Ja, Härten ist fett. Wärst du wenigstens Härtenerin, aber dann sowas asoziales Gelsenkirchen. Nein, Gelsenkirchen ist natürlich korrekt. Ich habe da kein Problem mit. Verboten statt. Test abgeschlossen. Systemcheck erfolgreich. Ob ich auch Multiplayer... Also ich glaube, das wollt ihr euch nicht angucken. Wenn nicht ein Multiplayer-Stream. Meine Frau gibt sich bestimmt mal ein, zwei Runden Multiplayer-Stream. Sie hat es auf jeden Fall besser drauf als ich. Aber mir wollt ihr dabei nicht zugucken. Da könnt ihr ja... Jetzt momentan zock ich auf jeden Fall Wachen spielen. ...die Hände auf jeden Fall übereinander schlagen. Max, wie gesagt, ist schon öfter jetzt verantwortet die Frage. Gar kein Problem für dich auch nochmal. Klar, du kannst gerne mal mitspielen. Add uns einfach unter den beiden Namen. Allerdings muss gesagt sein, wir haben in der letzten Zeit schon einige Freundschaftsanfragen bekommen. Und wir probieren da natürlich auch ein bisschen Fairness walten zu lassen. Und die Leute, die jetzt schon etwas länger warten, als erstes dran zu nehmen. Und wie gesagt, wir melden uns dann bei euch. So dass wir hier zum Beispiel der Dark Place. Der wartet jetzt schon eine ganz, ganz lange Zeit darauf. Ja, Mann. Den nehmen wir auf jeden Fall in den nächsten Runden dran. Da uns das auch natürlich leid tut, wenn ihr so lange auf uns warten müsst. Aber wie gesagt, wir können nicht mit 150 Leuten gleichzeitig spielen. Und zwischendurch machen wir dann halt auch mal ein paar Runden für uns. Wie jetzt diese Zweierrunde. Aber natürlich probieren wir uns zu beeilen. Aber das geht halt nicht alles von jetzt auf gleich. Aber wie gesagt, add uns einfach und dann... Ja und Dark Place, willkommen aus Essen, aus dem wunderschönen NRW. The Truly Gamer aus Essen, nicht aus Hessen. Aus dem Ruhrpott, mein Freund. Das blaue Gebiet, genau. Die Schlümpfe sind am Start hier. Wo wäre wäre ich auch? Der Nico? Wo? Du warst kurz weg oder du bekommst auch was Essen? Nein, ich glaube er möchte auch eine Runde mitzocken. Achso, okay. So, jetzt geht meine Kohle auch so langsam. Aber dann noch mal gerne eine Frage an euch, wo kommt ihr denn alles so her? Würde mich auch mal interessieren. Wenn ihr Bock habt, schreibt es einfach. Schon jetzt auch einige Leute aus der Schweiz und Österreich kennengelernt. Das ist echt nicht unfassbar, Mann. Das nervt jetzt schon so langsam richtig ab. Vor allem für den Geduldsmenschen hier. Aber es ist auch eine richtige Frechheit. Alles klar Timo, bis später. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja klar, Nico wie gesagt auch mitspielen. Du bist ja auch schon öfter dabei gewesen. Ich hoffe, du kannst mir auch nochmal bei deinem PSN Namen schreiben, dass du es bist. Und dann wie gesagt, bei den nächsten Runden gucken wir auf jeden Fall, dass wir wieder ein paar von euch mit ins Boot nehmen. The Truly Gamer aus Bayern. Sehr geil. Da haben wir auch mal einen Spontantrip hingemacht. Nach München. Eine sehr coole Stadt. Jedoch muss ich leider sagen, die Leute ein wenig... Ich weiß nicht. Die gucken einen komisch an auf jeden Fall. Wenn die merken, dann kommt mich aus München. Ja, die Poleten aus dem Ruhrpott. Kölle aller Abend. Kölle! Jawolski. Sind wir ja Nachbarn. Da bist du doch bestimmt auch auf Gamescom dabei, oder? Ja. Ja, meine Batzen werden auf jeden Fall schmaler, da hast du recht. Nur noch 21.000 übrig. Ich glaube, ich krieg das Spinnennetz noch nicht mal. Ja, das wäre richtig krass. Also voll die Frechheit. Stuttgart Papier. Stuttgart, da hab ich Verwandtschaft in der Nähe Karlsruhe. Aber so viel Pech wie du mit Spinnennetz hatte ich aber auch noch nie. Ich hatte auch schon mal so 20.000 Punkte. Unfassbar. Der Marcel weiß auch, wovon ich rede. Der hat auch schon mal ordentlich Punkte dafür ausgegeben. Ja. Also was sich Trey Arch bei dem Blödsinn gedacht hat... Das passiert mal, Dave. Ja, auf jeden Fall. Manchmal hat man halt so Tage, wo einfach nichts hinhause. Ey, jetzt gib mir dieses Spinnennetz verdammt. Ey. Wenn nicht, ich zocke mit den drei Perks weiter, bis ich wieder 100.000 habe und dann gebe ich mir wieder... Der Player kommt auch aus Köln. Sehr schön, sehr schön. Yo, Köln auch eine krasse Stadt auf jeden Fall. Yo. Auch schon sehr oft da gewesen. In Köln war ich beim letzten Break the Cologne. Irgendwann mal 2010 oder so. Sehr schön, André. Okay. Das war auf jeden Fall auch eine Mega-Jam, muss ich euch sagen. Richtig, richtig geil. Unglaublich einfach. Wie schäbig. Hamburg. Perfekt. Jawohl. Auch richtig geile Stadt. Auf geht Hamburg. Ja, man war ich auch schon öfter. Ja, man, Digga. Hahaha. So. Nächste Wonderfit. Jetzt. Also ihr seht, ich ziehe jetzt seit knapp 10 Minuten. Ich hab Blödsinnig durch die Gegend rum. Richtige Frechheit. Dave, uns geht's noch gut. Frag nochmal in vier Stunden. Ich glaube, dann wirst du es auch sehen, wie wir aussehen. Ja, auf jeden Fall. Voll am rumhängen. Ich denke mal, das Wonderfit ist jetzt wieder nach unten gegangen. Gucken wir mal, sehen wir den Blitz? Nö. Nö, ne? Ja, wo ist das Wonderfit's denn? Fähig Frikadellen. Laber? Ja, irgendwie schon. Wie ich sag' ich? Ja, wenn meine Mutter Frikadellen macht, ne? Aber wir müssen die gleich auf jeden Fall mal anrufen. Ja, wenn ein Zombie heißt, ruf ich die mal an. Danach muss ich auch einmal kurz mit meinen Arbeitskollegen was abklären und dann kann's auch weitergehen. Geht's weiter auf jeden Fall. Da ist es. Bis zu 100. Und noch viel weiter. Und noch viel weiter. Ja, jetzt ist doch letztendlich bei mir. Hohoho. Du bist halt echt nicht, ne? Wirklich. Oder vielleicht bei dem letzten Versuch. Ja, alle Leute, die neu eingeschaltet haben, ergibt sich gerade seine 60.000 Punkte, um das Spinnnetz zu kriegen. Und er wird es wahrscheinlich nicht bekommen. Ja, 50.000 habe ich jetzt schon mal ausgegeben. Unglaublich. Deshalb dauert es gerade ein bisschen länger. Aber gleich geht's auch passant weiter. Schön entspannt für die Daumen. Auch nicht verkehrt. Komm jetzt aber. Ja, sicher. Da waren dann jetzt drei Perks drin. Un-fassbar. 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 Un-fucking-fassbar. tea nature maten. Okay, ich probiere es gleich mal André. Vielleicht klappt's dann. Der verarscht dich! Der will dich hüpfen sehen! Ge-hü-hüpf! Somebody Здフrankfurt! Sehr nice! threatens�! Nebraska 3cc. Sehr deemed geil. Sehr multi-culti alleine schon durch den Flughafen und natürlich einige ecken die man vermeiden sollte. Aber auch sehr schöne Stadt. sehr riesig groß so ist der Blitz jetzt da Nein Kann sein limans Fluss Luxor Da ist es nicht muss unten sein da hab ich den Blitz auch gesehen Hüüüüüüüppf vor deinen Automaten Schätzlein gib dir Mühe Hüüüßt wie ein Gummibäer durch die Gegend ich lache mich jetzt echt schlaff um das wär ultra Zufall Du sollst hüpfen Ach hüpfen mais ha jetzt haben Sie nicht gehüpft Ja komm, ich hüpfe jetzt mal die ganze Zeit, André. Vielleicht klappt es dann. Warum nicht? So, genug gehüpft. Ich hüpfe mal weiter. So als währenddessen hüpfen. Da, dann will ich nur hüpfen sehen. Egal, einfach mal weiterhüpfen. Hüpfen und Tischchen brauchen wir dabei. Vielleicht solltest du dich hinlegen. Ach, dreimal zu Hause. Ich springe da jetzt nicht hoch, Alter. Was ist da los? Sehr geil, der Darkplay. Ja, wie gesagt, Frankfurt hat da so seine Probleme mit den ganzen Drogensüchtigen. Ja, aber alleine schon durch den. Aber durch diese riesen Flughäfen bleibt das natürlich auch nicht aus. Da kann Düsseldorf sich das auch mal anhören. Und gewisse Stellen von München und Berlin natürlich auch. Also was mich echt wirklich an München so ein bisschen abgeschreckt hat, war halt, wir sind direkt quasi in der Nebenstraße oder haben da geparkt, wo es auch das Hardrop gibt. Und natürlich einige Bonzenläden und fünf Meter weiter liegen die Obdachlosen dann unter den Brücken rum. Und die anderen laufen da mit ihren Haute Couture Klamotten durch die Gegend. Und vor allen Dingen keiner hat mal irgendwie ein paar Cent übrig, damit erst die Leute aus dem Ruhrpott kommen und mal ihr Portemonnaie zücken. Das sind fast da. Also das hat mich schon ein bisschen, ja, war sehr kaltherzig gegeben. Aber andere Länder, andere Sitten, so ist es in den Städten auch. Viel kann ich ja jetzt nicht mehr ziehen. Ihr habt ja gesehen, 60.000 Punkte fürs Spinnennetz mal ganz locker ausgegeben. Für nichts und wieder nichts. Vielleicht hast du ja Glück bei der letzten Umdrehung. Ja genau, das kommt in jeder Stadt ein bisschen darauf an, wo man wohnt. Es gibt auch im Essen schöne und nicht so schöne Gegenden. So, das war's. Dann mögen wir noch kurz den Zombie. Ich bleib hier vorne, ne? Also wir sind immer strafflich. So, dann hau mal rein, kannst du deine Männer auch direkt mal fragen, wegen bisschen was zu futtern. Muss mal erstmal hier. Ja, aber mach mal, jetzt geh mal nicht allzu weit weg, falls das Zombie neues baut. Ich geh ja gar nicht irgendwo hin. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hat es auch was mit Karma zu tun. Ich bin auf jeden Fall durch und durch Essener. Ich liebe meine Stadt. Richtig. Fette Leute hier. Ich ja auch, wie ihr in der letzten Folge mitbekommen habt. Ja. 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 Ich hab jetzt nicht so den Überplan von Frankfurt. Ich war auch leider selber noch gar nicht da. Ich hab das immer nur von Kollegen gehört, die da mal färgen gewesen sind und so weiter. Freddy meine Abschüsse und meine drei Downs. So, ich hoffe, das klärt sich jetzt hier relativ schnell, was meine Frau da machen muss. Damit wir mal jetzt so langsam in Runde 50 forchatten können. Mach ich doch gar nicht. Ich bin mir sicher. Also ich will jetzt hier einfach telefonieren. Ja, telefonier mal. Mit meiner lieben Mama, die uns vielleicht ein paar Frikadellen kredenzen könnte oder etwas anderes Leckeres zu essen. Wenn sie dann drangeht. Wenn sie dann drangeht. Genau. Hi. Du. 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 So fängt es immer gut an, meine Freunde. Hat die Oma vielleicht Lust um die Zutaten für Frikadellen? Ja, ich dachte, du bist vielleicht bei Roma. Achso. Ja, gut. Buddies. Fragezeichen. Ja, alles klar. Kann dann sein, das gehe ich dann noch mal an. Verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Truly Gamer. Ja, weil ich kann es gerade nicht runtergehen. Ob du das dann vielleicht rauslegen könntest. Alles klar. Ich gucke es an. Ob wir beide Buddies sind oder was. Die machen gar nichts, weil die sind eingeladen. Die machen gar nichts, weil die sind eingeladen. Die Nutzzeichen. Sollen wir mal da noch mal an. Ja, das hat's. Ein Augenblickchen noch, meine Freunde. Genau, wir müssen uns gerade noch etwas zu essen organisieren. Heute noch nichts gefuttert und so langsam knurrt der Magen. Hör mal. Ja, ja. Bei dir auch. Aber wie gesagt, gleich zum Zweiter. Schönst im Essen ist die Autobahn noch geil. Sehr sympathisch, André. Hör mal zu, André, mein Freund. Nächstes Essen ist richtig geil. Alles hat's gemacht. Willst du da runtergehen oder? Ich weiß nicht genau. Wie gesagt, heute beschäftigen wir uns erst mal mit unserer High-Round. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech. Futtern wir später. Warte. Ja, hi. Du, Omi. Hättest du vielleicht Lust zu Kekadellen zu machen für uns? Weil die Birgit sagt, da hackt es und so hast du noch. Hier wird also fleißig rumtelefoniert. Die ganze Suppe von mir wohnt hier in einem Haus. Ja, egal. Aber würdest du das machen? Oder in zwei Häusern. Ja, das ist nicht aufgetaut. Aber sollst du dann aufschauen. Ja, danke. Tschüss. Ja. Meine Omi, die Beste auf jeden Fall. Macht sie uns leckere Frikadellen. Bei Oma schmeckt es am besten, Freunde. Glaubt mir. Die ganzen Frauen haben noch richtig gelernt, wie man richtig kochen und eine Familie ernähren kann. So. Kann es weiter gehen. Noch nicht ganz. Ach, wenn du dabei bist, mach mir auch mal ein Kiepchen an. So. So Buddy. So Buddies. Was hältst du davon, wenn du hier hinkommst? Genau. Das wäre mal eine korrekte Geste. Oder für den André, der ruht ja nicht allzu weit weg. Fahr mal eben schnell aus Köln hier hin. Dann kannst du auch mal die Autobahn aus der anderen Richtung sehen. Top! Die Wette gilt, meine Freunde. Dann bringst du mir einen fetten Döhnerteller mit. Aus Köln? Nee, dann ist es ja kalt. Ja, kannst du ruhig hier um die Ecke kaufen. Wie heißt die noch mal? Sulaw Grill. Genau. Der Sulaw Grill. Auch nur zu empfehlen. Unser YouTube-Channel Z.O.G. Zirka ohne Grenzen auch zu empfehlen. So, können wir weiter machen? Ja. Wer fehlt? Dann... Warte, warte, warte. Lass mich eben direkt ans Köln. Wir finden es aus der Asche vielleicht. Ich glaube, ich habe das zweite. Ja, ja. So, Freunde. Jetzt geht es endlich weiter. Yeeha! Hoffen wir mal, dass ich schnell wieder zu Punkten komme. Damit das Fröhliche... Ha! Bringt mir Ihre Seelen! Alchemistische Artithese nehme ich vor. Alles klar, Sean West. Mr. Nice, Runde 91 im Solo. Auch eine fette Runde auf jeden Fall. Mein Gott. Alles klar, Mann, ja. Viel Glück dabei. Ja, Mann. Halt uns auf dem Laufenden. Der Junge hat es auf jeden Fall auch richtig drauf. Ich werde schädiger Zeitgenosse, genau wie Black Shark. Auch schöne Grüße an deine Schwester. Ja, Mann. Und an deine Katze. Ja, Mann. Ich hoffe, die Sonne ist dann ruhiger. Richtig geil. Ja. Bist du der André? Normal, hör mal. Die Essener Jungs sind auch schlagfertig, hör mal. Wo ist denn jetzt der Kaugummi? Ich hab keine Ahnung. Wenn das hier unten isst du oder nicht, dann natürlich. Boah. Ich hab halt Hunger an Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Natürlich nirgends in meiner Reichweite. Na wohl aber ein bisschen. Perfekt, kann ich nochmal gespannt, äh, gechillt an der Zigarette ziehen. Ich würde ja jetzt gerne... Ach komm. Nachher wollen wir noch die Falle abnehmen. Zurück bleiben. Das wird gleich übel. So. Jetzt wird voller Konzentration weiter. Hat er sich wieder geschossen durch. Die Seilbahn rufen, ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Plays, äh, Play, Player, wie auch immer. Ha. Munition hab ich noch genug. Und die paar Hütchen, die ich da durchs Blutgeld kriege, brauche ich jetzt auch nicht. Die mach ich mir immer so klar. Ich hab ne Sicherung, ja. Ja, korrekt. Phönix aus der Asche. Sehr schön schonmal. Natürlich erst wenn ich auch meine ganzen Perks drin hab. Spinnnetz. Vorher brauchst du es nicht benutzen. Dann kannst du es lieber auch bewahren, falls ich nochmal down gehen sollte. Die anderen Perks kriegt man alle viel viel schneller. Jugger und Doppelschuss sowieso. Und Elektrokirsche lässt auch nicht allzu lange auf sich warten. Aber, dieses verfluchte Spinnnetz dauert immer ewig. Irgendwann auch nochmal eine Brätschie klar machen. So, jetzt kannst du aber erstmal feuchtstühlig weiter gehen, aber. Mit einer Heimbauung kriegt man fast immer ein Prestige voll. Ja, auf jeden Fall. Aber erstmal schieße ich meistens den Blitzbogen so bis 40 Muni runter. Damit die Runden auch nicht allzu lange dauern. Das ist eigentlich gehopst wie gesprungen, ob ich jetzt einen Blitzbogen benutze oder die Highmaker, weil ja Feuerwerk drin ist. Aber irgendwie schieße ich auch gerne mal mit Blitzbogen. Da ist Muni. Nehme ich gleich mit dem Links. Kannst aber ordentlich reinknallen. Kannst aber ordentlich reinknallen. Was da? Nehme ich gar nicht. Keine Hälfte. So, dann nehmen wir die Muni auch schon. Maximale Munition. Neu ausgerüstet und voller Tatendrang. Aber trotzdem vielen Dank zwischendurch auch für die Tipps. Schlechtes Wetter. Nehme ich auf jeden Fall immer an. Wenn was korrektes dabei ist, auch wenn nichts korrektes dabei ist, kommentiere ich es natürlich. Und bedanke mich für den Tipp. So, da ist mein Schild auch mal wieder down. Gehen wir uns mal ein neues holen. Kostet ja nix immer. In Runde 45, Ende Runde 45 probiere ich dann nochmal das Spinnnetz zu kriegen, wenn ich bis dahin schon mal wieder ein paar Pünktchen gesammelt habe. 60 Taunend. 60 Taunend. Die Nächsten. Geht's in unseren Kalt auch? Es geht. So langsam Kopfschmerzen nicht. The Truly Gamer. Meine höchste Runde ist 76 im Solo-Modus. Die von meiner Frau ist 180. Zu zweit hatten wir vorher einen Rekord von 40. Den haben wir natürlich jetzt schon mal gebrochen. Danke für deine Freundschaftsanfrage Undertaker. Wäre nett, wenn du mir auch noch dazu schreibst, wie dein YouTube-Name ist, damit ich dich nachher auseinanderhalten kann mit all den anderen. Ich krieg hier einen leichten Drehwurm. An der Stelle sei auch mal ein wenig Schleichwerbung erlaubt. Wenn ihr unseren YouTube-Channel noch nicht für euch entdeckt habt, schaut mal drauf. Auf ZOG Zocker ohne Grenzen oder auf unserer Facebook-Seite mit dem gleichen Namen könnt ihr natürlich abonnieren oder uns ein Like da lassen. Wir würden uns natürlich freuen. Ja. Und dann die Leute, die es schon getan haben, vielen, vielen lieben Dank. Ja, auf jeden Fall. Richtig, richtig korrekt. Richtig, richtig korrekt. Vielen, vielen Dank, Player. Bis später und auch dir danke fürs Zuschauen. Natürlich werden auch unter den Videos in den Beschreibungen einige Danksagungen immer erfolgen. Ja, bei den letzten beiden konnte ich die Kraft nicht mehr aufbringen, aber ich gebe mir immer Mühe. Ich benutze meine Ragnarok nie. Machen wir das mal? Ja, danke. Ja. Ich hab ja, das war's noch nicht. Ich hab' das jetzt schon mal gesehen. Ich hab' das noch nicht. Ich hab' das schon mal gesehen, wenn ich mich nicht oft habe. Ja, das find' ich auch etwas fetter dadurch, dass das halt auch so mitschwebt. Aber der Ausmauer muss sich halt immer in dem Radius bewegen. Jetzt ist mein Schild auch kaputt. Ja, kein Problem. Null Probleme. Der Alkohol sagt, Jessie meldet sich einfach nicht. Natürlich nicht. Man, man, man. Auf niemanden heutzutage ist mehr Verlass. Auch ein herzliches Dankeschön an dich, Sniperlord, für deine Freundschaftsanfrage. Nehme ich alles, wie gesagt, nach der Runde an. Moin, mein Zocker. Auch einen wunderschönen Tag an dich, Hörer. Das freut mich auch sehr. Ihr seid echt die Coolsten, ey. Voll krass sowas. Der ging doch relativ fix. Ja. Zeit nochmal für ein Öhrchen. Ja, ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Dicke? Ne. Boah, dicke wäre jetzt auch nicht so schön. Ne, da müssen wir auch vielleicht auf jeden Fall gucken. Wie gesagt, ich komme... Ja, da müssen wir viel hin und her springen. Ja, ich komme erstmal so schnell es geht nach oben. Und werfe meine Äpfchen auf den Weg schon mal. Ich brauche auf jeden Fall auch noch eine Brecci dafür. Das ist auf jeden Fall besser als die Heime. Ja, nee. Martin ist klar. Zurück in den Zwingern mit dir. Töck. Mach sie schön knusprig, Sparky. Leon, korrekt. Dann schreibe mir das auch nochmal bitte, dass du der Leon bist. Wie gesagt, so kann ich auf jeden Fall am Besten auseinanderhalten. Den Maike können wir ja gleich auch mal versuchen anzurufen und machen wir für euch zwischendurch gleich mal ein paar Anrufe bei unseren Kollegen, die eigentlich heute noch mal vorbeischauen wollten. Stellen wir auf Lautsprecher, dann sind sie live dabei, könnt ihr euch ein bisschen kaputt lachen, als zusätzliches Entertainment-Programm auf jeden Fall. Hi, Florie oder Marvin, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ihr benutzt mir glaube ich den gleichen YouTube-Account. Schön, dass ihr auch wieder da seid oder du wieder da bist. Du siehst, bis jetzt 43 Runden schon mal absolviert, es geht noch fröhlich weiter. Ich habe mir leider schon drei Downs gezogen, meine Frau natürlich mit einem Daumen, ein Daumen ist kein Daumen. Vielen, vielen Dank, mein Zocker für dein Abo, freut mich. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice, auf jeden Fall. Das kann man auch wirklich nicht oft genug betonen, die ganzen Abos in letzter Zeit. Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Unglaublich, Leute. Hätten wir niemals mit gerechnet, ehrlich nicht. Und nächste Woche, wie gesagt, kommt ein bisschen Schwung in unseren YouTube-Channel-ZWG zu hoffen und Grenzen. Auf jeden Fall. Dadurch, dass ich zwei Spiele dort auch noch vorstelle, Need for Speed und... geht euch das auch so, immer w Unfortunately. Einfach, immer wenn siest außerdem, höre ich zwischendurch doch, doch doch. Ja, gar kein Problem. Ich kann das auch einfach einstellen. Umso einfacher schwierig. Alles klar Marvin? Ähm. Pussy Freak? auch an dich nein schade ich wollte natürlich nicht ins Wort ich hab dich doch lieb so 15.000 Punkte habe ich schon mal wieder gesammelt gleich ist das Spinnnetz wieder drüber jetzt ist so beleidigt jetzt redet sie gar nicht mehr mit euch ich spiele was du spielst beziehe ich mal auf die Konsole hoffe ich wir spielen auf der PS4 haben es natürlich aber auch auf der Xbox One ja auf der Playstation 4 ist es einfacher mit dem Streamen deswegen haben wir uns darauf geschränkt auf jeden Fall ein Night Boat was auch immer das für ein Program sein soll ein Zocker heute gibt es schlechtes Wetter ja welches Game um Call of Duty Black Ops 3 Passiv Freak was ist denn los mit euch? was ist denn los mit euch? so jetzt mach ich gleich noch keinen Schuss mit dem Glitzboden der macht nämlich die High-Mail-Kamera oder? heute gibt es schlechtes Wetter ich bin glücklich mein Schätzlein das geht auf jeden Fall auf die Augen das geht auf jeden Fall auf die Augen ja ja ist in dem Spiel auch nicht unbedingt äh oft von Vorteil ähm klar Passiv Freak du kannst auch mal eine Runde mitspielen du kannst uns auch unter diesen Eddies bei PS4 adden da sei allerdings dazu gesagt wir haben in letzter Zeit schon viele Anfragen bekommen versuchen da auch ein wenig fair zu sein die Leute die jetzt schon etwas länger warten die nehmen wir natürlich als erstes dran und ähm wir versuchen mal mit jedem von euch zu spielen allerdings kann es etwas dauern und fast wir melden uns auf jeden Fall wir melden uns auf jeden Fall bei euch ja fast genau fehlen nur die Autos die sind irgendwie gerade alle weg was ist denn hier nicht in Ordnung mein Schild ist weg ich hab gleich keine Muni mehr hammerhart jetzt kann ich gleich mal wenn du willst ähm die Sicherung rein knallen Ende nächste Runde lassen wir nochmal einen Zombie übrig damit ich mal gucken kann ob ich mir noch ein Spinnennetz erhascheln kann ok mein Zocker und ähm was bringt das dann? genau das verstehe ich auch noch nicht so ganz ein Bot hört sich immer so nach Computer an ja hier ist jetzt gerade eine Sicherung ich weiß nicht gehe auf die Website äh vom Nightbot dann mit dem Channel verbinden und fertig ja aber was bewirkt es denn? mein Zocker dieses Programm ähm ob es morgen klappt Passifreak ähm weiß ich nicht ganz genau wie gesagt wir sind jetzt die letzten 4-5 Tage hart am durchzocken gewesen wir wollen mal einen Terminkalender oder so wir ähm gönnen uns vielleicht morgen eine Pause vielleicht auch nicht das entscheiden wir morgen je nach unserer Tagesform wenn ähm es klappen sollte wie gesagt leider sind jetzt vor dir noch äh viele Leute dran dann lade ich dich auf jeden Fall ein wenn du mich ge-edit hast und mir ähm zu deinem zu deiner Eddy auch noch geschrieben hast wie dein YouTube Name ist damit ich das auseinander halten kann und dann ähm lade ich dich auf jeden Fall ein und dann können wir uns mal eine Runde zusammen geben ähm hi Tracy hey Tracy ok ich wüsste jetzt nicht wo früher ähm ihr habt mich umzingelt ihr seid genau da wo ich euch haben will ähm ja aber das kann ich ja ähm bei YouTube auch sehen und hier natürlich auch wie viele Leute gerade zuschauen ähm da bräuchte ich jetzt nicht unbedingt ein separates Programm für ähm wir zocken Call of Duty Black Ops 3 auf dem Eisendrachen der neuesten Map die jetzt seit anderthalb anderthalb Monaten ja auf Xbox war sie schon im Februar und auf Playstation seit dem vierten dritten seit dem vierten März ne gar nicht auf Playstation aber auch am 29. Februar oder so nächste Runde ist eine Panzersoldatrunde sagt der Nico ok gucken wir mal ob wir diese noch überleben ah die konnte ich nicht vermeiden das ist doch kein Problem hau rein ich dachte wegen deinem Spinnennetz ach nächste Runde ok der schreibt dann hier in den Chat ok ich verstehe immer noch nicht genau was es mir bringen soll vielleicht vielleicht das werbungsmäßig oder so das kann ich alles also alles was dieses Programm dann für mich erledigen sollte kann ich auch gerne selber machen wie gerne für unseren ZUG Zocker ohne Grenzen YouTube Kanal ähm wie gesagt an dieser Stelle kann ich auch selber hier aussprechen ähm die Fragen aus den Kommentaren beantworten kann ich auch selber und ähm ja wie viele Leute jetzt gerade hier zu gucken und so weiter das könnt ihr ja auch alles sehen wie viele Kommentare bis jetzt geschrieben wurden man kann sich das Programm ja mal anschauen aber ich denke eher nicht dass es von trotzdem eine nette Sache ja dass du es erwähnt aber wie gesagt ich erkenne noch nicht ganz den Sinn dahinter ne also ja ich versuche es ihm nicht aus versehen zu nehmen also ich 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 die ich Traci wir sind 26 jungen 26 und 24 also ich bin 26 meine Frau ist 24 Jahre alt im nächsten Monat allerdings macht sie das 4. Jahrhundert voll Ich hab euch schon längst abonniert Natürlich haben wir euch abonniert An der Stelle auch mal ein klein wenig Werbung Für unsere netten Kollegen Die COD Buddies könnt ihr euch auch mal angucken Ein ebenfalls netter Channel Lasst ihnen ein Abo da Nette Jungs auf jeden Fall Mit dem Flury habe ich schon zusammengezockt Mit dem Marvin werde ich auch noch mal eine Runde zusammenzocken Nicht nur eine Runde Wir machen auf jeden Fall mal ein Rekord zu viert Mal gucken was die Jungs dann so drauf haben Der Flury hat es auf jeden Fall schon drauf Muss man ihn lassen Nicht zu danken haben wir gar kein Problem Wie gesagt Wir sind jetzt sowieso nicht so Extrem hart auf Abonnenten aus Es freut uns natürlich immer wieder Aber wenn wir natürlich auch andere Channels Mit unserem Channel unterstützen können Machen wir das natürlich gerne Die Jungs auch noch nicht allzu lange dabei supportet sie Sind auf jeden Fall sehr sehr nett Bei mir geht es auf jeden Fall sowieso immer sehr viel nach Sympathie Was ich mir so angucke oder mit wem ich zocke Oder wen ich abonniere Oder seid ihr verheiratet? Achso Ne wir sind verlobt Heiraten tun wir dieses oder nächstes Jahr Mal schauen wie es sich so einrichten lässt Deswegen sage ich meine Frau Weil wir halt schon so gut wie verheiratet sind Das ist eine coole Sache Mein Zocker Dann schreib mal deinen Kanal Ich hoffe ich kann es mir bis später merken Wenn nicht kannst du mir das auch gerne als PSN Nachricht schreiben Gucke ich mir dann auf jeden Fall später mal an Besser ist es Ja besser ist es PMW777 Wir haben natürlich auch öfter mal Leute dabei An dieser Stelle Grüße an unseren Site Fresh TV Die hier zwischendurch reinkommen und für ihren eigenen Channel werden Gar kein Problem Solche Leute sind mir auf jeden Fall immer lieber als ein Danny Oh sehr nett von dir Pablo Dankeschön Ja Vielen vielen Dank Sehr nett auf jeden Fall Ich bin also in der Unterzahl Das könnte interessant werden Auf unserer Hochzeit wird dann gezockt und gescreemt Das fährt ey Lass mal bitte 50 Leute einladen Wir machen eine richtig fette Lahmparty aber Ja ne Schmeißt mal alle zusammen Dann können wir eine richtig fette Lahmparty schmeißen Er so wieder Den würde ich sogar machen Ja schatz ich Ich will mal zocken Ach ne Aufregend in die Flitterwochen Ja komm lass uns mal streamen aus dem Flugzeug machen Weil sonst gibt es keine Hochzeit Nach Hochzeit auf jeden Fall ab in die Flitterwochen Ich hab noch einen Ich hab noch einen Hast du noch einen hier? Ja ich bin gerade so Ich muss mit dem Schild drehen Sorry Nicht schlimm Ich war da gerade für da am Lesen Alles gut Das kann ich jetzt gerade nicht so Durchreisen So einmal anmachen Puh Hoffentlich braucht man auch noch nicht so lange mit den Trikots ey Leute Das muss auch noch aufgetragen, hat die keine Mikrorelle Mein Zocker Vielen Dank auch für deine Freundschaftsanfrage Wie gesagt alles nach dieser Runde nehme ich an Hast du da noch welche? Ne ich hab gar nicht Ja ich hab noch einen Weil dann starte ich jetzt mal den Anruf Was für einen Anruf? Achso den einen Anruf Ja warte dann gib mir den mal eben Und ich nehme den mit zum Dann mach ich das jetzt schon eben mit dem Spinnennetz Versuche ich Nuketown, hi auch an dich Schön dass du auch mal wieder dabei bist Ja sehr geil André Das machen wir auch mal Wir haben ja wie gesagt schon zwei Special Folgen auf unserem Kanal hochgestellt Ja Und ja wir sind auf jeden Fall für die Vorschläge immer zu haben Ich muss da durch Geh mal in den Keller Was wir so als nächstes Special Folge machen Gerne auch als Faust Köln Angeboten wurde uns auch schon nach Berlin zu reisen Da werden wir auf jeden Fall auch Genau Über mal die Special Runde draus machen Beim Steakon Ein sehr netter Zeitgenosse muss man sagen Gucken ob der Lumpen überhaupt rangeht Der pennt bestimmt wieder So wie gesagt Wir machen jetzt mal einen Anruf Bei unserem Teamkollegen Jesse Pinkman Machen wir ganz auf laut Halt mal an die Kamera Vielleicht kann man es dann besser hören Das geht zu leise Wenn der drangeht Wenn der nicht drangeht bräuchte er eh nicht drinnen Aber man sieht Ich rufe jemanden an Der elende Lumpen geht aber eh nicht drinnen Der liegt wieder mit seinem Schwabbelhintern im Bett Ja Dann rufe ich doch mal den Mikey Boy an Du hast ja gar nicht mehr Money Ja Dies ist die Mailbox Dies ist die Mailbox Ist immer perfekt Dann drauf geschissen Nimm mal den Zombie Ich geh mal eben noch schnell Den Wüsche nicht Den Wüsche nicht Gucken wo das nächste Wonderfits ist Ah Auge auf mit Habe ich jetzt davon Und dann Kann es auch gleich weiter gehen Mit Runde 45 So die sind es nicht Dann muss es wieder der Wonderfits Am Raketenstart sein Ich bin hier mit dem Ich bin noch nie gerne geflogen Hey danke mein Zocker Auf jeden Fall Vielen Dank fürs Zuschauen An der Stelle schon mal Für dein Abo natürlich auch Für deine lustige Malzare Zum unterhalten Wir sehen uns Genau bis zum nächsten Mal Komm Spinnnetz Komm jetzt endlich rein man Alles klar Hardcore Buddies Also wie gesagt Wenn wir Frei sind Können wir ja Einen parallelen Stream machen Das ist bestimmt auch Eine nette Sache Wie gesagt Erstmal gucken wie die Runde heute läuft Ja Und wie fertig ich danach bin Ansonsten steht unsere Verabredung Natürlich erstmal noch Um 19 oder um 20 Uhr Aber wenn wir bis dahin Noch mit unserem Stream beschäftigt sind Müssen wir das natürlich verschieben First Room Challenge Oder auch schon Genau auch First Room Challenge Die werden wir auf jeden Fall Auch mal die Tage in Angriff nehmen Da ist der nächste Wonderfitz oder Down 20.000 Punkte sind nichts Sollte man noch etwas länger sparen Denk ich mal 10 Mal drehen kann es ja noch Unfassbar Hier bei mir In unserer Zeit noch Raum Warte Das ist klar Ja geh oben her Da hinter dir Okay ich geh Warte Vorher hier seinen Faxen schiebt Ach nochmal schnell ein Schlückchen trinken Ach K. kein Problem brauchst es gar nicht verbessern Wir kennen das selber wenn man mal die Tasse nicht vernünftig trinken Noch besser wenn man mit dem Handy schreibt und Autokorrektur irgendwas verändert Ja Da ist immer richtig witzig Was manchmal dabei rauskommt Eselstritt noch nicht oft genug gehabt heute Genauso wie Todesdaikiri Ich glaube Ich bin jetzt für mich ausgestorben meine Freunde Das wird nichts mehr Ich werde jetzt die restlichen 46 Runden einfach mit drei Perks spielen Hüpfen stimmt André verdammt habe ich schon wieder vergessen Zuhause hüpfen Nein zuhause hüpfe ich hier nicht rum Unsere armen Nachbarn Ach Als ob uns sonst interessieren wird Wir sind natürlich vorgängliche Nachbarn Natürlich Die gerne nur mal am Wochenende ein bisschen feiern Boah dieser Todesdaikiri und Ich sag euch ganz ehrlich ne Das macht nach 100.000 Punkten die ihr da ausgegeben hast Wirklich nach der Zeit schon richtig aggressiv Da soll mal einer sagen das Abballern hier macht aggressiv Die ganzen Sachen hier rum zu sammeln Das ist echt zum Kotzen Da sind die 20.000 Punkte auch schon wieder fast weg Vorher geht der OneOffice natürlich erstmal wieder flöten Ich finde es auf jeden Fall lustig hier mal so einen Telefonjoker zu haben Probierst du noch? Ja sicher einmal geht noch Ja Zwei mal am Tag Der Tinchen gibt nicht auf Zwei mal am Tag darf man Ja die sind denn die Möglichkeit Alles klar Marvin bis später Viel Spaß! Zeit auf den Kopf! Ein Spinnennetz! Unfassbar! Und wieder weg! Also dann fühl nichts aus der Arsche bei Not und Power! Warum? Nicht nehmen! Erst wenn ich Spinnennetz drin hab... ...wenn ich mich nicht mehr so schaffst du scheiß drauf! Nein! Ich probier's natürlich immer doch wahr! Außerdem sieht das die nächsten 6... Ach genau, 56 ja auch nur noch! 4 Stunden! Das dauert jetzt immer so lange nur weil... ...ich hier die ganze Zeit auf der Suche nach dem Spinnennetz bin! Danach kann's auf jeden Fall etwas schneller weitergehen! Der Zombie ist weg! Da ist es! Unfassbar! Der Zombie ist bei dir! So! Ja! Da hab ich mein Spinnennetz nach knapp 100.000 Punkten endlich mal gezogen! Ich kill den jetzt mal nicht! Mach mal nicht! Irgendwann werde ich mir noch mal ne Bretschi holen! Aber das ist dann auch das einzige! Jetzt kannst du ruhig auch... Was? Das... Phoenix aus der Asche benutzen! Richtig! Wenn's mal hart auf hart kommt! Phoenix aus der Asche ist drin! Das sind die Dicken! Gutes aus der Asche ist drin! Gutes aus der Asche ist drin! Ich bin Dempsey! Noch seh' ich hier keinen Dicken! Aber ich hör' ihn schon! Ich hau' ihn mal direkt an! Halt' mit dem Feuerbogen schon mal ordentlich rein! ja das wäre so sehr schön das muss auch mal sein auf jeden Fall jetzt wie gesagt kümmern wir uns erst mal um die Dicken ich laufe links nach oben ich hab recht kann nicht schaden so jetzt geht's auf jeden Fall erst mal witzig weiter treffen und so laufen doch eine spinnende Granate wurde schon mal abgezogen der hängt hier in Luft um gib ihm das Auto nur, dass die anderen sich nicht treffen jetzt geht's hier erst mal ab ich hau meine Wartnerraum auch noch mal raus und hau natürlich schütteln wie ich hier meine ja komm rein, die fang jetzt an ja ja da haben wir den nächsten down jetzt geht's noch auf den letzten da haben wir den auch noch sehr schön und eine Atombombe, wie ihr seht es geht hier ordentlich zur Sache wenn mal ein paar Dicke kommen aber das macht natürlich auch Bock zwischendurch mal richtig auszurasten ja skiller vielen vielen Dank auch für dein Abo sehr nett wir erledigen sie alle und holen uns die Belohnung Hallo Leon auch an dich korrekt vom Breakdance oder da ähm wie viele Stunden wir noch brauchen wie gesagt gar keine Ahnung Dave das kann sein dass es sich bis heute Abend bis heute Nacht durchzieht es kommt immer ein bisschen darauf an wie weit wir so kommen jetzt sind wir 45 bis jetzt ist noch alles super aber ähm ja es kann natürlich auch noch 6, 7, 8, 9, 10 Stunden so weiter gehen oder es kann ganz schnell vorbei sein indem jeder von uns sich zwei Nummer Fehler reißen also genau so sieht es aus ich heiße Pascal meine Frau heißt Christina das sind auch noch mal unsere PSN Eddies falls ihr die auch noch wissen möchtet aber direkt mal etwas abgegrasen an der Stelle abgegrast grasen er fängt schon so langsam an harte Worte auch von meinem hier vielen Dank auch von dem Martin der alte Martin der alte Martin Martin McFadden hihihi oder Martin McFly ich weiß ich weiß ja alle die One 3 mal geguckt haben Martin McFadden wir sind er man schieb ich bin der Last Guy ein ein das aus dem das das ist nü nü die Anni und die Stimme schon mal aber auch immer aus dem Erlebnis und sollte man auch seit Sport investieren vor allem beim Bregen richtig ordentlich ja jonas wir gucken jetzt im moment nicht drauf gucken wir uns auch immer nach der runde an aber an dieser stelle auch noch mal ein herzliches dankeschön für die ganzen abos die heute noch dazugekommen sind vielen vielen dank und auch an die die wir uns vorher schon abonniert haben ihr seid richtig fett leute der jonas übrigens der 24 abonnent wie er uns letztens gesagt hat also kann man sehen wie langlebig auch unsere zuschauer bei uns bleiben das mich auch sehr freut sechs stunden bis runde 50 euro da ist auch auf jeden fall eine ordentliche zeit wie gesagt wir machen ja auch jetzt zwischendurch mal ein bisschen spaß und pause und haben jetzt gerade schon mal was zu essen geordert und so es geht natürlich ein bisschen schneller aber es kommt halt immer ein bisschen darauf an wie viel zeit man sich so lässt aber vier stunden bis rund 45 geht auf jeden fall noch klar wir sind morgen den ersten monat haben wir dann geschafft wir sind dann seit einem monat mit unserem kanal am start also morgen ein monatiges jubiläum und dafür leider keine spezialfolge oder sowas geplant als auf einen sonntag fällt aber wir haben ja auch die woche die zuschauerwoche ordentlich genutzt mit vielen von euch schon mal zu spielen das war auf jeden fall sehr sehr geil sehr anstrengend auch muss man auch sagen werden natürlich echt viel gezockt und unser wochen zu ihr natürlich war es auch und genau das haben wir auf jeden fall auch ordentlich gemacht ja und ich finde für den ersten monat so viele videos können sich auch auf jeden fall schon sehen lassen auf jeden fall nicht mehr weit bis 1000 abos ja wie gesagt jonas die abos sind uns in erster linie ja nicht so wichtig freut uns natürlich immer wenn ihr uns abonniert aber wir sind jetzt nicht so die spinnnetzgranaten dass ich jetzt erstmal darf ich die runde werden so langsam aggressiv Guten Tag Pascal! Hey Pascal! Hey Pascal! Auch ein Pascal! Damit kann man sicher ein paar Zähne ausschlagen. Nicht dass du dir verarscht vorkommst oder so, ich heiße auch Pascal. Also... Hi Martin! Ja wie gesagt... Hey Martin! Hey Martin! Martin! Martin McFanny! Richtig cool! Ja und natürlich immer wieder gerne Grüße auch an dich raus! Auch an den Panamera Flow! Falls ihr uns zuschaut! Genau! An den Panamera Flow auch nochmal die herzlichsten Grüße! Runde 46! Da sind wir schon mal! Ja! Eliminator Martin! Das war ja geil! Das war ja geil! Eliminator Martin! Okay SkylarTV! Also der Feuerbogen ist so... Oh sorry! Die habe ich gerade nicht gelesen! Augenmerk drauf! Aber ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, woran hapert es denn im Endeffekt? Also bei welchem Schritt? Falls wir gleich mal die Möglichkeit haben am Ende der Runde einen Zombie übrig zu lassen, können wir dir das ein wenig besser veranschaulichen, wie das mit dem... ähm ich hab Muni! mal rein! ähm wie das mit dem Feuerbogen so funktioniert die Zeit nehmen wir uns natürlich auch zwischendurch um ähm euch die Fragen sehr adäquat wie es geht zu beantworten so... so... ähm... Zuschauer ähm... für heute Abend angemeldet also falls wir uns heute Abend noch eine Runde geben ähm sind erstmal die an der Reihe das haben wir gestern schon abgesprochen ansonsten wie gesagt wir können gerne mal eine Runde zusammen zocken aber wie auch schon öfter betont und erwähnt ähm nehmt es uns nicht übel wenn wir ähm... wenn ihr ein bisschen warten müsst in letzter Zeit viele Anfragen reingekommen wir probieren natürlich jeden von euch mal mitspielen zu lassen aber der Fairness halber nehmen wir natürlich die Leute erstmal dran die jetzt schon etwas länger warten wie der Dark Blaze zum Beispiel der kommt auf jeden Fall äh ran äh... den wir warten... äh... Hi! Aaron nenn ich dich mal ähm... korrekte Sache auf jeden Fall dass der Leon äh... was erzählt... also... dir erzählt hat von uns sehr vielen herzlichen Dank auch an den Leon das natürlich dürft ihr auch gerne mal machen ähm... Freunde davon erzählen vielleicht sind ja hilfreiche Videos auch für sie dabei ähm... ja auf die Abos habe ich jetzt gar nicht geguckt ich beim letzten Mal waren es irgendwie 129 glaube ich wie gesagt die Abos zählen in uns für äh... in erster Linie nicht so sehr es freut uns natürlich aber ähm... wir sind jetzt nicht nur darauf aus unheimlich viele Abos zu bekommen wir wollen euch natürlich auch unterhalten wir spaßen und euch auch etwas von unserem Skill zeigen wo ich euch haben will vielen vielen Dank Aaron an äh... dein Kompliment sehr nett von dir ich muss mir mal chillen ich wäre hier fast eingequetscht worden Quetschen Quetschen es wird witziger meine Freunde Skillertv auch sehr nice dass du bald ein PS4 hast ja auch wie... wie ihr seht wir gucken immer dass wir dann auch zwischendurch äh... beide simultan auf die ähm... Kommentare hier eingehen da man sich auch zwischendurch mal verrennen kann wenn man liest und nicht richtig konzentriert bei der Sache ist und der an Jani falls noch nicht beantwortet danke für dein nettes Kompliment Hi the Buds! heute auch wieder dabei freut mich dich wieder zu sehen The Buds! und die dicken Batzen oder den dicken Batz wie man sehen will na na Jonas wie gesagt ich hab dir ja vorhin geschrieben ich denke dieses Wochenende wird es leider nichts mehr werden das tut mir echt leid wie gesagt wir hatten das ja eigentlich schon abgesprochen für heute Nächstes Mal machen wir eine Zeit aus genau beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall eine Zeit aus das ist dann besser wir waren heute schon relativ früh wach und haben dann gesagt ja komm wir knallen mal eine Highround zu zweit rein weil das hatten wir bis jetzt auch noch nicht und ähm wie gesagt beim letzten Mal äh beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall dann eine Zeit vereinbaren wie gesagt mir wäre es am liebsten dann mal gucken dass wir das nächstes Wochenende machen können Pferdekämpfe habe ich sowieso noch nie erlebt da ist wieder König von alles wie gesagt solche Leute dürft ihr gerne ignorieren inzwischen durch ähm kommen immer ein paar Leute mit dicken Interneteiern hier rein und gucken ähm dass sie irgendeinen Schwachsinn hier reinschreiben ich kommentiere ich kommentiere das jetzt nur einmal für die Leute die zugucken ansonsten werde ich ihn auch hart ignorieren das einfach ein hohes Mistblach ist alles klar Jonas perfekt echt korrekt von dir dass du es uns auch nicht übel nimmst ks ks kenne ich nicht sagt mir zumindest nichts ihr ne youtuber oder ein youtuber oder was ist das genau nimmst der ein season pass wir haben uns einen geholt der lohnt sich auf jeden Fall insofern dass du ein bisschen Geld einsparst du zahlst halt einmal 50 Euro für den season pass kriegst damit alle DLCs umsonst also kannst du ja ne 50 hat er glaube ich gekostet ähm kannst du ja also alle neun maps die bald noch erscheinen alle umsonst runterladen ansonsten müsstest du das halt jedes mal für 15 euro und kannst ja selber rechnen beim vierten mal wärst du dann schon über den 50 euro drüber und vier maps kommen bestimmt 100 prozent so wie man trägt kennt also wie gesagt es lohnt sich auf jeden fall für euer portemonnaie auf jeden fall für uns der marcel ist natürlich auch eingetragen wie gesagt gucken wir mal die highround am besten sind natürlich dann auch leute die sich einen tag zeit dafür nehmen weil wenn man gerade bei einer highround ist und dann nach fünf stunden auf einmal plötzlich weg muss ist natürlich auch immer sehr sehr ärgerlich das dann zu beenden an der stelle wie gesagt für nächstes wochenende marcel und jonas hier schreibe euch beiden schreibe ich auf jeden fall nach der runde mal dann können wir ja vielleicht schon mal für nächstes wochenende ein termin festmachen wo wir eine vierer highround im angriff nehmen mit euch beiden habe ich ja auch schon mal gezockt dadurch weiß ich auch dass man mit euch eine highround auf jeden fall in angriff nehmen kann mit dem anderen wie gesagt werde ich auf jeden fall auch noch zocken da allerdings wie gesagt lastet uns noch ein wenig zeit das kommt alles nach und nach nur zombies ja wie gesagt das lohnt sich auf jeden fall erst diesen pass und wie gesagt vielen dank auch an dich aber für dein abo freut uns natürlich auch ich weiß noch nicht ob ich nächstes wochenende bei der highround dabei sein werde da ich auf zweithoff nehme ich wieder eine einzelrunde starte um dann mein rekord und vanjas rekord und hoffentlich auch die 100 runden zu knacken versuche und da denke ich dann eher nicht dass ich samstag schon wieder direkt noch eine highround hinterher zu knallen würde sehr schwierig werden aber gibt auf jeden fall wieder einen neuen platz zu vergeben wie gesagt nächste woche kommt auch noch mal ein bisschen abwechslung auf unseren channel da wir uns auch noch neue spiele holen werden geht noch auf jeden fall dabei sein da seid auch schon mal gespannt drauf wie gesagt ich kann sie jeden von euch mal ans herz legen mit der netten dame hier links neben mir mal eine runde zu zocken da könnt ihr euch auf jeden fall die zähne dran ausbeißen meine ganzen kollegen haben es schon versucht bis jetzt außer sie hat natürlich einen richtig miesen tag so gut wie ungeschlagen das ist schon witzig wenn gestandene männer hier sitzen voll bärtige männer noch nie gegen wen verloren haben keine chance in need for speed haben sehr sehr mutig so da ist das schild mal wieder dauernd was soll der geil zum mons halt neu ist vielen dank sage ich jetzt einfach mal für christina an dich Marcel was denn würde mich freuen wenn es mit deiner frau ist die ist ziemlich gut nächste runde mit der nächste woche mit der highround wie gesagt wir gucken immer dass wir uns die zeit nehmen aber wenn sie jetzt nächste woche eine highround alleine macht dann wird es natürlich an dem darauf folgenden tag schwierig werden direkt noch eine highround hinterher zu knallen aber nichts ist unmöglich wir gucken erstmal die zeit auf sich zukommen lassen ähm skiller nein wir machen die anderen bögen jetzt nicht mehr wir benötigen nur diese beiden bögen für die highround deswegen haben wir uns auf blitz und feuerbogen auf jeden fall spezialisiert wir wollten den skiller übrigens noch zeigen wie das mit dem feuerbogen funktioniert also wir gucken gleich mal dass wir einen übrig lassen dann können wir dir die einzelnen schritte auf jeden fall besser erklären ihr Fleischmatten wollt wohl auf Torfüllung gehen ja das auf jeden fall sehe ich auch immer sehr gerne slimeplay hd so zwischendurch gibt es hier auf jeden fall auch leute die sich miteinander connecten und miteinander zocken finde ich eine sehr sehr schöne sache auf jeden fall also falls irgendwer bock hat edit den slimeplay hd dann könnt ihr euch ja zwischendurch hier noch eine runde zombies geben so eine sekunde jonas hast du gesehen ich hab da jetzt schon wieder ein bisschen waschen gemacht ähm so bei z und g sind wir im moment mit vier leuten das sind einmal meine frau und ich unsere namen wie gesagt hier auch noch mal zu sehen dann ein kollege ähm marcel heißt der im richtigen leben ich nenne ihn immer jesse ist so sein spitzname ähm und ja ähm er heißt king jesse pinkman ähm bei ähm PSN also das k das j und das p groß geschrieben alles zusammen und unser kollege wische 89 ähm sein deutscher name Alexander oder sein russischer name Sascha oder Sanja wie auch immer ähm wir vier bilden auf jeden fall die ZUG Army ja genau die beiden im moment nicht so aktiv aber das wird auch noch schon hoffen wir sehr schön sehr schön dass auch du wieder da bist ja freut uns ähm ich hab Dead Ops 2 noch nicht gespielt aber ich wurde jetzt auch schon öfter danach gefragt das sind ja Automaten also die aus der Kugel Perspektive ach so ach so ich hab's Dead Ops 1 gezockt das fand ich jetzt nicht so cool aber ich hab letztens meiner Frau dabei zugesehen wie sie hier in Dead Ops 2 Modus gespielt hat also sind echt witzige Features dabei auf jeden fall auch dass man mal so aus der Vogel Perspektive rauskommt und dann sag ich mal für einen kurzen Moment wieder in die Egenshooter Perspektive switchen kann also echt cool gemacht auf jeden fall werde ich mir vielleicht auch mal geben aber im Moment halt wie gesagt wir hängen so krass daran eine Runde rüber zu machen deswegen probieren wir es heute mal zu zweit noch schwieriger als alleine außer dass man öfter sterben darf aber ansonsten ansonsten ist halt der Nachhalt dass die Runden halt viel viel länger dauern jetzt liegt sehr unvorteil nach dem Tuch in der Runde rum nimm und mach direkt wieder weg ne ist gerade sehr schlecht ok zwischendurch glaube ich da so bescheuert ich kann manchmal richtig ins Auge gehen was ich da mache aber ich hoffe meine Omi erlöst mich gleich von meinem echt quälenden Hunger unfassbar unfassbar ja genau Jonas also Jonas auch ein sehr guter Spieler müssen wir an der Stelle auch auf jeden fall mal sagen wie schon gerade erwähnt das freut mich auf jeden fall zu sehen dass ihr euch hier untereinander addet finde ich eine sehr sehr schöne Sache auch dazu soll unser Livestream dienen auch dazu soll unser Livestream dienen auch dazu soll unser Livestream dienen um die Community ein bisschen miteinander zu bedecken eine PS3-Skiller haben wir bald auch wieder ist im Moment noch verliegen aber GTA 5 haben wir leider nicht aber GTA 5 werden wir uns auch für die PS4 holen dann könnte mal wieder Muni kommen für mich ja dann könnte mal wieder Muni kommen für mich dann könnte mal wieder Muni kommen für mich ja ähm Mitspieler mit uns mit mir meiner Frau ähm dem Jonas das Easter Egg gemacht unfassbar geile Folge wie gesagt guckt es euch mal ich kann nur jedem empfehlen wenn ihr was witzige sehen wollt zieht euch die Spezialfolge vom letzten Wochenende rein beide sehr sehr witzig da mit etwas Alkohol am zocken dort gehe ich auch wenig auf Danny ein genau da ein bisschen krabatzig war aber die kleine Christina aber das muss natürlich auch mal sein kann nämlich auch anders so ich hab grad keinen mehr aha ich hab noch einige ja ich hab ja auch jetzt grad kommen noch ein paar neu ich hab jetzt noch drei das ist auch schwierig jetzt einen übrig zu lassen ja ja ok hier kommen jetzt so da komplett neu grad mal einmal komplett alles weg ja du kennst ja ne mhm nur damit wir gleich ähm dem Dave ich glaub der Dave aus ne ne ich glaub SkillTV 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 Skiller genau wie auch immer irgendwer wollte gerade etwas über den Feuerbogen erfahren das können wir gleich auch mal machen das können wir gleich auch in der Hunde auch mal machen ihr seid genau da wo ich euch haben will ok ihr Hirndrümmer bringen wir es hinter uns kommt her ihr seht es geht jetzt schon allmählich der fünften stunde entgegen ich brauche etwas zu essen ich brauche etwas zu essen liebe Omi falls du zuschaust hau rein jetzt habe ich nur noch einen Hund hier jetzt habe ich nichts mehr hier ja ich hab noch zwei warte 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 dann muss ich gleich mal kurz spalten ich schmeiß mal eben meine spinnende Trenat weg nein 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 eine Sekunde ich bin sofort da ja ich glaube mit der Dingung kann ich jetzt nimm dir mal gleich einen davon weg Moment ich komm jetzt hier so gelaufen ja und so jetzt kill ich die beiden erstmal und nehme ich den ab ich hab schon keine Spinnnetzvanaten mehr mal umwitzig machen dann kannst du das ach so ja du musst ich muss das ja zeigen mit dem Feuerbogen so ich hoffe du hast deine Spinnnetzgranaten auch weggeworfen ja sehr gut so an wen auch immer ich glaube es war Skilla oder Dave der gerade eine Frage zum Feuerbogen hatte ich erkläre es jetzt mal vom Anfang also wenn ihr den normalen Standardbogen habt bekommt ihr den Pfeil von eurem Blitzbogen hier raus da müsst ihr mit dem Standardbogen drauf schießen dann öffnet sich die Wand könnt ihr den Pfeil nehmen anschließend geht es direkt für euch runter zum Raketenstart da geh ich jetzt auch mal hin dann wartet ihr ja ich wollte nur mal fragen wie aussieht dann wartet ihr hier beim Raketenstart bis der Raketenstart erfolgt kannst du das nicht wieder aufschauen geht dann hier unten rein die Schleuse schließt sich anschließend wenn die Schleuse wieder geöffnet ist rutscht ihr so schnell wie es geht bis hier hin bis vor diesen LKW haltet den Pfeil geladen und dann gibt es hier einen roten Kometen den seht ihr dann wartet darauf bis die Lava so ein bisschen aus dem Stein läuft und anschließend könnt ihr dann in die Mitte des Kometen schießen der fliegt dann nach oben und anschließend müsst ihr drei Kreise aus der Luft treffen der erste Kreis befindet sich hier hier unten rechts müsst ihr den dann aus der Luft treffen die anderen beiden Kreise zeige ich dann auch nochmal eben Hi auch an den Käpt'n Hi Käpt'n Der nächste Kreis wäre aus diesem Sprung hier direkt den seht ihr hier auch noch auf dem Boden und der andere Kreis wäre aus diesem Sprung Hast du unten den Stein gezeigt auch? Ja aus diesem Sprung der befindet sich dann da in der Mitte so wenn ihr die drei Kreise getroffen habt müsst ihr die drei Kreise mit Zombies füttern anschließend wenn alle drei Kreise fertig sind geht ihr wieder zurück in den Glockenturm zeige ich auch mal ganz kurz lasst das Rad hier drehen und dann wird euch hier ein Symbol angezeigt bei meiner Frau war es heute das Kreuz das Kreuz wäre jetzt Samanthas Raum da müsst ihr eure Vulkane hinschießen einer der drei Kreise geht dann wieder an leuchtet dann wieder rot auf der von Kreuz ist hier unten wo ich jetzt hingehe anschließend stellt ihr euch halt in den flammenden Kreis rein schießt auf diese Tesla Spule da geht dann ein ein Vulkan hin dann müsst ihr euch immer in den Vulkan stellen und genau wenn euer Bildschirm so rot aufleuchtet dann steht ihr direkt an dem Vulkan und immer in Richtung des Kamins schießen von hier wäre es jetzt so in diese Richtung wenn der Vulkan dann dort hinten ist eine Sekunde zeige ich auch nochmal eben dann könnt ihr dann von hier in dieses Fenster rein schießen und anschließend von hier in den Vulkan rein der leuchtet dann rot auf den könnt ihr dann mit Viereck betätigen dann kommt oben auf dem Dach eine Supernova die müsst ihr dann auch mit Viereck betätigen da bekommt ihr dann den letzten Pfeil den könnt ihr unten in die Futterstelle stecken und den dann noch füttern und anschließend erhaltet ihr euren ultimativen Feuerbogen dann kannst du mir immer ja sehr witzig auf jeden Fall Marvin wie gesagt wir geben uns allergrößte Mühe es läuft ja auch nicht weg falls wir heute die Highround noch nicht in Angriff nehmen zu viert wird sich auch noch ein anderer Tag finden lassen nächste Woche müssen muss ich ja auch noch eine Highround zocken mit zwei Zuschauern auf jeden Fall mit euch werde ich auch auf jeden Fall noch eine Highround zocken wie gesagt das hatte ich euch ja auch anfangs geschrieben nehmt es uns auch nicht übel wenn es mal etwas dauert wir geben uns natürlich allergrößte Mühe um 19, 20 Uhr mit einer Highround anzufangen ist natürlich auch eher suboptimal aber das hätten wir natürlich auch gemacht wenn wir die Runde hier verkacken dann machen wir das auch auf jeden Fall wir stehen auf jeden Fall zu unserem Wort aber wenn wir es weiter schaffen dann wird es natürlich nichts zumindest heute nicht und dann verschieben wir es einfach nur so ich habe den Zombie jetzt gerade ich weiß nicht was meine Frau da gerade macht ja, so dauert noch was für uns oha, das Essen dauert noch jeden Tag fast Skinner, ja, so gut wie jeden Tag wir werden in der Zukunft vielleicht auch mal zwischendurch so den ein oder anderen Tag Pause machen aber ansonsten streamen wir eigentlich immer jeden Tag und ich gehe eben auch schnell kürzen so und meine Frau eine ganz kurze Toilettenpause anschließend hat sie mir dann auch noch eben schnell zwei Toast gemacht damit mein Magen nicht allzu sehr knurrt knall ich mir die dann auch noch eben rein und dann geht es wieder ab in die nächste Runde in der Zeit könnte ich eigentlich schon mal probieren mir eine Bretschi zu ziehen aber ob ich jetzt gerade echt Körkel und Lust brauche an der Stelle auf jeden Fall ein sehr sehr fettes und großes und dickes Dankeschön an alle die bis jetzt zugucken unfassbar wieder knapp 5 Stunden dabei richtig richtig korrekt von euch Tracy, auch schön, dass du wieder da bist freut uns immer sehr Nein, wir haben kein Instagram wir haben eine Facebook-Seite auch ZOG Zocker ohne Grenzen da schreibe ich auch meistens, wann wir streamen jetzt in letzter Zeit, da im Moment noch nicht allzu viel Aktivität ist habe ich es in letzter Zeit noch nicht allzu oft gemacht aber dazu sollte es irgendwann mal gehen Servus Niklas Nein, der Livestream ist noch nicht zu Ende siehst du ja, ich bin noch live im Bild, oder nicht? Ich warte nur gerade, wie gesagt, ich habe heute noch überhaupt gar nichts gegessen Hi Orlando, auch schön dich wieder dabei zu haben ich hoffe, du nimmst mir den Zombie dann auch gleich eben kurz ab Ja Ja Ja, würdig, aber ich kann jetzt hier leider gerade nicht weg Ja, kein Problem Ja, müssen wir drücken Ne, geht nur leider nicht Jo, ciao Tracy, nein, wir haben keine bestimmte Uhrzeit wir streamen immer dann, wenn wir gerade Lust darauf haben in der Woche meistens ab 18, 19 Uhr Am Wochenende probieren wir natürlich immer etwas früher auch zu stehen damit wir, wie gesagt, hier so eine High-Round in Angriff nehmen können Ihr seht ja, die dauert schon ganz schön lange Ähm, ansonsten, wie gesagt, haben wir keine bestimmten Uhrzeiten Wow! Der Tisch ist bietig klein Gibt euch Instagram Für den Skiller So, ich bring den Zombie jetzt schon mal zu dir Ja, jetzt komm's auf Wie gesagt, eine ganz ganz kurze Pause, damit ich mir wenigstens mal eben zwei Toast in den Wands tauchen kann Ja, ich hab' den Na ja, ich geh' hier nicht weg Wann mal So, eben schnell zwei Toast futtern Da ist wieder der nächste Hater ohne Hate kein Fame im gegensatz zu dir mein freund und habe ich einen festen job ist ja auch nicht so dass wir wochenende haben so dass man sich zocken gönnt selbst in der woche auslösen auslösen mutter künftige schießen ich habe auch schon extra für euch freunde Was ist eine Frechheit? Vielen Dank! Jo, Dankeschön! Ist das Tracy oder ist das... Trexy! Hahaha! Hier ist der geile Typ! Das ist bestimmt auch der Sohn vom... Hi Virus! Auch schön dich wieder dabei zu haben! Nee, COC sagt mir jetzt nichts, GILA TV! Jo, Austria, wie du siehst... Bei uns geht's auch rasant voran! Wochenende ist immer schön! Nächste Woche eine sehr kurze Arbeitswoche! Zum Glück! Und ein langes Wochenende! Alles klar, Trexy! Ja, ich weiß auch nicht, warum ist das immer so? Sorry! Mein Mann, der findet gerne auch meine eigene Wörter! Oder Namen, also... Mach dir nichts draus! Inspirationell veranlagt! Dieses Wort ist einfach viel zu geil! OC California! Meine Frau ist gelernte Büro-Kauffrau! In der Disposition! Ich habe jetzt genau eher in der Dispo gearbeitet! Ich bin Industriekaufmann! Also noch nicht ganz! Ich bin jetzt im letzten Ausbildungsjahr! Hi Kashiro! Ich habe jetzt im Mai Prüfung! Dann bin ich Industriekaufmann! Aber krieg ich schon hin! Wenn ich mal zwischendurch ein bisschen lerne! Ja, kennengelernt haben wir uns im Fachabi! Ja, beim Fachabi! Und sie ist dann schon mal in der Schule geflogen! Haha! Da war sie mir direkt sympathisch, hör mal! Da habe ich gedacht, alter Schwede, richtige Gangsterbraut! Erstmal beim Fachabi von der Schule fliegen! Ja, man könnte sich auch auswachsen! Hi, auch mein Zocker wieder an dich! Wie gesagt, wir rauchen jetzt noch eben ganz kurz... Rauchst du noch? Nö! Ja, dann rauche ich jetzt noch eben kurz und dann machen wir weiter! Ist das denn wahr? Ja! Und man sieht, trotzdem ist was aus mir geworden! Ausbildungstechnisch und arbeitstechnisch! Scheiß Matriera! Ich hoffe, das hast du gerade schon mal gefragt! Genau! Ich hoffe, ähm... Nee, kann auch dir einmal anders! Hi Christian! Wie gesagt, gar kein Problem! Ich bin 26, meine Frau ist 24 noch! Also sie wird nächsten Monat, macht sie das vierten Jahrhundert voll! Hey, komm her! Ich Gartenschwein! Ich glaube, du meinst nicht mich! Glaube ich zumindest! Wenn ja, kein Problem! Garten ist immer cool! Wir haben allen ja! Traxie, sehr schön! Freut uns auch auf jeden Fall! Herzlichen Glückwunsch an dich, Skilla! mein gesang erspare ich dir jetzt war die worte herzlichen glückwunsch und alles gut wie alt bist du denn geworden genau wenn du das erwähnen magst es gibt ja manche leute die reden nicht so gerne über das alter man altert nicht man reift man gärt auch in manchen situationen ja knallige 13 sehr schön ja austria wie gesagt es gibt halt manche lehrer die bauen einem gerne mal so steine in den weg also ich bin von meinem fachabi bin ich auch von der schule geflogen aber das habe ich gekonnt aber und hat beim fachabi habe ich dann irgendwann mal ernst genommen irgendwann mal ja kashiro es macht uns spaß zu streamen sonst würden wir es ja nicht machen also von mir aus kannst du weiter geht's mit runde 48 kashiro erinnert mich weiß nicht warum aber an tageshi's castle nein also ich zumindest nicht weiß nicht wie es bei dir ist wir sind in dieser youtube welt auch noch nicht allzu lange zu hause wir wie gesagt gibt es jetzt noch nicht allzu lange und vorher hatten wir mit diesem ganzen youtube ding auch noch überhaupt gar nichts zu tun ich bin mein teil habe ich auch schon in einigen folgen vorher schon mal erwähnt ich konnte bis vor ein paar wochen dieses baby beauty ist auch noch nicht das machen wir auch völlig neu also lieblings youtuber youtuber denn also nicht weg ist schon habe ich mal ein paar mal gesehen aber auch sehr gut austria auf jeden fall war einfach den direkter umklatschen es gibt halt viele leute die meinen weil die überein stehen aber das kennt man ja auch aus der arbeitswelt müssen die den dicken raushängen lassen so ist es halt bei der auch pferdekämpfer habe ich sowieso noch nie erlebt okay mein zocker also täglich oder jetzt nur heute macht es nur auch da gerne kannst du uns mal deinen twitch-account nennen schauen wir dann auch mal bei gelegenheit vorbei bei twitch haben wir uns auch schon angemeldet jedoch kann ich mich noch nicht so richtig damit anfreunden wenn ich ehrlich bin hallo it's nice freut mich dass auch du wieder da bist der nico der nico der gegenstack ok virus ist auch ein ne virus hat das glaube ich zu diesen typen da geschrieben gerade noch kommentiert zwei mädchen haben sich gar nicht drauf eingegangen wie gesagt ich ignoriere solche leute immer sehr gerne ich weiß es gerade nicht mehr wie er heißt ich habe seinen namen auch direkt so ein mädchen im stream wir haben direkt aus meinem hirn gelöscht was heißt mit kashiro ja wie gesagt nico nico sehr gut wie gesagt gucken wir vielleicht auch mal vorbei im Moment halt selber immer sehr beschäftigt mit unseren streams na genau der Räder hatte was gerade noch geschrieben wie gesagt ähm solche leute die ähm sowas schreiben oder hier nur auf Stunk aus sind nach der Zeit ähm wie gesagt ignoriere ich das einfach zwischendurch kommentiere ich es auch mal wenn ich gerade lust die Zeit dazu habe aber meistens sind da sowieso irgendwelche hirnlosen ähm pubertären Entlagen von daher äh brauche ich das nicht immer kommentieren sie sprechen schon selber für ihre abnorme Peinlichkeit da genau das ist das was der Virus gerade meinte also Virus ist auf jeden Fall korrekt auch schon bei mir auf der Freundesliste Far Cry Primal oder wie das da ausgesprochen wird weiß ich noch nicht also ich habe es mal ich glaube in dem zweiten oder dritten Teil auf PC gezockt fand ich schon geil der neue soll ja auch richtig gut sein aber als erstes jetzt Nick for Speed und GTA 5 auf Wunsch auch meiner Zuschauer unserer Zuschauer Verzeihung ich nehm dir da nicht übel wir wollen mal kommt schon Leute wie wärs mit ein bisschen persönlichen Freien voll schade dass ich eure tollen oder auch äh ja wir wohnen in Essen kommentare mitkriege der wunderschönen Stadt Essen aus dem Ruhrpott-Hömer auch eine sehr häufig gestellte Frage kein Problem kann ich nachbeziehen das muss ein echter Schock für euch sein ja auf jeden Fall damit ähm will also Pablo damit will EA euch natürlich auch auf ähm deren Server binden ähm dass man da nur online zocken kann finde ich auch ein bisschen schwachsinnig aber EA hat natürlich eine ganz clevere ähm Marketing Abteilung die dann äh immer probiert so viel wie möglich auf ihren Servern halt laufen zu lassen solange die keine Serverprobleme haben ist mir das eigentlich recht egal ja wie gesagt Skiller keine Ahnung also ich sehs jetzt nicht wirklich Twitch oder Youtube als Geschäft die Frage auch schon öfter äh gewesen ob wir damit Geld verdienen nein wie gesagt das ist ein Hobby wenn man damit mal Geld verdienen kann klar nimmt man's bestimmt mal mit aber das ist halt immer so eine Sache guckt dass ihr etwas vernünftiges lernt wenn ihr vernünftige Ausbildung macht dann ähm braucht ihr euch nicht auf sowas wie Youtube zu beschränken das wäre auf jeden Fall nicht Sinn und Zweck meinen Lebensunterhalt mit äh Streams zu verdienen alles klar Max vielen Dank fürs Zuschauen bis später viel Spaß beim Zocken tja ich hab schon wieder kein Schild mehr ja es gibt's ja boah bei mir leckt's grad das ist natürlich nicht so schön fängt sich wieder ja echtes Wetter ja Traci da halte ich nicht viel von auf jeden Fall nicht ich würd meiner Tochter was anderes erzählen abgesehen davon dürfen sie sich dann nicht wundern wenn sie ab angegratscht werden sind ja immer am rumholen wollen erwachsen sein aber benimm sich dann doch noch wie ein Kind und heutzutage echt schwierig auseinandersetzen wie alle die Perlen so sind ähm mein Zocker ja wir versuchen so gut wie es geht jeden Tag zu zocken aber wie gesagt jetzt in ähm der letzten Zeit ging's natürlich ähm da ich diese Woche einen Krankenschein hatte hab ich auch mal nachdem es mir wieder etwas besser ging ähm wieder gestreamt aber wenn wir jetzt natürlich arbeiten sind und die Woche dann wird's natürlich etwas schwieriger werden aber wir geben uns natürlich Mühe so gut wie jeden Tag etwas Neues zu bringen alles klar Austria wie gesagt wir ähm bestellen die Gamescom Karten auch nächste Woche auf jeden Fall sagt mir nur gerne an welchem Tag ihr da seid ja der Austria ist ja jeden Tag da mit seinem Mann ah ok NoHand Hi auch an dich an der Stelle auch nochmal ein wenig Werbung für uns selber ähm falls ihr das erste Mal dabei seid schaut euch unseren YouTube Channel an ZOG Zocker ohne Grenzen lasst uns gerne ein Abo da wenn ihr Lust habt natürlich nichts verpflichten ist oder unsere Facebook Seite mit dem gleichen Namen ZOG Zocker ohne Grenzen so und wird uns natürlich sehr freuen so TREXY wir kommen aus Essen habe ich gerade schon mal beantwortet aber für dich auch nochmal gerne ja Pablo auf jeden Fall sehr sehr viele das Witzige ist immer die ganzen Perlen die sich so extrem hart schminken Typen sind auch nicht anders so die wollen immer ein Barbie Püppchen haben und natürlich eine Porno Queen im Bett und hast mich gesehen aber natürlich am besten auch noch eine Jungfrau und all solche Sachen auf jeden Fall sehr witzig was manche Typen sich so denken vielen vielen Dank auch an dich Kashiro Kashiro ja man Skilla du suchst eine Freundin danke dir dann solltest du auf jeden Fall mal in der richtigen Welt nachfragen hey mit 13 lass dir mal Zeit ja du Niko du kamst aus Köln wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe wirklich Skilla glaub mir du musst deinen Blutdruck nicht ja jetzt schon hoch die kommen schon von ganz alleine das ist mal eine sehr sehr interessante Frage im Moment ja sind wir Dortmund und Schalke passt perfekt zusammen genau so sehe ich das auch Marcel aber simpatico wie gesagt die Mädels heutzutage legen auch die Typen heutzutage legen ganz ganz oft viel zu wenig Wert auf vernünftige Charaktereigenschaften wie gesagt Barbie Püppchen muss halt direkt von vorne mal sein das sehen wir auch bei vielen von unseren Kollegen am besten und am liebsten ein Barbie Püppchen und diese alte Geschichte so das Mann Frau Verhältnis am besten ne perfekte Hausfrau und ne perfekte Porno Queen im Bett wenn ihr ein wenig Erziehung genossen habt dann ist euer Weltbild auf jeden Fall nicht so der Marcel der hat es schon erkannt oh Bremen ja diese Saison ja nicht so wo so gut so gut momentan aber hatten auch einige Probleme sehr gut Bayern-Fan ja Tio komplett würde ich sagen aber ich bin muss dazu auch sagen ein neutraler Bruder-Schwester das habe ich auch noch nie gehört ich meine du kannst es ja nicht wissen aber Bruder-Schwester ich glaub nicht dass wir irgendwie miteinander verwandt aussehen wenn man ihn sieht ja wie gesagt wir sind verlobt das ist meine Frau aber sehr cool ja man kann ja mal fragen ob wir zusammen Kinder haben wollen natürlich drei Minimum ganze Fußball-Matschaft machen wir vorher mal dann soll Bayern sich warm anziehen fc essen fc essen alt essen ich hab genug von dir oder von ja war ja da hast du auf jeden Fall recht bis Runde Kammerbund bis Runde 100 ist noch ein langer Weg wir geben uns natürlich wieder Ah Pablo ja Stuttgart ist es auch ne aber mein Gott jeder hat mal schlechte Zeiten ich bin sowieso ein sehr neutraler Fußballfan ich kann auch damit leben und mal selber sagen dass Schalke einfach mal scheiße ist oder war oder gespielt hat wie auch immer oder unverdient gewonnen haben Sie seht's ja jetzt gerade nicht Hä? Nein Schalke diese Saison auf jeden Fall leider etwas schlecht ich bin jetzt auch nicht so unbedingt der typische Dortmund Fan muss ich sagen also ich bin jetzt nicht ähm Schalke so krass verfeindet dass ich mir die Spiele nicht neutral angucken kann und als neutraler Fußballfan sagen kann hör mal zu Schalke hat gut gespielt natürlich bin ich Dortmund Fan und auch Essen Fan ja man kocht sich schon mal ja muss auch mal sein aber man sollte nicht zu viel in einen Sport rein interpretieren es gibt ja Menschen wir haben zum Beispiel einen Kollegen an dieser Stelle auch mal schöne Grüße an Koma der ist so krass der Junge der packt keine blauen Gegenstände an wie kann ja wo wo kommt denn so eine Fehlbildung her also ist der ja auch gar keine Schlümpfe das ist einfach viel zu krass aber ganz ehrlich ja man kann's auch übertreiben der ist sogar so krass der benutzt nur schwarze Kulis auch Kulis die blau schreiben gehen bei dem nicht also der das ist schon sehr freaky auf jeden Fall nein Kashiro gar kein Problem wie gesagt du kannst es ja nicht wissen das nehmen wir dir nicht übel auf jeden Fall auch mal schön immer zwischendurch andere Fragen gestellt zu kriegen it's nice ja wie dein Name schon sagt it's nice I like my Jun Hi Dennis Ayo Dennis ja und das wird den Bayern-Fans NoHand ja immer nachgesagt dieses dieser Erfolgs-Fan man muss natürlich leider sagen Bayern spielt in der Bundesliga den besten Fußball also leider natürlich weil ich jetzt Dortmund-Fan bin aber es ist natürlich auch sehr sehr gut für deutschen Fußball dass wir so eine extrem gute Mannschaft haben in der Bundesliga und da muss man auch mal voller Respekt sagen sie spielen einen richtig richtig guten Fußball haben richtig coole Leute dabei und das muss man einfach so anerkennen auch wenn man Fan von einer anderen Mannschaft ist muss man ja nicht dem anderen immer direkt so neidisch entgegenblicken neue Folgen produzieren ich weiß jetzt gerade nicht genau wovon du redest Pablo vielleicht habe ich wieder irgendwas nicht mitbekommen ich kriege sowieso leider nicht jedes Kommentar mit ich kriege sowieso leider nicht jedes Kommentar mit ja danke Traxie auch für deinen Kommentar Traxie Traxie nicht ich hab doch Traxie gesagt ja ja ich geb mir doch Mühe du lügst du lügst Lügnerei Lügnen tust du, das bist du ja Spanien hat auf jeden Fall richtig gute Mannschaften ja auf jeden Fall Real und Barca und auch Atletico in letzter Zeit auf jeden Fall sehr ganz langsam abgehen ja Spanien spielen ja auch die beiden besten Fußballer muss man ja auch neidlos anerkennen Messi und Ronaldo ja da gibt euch auf jeden Fall mal die Tustiano Blu-Ray das wäre auf jeden Fall mal eine coole Sache wenn Takeshi's Castle wieder kommen würde ja man habe ich früher sehr hart gefeiert Schökelo ja Reus und Aubameyang ich habe letztens gelesen Real würde Aubameyang für 100 Millionen kaufen da habe ich direkt zu meinen Kollegen gesagt weg mit denen kein Spieler ist 100 Millionen wert vor allen Dingen auch nicht an Aubameyang und für 100 Millionen kann man sich so viele gute Nachwuchsspieler kaufen das ist der Typ auf jeden Fall nicht wert auch wenn er sich in der letzten Zeit verbessert hat ähm ja heute spielen auf jeden Fall welche Dortmund spielt als morgen deswegen hat sich das leider nur ja Kashiro da sind wir auch ganz gut da haben wir auch noch keine High-Round gemacht Shadows of Evil aber ähm die Map kennen wir natürlich auch sehr gut haben wir bevor Eisendrache kam auch sehr krass tot gesüchtelt ja also No-Hand da ist jetzt so eine Frage also ich bin nicht so unbedingt der Leymar-Fan wenn man mich fragen würde wen ich jetzt so als besten Fußballer ansehen würde da gibt es ja auch immer so ganz hitzige Diskussionen von Christiano oder Messi Christiano ist mir ähm persönlich sympathischer auch wenn er auf dem Platz immer sehr arrogant wirkt ist er im wirklichen Leben echt King Norkel duften Kerlchen immer so ähm hat auf jeden Fall die richtige Lebenseinstellung ob er sich um seinen Sohn kümmert und so weiter alles richtig top da kann man auf jeden Fall mal sagen könnt euch die Doku oder den Film Christiano CR7 wie auch immer könnt ihr euch mal geben das ist richtig gut ähm der bessere Fußballer für mich ansehnlicher ist eigentlich Messi weil es bei ihm genau weil es bei ihm einfach ein bisschen eleganter aussieht die krassere Maschine allerdings ist auf jeden Fall Christiano meiner Meinung nach die kann man gar nicht so vergleichen sie traint sie traint unten beim Doppelschuss und ihr seht es klappt sehr gut ich hab schon drei Downs sie erst ein obwohl ich hier oben bin im Train aber ich muss auch sagen mit dem Feuerbogen da kommt man schon besser zurecht als mit dem Blitzbogen meine High-Rounds sind ja auch mit dem Feuerbogen gewesen ja zumindest wenn man eingeengt wird auf jeden Fall sehr gut Vorteil so an sich schieße ich grad viel mit der High-Maker Hochofen-Uni rum ja aber man kann sich mit dem Feuerbogen da hat sie schon recht auf jeden Fall besser den Weg frei ballern in höheren Runden früher äh vorher auch schon sehr oft gefragt ähm Moment eine Sekunde bevor ich weiter rede zeig mal was ihr könnt ja auf jeden Fall sehr krass 100-200 Spieler müssen mal ist ja kaum zu glauben musst du mal sagen ähm wie dein Name ist weil 209 ist ja hier der Rekord welche deine Lieblingsmannschaft außer Dortmund ist? ähm außer Dortmund meine Lieblingsmannschaft äh Real Madrid jahrelang schon auch bevor Cristiano da gespielt hat als es vorher noch ähm Roberto Carlos gab und sowas fand ich äh Real schon immer richtig richtig cool klar ist man dann auch äh zwischendurch mal ähm auf Barca gestoßen alleine schon wegen Messi und jetzt Melmar und die ganzen anderen Leute die da spielen und äh Xavi und Iniesta und sowas aber ähm eigentlich bin ich dann doch eher ähm ähm Real Sympathisant auf jeden Fall ich mag den englischen Fußball sehr natürlich Real auch aber ganz ganz lange Zeit Menuh aber sind leider echt nicht mehr das was sie mal waren aber trotzdem Menuh Fan immer noch ich weiß jetzt nicht was da oben stand ich mag Ronaldo nicht wirklich lieber Messi oder Reus ja Reus muss ich sagen ähm ähm natürlich schön ihn in Dortmund zu haben ein genialer Fußballer seit den ganzen Verletzungen muss ich allerdings sagen ist er ähm immer schlechter will ich jetzt nicht unbedingt sagen aber immer vorsichtiger geworden ähm geht auf jeden Fall nicht mehr so hart in die Zweikämpfe rein steht viel zu oft im Abseits der Junge viel viel zu oft im Abseits fast jeder äh Pass den er bekommt wenn er mal vorne winkt ist eine Art Abseitsposition da weiß ich nicht was der da macht diese Saison aber ich finde auch ich glaub das belastet mich den Spieler auch sehr oder blockiert ein Ja Spieler ähm coole Sache auf jeden Fall dass du das schreibst aber das glaub ich jetzt erstmal nicht an der Stelle wie gesagt der Weltrekord liegt hier bei 209 Runden wäre natürlich krass wenn du jetzt der Typ bist der hier den Weltrekord erhält aber ja auf jeden Fall ist sie gut wie gesagt sie hat auch eine höhere Highround als ich ihre Highround liegt bei 80 und meine bei 76 vielen Dank an der Stelle übrigens vielen Dank an der Stelle übrigens ich setz mal meine Ragnarok ein die ich einfach die ganze Zeit vergesse ich benutze sie auch die ganze Zeit nicht die ganze Blut abzuwaschen ich bin kein Kauknochen wir sind jetzt schon in der fünften Stunde also Runde äh 100 sehr heftig zu erreichen zu zweit auch ähm das gehälte auf Götze fand ich völlig unbegründet man muss immer ähm das aus einer neutralen Sicht sehen finde ich zumindest nicht aus dieser albernen Fanposition die Jungs die da auf dem Platz stehen und denen ihr so zahlreich zuguckt verdienen damit ihr Geld und ähm ihr Lebensunterhalt besteht daraus das beste Angebot in Anspruch zu nehmen und Bayern hat nun mal die meiste Kohle das muss man leider so sagen kann bessere Verträge ähm stellen und ist auch so immer in der Champions League vertreten und so weiter und so weiter also warum sollte ein Profi wenn ihr jetzt selber Profis seid und man sagt euch hör mal zu anstatt ähm anstatt eine Million im Jahr verdienst du jetzt pro verdienst du jetzt äh 6 Millionen im Jahr und dann möchte ich mal einen sehen der sagt mehr gehe ich nicht also finde ich total schwachsinnig ganz ehrlich jeder soll in der Zeit die er Profi sein kann in diesem Leistungssport gucken dass er das beste und äh größte Geld für sich da rausholt voll schwachsinnig woher ich komm ich komm ich mach das 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 also dieses grob gehäte finde ich alles total schwachsinnig genau nur Händs Spieler sind Menschen Laben und dazu muss ich auch sagen Götze hat's im Gegensatz zum Schein viel viel besser gemacht dem ähm alten Juden, der ist wenigstens noch eine Saison geblieben, obwohl er schon die ganze Zeit Angebote hatte, also mal ganz ehrlich, ist er noch eine Saison geblieben und hat gesagt, weil Dortmund mich so groß gemacht hat, bleibe ich noch ein Jahr, sie spielen jetzt Champions League und so weiter und da will ich auf jeden Fall noch eine Saison stützende Kraft sein und Schahen ist einfach nach Real gegangen und hat auf Dortmund geschissen und den feiern die Leute jetzt wieder, also sowas kann ich echt nicht nachvollziehen Spring? Ja Abgesehen davon Ja, du kannst auch mitspielen, allerdings nicht mehr heute, heute spielen wir die Highround du kannst uns allerdings sehr gerne adden und dann gucken wir mal, ob wir irgendwann anders Zeit dazu finden es stehen allerdings auch noch ein paar weitere Leute auf der Warteliste, also seien es nicht böse, wenn es ein bisschen dauern wird Genau, Skiller, wenn du beim PSN deinen Rekord hast die 209 Runden kannst du ja mal deinen Edit beraten, weil ich bin mir ziemlich sicher dass ein Ami oder ein Engländer den Rekord auf dieser Map hält Gar nicht Na, sicher jetzt kommen die nicht Ja, mich springen wir gleich noch mal Ich hab noch ein Echchen gebraucht Ja, ist grad Raketenschlaf Ja, ich laufe hier erstmal allein Wie gesagt, wir können uns auch ja, wir können uns auch jetzt erstmal splitten Ich hab jetzt auch nicht mehr allzu viel Muni Ich hab jetzt auch nicht mehr allzu viel Muni So, jetzt wird's erstmal interessant Da die Dicken natürlich schon eine Schwierigkeit sind in der Runde muss man ein wenig hin und her springen Da haben wir mal wieder zwei Dicke Gucken, einen Heim hab ich davon schon mal Jetzt geht's natürlich ab hier Hohohohoho Ihr seht, es wird nicht einfacher Jetzt spring ich mal wieder Na, als jetzt auch jemanden küsst Ne Ich war doch schon feuerrot und da waren voll viele Da darf man an der Stelle auf jeden Fall nicht die Ruhe verlieren Da muss man sich ein bisschen Zeit lassen mit den Dicken Einer hab ich mit der Panzerkralle Sehr gut Guck mal, was der Fall ist, wenn geht Wo war der? Oben beim Cementer Okay, guck mal, guck ich mal, ob ich dort noch hinkrieg Ich würde jetzt nicht unnötig rein Ja, gar kein Problem Ich bin ja fast da Es werden ja eh nur mal zwei gegeben Komm mir rein zur Falle Ja, ich muss aber jetzt einmal kurz so rumhoffen kurz warten kannst Wenn mich mach ruhig schon mal an Ja, ich warte an So, ich mach an Haben wir überhaupt noch Dicke? Ne, aber wir sind ja nicht Ja Ja Ich kann auf jeden Fall gleich mal die Sicherung drehen lassen So Na, die Dicken haben wir schon mal gut Schön, dass du wieder da bist, Nico Die Dicken haben wir genau schon mal schön absorbiert Warum soll man das sagen, Traxy? Ja, Nico Ja, Nico Im Moment haben wir zwei PS4 dank unserer Freundin Die uns ihre PS4 geliehen hat Sonst haben wir ja nur eine PS4 und eine One Relativ klein, ey, keine Ahnung Sorry Das war fast wie Kagawa bei Götze, oder? Ähm, ja Kagawa ist ja wieder so eine ganz andere Geschichte Der wurde ja auf dem japanischen Markt sowas von verscherbelt Also da hat Dortmund sich eine richtige Schnäppchen geleistet Boah, einer hat da jetzt fast nichts gekostet Ähm Hat insgesamt 570.000, äh, gekostet der Kagawa Und hatte nach einer halben Saison einen Marktwert von 13 Millionen Also da haben die Scouts von Dortmund auf jeden Fall mal wieder vernünftig aufgepasst Du heißt Niklas Du heißt Niklas Soll ich dann Niklas sagen anstatt Nico? Ähm, ja No Hand kann man so sehen Mit Schweinsteiger, wie gesagt, ist ja auch eine Bayerische Linie Aber, ähm, man muss leider auch gestehen, seine beste Zeit ist jetzt auch vorbei Aber da konnte ich verstehen, dass er einfach mal den Wechsel versucht Und, genau So, aber man muss die Jugend halt trotzdem sagen Ein, äh, krasser Typ gewesen Hat für Bayern eine Menge, Menge gemacht Also ist dir egal, ob ich Nico oder Niklas sage Dann sage ich weiterhin Nico Habe ich nämlich jetzt schon so abgespeichert, hör mal Und, ähm, ja, bei Schweinsteiger kann ich das auf jeden Fall verstehen Was ich aus Bayernsicht gar nicht nachvollziehen kann War dieser Wechsel Kroos und Xabi Also einen Kroos für einen Xabi abzugeben und dann noch Kohle draufzulegen Wie man so bescheuert sein kann, verstehe ich bis heute nicht Kroos ist viel viel jünger, hat noch eine viel viel krassere Zukunft vor sich Und Xabi, seien wir mal ehrlich, ist natürlich ein Weltklasse-Fußballer Aber, ähm, seine beste Zeit ist auch vorbei Viel zu alt, den Tausch hätte ich auf jeden Fall niemals gemacht Niko, nein, wir haben kein Instagram schon öfter heute gefragt Von Instagram und Twitter halte ich nicht so viel Wie ein Jutta Farid schon mal gesagt hat Echte Gangster haben, kein Twitter Ich bin einfach nicht so der Twitter-Fan, wenn ich ehrlich bin Ich bin auch nicht unbedingt Facebook-Fan, aber Facebook finde ich noch, äh, sinnvoller Auch wenn es jetzt, äh, rechtlich gesehen nicht gerade sinnvoller ist, äh, als Twitter oder Instagram Wer würde eher eine Woche lang von euch beiden nicht rausgeben? Ja, wir gehen jeden Tag aus Ich bin eher so der Weltenwummler auf jeden Fall Bin gern unterwegs, äh, er auch, also Ich brauch, ähm, wenn ich ehrlich bin, keine Menschenmassen Ich muss jetzt nicht alle zwei Sekunden die Stadtrennen Und vor allem wer die Essener City kennt Am Nürnbecker, ähm, hi Christopher So was brauch ich auch nicht, aber wir sind gerne draußen Aber so war Brauch ich nicht unbedingt, aber genau so, wenn es warm ist Verbringe ich auf jeden Fall nicht so viel Zeit vor der Playstation Jetzt diese Woche sowieso sehr viel gezockt, weil ich halt krank war Und das Bett hüten musste Aber ansonsten weiß ich nicht, wer von uns beiden länger eine Woche aus Ich denke mal ich Das heißt aber auch so eine Frage, ich weiß es nicht Kann ich nicht beantworten Weil man ist immer mal so, ne Zwischendurch auf Achse Auf Achse, wenn man Mit dem lieben Ramon Wie wärs mit ein bisschen persönlichem Freiraum Ihr Fleischmatten wollt wohl auf Torfüllung gehen Jetzt so langsam könnten wir mal wieder Munition kommen Hätte ich nichts gegen Ich muss mir gleich auch mal ganz ekelhafterweise die Nase putzen Und das Fenster könnten wir auch mal aufmachen Ich krieg schon so langsam Kopfschmerzen Voll die kalte Ich mag ein Gesichter Vielen, vielen Dank Marcel Danke, danke Hast du noch? Ach, ja Ich hab auch noch Verdammte Ihr seht, die Munition wird knapp Schade Für dich natürlich cool, No Hand Aber als Dortmunder hofft man natürlich immer auch auf einen Patzer von Bayern Aber vielen, vielen Dank für den Zwischenbericht Kann ich ja im Moment nicht gucken Wer von uns eher mit dem Zocken angefangen hat? Ich denke wir haben beide schon sehr früh angefangen Ich mit der Super Nintendo Ich auch mit der Super Nintendo Ich weiß jetzt nicht was von beiden als erstes Wir haben auch beide die gleichen Konsolen gespielt Ja, Sega hab ich auch Sonic gespielt Genau, hab ich auch alles mitgemacht Also ich hab eigentlich jede Konsole gespielt die es gibt oder gab Also sehr schwierig zu beantworten Relativ leise Ja, auf jeden Fall Ich hatte das Glück, dass ich einen sehr spendablen Opa hatte Ähm Der mir immer Die ganzen neuen Konsolen gekauft hat Von daher werde ich auf jeden Fall auch Vielleicht etwas öfter gezockt haben Ja Aber alle anderen Konsolen so an für sich Hat der Teenschen natürlich auch gezockt Umtingelt wie? Tja, meine Chancen stehen trotzdem noch gut Ja Ja Ja, Freddy, genau 51 sind wir jetzt schon mal angekommen Aber ihr seht, die Runden dauern jetzt schon mega lange 29 noch bis zu meinem Rekord Aber wir gucken mal Also ich bin auf jeden Fall noch Willens Auf jeden Fall Jetzt so einfach aufzuhören, niemals Ich geh mal gleich ne Sicherung legen Ähm Leider nein Die habe ich Ähm Nachher alle Sag ich mal Jüngeren Generationen gespendet So von meiner ähm Familie Jüngeren Cousins oder ähm Halt äh Freunden von meinen Eltern Die auch jetzt kleine Kinder hatten Den habe ich dann ne Gamecube gegeben PS1 Ähm Super Nintendo Lag ganz lange bei uns im Ferienhaus Habe danach aber auch gespendet Also die ganzen Schmuckstücke besitze ich leider nicht mehr Auf meine Auf die alte Konsole Meistens Mach ich es dann so, dass ich ähm Die Kollegen gebe Oder Wem auch immer Der sie haben möchte Aus meinem Umfeld Weil ähm Einfach Platzverschwendung für mich ist Und im Zeitalter der Emulatoren Muss man ja auch sagen, wenn man mal ein altes Spiel gerne wieder spielen möchte Kann man sich es ja auch meistens auf den neuen Konsolen runterladen Oder Auf dem Rechner Was ich hier doch noch besitze Ist ein Gameboy Color Mit dem originalen Pokemon Rot und Gelb Das gebe ich auch nie ab Ja Das macht immer noch Bock, ne Das ist so krass Die ganzen Gameboys Hört mir auf Jeden einzelnen Gameboy den es gab Also jetzt bis auf die Neuerung Ähm Habe ich auch gehabt Jeden verdammten Gameboy Was man da für Geld verbraten hat Ist unfassbar Ohja Was war unser Rekord Also im Solo Modus Ähm Habe ich hier auf der Map Eine 76er Runde Meine Frau Eine 80er Runde Und ähm Jetzt habe ich nur noch 12 Muni Es wird In beiden nur noch 12 Muni Wird richtig schwer Ähm Und als 2er Rekord Hatten wir hier 40 Den haben wir jetzt schon mal Um 11 Runden verbessert Ich glaube Da sind bei mir die Letzten Bitte lass es die Letzten sein Ja ich guck mal schnell Hast du noch welche? Ne Ja dann müssen wir die hier gleich mal splitten Ja komm erstmal hoch Dann splitten wir die Ja das ist äh Ja gar kein Problem Ich habe auch noch ganz viele Kollegen Die äh die ganzen alten Konsolen auch noch haben Ja Ja Ich kille erstmal den Rund auf dem Feld Der nervt Jetzt habe ich einen Kannst ruhig killen Okay Gehst du erst an die Kiste und so Ah ich muss äh direkt mal Mein Gott Ja bei der Runde muss man schon aufpassen Kannst du den eben nehmen Dann kann ich schon mal die äh Gondel eben ziehen Ja Und wie gesagt ich muss mir jetzt mal heftig die Nase putzen Hört weg wenn ihr nichts ekliges hören wollt Wo müssen da dein Feuer weg die ganze Zeit Ich habe keinen Plan Ja genau Marcel da gehe ich jetzt auf jeden Fall auch hin Ja genau Marcel da gehe ich jetzt auf jeden Fall auch hin Danach ich Du hast die Sicherung doch schon genommen Nein Nicht im Grunde an Kiste So Wie gesagt einmal ganz kurz Das Näschen putzen Guck mal bei mir leuchtet das ganz schön Ja Freddy Moment mach ich sofort Wie gesagt so die letzten Erkältungsreste kommen jetzt auch noch hinterher Ähm die Kills zeigen Ich habe leider schon 3000 Ich hoffe du konntest es sehen So lass es Munition sein Ähm Kashiro also Natürlich nicht Heute mal schauen wie lange es wird Aber ich denke noch eine sehr sehr lange Zeit Wenn wir In 100 Runden entgegenspielen wollen Vielleicht danach auch nochmal aber ich weiß noch nicht Ich weiß auch noch nicht Vielleicht soll ich danach auch erstmal ein bisschen Xbox Vielleicht lege ich mich danach auch schlafen Äpfel Ja das ist gut Das legt sie besser direkt um Sonst werde ich wütend Hi Niklas Ich habe heute schon genug Raketen gesehen Also du weißt ja wie es mit deinem Spinnenzwerfer war ne Ich mag keine hinterhältigen Schafschaffen Gebe ich mir jetzt trotzdem Nicht gleich Burak Kit kenne ich nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht wenn es dir eben etwas sagt Dann kannst du ruhig schon zu schlafen So schnell noch mal Kiebchen an holen Wenn ich jetzt hier eh Nur ob ich gleich Wenn ich gleich Wenn ich gleich Beschäftigt bin Ich drehen darf Hey Timo auch ein Willkommen zurück an dich Auf Wiedersehen Gucken wir mal Wo Die nächste Kiste hinkommt Ja warte Ich renne mal eben schnell an dich vorbei Kann ich vom Dach eben gucken Ja Ja freut mich auf jeden Fall Dass ihr dann auch mal so zwischendurch wieder einschaltet Ich kann Ja ich kann nachvollziehen Dass es auf Dauer echt Ja Und vor allen Dingen solche Aufrußrunden Warte Die stellenweise halt auch langweilig sind Ja Wie wärs noch mit etwas Gratis Munition Kursache guck ich mir vielleicht auch später mal an der Rückstoß beschert mir hoffentlich kein blaues Auge ich wäre fühlbar, wenn man das Ding anständig nachladen könnte natürlich rauche ich in der Wohnung, ich habe leider keinen Balkon mehr hier oben da wir in eine kleinere Wohnung oben gezogen sind früher einen Balkon gehabt, da haben wir auch nicht mehr dringeraucht apropos muss man jetzt wirklich besser, da ist keine Luft drin da muss man mal ein wenig das Fenster öffnen ekelhaft nicht der schlimmste Feind eines Zockers, Licht Kashiro, unser Channel heißt ZOG Zocker ohne Grenzen guckt ihn euch gerne mal an ja man auf jeden Fall sehenswert zwei lustige Special Folgen dabei die aus der Reihe mal gedreht worden sind um mal ein bisschen Pepp in die Runde zu bringen noch sehe ich keinen Strahl nein, dauert noch ein bisschen nein, einen Rauchmelder haben wir hier auch nicht darf man nicht dem Vermieter sagen dieses Jahr ja Pflicht genau, Freddy, das ist halt dann auch so wenn wir jetzt Kinder hier hätten, würden wir gar keinen Fall auch nicht rauchen wenn ein Kind anwesend ist, rauche ich überhaupt gar nicht da muss man seine eigenen Süchte auch mal ein bisschen hinten anstellen wirklich, wenn ich draußen die Mütter mit ihren Kinderwagen sehe und dann rauchen die am Kinderwagen, könnte ich denen so eine Fresse hauen oder im Auto noch viel schlimmer, das wurde ja in Großbritannien verboten das fand ich sehr geil also wenn da die Polizei einen dabei erwischt, kriegt man eine dicke Geldstrafe ich rauche noch nicht mal gerne vor meinem Kater, muss ich ganz ehrlich sagen ja, man geht meistens, wenn der hier direkt neben mir ist muss ich das auch nicht haben der geht aber auch nicht gut weg eklavt sowas das legt sich besser direkt auf da legt sich vor uns nicht, was ist denn noch? jetzt geht das Spielchen mit der Brecci weiter ich bin aber auch nicht klar oh, Entschuldigung Leute das ist meine Kanone ein gutes Vorbild auf unserem Kanal, meinst du Freddy? nein, wir nehmen Raufen ach so mein Gott Hirn ist schon sowas von aus wenn es fehlt weil er ist lang der Name ist gar kein Problem ich kann es dir gerne kurz du brauchst einfach nur Z-O-G eingeben dann ein Leerzeichen und dann halt Zocker ohne Grenzen da ist die Brecci jetzt noch eben Punchen ansonsten Kashiro Niko Niko jetzt die Brecci schon gezogen nur noch eben Punchen dann bin ich schon mal fertig oder wenn der nette Niko willig ist würde er auch gerne mal unseren Channel kurz in den Kommentar schreiben für den Kashiro so 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 das kann ich den direkt mal abnehmen oh entschuldigt wo war die Kiste? äh unten Pakete kannst du doch hier rum spielen na na hoffen wir mal das gleich nochmal Munition droppt zwölf Schuss nur noch im Bogen in höheren Runden wenn man die Seilbahn ruft ist auch sehr sehr wenig Munition dabei Freddy du bist der Beste ich danke dir Kashiro hat es ja auch gerade rausgefunden sehe ich auch ein selbst kreiertes Bild meinerseits ja boah meine Finger unfassbar ne ich glaube ich fress ein Besen Alexander Giant nicht so unbedingt mein Fall da ich das bei Black Ops 1 schon tot gezockt habe musste ich das hier jetzt nicht unbedingt mehr haben wir werden auf jeden Fall vielen Dank nochmal an dich Nico auf jeden Fall nochmal Shadows of Evil den Angriff nehmen aber Giant muss ich nicht unbedingt haben wenn ich ehrlich bin und Skilla wir können uns keinen Eseltritt beziehungsweise mein Mann kann sich keinen Eseltritt rauchen da er schon viele Perks hat genau so ist es wo ist denn die Kiste? ich glaube oben im Drachenraum ne hier oben bei mir auf dem Dach dann gehen wir schon weg aber ich komme hier Richtung Hof ja ich gehe im zweiten Drachenraum da kann ich mir direkt mal ein Schild holen tiefes Feuerwerk hier immer noch am abgehen vielleicht habe ich ein bisschen mehr Glück und ziehe die Bredschi etwas schneller hoffen wir mal das weiß ich selber nicht keine Ahnung das wäre mir neu Pablo aber werde ich mal ausprobieren interessante Informationen probieren wir auf jeden Fall mal aus vielen Dank dafür das wäre natürlich sehr schön bitte bitte Steven probieren wir nochmal einen Telefonjoker von uns zu erreichen ach Leute jetzt bin ich dabei gerade die Bredschi zu ziehen ich kriege immer Locus und Dingo hier im Wechsel da haben wir schon mal die erste Mailbox so werde ich aber wenigstens meine überflüssigen Punkte los da ist die Bredschi sehr schön da ist die Bredschi sehr schön unsere Zielrunde ist Runde 100 aber puh puh ciao Runde 100 ja Skylar wir kennen alle diese Rap Battles ja auf jeden Fall jetzt Julians Music Cypher noch nicht so krass verfolgt mal rein gehört und geschaut wer da so alles im Start ist aber Kachiru vielen Dank auch an dich und vielen Dank natürlich an alle Leute die es bereits getan haben mal eben schnell und Hochofen ist auch drin ich rauche eben noch zu Ende dann können wir auch direkt weiter starten geht dazu? bist du da fertig? ja ja warte mal ganz kurz nimm mal den Zombie ich muss mal ganz kurz was schreiben NoHand auch vielen Dank an dich jbb 2015 ich kenn die ganzen Namen nicht so aber Rapido war glaube ich dabei war da dieses Jahr dabei also Rapido fand ich mega stark haben wir uns auch das Album von gehört äh geholt kann man sich richtig gut geben ich beantworte das gleich er ist hier natürlich mehr der Hip Hop Freak boah Timo ja uns würde es auch sehr freuen aber ich denke da müssten wir bis morgen durchzocken weil jetzt schon 5 Stunden ziehen wir mal die Pausen ab eine Stunde ungefähr trotzdem dann 4,5 beziehungsweise knapp 5 Stunden und jetzt wird es natürlich von Runde zu Runde immer ätzender und länger so ich mach jetzt mal das Fenster auf Kipp 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 das Fenster um so jbb 2015 mein Favorit gg auf jeden Fall ähm Ente auch ähm zurecht ins Finale gekommen meiner Meinung nach ähm im Finale natürlich ordentlich abgekackt also im King Finale gegen Gio da hatte ich mir schon noch ein bisschen mehr erhofft ähm aber auch solche Leute wie Rapido richtig richtig gut meiner Meinung nach auf jeden Fall unverdient rausgeflogen ähm ja das auf jeden Fall vor allem gegen Thematic also keine aber Julian ist ja sowieso so ein richtiges Opfer hi Daniel ähm ansonsten waren auch sehr sehr starke Leute dabei auf jeden Fall ähm bei der 2015er Runde von diesem Zeifer bin ich jetzt auch nicht so ähm so ähm überzeugt die Runde von Cashes fand ich natürlich cool die von Chosen ja die von Chosen und seinen Kollegen die waren auch ganz cool ansonsten Jay Jiggy fand ich noch sehr fett von der 2015er Runde ähm wie hieß hier der Sanja seinen Favorit nochmal oah hab ich schon noch vergessen Nate57 kenn ich Digga natürlich bester Rapper Deutschlands ist so oder so immer Geschmackssache kann man sich jetzt über streiten nicht unbedingt ähm mein Favorite aber ist nicht schlecht der Typ ich weiß grad nicht wie der heißt ich weiß grad nicht wie der heißt von dem dann macht's bei einer auch schon gut ähm ähm an euch die Frage von jbb215 wie hieß nochmal der Typ ähm der die ganze Zeit seine Käppi vor lange auf hatte und dann irgendwann gegen ähm ähm nein gegen ähm den Bruder von Gio ach ne wie hieß er nochmal hab ich auch noch vergessen Kasa genau gegen den verloren hat an der Stelle auf jeden Fall auch dieser ähm Sergei der war auch sehr sehr cool ja Daniel bis jetzt läuft bei uns ganz gut ne Johnny Dixon ja Johnny Dixon find ich persönlich voll wack muss ich dir ganz ehrlich sagen auf seine Art ähm zu rappen komm ich gar nicht klar wie gesagt alles Geschmackssache ist äh mehr zu großer Perplexverschnitt wir nehmen jede Hilfe die wir kriegen können Weimar genau ähm der die erste Runde fand ich auch ganz cool von ihm muss ich ganz ehrlich sagen und dann hat es immer mehr abgenommen eine ähnliche Sache wie bei Cassius Clay im Vorjahr ungefähr die äh Quali von Cassius aus der 2014er Runde unfassbar genial und dann richtig schlecht geworden mit zunehmender Länge so so weiter Videos zählos 2.0 nein habe ich auch bis jetzt noch nichts von gehört Freddy das korrekt Traxxi dass du auch wieder am Start bist Ja Mann, das ist ein Praxier. Nichts mehr, wenn diese Runde beendet ist, bin ich auch glaube ich fertig für heute. Das wird unsere Kollegen von Hardcore Buddies auch nicht so sehr freuen, aber wie gesagt, in der letzten Zeit echt viel gezockt und man muss sich auch zwischendurch mal ein kleines Päuschen gönnen. Wir wollen euch ja auch nach bestem Willen unterhalten und wenn dann irgendwann die Luft draus ist, dann merkt man es auch. Vergiss es! Deswegen muss man sich zwischendurch auch mal... Ne Ruhephase gönnen. Genau, ne Ruhephase gönnen, ja genau. Übers JBB vom letzten Jahr. Ja, aber dazu will ich auch einfach mal sagen, diesen Julian, dieses behinderte Opfer, kann ich sowas von überhaupt nicht leiden. Fiesende Auge. Ja, so alleine seine Witze sind sowas von beschmiert und so ein ignoranter und penetranter Drecksack, wie der ist. Unfassbar, dass so viele Leute den feiern. Was ist denn mal mit Muni hier? Wie gesagt, Freddy, jeder kann mit uns spielen, schickt uns eine Freundesanfrage, aber wie gesagt, wir picken uns von Zeit zu Zeit den einen oder anderen raus. Das dauert immer etwas, wie gesagt, wir können nicht mit 150, 200 Leuten auf einmal spielen, also habt bitte ein wenig Geduld und ein wenig Verständnis auch für uns. Ich brauche eine Dusche, um das ganze Blut abzumachen. Da, Muni. Sehr geil. Ja, ich würde es nicht so formulieren, weil ich denke auch ein Julian zum Beispiel ist leider ein Vorbild für ganz, ganz viele Leute und genau deswegen wird dieses Hurensohn-Wort heutzutage so gefeiert, weil es einfach solche behinderten Missgeburten im Internet zu sehen gibt, die alle zwei Sekunden Hurensohn sagen müssen. Da finde ich nichts Witziges dran und so ein Junge hat auf jeden Fall mal richtig krass einen in die Schnauze verdient. Aber die Jugend so heranwachsen zu lassen mit diesem Wort, also ich kann euch nur sagen, sowas hat es in meiner Jugend nicht gegeben. Alle zwei Sekunden Huren sozusagen, als ob das irgendwie ein Gendefekt im Kopf wäre. Es gibt so viele Flugwörter, die man benutzen kann, ohne eine Familie direkt mit zu beleidigen oder einen Teil der Familie. Und da weiß ich nicht, wie man das heute so bagatellisieren kann und alle zwei Sekunden wirklich so ein Wort rausknallen muss. Das verstehe ich einfach nicht. Oh, was eine Blutarchie hier bei mir ist, ne? Ihr Fleischmarten wollt wohl auf Toffüllung gehen. Na los, zeigt mal, was ihr könnt. Wir haben ein Schild kaputt. Vielen, vielen Dank, Traxie. Ja, wie gesagt, wir gucken, dass wir jeden Tag was Neues an den Start kriegen. Ja, man freut mich auch, dass es dir bzw. euch gefällt. Ja, aber wie gesagt, zwischendurch muss man sich auch mal eine kleine Pause geben. Tesla Tech wird inchallisiert. Ich freu mich schon so dermaßen auf ein bisschen abwechselnd in den Spielen. Auf jeden Fall. Das ist einfach nur lachhaft. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, was du da mit Mindskiller. Den Junior. Schon fast sechs Stunden, ja. Sehr schön, muckst du. Ja, Mann. Schön, auch dich wieder dabei zu haben. Immer noch ein sehr geiler Name. Ja, Pablo, wie gesagt, das sehe ich auch so. Also jede Generation meckert ja immer so ein wenig über die nächste Generation und so weiter. Aber heutzutage ist es echt schlimm geworden, muss ich sagen. Vor allem mit diesem Hurensohn-Mord. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber bestimmt halt von solchen behinderten Affen, wie zum Beispiel so einem Julian, der so einen Channel macht und halt ganz normal alle zwei Sekunden in einem Satz Hurensohn benutzt, als ob es nichts wäre. Da könnte ich mich richtig drüber aufregen. Und so ein Junge weiß natürlich auch, dass ihm ganz, ganz viele kleine Kinder zugucken, die das dann feiern und das nachmachen. Das könnte man uns jetzt natürlich an so einer Stelle auch vorwerfen mit dem Rauchen. Aber das ist halt so eine Sache, wir erreichen nicht mal ansatzweise so viele Leute wie dieser Junge. Abgesehen, belästigen wir damit jemanden oder bereidigen einen. Und mal davon abgesehen, stellen wir es auch nicht so dar, als ob Rauchen was Cooles wäre. Eben. Als ob man es machen sollte, auf gar keinen Fall. Das ist voll die dreckige Last, eigentlich nur eigentlich. Nicht nur Last, auch für euer Portemonnaie, für eure Gesundheit, alles auf jeden Fall richtig Wake. Nur noch 48 Stunden Vollgas, ja André. Nur noch. Ist sehr gut formuliert auf jeden Fall. Du bist ja immer noch nicht hier mit Essen. Was ist da los? Was war los? Ich habe so ein Drehwurm. Oh ja. Es geht jetzt so langsam in die sechste Stunde, meine Freunde. Ihr seht auch, wir hängen hier langsam ein wenig durch. Aber dadurch, dass ihr immer so zahlreich dabei seid und uns mit netten Kommentaren gespaßt und unterhaltet und auch fordert, sind wir natürlich noch bei der Sache. Ja, sehr coole Sache auf jeden Fall. Darf man auch dein Alter vielleicht erfahren? Ja, Muckstu, so ist das leider heutzutage. Also wie gesagt, ich hatte da noch eine ganz andere Jugend. Und ich hatte mit 13 noch gar keinen Plan von dem ganzen Scheiß, was so abgeht. Da bin ich auch froh drum. Ich bin ehrlich, so Wohlen, die ganz ganz viele Kinder heutzutage haben, sowas würde ich nicht gerne haben wollen. Echt beschämend. Oh, lecker Waffel. So schön mit Marmelade und so. Ja, hier ist er der Fettsack meldet sich ja nicht, sonst hätte er uns ja mal was bringen können. War ein richtiger Penner, der war vor einer halben Stunde nach WhatsApp online. Ja, korrekt. Und honoriert uns einfach so von... Das nennt sich Teamkamerad. Mein Kamerad. 15 und 19. Schon zweimal geschrieben hat der Andre, dass er 14 ist. Ja, ich meinte auch Traxy damit. Oh. Hier schon ein Vanilleis. Junge. Das geht nicht. Das geht nicht. Entschuldigung. Ja, herzlichen Glückwunsch. So langsam kommen die ersten kleinen Fingerkrämpfe. Ja. Ach du Scheiße, denn hätte ich direkt die Shisha in den Hals gestopft. Siebenjährige Lutscher sind ja gut. Ja. Siebenjährige Lutscher. Ja, die sind ja auch nicht größer als so Lutscher. Wenn die Eltern da nicht hinterher sind, also ich kann euch erzählen, meine Eltern hätten mir den Shisha-Schlauch, glaube ich, quer ins Maul gehauen. Ja, anschließend den Tabak hinterher. Aber das ist halt, wenn Kinder Kinder kriegen. Ja, vielen, vielen Dank, Pablo, für's Zugucken. Und, ja, das stimmt. Man sollte nicht den ganzen Tag zu Hause abgammeln. Aber bei uns ist das Wetter nicht allzu schön. Und noch mir viel zu kalt. Jetzt knallen wir mal ein wenig mit den Todringern rein, auch ein wenig abwechselnd. Du schaust da raus. Ja, den nehme ich mir jetzt auch hier. Mein Shield ist kaputt. Einfach so kaputt genommen. Beim Freddy scheint sogar die Sonne. Boah, richtig geil. Aber trotzdem, die Temperaturen, die sind immer noch nichts für mich. Ich bin eher so der Warmbüter. Ich hasse die Kälte voll. Außer wenn man im Skiurlaub ist oder so. Dann kann ich von mir aus gerne Schnee ertragen. Aber ansonsten, bleibt bloß weg damit. Ja, mit 14 zweimal geschieden. Genau, André. Aber wirklich, das ist ja so. Ich habe es ja auch. Wenn 17-18-Jährige meiner Meinung nach plagen, natürlich gibt es auch Leute in dem Alter, die schon sehr reif sind und überlegt. Aber die, die nicht so damit gesegnet worden sind und dann noch Kinder in die Welt setzen, da wundert mich das halt nicht. Ich denke jetzt. Ja. Maximale Munition! Zu einer nachgeladenen Waffe sage ich nicht nein! Ich glaube, Skilla, das hast du jetzt auch schon das zehnte Mal gefragt. Vielleicht denkst du dir mal so langsam ein paar neue Fragen aus. Warten. Wo wir wohnen, selbst die Traxie kann das jetzt schon der oder die Traxie, weiß ich jetzt gerade gar nicht, beantworten. André, alles klar? Wie gesagt, manchmal kommt man hier ein bisschen durcheinander. Sorry. Sorry, hör mal. Ich glaube, bei der Spielzeit sei es ein bisschen verziehen, ausnahmsweise. Ihr Matschirne, was hier abgeht. Das Traxie. Das Traxie. Auch gut, auch gut. Fakt ist, Mädchen, die zocken haben, häufiger Sex und bessere Beziehungen. Sehr cool wuchst du. Auch ein Bild für unsere Facebook-Seite vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt mache ich hier schon voll die unüberliebte Scheiße. Scheiße? Und da ist der Juni-Winner. Juhu! Unser echt richtig langjähriger, wollte ich jetzt schon sagen. Langanhaltender Zuschauer. Regelmäßig immer am Start. Freut uns. Eigentlich war geplant, mit ihm heute eine High-Round zu starten. Aber da wir doverweise natürlich keine Uhrzeit ausgemacht haben und wir etwas früher wach gewesen sind, dachten wir, komm, wir können noch ein bisschen rein. Und der Name Gary Washington sagt mir natürlich auch was. Gary fucking Washington. Wer verdammt bist du denn schon? Warte, Digga, ich verrate es dir, du bist doch ein Löwenkind. Ein Julian. Auf jeden Fall, Gary Washington auch ein sehr, sehr cooler Typ. Vor allem seine Flow-Art. Einfach pervers geil, muss man wirklich mal so sagen. Das Problem ist, ich habe mir seine Cypher-Runde auch gegeben. Also da hat er, sein Riesenproblem ist, er hat zwei, drei Runden gekickt, die unfassbar geil waren. Und dann wollte er das einfach nur immer imitieren. Also er kam nie... Sorry, ja, gib dir ruhig. Ja, Muxu, genau wie unser YouTube-Channel heißt, wir auch auf Facebook. Und jetzt kannst du ruhig wieder weiter passen. Ja, und dadurch, dass er an diese alte Leistung auf jeden Fall nicht mehr dran kam, hat er nachher einfach immer nur noch probiert, das zu imitieren, was er vorher mal geschafft hat. Also sehr, sehr heftig abgenommen. Aber wer weiß, vielleicht. Also ich fand die Runde von Gary richtig schlecht, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, Skinner. Der erste Part, okay. Die Hook, mega scheiße. Und der zweite Part, mega kacke. Mega scheiße und mega kacke, gleich ultra schlecht. So, damit kann ich mich nicht anfreunden mit seinem, was er da jetzt im Moment veranstaltet. Die Quali vom 2014er richtig cool gewesen. Die erste Runde ebenfalls richtig gut. Ich weiß gar nicht mehr genau, gegen wen es da ging. Ich glaube, gegen, wie hieß er denn nochmal? Das K-Element. Genau. Und danach die Runde gegen AT leider verloren, aber auch ganz gut gewesen. Aber das, was er jetzt so veranstaltet und auch seinen Bonus-Track, den er dann mal nach dem JVB gekickt hat, voll wack, ganz ehrlich. So. Fat Manji und Cutters, du fragst mich jetzt hier echt nach dem ganzen, soll ich dir eine Analyse schreiben, soll ich mal einen auf Julien machen? Fat Manji und Cutters, mega cooler Style, auf jeden Fall. Coole Anzüge. Ja, man, coole Anzüge und auch echt ein witziges Video. Die Art zu rappen, auch nicht unbedingt, mein Fall. Wie gesagt, das ist alles Geschmackssache, ne? Ja, wie gesagt, so mit der Art zu rappen von Fat Manji und Cutters kam ich jetzt nicht unbedingt zurecht. Aber was ich auf jeden Fall honoriere, ist, dass mal da eine neue Art Style vertreten ist. Über welche Runde ich mich vom Cypher sehr gefreut habe, war die Runde von Chosen. Ein richtig korrektes Konzept. Oh, Wurmhook. Richtig geile Lines. Also sowas würde ich halt gerne sehen, anstatt diesem ganzen anderen Blödsinn, der da zwischendurch ist. Sehr schön. Gibt dir eine Runde mit dem Joni. Mit dem haben wir auch schon eine Runde gezockt, auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Und Zuhörer. Und sehr sympathisch. Das wird mir nie langweilig werden. Verkäst dich, das geht jetzt hier. Jetzt mal ganz ehrlich, wie lange dauern Sie sich Fikarellen? Ja, die Musburger. Du musst doch erst mal den Tatsrash auftauchen, Mann. Sei mal ein Zerudor, ey. Finden wir schon ab. Unfassbar. Das kleine Rundskin. Ja, das ist ja so. Ich finde, das würde ich immer wohl zeitlich sein. Ja klar, aber ich hab doch so großen Blödsinn, aber... Ja, aber dann, ne, wenn man schon was gemacht kriegt, sollte man nicht so frech sein. Ich freu mich auf jeden Fall, ich hab der Sop die Fikadellen. Ja, ja, ich hab das auch. Westen Fikadellen. Westen Fikadellen, wo gibt's? Ich meine Oma, das macht auch schon nerven. Aber das ist ja auch geschmackt. Aber die Oma-Sharms im Allgemeinen sind wir gut drauf. Okay, nächstes Mal mit meiner Oma einkaufen, soll ich ja schon. Highround plus Easter Egg, Daniel. Jetzt werden wir das Easter Egg auf jeden Fall nicht mehr starten. Ach komm, warum nicht? Ne, jetzt hab ich da echt kein Nerv mehr drauf. Nicht, dass es nicht klappen würde, mein Freunde. Ach, klar. Natürlich klappt das noch. Brauchst du nur ne halbe Stunde unten im Bossfight, aber ansonsten, das klappt. Ja, 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 ja. Gib dir mal ein Schnitzel für mich mit, hör mal. Boah, Schnitzel. Aber achte auch darauf, dass es in meinem Magen landet. Boah, so ein Jägerschnitzel. Boah, so ein Überbackenswahn. Ja, überbacken. Boah, mit Triegel-Wahn. Ja, du. Du hast keine Ahnung. Boah, so flackig. Alter, schälen. Ich muss im nächsten Monat Grieche essen gehen. 100 pro. Ja. Wenn ihr irgendwann mal in Essen vorbeikommt, gebt euch in der Nähe vom Limbecker Platz das Artemis. Gänsemarkt 44 ist der Adresse. Bester, bester Grieche, wo gibt, Freunde? Bester Grieche ever. Oh, süß, der Daniel. Was denn? Komm zu mir, ich mach dir was zu essen. Oh. Sehr, sehr nett. Aber jetzt bis nach Berlin ballern, um was zu essen zu kriegen, das halte ich nicht mehr durch. Da war ich auf jeden Fall auf meine Umi, die mir gerade Frikadellen macht. Frikadellen. Hey. Ah, jetzt. Habt ihr eine ... Was? Habt ihr eine was? Ein Hassname? Ob wir einen Hassnamen haben? Für was ein Hassnamen? Der Dem. Wir sind uns. Kommt her! Also trinken auf gar kein... beides ich auf gar keinen Fall. Geh mal weg. Geh mal weg. Was? Nichts trinken, nichts essen. Wo kommen wir denn dahin? Ne, aber Trixi. Sehr interessant, aber nein. Okay, Jonas. Oha. Noch ein Ansporn mehr. Möchte ich noch einmal betonen, sprech das nicht nach an die jüngeren Zuschauer. Schreib mit deinem Mund lieber keine Versprechung aus, die dein Popo nicht einlösen kann, mein Freund Jonas. Da, Daniel. Da, Daniel. Unser kleiner Russenfreund. Ich hab den. Ich find den cool. Normal. Nein, nicht der, Daniel. Sondern da, da, Daniel. Da, Daniel. Niko, man mag keine solchen Schweine wie dich. Der ist heute gar nicht gekommen, ne? Mann ey, jetzt zocken wir schon so lange und warten auf Danny. Der kommt noch, der kommt noch. Meinst du? Ich glaub, der traut sich nicht mehr. Der hat schon so viele Feinde gegen dich. Ich hab den leider schon so viele Feinde gegen dich. Der kommt noch zu ihrem Feinde gegen ihn. Was unsere Ziele auf YouTube sind, das haben wir für uns selber noch gar nicht so definiert. Wir wollen erstmal eine Menge Spaß haben, bis jetzt das Ziel auf jeden Fall erreicht, genau, dass es euch auch gefällt, dann wie gesagt ein Abo-Ziel oder sowas haben wir gar nicht. Neue Games attraktiver vielleicht zu gestalten, so ein Gameplay mal anzocken. Nur, dass wir Spaß dabei haben. Genau, die Community miteinander verbinden. Sonst haben wir da nicht wirklich Ziele, da es für uns ein Hobby ist und auch niemals wirklich eine Art Beruf ersetzen wird. El Hepacy Hobby. Ja, dieses Leaven, Martin, McFadden, sorry wenn ich dich so nenne, aber ich finde das einfach zu cool. Ist kein Diss oder so. Auf gar keinen Fall, ist echt nur nett gemeint. Kompliment. So, dieses Leaven, wenn man eine Runde startet, da könnte ich auch richtig ausflippen. Aber es ist leider so, meiner Meinung nach, bei Black Ops 1 noch besser gemacht. Da war es noch so, dass die Runde wenigstens gezählt hat. Man hat dann halt einfach zu zweit, wenn man jetzt zu viert gestartet hat und dann welche rausgegangen sind, hat man einfach nur die Anzahl, also die gleiche Anzahl für vier Spieler und Zombies bekommen. Ist natürlich dann schwieriger, wenn man nur noch zu zweit ist, aber trotzdem korrekt, dass die Runde dann wenigstens gezählt hat. Ja, aber klar, sowieso erstmal egal, 30 Runden zu schaffen, ist ja schon mal was. Meine Batterien sind jetzt fast leer. Das sollten wir gleich mal dran denken. Das finde ich bei der Playstation auch übelst schlecht gemacht, auf jeden Fall. Wenn du das an mein Kabel anschließt, das an meiner Kabel ist. Nein, dann verbindet der mit der. Auf gar keinen Fall. Ich habe aber hier gleich ein Kabel. Die Runde hält das natürlich. Die Akkus von den PS4-Conti ist auf jeden Fall viel schlechter als die von der Xbox One. Muss man mal anführen. Das Ganze blöd abzumaschen. Sechs Stunden haben wir bereits überschritten. 2, 3, 4 Stunden laufen, ich war bei 80. Das schaffen wir jetzt. In Gegensatzung, ja, aber ich sag mal so, kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, mit wem du so spielst. Wir beide sind ja jetzt aufeinander eingezockt. Umso länger man natürlich miteinander spielt, umso einfacher werden wir natürlich auch. Ja, und dann halt auch, wie lange du Zombies schon so zockst. Vielen Dank für deine Freundesanfrage, zockert Timo. Und Christina mit CH, nicht mit K. Sie ist leider nicht so cool wie im Russischen. Er hat immer mehr Ansprüche, merkt er, Leute. Mann, Mann, Mann. Es läuft. Christina mit K finde ich auch voll uncool. Ja, 100 zu packen, Daniel, wie gesagt, eine Megaaufgabe. Und wenn ich gleich nicht was zu essen kriege, dann verdaube ich, glaube ich, irgendwas anderes. Mein Magen selber. Ihr Fleisch, Martin, wollt wohl auf Tochfüllung gehen. Korrekt. Sind dir beide nebeneinander. Fette Sache auf jeden Fall. Was denn? Der Dave und der Martin. Nein, Martin. Keine Wissen. Ich habe irgendwo in der Familie mal Polen gehabt, denke ich. Mein Fraunchen ist da eher aus dem slavischen Raum. Ach, die alte Serbien, hör mal. Ja, halbe. Halbe Serbien. Wie halbdeutsch. Halbdeutsch, vielleicht ist auch noch irgendwas anderes mit drunter gemischt, man weiß es nicht. Unsere Lieblingsserie, fette, fette, fette Frage. Meine Lieblingsserie, Dr. House. Auf jeden Fall. Also ich kann dir mal ein kurzes Ranking geben, wurde ich auch schon öfter von meinen Kollegen gefragt. Dr. House auf jeden Fall auf Platz 1. Danach Breaking Bad. Mit Prison Break, allerdings auf Platz 2. Ja und dann geht es halt auch schon los mit Big Bang Theory, Two and a Half Men zumindest als Charlie noch da war, dann King of Queens, Scrubs, OCC, Prison Break has schon gesagt. Ja. Ich muss auch gestehen, Sex and City habe ich auch gefeiert. Ja, aber... Ding, 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 ding. Ja, was gab es denn noch so? Better Call Saul im Moment richtig nice. Ja, wenn man Breaking Bad vor allen Dingen gefeiert hat, sollte man sich das nicht eben gehen lassen. Bei mir ist es noch Sons of Anarchy. Es gibt so viele Serien. Sons of Anarchy finde ich auch nicht schlecht. Ja, Prison Break ist natürlich richtig fett. Aber wie gesagt, meine Lieblingsserie auf jeden Fall Dr. House. Gefühlte 50 Mal schon gesehen. Es gibt nichts geileres, wirklich, wenn Wilson und Dr. House sich die ganze Zeit gegenseitig betteln. Der Formen. Richtig witzig. Vielen Dank auch an dich, Dave. Und an Martin. Und an Martin McFadden. Und One Two Hill. Auch eine richtig coole Serie gewesen. Auf jeden Fall. Aber auch in erster Linie, bis es ums Basketball spielt. Genau, diese ganzen komischen inszenierten Intrigen dann nachher sind halt ein bisschen langweilig gewesen. Heart of Dixi habe ich auch sehr krass gefeiert. Also ihr merkt, wir sind auch voll die Filme- und Serienfreaks. Filme? Zum Glück hast du nicht nach Filmen gefragt. No, no. Frag auch bitte nicht. Frag nicht, dann bis zum Ende des Streams redet der über nichts anderes außer über Filme. Ja. Werdet ihr auch das verlosen zum Beispiel für irgendein Verlosen? Witzige Frage auf jeden Fall. Da wir kein Geld mit unseren Streams verdienen, würde alles, was wir verlosen würden, aus unserer eigenen Tasche gehen. Allerdings muss dazu sein, in naher Zukunft werden wir auf jeden Fall ein paar T-Shirts von uns machen. Ja. Und Tops für die weibliche Region. Ja. kriegt der Jonas auf jeden Fall schon mal eins. Und Austria und sein Mann auf jeden Fall auch. Da müssen wir allerdings mal gucken, weil ich halt auch immer noch in der Ausbildung bin, ein mickiges Gehalt, und meine Frau verdient im Moment, die dicken wachsen. Yes. Von Lieblingsleder habe ich nur betragen, habe ich leider noch nicht gesehen. Ich habe auch Game of Thrones noch nicht gesehen. Das ziehe ich mir auf jeden Fall auch noch mal in A3. Der Typ von Misfit soll da ja richtig abgehen. Walking Dead zum Beispiel auch nicht so in meinem Fall. Navy CRS fand ich noch richtig cool. Dark Blaze, du kannst natürlich auch ein T-Shirt kriegen, wie gesagt. Es kommt halt erstmal ein bisschen darauf an. Also es geht eher so ins vierte Quartal vom Jahr. Auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, das kostet uns natürlich auch alles was. Begreift ihr Fleischsäcke langsam, wie das läuft. Wenn wir Geld mit unserem Scream verdienen würden, dann wäre alles gar kein Problem. Dann würde ich sogar machen. Dann würde ich sogar machen. Viel viel schneller raussauen. Auf jeden Fall. Faire Kämpfe habe ich sowieso noch nie erlebt. Ja, wie gesagt, das machen wir auf jeden Fall alles. Caps, ich habe auch ein cooles Design für eine Hose und so einen Scheiß. Ist auf jeden Fall alles eine Überlegung wert. Die Frage ist halt alles so, wie man das finanzieren kann. Also Caps finde ich auch richtig cool. Auf jeden Fall. Wir haben auch natürlich auch noch andere Logos in Arbeit und andere Tags von uns für die Zukunft. Da hänge ich so ein bisschen hinterher, weil ich halt die einzigste kreative Person in unserer Runde bin. Nicht jetzt irgendwie... Syntex, hi! Schön, dass du auch wieder dabei bist. Hörse gemeint. Aber dafür will ich mir auch gerne länger Zeit lassen, damit es auch meinen Ansprüchen entspricht. Aber wie gesagt, klar, über sowas haben wir natürlich auch schon mal nachgedacht, über sowas zu machen. Dann ist natürlich immer die Frage verlost. Man verschenkt es. Dann zahlt man es alles aus eigener Tasche. Wenn man sowas anfängt zu verkaufen, muss man es gewerblich anmelden. Dann wird das Finanzamt natürlich auch sein Stück davon haben. Ist alles nicht so einfach. Das hat es auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt. Die ganzen infalterischen Sachen sind jetzt nicht so schwierig. Da haben wir beide eine Ausbildung in diese Richtung gemacht. Das wäre für uns kein Problem. Da ist eher so die Frage, wie hoch ist da der Bedarf? Und wie viel Eigenkapital pumpt man in sowas rein? Voll süß, der Jonas, dass er uns ein bisschen hilft und ein bisschen Gründer für uns macht. Das ist unser Promoter. Daniel, wenn wir Shirts machen, bist du so wie der Jonas auf jeden Fall mit in der ersten Reihe. Ja, Mann. Und der Dark Place. Und der Austria. Und der Austria. Ihr seht, es sind schon sehr, sehr viele geworden. Wie gesagt, da müssen wir auch erstmal überlegen, wie wir es finanziell selber hinkriegen. Ansonsten. Natürlich. Ich brauche eine Dusche, um das ganze Blut abzuwaschen. Das Zocker-Pärchen. Das Zocker-Pärchen. Mhm. Das Zocker-Pärchen. Und der Trixie auch. Ein der ist es also. Damn, damn, damn. Damn, damn, damn. Ich glaube, ich habe den letzten... Ich war's noch kurz. Vor genau einer Stunde hab ich angewiesen. Ach, ich sollte noch kurz warten, ne? Ja. Sorry, jetzt habe ich den schon gekillt. War keine Absicht. Ja, ich wollte nur mal nachhören. Sophie! Lässt du dann einmal oder rufst du dann einmal an? Kann nur sein, ich kann nicht rangehen, aber sehe ich ja dann. Bist die beste Omi. Danke Omi! Tschüss. Meine Omi hat die Frikadellen fast für uns fertig. Ja, jetzt habe ich nur noch hier so das Handy an der Backe, weil ich es gerade nicht abnehmen kann. Was geht denn hier? Ja, wegen, ja, muss ich. Ja, ich habe ein Problem. Uh, nehmen die alle einfach um! Abo, Abo, Abo! Nein, 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 nein. Ich will noch nichts sterben. So. Nein, wir wohnen in Essen, Jonas. Ich habe gerade kein Schild mehr, sehe ich. Das habe ja selbst ich gehört. So. Wie macht man einen Shop? Ja, ganz einfach. Ich glaube nicht, dass das eine ernst gemeinte Frage ist. Okay. So, der Mainzocker, der hat ja auch zwischendurch mal ganz skurrile Fragen parat. Okay. Ja, ich kann ja nicht sehen, von wem es kommt. Also, wie man einen Shop macht, das dürfte, denke ich mal, jedem klar sein. Wie es dann nachher später mit dem Finanzamt aussieht. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ja, hauptsache, du bist ja jetzt wieder da. Traxy. Der Traxy. Traxy auch ein sehr cooler Name. Auf jeden. Aber doch mal voll auf jeden. Ich lobe ja nicht, ey. Die sind so kranken Freaks, ne? Aber so war voll auf jeden. Hör ich. Wie gekriegt. Hamuii. Was war? Hehehe, was war? Die Moira. Alleine wegen dieser Person ist schon nicht. Vielen, vielen Dank! Martin McFadden Herr Martin Herr Martin ich nehm jetzt sehr schön freut uns immer zu hören Danke für den Nachschub Es gibt gleich Frikos Freunde Boah freu ich mich da jetzt schon drauf ey Dann Christina Nix Nix dir jetzt bei nem Pascal schon mal Christina Hä Hammer Achso ok da rum Samma Samma Guck mal ich guck auf mein Bildschirm und immer nur schlinzeln zu dir rüber Hammer ne Da ist ein Instakil Mein Spitzname ist Chrissy Und meine Familie nennt mich Tina Und ich nenne Dienchen Dattinchen Dattinchen wenn schon Dattinchen Dattinchen Und der Der hat keinen Spitznamen Caillou Pasco Pascotti wie gesagt ich weiß nicht ob also ich bin immer noch der festen überzeugung dass es nicht der richtige Danny ist sondern irgendein kleines Blach was zu Hause sitzt und sich denkt naja ich freu mich so ich freu mich so ich kann irgendwelche Leute beleidigen ja abgesehen davon hat er sich ja jetzt schon zweimal selbst enttarnt dass er nicht der richtige Dannys weil wir auf zwei Sachen angesprochen haben wo er meinte nee hätte er nicht gemacht oder er hätte sowas nie gesagt wobei das ja auch wieder unterschiedliche Personen sein können der echte Danny war hier schon dabei und hat uns beleidigt beziehungsweise sein Senf dazugegeben und noch so einige 5-6 Accounts ja hier Danny kennt den ich kenne den auch noch ja das war mal so eine ganz witzige Unterhaltung unter unseren Kollegen der eine hieß dann auf einmal Torben denn David und Ragnarok ach die Ragnarok ach die Ragnarok das Problem kennen wir ja schon der Daniel mit der Ragnarok die wird immer gut und gerne vergessen ja ich weiß nicht wenn ich eine Hyrule alleine mache dann nimm ich dann öfter dran ja aber das Problem dabei wäre Jonas wie willst du denn den Faker Haupt der Gamescom erkennen er wird sich bestimmt nicht selber zu erkennen geben von daher vielleicht ist er ja auch ein Hater gegen diesen richtigen Danny und will somit mehrere Leute davon überzeugen dass er unsympathisch ist ist er mir so oder so ob er es jetzt der wahre Danny hier ist oder nicht der ist mir trotzdem unverantwortlich das auf jeden Fall ich brauche eine Dusche um das ganze Blut abzuwaschen und selbst wenn glaube ich würde er nie eh nie dazu stehen dass er es gewesen ist der sowas schreibt weil die ganze Zeit die Städte die 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 und jetzt versteht ganz kein Problem traxt sie ая Ehrf aber Bahrir Ich probiere es mir zu merken dass du es bist ein interessanter Zweitname auf jeden Fall Ich nenne dich FD FD Nein, natürlich nicht, wenn du das nicht möchtest geht nur darum für mein Gehirn kann ich es dann besser zuordnen Natürlich, Martin Martin McFadden Wenn ihr zu Gamescom kommt, da haben wir auf jeden Fall unsere ZOG Zocker ohne Grenzen Shirts an Wenn ihr da eine Runde mit uns chillen wollt Und unsere Käppies haben wir auch am Start Sehr gerne Auf jeden Fall kommt alle da hin Ja man, freuen uns jetzt schon drauf Müsst ihr uns nur sagen wann ihr da seid Zerstören wir die Gamescom auf jeden Fall Ob wir ein Instrument spielen Ich leider nicht Ich leider auch nicht mehr Ich hab mal ein wenig Klavier gespielt Aber da es auch sehr zeitaufwendig und teuer vor allen Dingen war Und damals nicht so die Möglichkeit hatte Bin ich dann am Fußball hingeblieben Das wird jetzt bestimmt wieder falsch verstanden Aber als kleines Kind habe ich mal Blockflöte gespielt Musste ich Zu Weihnachten immer solche komischen Weihnachtslieder trällern Vorher gab es keine Geschenkgörner Vorher kam nämlich das Christkind nicht Bei mir wurde immer das Christkind eingeläutet Ja bei mir auch Aber erst nachdem meine Schwester und dich eine Runde auf der Blockflöte geträllert haben Gepustet Jetzt ist mein Schild kaputt, okay So Aber ich würde es auf jeden Fall sehr gerne nachholen Gitarre gefällt mir auch Du spielst seit neun Jahren Schlagzeug Sehr krasses Instrument auf jeden Fall Auch viele Kollegen von uns spielen das auch Beziehungsweise von mir Bei dir weiß ich gar nicht so genau Ja ne ich hab eine Also einige Viteristen dabei Und Bassisten Genau das auch auf jeden Fall Ich kannte mal einen Typen Der ist auch Richtig krass abgegangen Falls euch das was sagt Eine Freundin von mir spielt これ geht mit sehr, sehr, sehr gut Saxophon Du 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 d Andrew Du 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 Ja durch diese ganzen serien beiden so viele Sachen legen Bis gleich Drexi ja wie gesagt mal gucken wie es finanziell bis dahin aussieht da sind noch ein paar private Sachen bis dahin auf jeden Fall aber wenn es geht machen wir natürlich auch ein paar Shirts für euch dann Crash und bringen die zu Gamescom mit natürlich im Musikverein es gibt Vereine Musikvereine wusste ich auch nicht kein Plan aber meine ganzen Kumpels wie Instrumente zu spielen spielen natürlich in irgendwelchen Bands es gibt auch Vereine die spielen so in Orchester oder auch Karnevalssame coole Sache Damn David Damn David da weiß man genau da weiß man halt nie ob mit A oder mit A E der eine hat lieber so und der andere so immer es gibt so oder solche und dann gibt es noch ganz andere und das ist die schlimmste an es gibt schaut euch mal sein YouTube Channel an ich kann es jetzt gerade nicht richtig aussprechen von wem? ich möchte selber mal kurz reden ja 1 Prozent Köln auf jeden Fall ist nicht allzu weit weg ich unterstütze natürlich auch alle Musikkünstler beziehungsweise Leute die musikalisch veranlagt sind beziehungsweise auch Videos von sich auf YouTube zeigen also immer her damit Köln aufhörlich die Runde dauert jetzt auch schon ganz schön ja da ist er der Trixie jetzt hab ich voll Trixie vorstatt hab ich auch gesagt aber hab ich extra achso den Fehler hab ich letztens beim Dings gemacht da bin ich voll in den Pool reingerutscht jo natürlich guck ich vielleicht auch später mal vorbei ich freu mich jetzt schon von auf die Gamescom reeked glaub ich wie wird es ausgesprochen reeked hd immer freundliche Tipps und Kriegse zu diesem Spiel ich habe ich habe da was für euch heute da wird er fast diese Stunde dabei das sagt man eigentlich Müllchen 18 Uhr boah ganzer Tag für den Mülleimer für den Mülleimer für den Mülleimer für den Mülleimer nein natürlich auch für euch mein Lieben ganz ehrlich ich muss sagen würde ich jetzt kein Livestream machen dann hätte ich schon längst aufgehört Christina mach mal den Easter Egg anfangen vom Daniel alles klar mach ich jetzt am Ende der Runde kann ich ja machen ich halte mich raus ne du müsstest ein Zombie halten nix aber das sieht man ja dann leider nicht ne Daniel da Daniel ja guck ich mir später auch an denn David David sorry sorry man aber wie gesagt erstmal später wieder die ganzen Freundschaftsanfragen und die ganzen Nachrichten beantworten eine Stunde später danach haue ich mich erstmal eine halbe Stunde Stunde hin vielleicht noch zwei vielleicht noch zwei nach dem Essen vor allem vor allem der kamen wie lange dauert denn jetzt die Runde bitteschön Freunde ja du musst mal auf die Zeit oben ach nicht gleich bleiben natürlich wenn die Dicken jetzt zu euch kommen ne da 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 boah jetzt hab ich es die ganze Zeit im Kopf ja auch wie windert die da jetzt das jetzt geh glaube es wird sich nicht mehr Master ne was ist denn eigentlich mal mit dem Mandy mit dem Mandy Mit den Mandy. Oh Mandy. Vielleicht will uns Daddy das Mandy ja mal. Ja ruf mal an. Ruf sie an. So. Rufen wir mal dat Mandy an. Boah Traxy das wäre ultra geil. Die ist vom 18. bis zum 21. August. Warte rufen wir gleich dat Mandy an. Am besten ist immer wenn ihr uns auf Facebook addet. Und halt auch ZUG Zocker ohne Grenzen. Und dann können wir immer so in ja in Kontakt bleiben. Ist auf jeden Fall einfacher durch die Nachrichten dann als hier oder so Streams. Oder Playstation. Weil da guck ich öfter rein. Wobei meine Playstation auch jeden Tag hier läuft. Nur wenn ihr Bock habt natürlich. Dann können wir uns da mal unterhalten. Jonas auch an dich. Wär geil. Auch schön dich wieder dabei zu haben. Weil dann kann man mal absprechen an welchem Tag ihr so da seid. Dann würden wir natürlich schauen dass wir auch am selben Tag dort sind. Ich würde euch dann ungern verpassen. ja am besten nicht bis ich rufe das Mandy noch nicht jetzt an. Sondern erstmal wenn wir ein Zombie halten wollen. Ja. Willst du da mit der Quatschen? Jetzt das machen. Ja also. Ihr seht. Zwischendurch sollte man so'n Blödsinn dann nicht unbedingt machen. Wer weiß was was Mandy heute überhaupt nur sofort darf. Ich bin schämt. Erstmal hab ich schon mal. Ich werfe jetzt meins. Kaboom. Halt mal mit deinem Bogen rein. Ja ich ran. Ich werfe nächste Ärzte. Jetzt gehen wir uns ja richtig beef. Stuttakolle beef. So. Nächste Ärzte. Das wird richtig gemein jetzt gerade. Moni. Direkt mal noch ein Ärzte raus. Und die Ragnarock mal direkt unter dem platzieren. Machst du mal ein FG? Ich bin dabei. Hab ich. Lock den mal hier rein. Und das letzte Ärzte im Hinterherknall. Ist das schon drauf? Ja. Kaboom. Kaboom meine Freunde. Ja. Hat doch Spaß gemacht oder? Ihr seht so eine dicken Runde auf jeden Fall immer sehr witzig. Zwischendurch mal. Sorry. Ich muss mal zwischendurch meinen Rücken gerade machen. Du hast jetzt schon angerufen Monas. Hä. Bei Facebook anrufen könnt ihr gerne mal versuchen. Aber meistens sehen wir das da gar nicht. Ja eben. Weil ich hab's nicht gesehen. Aber ihr könnt uns gerne schreiben. Weil das werden wir auf jeden Fall sehr zeitnah beantworten. Sehr sehr zeitnah. Ansonsten hören wir uns ja auf jeden Fall in der Party, wenn wir mal online sind und Zeit dazu haben. wenn wir haben, wenn wir mal online sind. Ja wo gibt es jetzt noch was los. Ja wo gibt's nicht. Ja wo gibt's nicht, ich habten. Echt das schon mal auf. Aber ich habe sicherlich. ABRICHEN. Das war nur ein Teil an. Das war noch gar nicht. und der sieben Stunden Marke nehmen uns auch allmählich und diese diese langen Streams Freunde glaubt mir das geht richtig auf euren Kopf nicht nicht den Kopf verlieren nichts für schwache Nerven auf jeden Fall da braucht man Durchhaltungsvermögen und Frikadellen verdammt ich will Frikadellen vielen vielen Dank Traxy auch zum hundertsten Mal hören wir das immer wieder gerne alles klar Jonas bis schwer viel Spaß und viel Glück an alle die jetzt gerade neu dazukommen sind jetzt mal wieder ein wenig Schleichwerbung falls ihr uns noch nicht auf dem Schirm hattet guckt mal auf unserem YouTube Kanal vorbei zog zocker ohne Grenzen wird uns natürlich freuen oder auf unserer Facebook Seite mit dem gleichen Namen zog zog ohne Grenzen mein Gott wie verwirrt mich hier zog zog ohne Grenzen das sind nur noch 43 Stunden richtig mein Schild ist kaputt mach das nicht zocker vorfang kennt ihr das wenn ihr so übermüdet seid und dann anfangt so richtig geistig durchzubringen malala so wird es jetzt auch immer mehr werden ja 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 da könnte man davon ausgehen weil wir sind schon gerade im Anfangsstadium auf jeden Fall aber Mama kommt auf jeden so dann kommen wir überhaupt gar nicht in die Küche drin wuuu Denise Denise dann musst du in den Keller drin in die Liederschatulle die Kastanienmännchen die Kastanienmännchen ne die hat dich damit mit Mama alleine gemacht ne zusammengemacht mich alleine lasst mich mal einverlegen ja Läufer die Börsemörde ist jetzt nicht so geworden wuuu 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 wuu ah ist das so lustig wuu wuu ok dann halt wieder ernst an taf� legen Martin McPieuden isst gerade Chicken Wings Boah Leute. Hört doch mal auf über Essen zu schreiben wo sind meine Fikos schalalalala unten bei deiner Oma schalalalala Hei Rendo, schön, dass du auch wieder dabei bist. Hast du so gescheißen? Ihr werdet das gleich auch im Kopf haben, das verspreche ich euch. Ist übrigens von Scrubs, alle die es nicht wissen. Ja, ist das von Scrubs? Ja. Kein Plan. Ja, Lia. Wer hat zwei Daumen und Scheiß auf ihr gelabert? Bob Kelso, habe die Ihre. Hast du etwa einen Penny da rein gesteckt? Wenn ich gleich einen Penny da drin finde. Noch ein bisschen dran. Boah, die KFC schicken wenigstens drauf noch. Boah, Junge, das geht nicht. Junge. Harry Potter. Wieso schmeißt du ihn rund ihn mit der Verpackung, wie ich durch die Hüse? Junge, das geht nicht. So geht es nicht. Ob es an der Karabierkirche oder was macht der da? Du könntest es ja besser. Hm. Der alte Traxy. Was macht er? Was sagt er? Ich esse auch gerade Chicken Wings. Chicken Wings. Hm, lecker. Nein, passt. Ma, das ist doch scheiße. Mit dem Ohrwurm. Ich will mir jetzt einen rauchen. Passbar. Liegt einfach mal knapp 500 Kills vor mir. Und noch 2 Downs weniger. War nicht gut. Na ja. Und Prestige 4 Devil 30 Grad angekommen. Komm, das Ende Prestige Devil muss ich auf jeden Fall noch machen. Locker. Locker. Noch mal 43 Runden noch. Ja. Echt, wenn wir hier über die 80 kommen, ne, dann mach ich nächste Woche auf jeden Fall keinen. Was? Auf jeden Fall. Was? Irgendwer muss ja hier wohl immer die 100 Knochen. Wie wäre es mit ein bisschen persönlichem Freiraum? Nein. Oh, happy day. Damn David. Du machst uns nicht leidisch. Oh, happy day. Wie gesagt, Hunger ist natürlich schon richtig lange vorhanden. Ich hoffe mal, dass meine Omi jetzt gleich so langsam fertig ist. Du kannst dann aber am Ende die Runde einüberhalten, dann geh ich mal eben gucken. Was? Ja, dann gehst du doch. Ne. Ja, also. Du verlangst jetzt wohl nicht von deiner Omi, die irgendwo nach oben krankst. Na klar, was du denn. Was? Wer bist du denn? Ja, was? Wer bist du denn? Oh, das wird eng. Arbeit passt. Uh, da war es jetzt aber sehr sehr knapp. Ein Klatscher noch und mein Bildschirm wäre rot gewesen. Ein Kalalatscher. Da guck halt dann. Ja, sag du mal. Mach' wir uns schnell. Kippchen an meine Freunde. Das schau ich nicht. Ey, ich schaff' noch nicht mal hier bei mir. Hast du kein Effi mehr? Doch. Ich hab' schon mal gesehen. Ja, dann lass mal nicht mehr besser der Band. Ja, sehr verlockend. Damn David. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich freu' mich jetzt schon mega krass auf die Erstens kommt's ein bisschen darauf an wo du wohnst. Und dann freu' ich mich jetzt natürlich auch auf die Frickos von meiner Oma. Die besten Frickos der Welt. Ihr Fleischmaden wollt wohl auf Tor für Sie gehen. Zu rauchen, wenn man Hunger hat ist auch mega eklig. Ich kann's ehrlich sagen. Aber stillt natürlich auch ein wenig den Uhr. Dann schon mal. Danke, Danke! War's Breakdance zu mir, Leon? Krass, krass, krass. Ich war auch schon so auf der einen oder anderen Jam. Habe ich bei Ihnen auch schon mal angesprochen. Die letzte, auf der ich war, war Break the Cologne. Auch sehr sehenswert. Musst du dir mal gehen, wenn du Bock und Zeit dazu hast. Ich habe die damaligen Europa-Weister noch gesehen. 2 gegen 2. Sammelt euch nur, das gibt ein Blutbad. Ja, Traxy auch. Und ich ein herzliches Dankeschön schon mal, dass du so lange dabei bist. Game Sieger echt eine normalen Frage. Ich weiß nicht, ob du hier gerade irgendwo bist. Aber mein richtiger Name ist Pascal. Das mit dem Abarschen ist natürlich jetzt so eine Sache. Coole Sache auf jeden Fall. Ob wir die Nacht für die High-Round durchmachen würden. Ja, also. Wenn ich jetzt gleich Frikos im Magen habe, Marcel, dann Hi Hardcore, also Marvin oder Flori. Oder ihr beide. Wenn ich gleich Frikos im Magen habe, dann würde ich die Nacht auch dafür durchmachen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt echt so langsam, der im Hunger. Nico, erst Runde 57, sehr witzig. Wenn du es schneller schaffst, dann hau mal rein. Ohne zu blitzchen, aber mein Freund. Aber ich denke, das war auch eine ironische und witzige Frage. Wir nehmen das ja eh nicht böser auf, Christine. Du bist Game Sieger. Nico, sehr gut. Du hast gerade eine Echtnamenanfrage gestellt. Mein echter Name ist Pascal. Der von meiner Frau Christina. Marvin, sehr gut. Ja, wie du siehst, sind wir noch fleißig dabei. Zu zweit dauert es ja ein wenig länger. Aber 57, unten haben wir schon mal haben serviert. Wir sind schon mal gut dabei. Nur langsam fragt der Huber. Das ist voll wahnsinnig geil von euch, dass ihr uns so lange hier zuschaut. Ja, Mann. Wir unterhalten euch natürlich übertrieben gern. Oh, das ist so schrecklich, denn. Das riecht ihr nie wieder weg. Ich hab noch einen. Ja, fett, dann halt mal deinen. Jetzt soll ich auch noch meinen hier halten. Ja, und am besten, dass du passt auf. Ja, wie gesagt, die Runden, die werden natürlich immer länger. Ich leg dir den mal zu Not hier hin. Ich geh jetzt eben mal wegen den Fikadellen. Da ruft deine Oma auch schon. Da ruft meine Oma ein perfektes Timing. Bis gleich, Leute. Da sind die Frikos endlich fertig. Ja, ich hab zwar Spinnennetz, aber ich hab meine Granaten ja schon verbraucht. Wenn nicht, hätt ich sie jetzt weggeworfen. So. Uff. Das wär natürlich jetzt ärgerlich gewesen. Ja, Daniel, mach ich auch auf jeden Fall nach der Runde. Jetzt gerade schlecht, weil ich sowieso den letzten Zombie halten muss. Da Christina jetzt gerade für uns die Frikadellen von meinem Bomi abholt. Die wohnt hier unten im Haus. Ja, Marcel, man weiß es noch nicht. Wie gesagt, es kann auch schnell vorbeigehen. Aber wir geben uns natürlich allergrößte Mühe, das noch ein wenig länger durchzuziehen. Okay, Daniel, kannst du mir beim nächsten Mal zeigen. Wir sind gerade voll drin, Marvin. Wie gesagt, hab ich ja vorhin auch schon mal zu euch gesagt, wenn wir weit genug kommen, dann wird's heute leider nichts. Und im Moment sind wir halt weit. 57 würde ich jetzt ungern abbrechen. Ja, korrekte Sache auf jeden Fall. Kann ich gleich mal zwischendurch, wenn ihr irgendwann on-air seid, mal hier simultan an meinem Rechner anmachen. Dann habt ihr schon mal einen fleißigen Zuschauer zwischendurch. Natürlich schreibe ich dir, wenn ich gesehen hab, aber wie gesagt, es könnte etwas später werden, Daniel. Oh, Leute, unfassbar. Knapp sieben Stunden jetzt wieder dabei. Das geht natürlich ordentlich auf die Birne. Zum Glück bin ich jetzt schon nicht mehr so erkältet. Jetzt so langsam echt mal was futtern. Das hau ich mir natürlich jetzt gleich auch schnell rein, damit ihr nicht so lange warten müsst. Das hau ich mir nicht so lange. auch ehrlich gesagt kein wissen weil ich nicht so der glitsch fan bin ja entweder morgen oder wie gesagt nächste woche am wochenende ich kann euch das nicht versprechen weil wir haben jetzt auf jeden fall mehrere tage hintereinander hart durchgezogen und kann sein dass wir uns morgen mal einen tag pause gönnen das will ich aber jetzt auch noch nicht festlegen deswegen da müssen wir auf jeden fall dann morgen noch mal drüber sprechen kennt ihr das bevor ihr endlich was futtern könnt wie das wasser schon so allmählich im mund zusammen wird und frikandellchen selbst durch meine erkältete nase riechen sie noch richtig gut ein fettes liebes dankeschön natürlich an meine homie mal ein wenig blödsinn zwischendurch machen wäre natürlich ärgerlich gewesen wenn ich jetzt gestorben wäre meine höchste runde hier im solo modus war 76 auch auf unserem youtube channel zog zocker ohne grenzen zu sehen und die von meiner frau 80 heute mal in kombination meine frau und ich ketten werde ich auf jeden fall machen ich weiß es auch nicht wo er gerade ist so wie gesagt jetzt eine ganz kurze futterpause und dann geht auch gleich direkt wieder weiter mit neuer energie jetzt erstmal was in der wämpchen reinhauen wie der captain gerade schon so schön gesagt hat schön mit mayonaise am besten frikadellen bei der gelegenheit mache ich schon mal direkt ein bisschen noch so ein kleines misstblad meine freunde hurensohn schuldigung aber es färbt so ab keine bösen wörter vielen vielen dank kling 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 mit mayonaise wie kling kling auch die kling mein gott ich lese aber bis zu einem Punkt und dann lese ich weiter kann nee aber so mit senf ohne farbe weißt du Warum ist denn der so schnell? Spasti. Das ist wahrscheinlich auch der Dandy. An sowas störe ich mich gar nicht. Meine Geduldsspanne ist aber bei sieben Stunden schon nicht mehr so groß. Das verstehe ich auch nicht, Traxy. Ach so. Ach du Scheiße. Eti habe ich gerade so einfach gesagt. Hast du uns seinen Namen schon verraten? Etal. Ja, der war doch kurz einmal. Etal. Burki oder so. Burk. 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 Atvia. Burk. Burk. Gua. Burk. 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 Was ist ein Pilmetten? Ja, ja, bla bla. Wir uns provozieren lassen. Niemals. Und von dir Witzfigur. Wir machen nur aus Spaß ein bisschen mit. Eftal. Ja, habe ich doch gesagt, oder? Eftal habe ich ja so gesagt und Eftal habe ich auf jeden Fall gerade gesagt, das weiß ich. Nein, nicht oft Burger King, öfter mal McDonalds, aber es kommt immer ein bisschen darauf an, wann wir so von der Arbeit kommen, ob wir dann noch selber Lust haben zu kochen. Und meine Omi auch mal zwischendurch, was für uns mitmacht. Bruno, wir spielen sofort, gib uns bitte noch eine Minute. Wir haben noch nichts gegessen heute. Wie gesagt, wir sind sieben Stunden dabei, verzeih uns das kurz. Wir müssen uns jetzt auch erstmal ein wenig mehr Kraft am tanken, kurz was futtern und was trinken. Und dann geht es direkt weiter, Bruder. Boah, ist ja voll geil, Black Shark. Ja, Mann. Ich habe schon öfter mal russischen Salat gegessen. Mhm. Auch. Wie gesagt, unser Teamkollege, Vision 89, auch ein Russe. Alles klar, Dave, viel Spaß euch beide. Alles klar, Tracks, die wie gesagt haben wir gerade mitbekommen. Stört sich ja nicht, wenn ich auch, ne? So. Jetzt nur noch Dettin schön eben fertig essen und dann geht es weiter. Boah, der tat schon mal richtig gut. Übertrieben, ey. Direkt nicht mehr so krasse Kopfschmerzen. Wie gesagt, die fünf Minuten gönnen wir uns jetzt auf jeden Fall. Oder von mir aus noch zehn Minuten. Unglaublich. Coole Sache auf jeden Fall. Boah, wie geil. Türkisches Essen auch richtig geil. Ja. Ja, mein Omi ist noch gebürtige Jugoslawin, heute ja Serbien. Und die macht auch richtig geile Sachen. Alles immer sehr deftig. Ja, die anderen Nationen sind uns Deutschen beim Essen zu bereiten auf jeden Fall einen Schritt voraus. Auch russisches Essen sehr, sehr lecker. Ja. Miau. Hi Mr. Moots. Auch danke für deine Freundesanfrage. Ich hatte gerade richtig Lust auf Chicken Wings. Ist es fertig? Mhm. Von mir aus können wir auch dabei rauchen. Wir auch. So, dann gehts endlich weiter Bruno. Wenn ihr noch da bist. Oh, Hunde, Hunde wäre jetzt sichtlich perfekt. Natürlich nicht. Sehr schön, dass du noch da bist, Bruno. Ja, Mann. Ja, Mann. Auf jeden Fall, ich bin auch nicht so der japanische Fan, zumindest nicht was deren Küche angeht. Oh, chinesisches Essen, so was Chinesen essen kann. Ach, ey. Muss ich sein. Da gibt's schon bessere Sachen. Ja, ich mach's einfach. Ja, genau. Jetzt sieht's aus. Also, die Zigarette ist aus. Schnell kurz weglegen und so. Jetzt wird mein Kater gleich wieder probieren hier hoch zu springen. Ich seh schon in seinem Gesicht. Ich seh schon mal drin. Ach, herrlich. Ich seh schon mal drin. Ich seh schon mal drin. Du siehst mal drin. Ach, herrlich. Ich hab genug von dir. Ich hab genug von dir. Ich hab genug von dir. An der Stelle nochmal vielen vielen Dank an euch fürs Zusehen, eine ganz ganz lange Zeit, richtig korrekt von euch. Auch mit kurzen Unterbrechungen natürlich, aber wir probieren es natürlich ordentlich hier durchzuziehen. Ich hab die Falle angemacht, ich Idiot, und stand noch ein bisschen runter. Nee, ist schon, bin schon. Ich stand nur mit dem Rücken dran. So, dann kann ich mir gleich auch mal ein Kaugummi ziehen. Total sinnlos. Hier waren überhaupt gar keine Zombies. Naja. Das kann passieren. Nach 7 Stunden zocken. Begreif dir Fleischsäcker langsam wie das läuft. Adozial ist schätzig. Alles klar, Nico. Na los, zeigt mal was ihr könnt. Bis später. Dir auch vielen Dank fürs Zusehen. Auch von mir an dieser Stelle. Kommt schon, Leute. Wie wär's mit ein bisschen persönlichem Freiraum? Und auch an den anderen Nico, schön, dass du da bist. Wie lebt es euch im Auge des Sturms? Solange ihr weitersterbt, feuere ich weiter. Und dann. Wir gegen mich, Madengesichter. Das wird mir nie langweilig werden. Vergiss es! Das war viel zu lange ruhig. Hör mal, da musst du da drauf wieder sein. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt gerade auch mal endlich was gefuttert. Und zu zweit, wie gesagt, eine Runde dauert schon 15 Minuten locker. Könnt ihr euch ja mal so ausrechnen, wie viel Zeit man für eine Runde braucht. Äh, wie viel Zeit man für sieben Runden braucht. Das dauert jetzt natürlich immer etwas... Mega lang. Ja, da muss man sich halt ein bisschen durchbeißen, ne? Ja. 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 Wir rennen hier prinzipiell sieben Stunden nur im Kreis, da hast du nicht unrecht. Wir haben beide einen Sony, was ist das für ein Modell? Kein Plan. Ja. Xperia Z3. Xperia Z3. Da weißt du es jetzt. Hast du dir halt noch einen Schild geholt? Ja. Das ist ja krass. Ich habe gedacht, das muss mal wieder sein. Ich würde mir auch gerne wieder einen Kaugummi geben. Mhm. Aber jetzt so mitten in der Runde... Ich mein, du hast Äffchen, ne? Nee, aber ich hab gerade jetzt gewonnen. Oh! Ja. Das wird gleich übel. Nickerchen im Dreck gefällig, Fleischsack! Ja. Ja, es ist sehr gut. Ihr Matsch, wer glaubt ihr habt mich umzingelt? Ihr seid gelaufen! Jetzt gerade so etwas tiefer in der Konzentrationsphase auf jeden Fall, wenn man jetzt schon so weit gekommen ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein cooles Handy. Wenn man jetzt schon so weit gekommen ist, will man es natürlich nicht verkacken. Ansonsten waren es halt nur 7 Stunden im Kreis rumgelaufen. Aber wenn ich irgendwas Produktives zu sagen habe, oder auch weniger produktiv, antworten wir auch gern drauf. Ja, wir denken gleich auf jeden Fall dran. Weißt du, wer Bautomabus ist? Nein, ich bekomme auch nicht zum Schluss. Stimmt unten. Weißt du, Mensch, wir haben ja schon mal nicht. Geht mal nebeneinander das funktioniert nicht so ganz weil ähm, der Radius von der Cam dann nicht so oder meinst du hier auf der Map nebeneinander? Ja, ja, weiter sterbt! Feuer reicht weiter! Ja, das geht dann zwar schneller, ist aber auch viel, viel anstrengender immer Okay, aber auch nicht. Ich glaub, er repeat ist ja Alles klar, Mr. Barth! Ciao, ciao! Ja, Rakete oder dann... Ach, ich guck mal eben kurz Ja, bei Raketen ist einer Da nehmen wir mal eben kurz eine rein Einen Nachbeschlag Hab ich gar nicht mehr Schade Ja, ähm, die Schwierigkeit besteht ja auch nicht wirklich darin, ähm, dieses Kreislaufen Sondern, ähm, es ist halt hart Und wie gesagt, Bruno Wir gehen auf jeden Fall jetzt nicht nebeneinander, damit's schneller geht Dann nehmen wir uns lieber die Zeit Jetzt haben wir schon so viel Zeit hier investiert Da, ähm, knallen wir das lieber vernünftig durch Ich versuch schon immer so oft wie möglich jetzt die Ragnarok reinzusetzen Und hier Ja, ich schreibe es nach Ja, Trixie Ihr Hirndürmer! Bringen wir es hinter uns! Kommt her! Das wird mir nie langweilig werden! Vergesst es! Die Tauern lassen auch jetzt immer öfter auf sich warten. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn man in so einer Runde ist, dann wird es natürlich heftig. Ihr werdet elektrisiert, Fleischsäcke! Das könnte auch mal so langsam oder maximal eine Muni fallen. Hätte ich nichts gegen, wenn wir mal... Wann ja... Hi! Schön, dass du auch wenn du da bist! Und hi, Marco! Hi, Marco! Ja, gucken wir später mal! Hi, Marco! Max Lee, das konnte ich mir auch merken! Der Maxi! Ja, wie du siehst, es läuft ganz gut bei uns! Bis jetzt... Zwei und drei Downs! In Runde 58 geht es schon noch klar! Geht bestimmt auch besser! Haben wir zwischendurch mal die eine oder andere Konzentrationsschwäche leider gehabt! Ja, und es geht immer weiter Richtung... ...Level 100! Das dauert natürlich ewig lange! Ja... Aber erst mal gucken, wie weit wir kommen! Vielleicht gönnen wir uns ja auch gleich mal 1-2-Runden für den Bruno hier oben zu zweit! Damit es mal ein wenig interessanter wird! Dann, dann, dann! Machen wir es so, Bruno, falls du noch da bist... Bei den nächsten Maximal-Munny... Laufen wir hier oben mal... 2-3 Runden zu zweit! Yes! Mach halt zwei, super. Ich hab schon ewig keine Sicherung mehr gekriegt. Vielen, vielen Dank Marco. So langsam zerrt es natürlich auch an den körperlichen Kräften. Ja. Ich rede auch zunehmend weniger daran, uns allein zu erkennen. Meine Frau hat gerade... immer Freundin finde ich immer cool. Da halte ich mich immer dran auf. Sie benutzt gerade den Feuerbogen, Nico. Vielen, vielen Dank auch an dich, Sasa. Wie gesagt, das geht bestimmt auch alles ein wenig schneller. Wir machen zwischendurch natürlich auch mal so ein paar Pausen, da wir heute noch überhaupt nichts gegessen haben. Gerade mal ein paar Frikos reingeknallt. Und halt auch so mal zwischendurch die eine oder andere Pause. Deswegen, das hält natürlich auf. Aber... wie gesagt... das muss halt auch zwischendurch mal sein. ... ... ... ... ... ... ... An der Stelle auf jeden Fall noch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, schaut mal auf unserem YouTube-Kanal ZOG Zocker ohne Grenzen nach. Da auf jeden Fall auch schon ein paar sehr interessante Videos zu sehen. Ich grüße dich sehr gerne, Emia... ...Daklar. Ich hoffe, ich habe es richtig genug für mich ausgesprochen. Holen wir uns mal schnell wieder ein Schild. Sehr witzig Bruno, die Frage beantwortete ich dir natürlich nicht. Aber... ...wenn du gut aufgepasst hast, sind wir miteinander verlobt. Ich weiß ja nicht, ob du einfach Frauen einen Heiratsantrag machst, wenn du noch nicht Sex mit ihnen gehabt hast. Aber eine sehr nette Frage. Du meint bestimmt, ob wir schon mal einen Haustier gehabt waren. Ach du... ...vielen Dank Nico. Hallo. Ist doch der Nico, oder? That's nice. Ja. Also eigentlich Niklas, aber Nico. Okay. Manchmal komme ich ein wenig durcheinander. Sorry Leute. Ich habe gerade beschlossen. Wir laufen doch nicht zusammen auf dem Dach. Für den Bruno mache ich das nicht. Okay mein Zocker, dann liegt es aber gerade entweder an YouTube oder an deiner Leitung. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch anderen ist, ob es bei euch auch leckt. Ja, normalerweise... Ja, wir tracken sie schon mal nicht. Und das ist schön Bruno, dass du uns abonniert hast. Aber wie gesagt, solche Fragen finde ich immer sehr sehr witzig. Und auch ein bisschen behämmert. Und sehr gut angebracht an der Stelle auch. Auf jeden Fall auch. Und Nico auch nochmal von mir. Ein Liegen Dank an dich. Dann wirst du wahrscheinlich auch nächste Woche gehen. Was die Streams und GTA 5 Streams meiner Wenigkeit sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bei jedem, der uns zuschaut. Und langsam geht mir echt meine Muni flöten. Joa, das hält sich noch in Grenzen. Das war jetzt nicht so schön. Ich bin irgendwie in der Scheiße. Ich bin irgendwie in der Scheiße. Zaza, wir sind 26 und 24 Jahre halt. Also ich bin 26, meine Frau 24 noch. Im nächsten Monat 25. Abo! Boah! Ultraschut! Okay, gut, dass du noch gerettet hast. Ihr seht, es kann auch sehr schnell vorbei sein. Ja, das freut uns natürlich auch immer sehr. Ja, wir ziehen die Leute halt manchmal in den Back. Mal mehr, mal weniger. Versuchen euch ja auch relativ angenehm und auch spaßig. An welchem Datum meine Frau 25 wird. Wollen wir das verraten? Ja, komm, wir wollen es verraten. Ja, komm, wir wollen es verraten. Ja, komm, wir wollen es verraten. Ich habe am 1. April Geburtstag... Das kann ich mir glauben, aber es ist so. Boah! Das war jetzt schon richtig knapp. Ja, Niko und... Also... Vielen, vielen Dank, Sasa. An dieser Stelle schon mal an Niko, Traxy, Jonas... Marcel. Ja, Marcel, Flo, Marvin. An allen schönen Grüße, die uns so zahlreich zuschauen. Ob länger oder weniger. Egal, immer sehr fleißige Zuschauer auf jeden Fall. Die Munition, die kommt einfach nicht. Ja, Mann. Unfassbar, da ist mein Schild wieder down. Solange nur dein Schild down ist. Ich meine, ein Phoenix aus der Asche habe ich noch drin. Ja, aber ein viertes Mal down gehen muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Hi Leon, schön, dass du auch wieder dabei bist. Na? Na? Da wollte er nicht angehen. Ich will unbedingt ihre Gesichtsausdruck sehen, wenn sie zuschlappen. Vielen, vielen Dank, Niko. Oh, jetzt bin ich richtig angequetscht hier. Oh, nice. Nice gerettet. Schade, dass man uns nicht sehen kann. Am Eckpfeiler noch. Der alte Eckpfeiler. Der alte Eckpfeiler. Der alte Eckpfeiler. Der alte Eckpfeiler. Ja, jetzt wird's auch nur umgehen. Ja, Ferien sind auch ne schöne Sache. Genießt die auf jeden Fall. Sehr harig. Und wie gesagt, wir können gerne mal hier oben zu zweit warten. Ja, aber nicht mehr so wenig Mimis. Ich brauche eine Dusche, um das ganze Blut abzulaschen. Mit den Ragnaroks und so ist bestimmt auch mal ne witzige Sache. Gucken wir gleich mal. Naja, witzig, witzig. Ja, schielt es so. Oh, das geht, das geht. Wenn du da bist, sollst du so viel schwer werden? Das ist nicht wahr mit der Motivation. Jürgen. Florian. Ich weiß nicht genau, warum du hier bist. Die Frage musst du dir selber sagen. Witzig, wann du sie das ganze ist? Jürgen. So lange, ihr weiterstirbt, feuerreich weiter. Wo bin ich. Wo bin ich und was mach ich eigentlich hier? Gib dir, Traxy, knall mal richtig einen raus. Mach deine Heimung? Ne, muss auf Klo. Ja, das ist natürlich sehr schade Leon. Das wäre schon fast eng geworden. Heute gibt es schlechtes Wetter. Vielen Dank Florian. Das freut uns doch. Dann beantworte ich die Frage auch auf jeden Fall mal vernünftig. Man weiß zwischendurch nicht mehr, wer einen hier stressen und wer einen hier gut zureden möchte an der Stelle auch wiederholen. Du bist auf jeden Fall auf dem ZUG Zocker ohne Grenzen Channel gelandet. Kannst du dir gerne mal angucken. Im Moment viele Videos vom Eisen und Drachen dabei. Aber wir werden natürlich jetzt auch in der nächsten Woche endlich andere Spiele in Angriff nehmen. Sehr lecker an der Stelle. Die Muni wird auch so langsam so der King-Up. Die Muni wird auch auf jeden Fall zur Verfügung. Okay das ist schon ganz schön. Derurm ist echt gar nicht für dich, aber derg ist normal. Die Muni wird auch in der Nähe hochgeladen. Die Müni wird auch in der Nähe hochgeladen. Die Müni wird auch in der Nähe hochgeladen. Die Müni wird über die Milch werden verkauft. Die Müni wird doch nur auf jeden Fall angeschafft. vor allem wie lange jetzt so eine runde dauert auf jeden fall eine heftige sache zehn stunden von uns hat noch keiner am stück gezockt so langsam in die richtung herzlichen glückwunsch leute wie gesagt florian das ist auf jeden fall nicht unser hauptaugenmerk unsere videos oder unser stream nicht gefällt brauchst du uns auch nicht abonnieren gar kein problem schon mal schön dass du dich hierhin verriert hast und eine runde zuguckst vielleicht auch mehrere das freut uns auf jeden fall schon mal an der stelle begreift ihr flaschen langsam wie das läuft munition ich höre dir zu ich höre dir zu an alle die es auf jeden fall noch nicht gesehen haben kann ich auch noch mal appellieren schaut euch die spezial folge vom letzten wochenende an auch immer wieder witzig zwei davon gibt es es wird zeit sie zu durchlöchern sparen wir die moni doch mal eben kurz ein bisschen ein da liegt auf jeden fall irgendwas da liegen jetzt mehrere sachen aber warum soll ich mich nicht konzentrieren macht das nur ein schreiber toll abschüsse mal hören letztige waffen dazu sage ich nicht nein 26 aber entgeht ab muni muni sauber sehr schön dann komm mal hoch ja mal ein bisschen fax hin runde 60 kann man sich das so langsam mal erlauben ja black shark ich habe munitionsbomben drin aber ich muss phoenix aus der asche behalten nico da gibt es auf jeden fall auch keine bestimmte uhrzeit wir streamen immer wenn es uns gerade passt jetzt laufen wir oben auf 2 bestimmte witzige sache werden witzige sache werden witzig rein nimmt dann schon ein bisschen was mit es ist dein feuerwerk der gibt mir voll auf nerven das ist ja ich weiß das ist bei mir schon seit fünf Jahren und dann mal hast du auch ne rakenhock ne noch nicht ach komm warte ich bis du deine auch noch hast kannst du mal zusammen reinknallen abo 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 hier unten zu zweit laufen ist natürlich nicht so einfach aber machen wir jetzt einfach mal paar runden ich konzentriere mich nur auf mich ne ja ja da hab ich mal krass abgeführt ja das war richtig scheiße auf jeden fall von dir sorry aber das kriegen wir mal hin meine rakenhock das war richtig scheiße von dir ja das war auch lohnt ja kein phoenix aus der asche mehr ja so dann genau knall du mal dahin ich knall dir gleich hier hin so lange mehr weiter sterben feuerreich weiter mein shield ist kaputt ja dann aber schnell bis zum affen ich hab das damit ab ich fliege die langen ja wir hoffen auf also ich weiß gar nicht was wir so weit kommen zeit ist konzentrationsmäßig gesehen sehr heftige sache auf jeden fall aber wir gucken mal euch zuliebe versuchen wir natürlich weitestgehend durchzuziehen und so hoch zu kommen wie nur möglich naja doch blöken so dann nicht zusammen und ja jetzt dritte oder doch du läm' er hat noch das mal um 60 Euro und zu zweit rumlaufen wenn ich auf jeden Fall war Ja Oha, danke Ja Boah, was hier alles am Blinken ist, ne? Komm, wir geben uns mal die Falle Ok, mach an Ich bin dran Ach Leute Es geht Stunde 8 entgegen Ich hab noch genug Boah, danke Das bekomme ich natürlich mit meinem Bogen nicht so schön hin So, ich kann die Deine ausbauen Coole Sache Jetzt häng ich hier voll fest Ich hab kein Schild mehr, ich geh mir mal ein Mois holen Ja, okay Abschirm Ein Affchen Ich geb mir selber Raum an Affen Das sieht stabil genug aus Die wissen gar nicht, wo die hier lang laufen sollen Wenn der eine Ragnar, oder ich benutze gleich meine Ragnar auch noch Zwei Schwitzer Ein Controller Das musst du vielleicht mal beantworten Ich kann gerade nicht gucken Ich kann gerade nicht gucken Heute gibt es Schlechtes Wetter Verstehe ich nicht Verstehe ich nicht Vielleicht, dass man sich abwechselt, oder was? Erläutere dies Erläutere dies Und dann werde ich dir eine andere Erläutere dies Dann kriegst du was Genau Wenn ich alles was du brauchst Oh, da bist du Oh, da bist du wie eine Konzellatur Ich renne voll einer Mois hinterher Wir sind mit dem Mit dem Mit dem Mit dem Mit dem Mit dem Ich laufe einfach nie vorbei Stau auf der Ei 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 Auf der ei 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 Also verballert man auf jeden Fall mehr Muni Auf jeden Fall Und es ist auch viel viel schwieriger Aber wie gesagt, so als kleinen Hits zwischen euch, kann man sich ruhig mal so eine Runde geben. Komm, machen wir mal das Föhrchen an. Was war denn? Was ist denn hier? Die will ich haben. Ich habe auch schon keine mehr. Ab geht's! Ab geht's? Du hast kein Schild? Boah, was kommt denn hier? Da ist eine Spinnenskanade. Puh! Oh Leute! Runde 100 schaffen wir niemals, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wir brennen jetzt schon so übel die Birne. Ja, mich hält es gerade ein wenig auf, aber... Puh! Er frischt mich ein wenig auf, aber... Und dann muss ich ihm Recht geben. Ich bin ein wenig auf, aber... Da ist doch so eine Granate gewesen! Da... Und... Ich bin von Allah! Ich bin mit der Falle weggezogen! Ach du Kacke! Das ist doch eine witzige Sache auf jeden Fall. Du die rechte Kontrolle, die Linke... Ach du Scheiße! ja aber war es wir müssen uns hier schon gegenseitig noch ein bisschen motivieren weil mich verloser so langsam die Konzentration 60 aufzuheben ist natürlich auch nicht so schön da muss schon wenigstens nur 70 stehen aber selbst dann ist eigentlich an 2 nach 7 schon eine Hardcore Sache also zu zweit dauert es einfach wesentlich länger als alleine ich brauche eine Dusche um das ganze Blut abzuwaschen mein Bogen ist jetzt auf jeden Fall so langsam ich gebe irgendwann Kaugummi holen ne bis gleich ach guck mal 61 keine Ahnung wo gerade ein Kaugummi Automat an ist euch nicht ja leute 61 krass auf jeden Fall so langsam könnten wir aber dann rund rum bekommen ja ja r und das ist gar kein Problem die die sich gegen den beiden dran schließen möchte immer die Wien ich glaube die Rakete ist nur noch ich habe natürlich jetzt noch nicht da in den zweiten Rappenraum guckt aber ich spring jetzt einfach mal zur Rakete Tschüss ne? Ciao hier ist auf jeden Fall am Königs aus der Ausstellung habe ich leider nicht mehr also ich wäre auch mit Runde 70 zufrieden sag ich dir ganz ehrlich ich auch so langsam aber sicher gucken wir mal ob wir bis Runde 70 kommen hätte ich auch Bock auf ein kleines Päuschen ich meine ich bin sowieso nur so voll die zockverrückte es könnte sein dass ich dann aber auf jeden Fall alleine vor einem Waffenspiel noch zock oder was an der Xbox mache aber alles mal schauen ich würde mich nach dieser Runde auf jeden Fall hinlegen meine Freunde so langsam ist die Luft raus 8 Stunden jetzt schon fast dabei und dann plus die ganzen anderen Hardcore Runden die wir die letzten Wochen in den letzten Tagen natürlich gezockt haben das geht natürlich ab Gucken wir erstmal wie weit wir kommen wenn es jetzt gleich erstmal eng wird mit der Munition dann dann hole ich mir eigentlich nichts dazu an zu sehen aber das scheiße wegen 5,6,7 ach kannst du dir durchleben also ihr seht auch hier oben geht eine Runde nicht unbedingt wesentlich schneller auf gar keinen Fall die Runde dauert genau so lange wie wenn man getrennt läuft mit dem Riesenunterschied dass es hier oben zu zweit einfach viel viel schwieriger ist jetzt habe ich die Granate wieder nicht bekommen mein Schild ist jetzt kaputt mein Schild ist jetzt kaputt tschau 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 aber da komme ich jetzt nicht hin boah ich jetzt gerade hier auch nicht so erstmal ein wenig alleine hier oben weiter das war auch nicht allzu einfach das war auch nicht allzu einfach muss man jetzt immer schön aufpassen so sie ist so du ist du 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 einen schönen Tag, auch wenn es natürlich sehr langwierig hier ist, aber macht auch irgendwo Spaß. Natürlich, sonst würden wir es endlich machen, ne? Hohoho, da habe ich jetzt gerade fast 14 gemacht. Ich habe nur noch 13 Bogen, Muni. Ich habe nur noch 17. Mal gucken, wie wir gleich ohne Bogen hier so klarkommen. Meine Brötchen noch passt voll, aber das wird sich jetzt auch so langsam ändern. Meine Brötchen. Ey, mein Kulturer. Ja, ja, mach gleich. Fühl nichts aus der Arsch im Moment. Stimmt, ich auch. Ach, nee. Eine Sekunde, aber sofort. Ja, mach mal schneller. Naja. So. Da ist der Conti wieder an. Ist er wieder da? Warte. Fühl nichts aus der Asche rein. Unfassbar total vergessen. Ja man, ich aber auch. Fühl nichts aus der Asche rein. Jetzt, der nächste Daumen. Komm in die Fallereien, kochen. Die Fall ist nicht angegangen. Wie geht das denn? Wir zaubern schon seitdem, wir so 5,6 wer heißen eigentlich. Vom Kind, ne? Ja. Jo. So. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ihr seht, wir müssen auch erstmal bis 70 kommen. Ist nicht allzu einfach. Finde ich das auch nicht schlimm, 60 ist akzeptabel, 40 war unser vorheriger Rekord. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall erstmal auf Jugga konzentrieren. Und das kaufe ich mir dann irgendwann vielleicht jemanden reißen. Da muss ich mal ein bisschen anders laufen, gar kein Problem. Ja, jetzt haben wir 3 und 4 K.O.s leider schon. Die 1000er K.D. ist natürlich trotzdem noch drin. Aber ist schon nicht mehr allzu einfach. Wir wollen runde laufen und dann hau die Falle gleich mal ruhig an. Ich mach jetzt mal an. Ja, das Ding ist allerdings, wir zocken jetzt halt auch schon 8 Stunden. 8 Stunden ist schon nicht wenig. Ja. 3 Schüsse nur noch. Ja, danach solltest du vielleicht dann mal... Ich geh jetzt schon mal mal nach hinten. So. Ich laufe jetzt mal gepflegt hier unten an meiner Rekete. Auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich kann mir gleich mal irgendwann einen Bogen ziehen. Und meine Perks brauche ich natürlich auch nicht. Kaugummi kann ich gleich erst in der nächsten Runde ziehen. Ey, Wahnsinn. Ich hab nicht den Bogen verloren, ne? Und meine Veggie verloren. Ja, hatte ich auch. Ich glaub, das passiert nur beim Bossfight. Ich hab nicht den Bogen verloren. Sehr viel Glück dabei gehabt. Jetzt werden die Zombies immer gemeiner hier. Gar kein Problem, Drexie. Sehr schön gemacht hast du das auf jeden Fall. Hätte ich auch gemacht, an deiner Stelle. Klar muss jeder es für uns selbst wissen und auch, wenn Kinder der Meinung sind, sie sollten das schon machen. Aber dann, wenn sie für Feuer oder was auch immer andere und Ältere fragen, wünschen sie auch damit rechnen, dass man das nicht gut heißt. Hier unten geht auf jeden Fall schon mal die Party ab. Ich bin jetzt voll gerne wegen meinen Bogen, aber ich traue mich nicht an den Kogummi-Automaten. Geschweige, dann weiß ich auch gar nicht, wo der gerade ist. Der ist bei mir hier oben. Könntest du gerne machen, ich habe noch 9 Moni. Ja, super. Ich habe jetzt keinen mehr auf. Ja, wir kommen gerade neu. Ja, okay, wir kommen jetzt auch. Ihr gegen mich, Madengesichter! Ah, das ist mies, weil ich genau da lande, wo die ist. Egal, ich komme jetzt einfach mal. Ich gehe mal direkt weg. Ich bin, der da gelangt hat und dritte voll von hinten und rechte Schlüssel. ist reisende ich weiß auch nicht was er gerade hat nein Dave ich reagiere darauf nicht was soll ich dir zu sowas sagen wozu? ich brauche eine Dusche um das ganze Blut zu lassen kommst du jetzt nach oben? Jep jetzt wird man wieder eine Runde im Hof gelaufen das ist natürlich ehrlich das ist natürlich ehrlich da ist noch nicht mehr drin doch ich könnte mir vorstellen das ist wahrscheinlich nicht oh I did try Ich bin noch nie gerne geflogen. Ja, ich brauche jetzt gar nicht unten zu versuchen, weil mein Bogen eher ist. Raus aus. Mit Zahn. Ich hab nur drei, drei, drei von mir. Das will ich ja nicht mehr fragen, wenn ich das mache. Bei mir wird es übel. Ich hab mir das damit abgeholt. Dann soll ich jetzt reinholen. Wenn du willst. Was soll da schon schief gehen? Schneller wieder. Schneller braucht man. Ob ich hier neben rauskomme? Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Ohne Bogen hier oben ist. Ich hab auch nur noch vier Schuss. Und keine Sicherung, ne? Ihr seht es geht jetzt schon automatisch so langsam dem Ende zu. Da wir einfach keine Muni mehr kriegen. Wird's natürlich jetzt immer heftiger werden. Versuchen natürlich auf jeden Fall noch bis 75. Wie gesagt die Runde 100 vollkommen utopisch. Das schaffen wir auf jeden Fall heute nicht mehr. Zumindest nicht mehr mit dieser Konzentrationsspanne. Oha. Aber. Runde 70 wäre auf jeden Fall auch schon mal ein akzeptables Ergebnis. Ja auch jetzt schon. Also. Wäre natürlich nicht so schön. Zocken. Zocken. Jetzt genau. Sind es acht Stunden. Ja. 62 ist auch okay. Vor allem auf die Art und Weise wie wir die 62 Runde gemacht haben. Ohne irgendeinen Litch. Ohne sich sinnlos um die Ecke zu stellen. Bin ich damit auch schon zufrieden. Begreift ihr Fleischsäcke langsam wie der verläuft. 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 Ein Schuss war noch. Einer von uns hat hier jetzt alchemistische Antitän so ziehen müssen. Ja. Du hast noch kein Kaugummi gezogen oder? Ja ne brauche ich aber auch nicht ziehen. Weil dein Bogen leer ist. Ja. Sein Schuss hat das so wenigstens zu müssen. Ging leider nicht. Aber ich weiß. Egal. Kann man jetzt eh nichts mehr dran ändern. Kein Knarren für dich. Wenn die Dicken gleich kommen ist sowieso schicht im Schatz. Muckst du jetzt im Moment gerade... Muckst du überhaupt nicht? Muckst du überhaupt nicht? Sehr schwierig auf jeden Fall. Wir haben kaum noch Muni. Ich habe nur noch drei in meinem Bogen. Meine Frau schon gar nichts mehr. Wir halten uns hier mehr schlecht als recht. Noch über Wasser. Moni. Moni. Endlich. So da komm ich doch direkt mal wieder nach oben. Ah ich hab grad verlangen noch nicht. Aber kann sein kein Problem. Hallo. Hallo. Was wir beide zu der heutigen Kindheit sagen. Ja die Frage hatten wir ja gerade auch schon mal. Wäre nicht das erste Mal, dass ich dich sterben sehe. Nicht das positivste. Aber da können die Kinder nichts für sondern die Eltern meiner Meinung nach. Ja auf jeden Fall. Zu großem Teil. Okay. Natürlich gibt es auch super Eltern, wo die Kinder trotzdem einfach nicht hören oder machen, was sie wollen. Aber das ist ein anderes Thema und sollte an einer oder anderen Stelle vorzugehen werden. Ja. Mach doch wieder Platz wie dem Restaurant. Wir wollen sie nicht. Jetzt gehen sie wieder ab, meine Freunde. André. Hi. Schön, dass du auch wieder da bist. Gerade Muni gekriegt. Jetzt geht erstmal wieder die Party ab. Boi. 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 Was ist denn da noch ein Zombie-Tag? Was halten wir von den Flüchtlingen? Jetzt habt ihr aber so richtige, richtige Knaller-Themen am späten Abend noch. Nach acht Stunden zocken sollen wir uns da und dann noch was zu so zu so was zu so was wie das Statement abgeben wird. Auf jeden Fall sehr schwierig. Die sind da, kann man sagen. Ja. Was anderes sage ich dazu jetzt auch nicht. Nee, ich mach dich voll an. Zu heftig. Der Idiot würde mich anfassen. Ja. Wuh. Ich glaube das kommt hin. Alter Schwede. Ab geht die Party und die Party geht ab. Ich gebe mir mal eben ein Schild. Ja, ich würde mitkommen. Ja, dann komm mal mit. Dann würde man aber nicht nur mitkommen. Ich hab hier schon Ecke gemacht. Nein Dave, das liegt jetzt an der späten Stunde. Das liegt nicht an dir. Und natürlich auch an deinen Fragen. wenn ich jetzt gerade auf solche Fragen nicht mehr eingehen möchte, mache ich das jetzt auch an der Stelle nicht. Nach acht Stunden zocken. Sagen wir mal so, zock mal acht Stunden und dann stelle ich dir immer solche Fragen. Mal gucken, wie du dann darauf reagierst. Ich hab eine andere Frage. Mach du das nicht? Wir werden die nächste Runde wieder vorderen. Mmh. Was so viele Blatt mir der Blist, Torado. Wir wollen sie nicht! Oder jetzt? Oder... Ich hab mich wütend! Ich hab nur an, was du vollenden... Nehm ich! Jetzt mehr haben wir das nicht. Da nehme ich die aber noch. Hab ich nicht viel gekriegt. Wir klauen unsere Job! Das war aber ein dores Argument. Ja, auf jeden Fall. Sehr flach. Und deswegen will ich so eine Diskussion hier überhaupt nicht anreißen, weil ich glaube, dass viel zu viele Leute viel vorschnell darauf antworten und nicht vernünftig darüber nachdenken, was es von sich geben kann. Ich bin einfach nur überzockt, deswegen gehe ich da jetzt nicht drauf ein, sonst wäre es mir eigentlich ziemlich great. Ich habe da meine Meinung zu. Das kann nur eine andere Meinung zu vertreten. Aber wir klauen unsere Job! So ich auf jeden Fall nicht so. Alter Schwede! Was ist das heftig? Was ist denn eigentlich mit einer andere Meinung? Die sind ausgestorben, ne? Wuhu! Machen wir es doch mal so. Ich habe jetzt gerade gar keine Spindelskanaten mehr. Da nehmen wir uns die erste und die zweite. Und ich mache die Kanaten. Jawohl! Hallo! Ja, auf jeden Fall! Das ist aus dem Beste. Ihr werdet euch meine Hand stellen! Ja, eben. Aber naja, das passt halt. Genau, Angelina hast du recht. Verschall immer einfach, wir klauen unsere Job! Oh, Leute! Verpiss dich, Monster! Jetzt gerade ist so ein extremes Tief bei mir drin, dass mir sogar 65 reicht. Das wird immer heftiger. Da geht auf jeden Fall gerade... Ah, nee. Ich gucke später zurück. Meine Ovi. Na, bin Steven! Hallo Steven! Schalt ist zum perfekten... ...Konzentrationsdown auf jeden Fall ein. Ich schleppe mich hier von Runde zu Runde. Hallo! Ich bin schon richtig heftig am Arsch. Ey! Ey! Ja, heftig am Arsch. Herzlichen Glückwunsch! Ja, Mann! Herzlichen Glückwunsch! Ich sag ja, wenn man es ein paar Mal macht, ist die Routine drin. Alter Schwede! Mein Daumen glüht, meine Augen brennen und meine Nase ist schon wieder mega zu. Oh, Alter! Ich bin da nicht klar! Ja, Leute, was meint ihr denn so? Wie lange sollen wir noch zocken? 65! Ja, genau, sagt mal 65. Ich wünsche mir auf jeden Fall gefallen tun. Oh, uns auch. Oder wollte er die 100 Punkte noch sehen? Oh, ciao! Ciao! Das hört sich immer gut an. Und hier geht's! Ach, komm! Bis 200 Steven wird gemacht. Im Schlaf. Ja, locker. Ihr wisst, wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Zwölf Stunden noch, ist bestimmt okay. Sind da dann nur 20 Stunden Dauerzocken? Nein, ich glaube insgesamt zwölf Stunden. Boah, insgesamt zwölf Stunden. Vier Stunden noch. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich das schaffen werde. Da sind gerade wenig Zombies hier, ich glaube. Ich kann weiß nicht. Ah, okay, ich gehe trotzdem mal hier kurz mit der Pause. Bis 103. Ich fahre bloß auf. Wunder ein, Dalmatina auf der Fuß. Puh. Boah. Ja. Ja. Abo. Verdammt. Und noch mal verdammt. Wo ist denn der Wunderfilz? Marcel. Ja, Hunde-Runde. Sehr nice. Und Dicken-Runde. Ja, der Dicker ist auch dabei. Ja, Runde 100. Wie gesagt, Marcel, das wird auf jeden Fall nichts mehr. Dafür ist meine Konzentration viel zu schwach. Und was noch dazu kommt, unseren Dekord 76 oder 80 zu knacken zu zweit. Hör mir doch auf. Hör mir doch auf. Glaubst du dir doch mal selber. Siehst du eigentlich, wie ich hier schon hänge die ganze Zeit? Ach, wo? Was geht denn? Wo? Komm her rein. Ich spring. Von jetzt noch gleich auf einmal. Ja, und direkt wieder zurückspringen. Ja. Ja. Nee. Ja. Die Mutzung ist auf jeden Fall Wolfsbogen und Totenkopfschädelbogen sind sowieso nicht so viel. Vor allem fange ich jetzt auch mit der Konzentration nicht mehr unbedingt an. Ist die Hunde-Runde schon vorbei gewesen? Ja, nee. Ja doch, hier sind schon Zombies. Ja. Wo ist denn die Muni? Ja, haben wir verpasst, würde ich mal sagen. Da ist natürlich jetzt auch maximal schlecht gelaufen. Viel schlimmer müssten wir dann nicht eigentlich fünf... Nee, 64 Stück. Äh, ich hab Pika keinen Zombies. Also ich hab auf jeden Fall gerade unten Zombies gehabt. Machen wir die Fall an, wenn die geht. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja. Aber als hier alles kommt, zieht euch das rein, Leute. Guckt mal auf die Faller. Also der Pit-Bot. Pass auf! Das wird hier erstmal ordentlich reingehalten. Mach mal. Zweiter ist down. Nächster Äffchen. Zweimal mal zwei. Also das ist ja auch bearschend. Ciao. Ich hab kein Lämmchen mehr. Ich bin gleich da oben, ciao. Ja, super. Ich hab keine Muni. Ich hab keine Muni. Ich hab keine Muni. Ihr seht, jetzt wird's so oder so heftig werden. Es läuft. Nein, wir haben dich nicht vergessen, Traxy. Aber jetzt wird's halt so langsam richtig heftig 8 Stunden. Jawohl. Endlich wieder Muni. Ist der dieke Muni? Nee, der hat gekillt. Deswegen bin ich ja so rot gewesen. Nein, Traxy auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, wir sind gerade einfach völlig an unseren Minimum an. Limit angekommen. Ey, was geht hier nicht ab? Leute. Wie gesagt, 8 Stunden zocken. Schlägt auf die Augen. Und auch aufs Gemüt. Vor allem, ihr müsst überlegen, 8 Stunden 45 Minuten hab ich gebrauchts kleine 80er Runde. Wir sind jetzt gerade mal bei Runde 64 angekommen. Könnt ihr euch also ausrechnen, wie lange wir ungefähr brauchten, bis Runde 80 alleine schon zu kommen. Alchemistische Antithese. Wo sind die Augen gebommen? Hier bei Samantha da im Raum, also wenn du jetzt hier durchgehst. Ja, ja. So. Jetzt können wir doch mal über Runde 70 reden, meine Freunde. Aha. Einfach so. Einfach so. Locker. Wenn du da gleich auch noch ziehst, stellen wir uns hier hin und knallen die letzten Runden durch. 101. das jetzt kann ich erst mal nur noch mit dem Bogen durch Guck mal, vielleicht kannst du dir das kaum irgendwie gleich aufziehen. Ja, das gehen wir jetzt. Ich krieg's ein Häppchen. Ja, wie gesagt, Runde 70, jetzt. Ich hab Tönix aus der Asche bekommen. Ach, mach keinen Scheiß. Ja. Kannst du in der nächsten Runde wieder weglegen. Die Down sind mir jetzt egal. Hauptsache, wir haben beide so ein alchemistisches Antithese-V-W. Das sind deine. Wartenhaus, die da liegen. Wo? Bei mir liegen hier Wartenhaus. Ja, ich hab die. Okay. Sehr schön, selbstgemachten Hamburger. Leon. Ist immer besser als so ein Scheißgras von McDonalds oder Burger King. Auf jeden. Und danke, Nico, dass wir bei 70 aufhören würden, beziehungsweise ihr es auch okay finden würdet, wenn wir dort aufhören. Ja, Steven. Das hoffe ich auch, dass die neue Map auch dabei wird. Mit dem Eisendrache haben die Macher von Trey ansche ich ja diesmal auch ein wenig selbst übertroffen. Ja. Muss man den ja auch mal lassen. Also schwierig ist sie auf jeden Fall, die ist zu toppen, meiner Meinung nach. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die die Map nicht so feiern. Aber würde mich dann auf jeden Fall zu machen. Vor allem, wenn man vorher Origins und die ganzen Fragen so gefeiert hat. Hauptsache, ich hab Spinnlitz danach, ne? Ja. So, gleich die erste Runde vom archivistischen Antithese. Ihr seht, jetzt geht's hier ordentlich weiter. Falle. Pass mal eben schnell hin. Ich geh mal eben schnell nach unten. Ich geh mal schnell nach unten. Ne? Was wird? Geht ihr? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Scheiß Refrain. Nein, nicht. Ja. Das war auch eine Hängestelle Das ist sehr lieb von dir Tracksie Aber 67 ist nicht so, ungerade Dinger gehen sowieso nicht klar werden Ne, wenn dann muss die 70 drin sein Oder bei 65, aber 65 haben wir ja gleich schon Dafür habe ich mir das Kaugummi nicht gezogen, meine Freunde Aber trotzdem korrekter Vorschlag Aber wie gesagt, auf einer 70er Runde zu zweit kann man auch schon ganz gut stolz sein Boah Weil es halt mega lange zu zweit dauert Musst du dir machen, ich bin voll gut Dann kommen wir genau in dem Moment da gerade raus, ey So Jetzt knall ich auf jeden Fall mein Kaugummi gleich rein Elektrischer Sturm auf der Durchreise Ja Leon, auf jeden Fall 112 Runden Ja Leon, auf jeden Fall 112 Runden Alleine, ähm, natürlich 112 Runden, egal ob Arteile oder zu zweit Ein mega Ding Dinge Alleine hast du natürlich den Vorteil, dass du auf Pause drücken kannst Und den Nachteil, dass du, ähm, nur dreimal sterben kannst Ja, es gibt immer Nachteile Aber auf Pause drücken Und wie gesagt, wenn du nicht live dabei streamst Dann, ähm, ist es auch zwischendurch einfacher Kannst du ja ruhig mal eine halbe Stunde Pause machen oder wie lange auch immer Da guckt dir ja keiner zu und wartet darauf, dass du, ähm, weiterspielst So, mein Kaugummi in der ersten Phase leicht sich so langsam auf dem Ende zu Die Finale noch so lange ordentlich rein Ich hoffe erstmal erst, wenn du das Saugummi Würden wir gerne mit anderen etwas schwer machen Achtung! Elektrischer Sturm auf der Durchreise! An alle, die jetzt neu dazukommen Hallo und herzlich willkommen auf euch Jetzt wird's eng für mich gerade Geht noch Ähm, ja Puh Wir geben uns natürlich noch Mühe, es bis Wunde 70 durchzuziehen Allerdings ist das schon nicht ohne Vor allem, da wir jetzt hier oben zu zweit laufen Um, äh, das alles noch etwas schneller zu machen Hi Hi Heroes Auch schön, dich wieder dabei zu haben Ihr seht, hier geht ordentlich die Party ab Ich breche auch mal die Regeln, aber anfassen ist tatsächlich nicht Ja, irgendwie macht man jetzt mal mehr Blödsinn Komm, mach mal auf, fall an Puh Puh Oah Leute Achteinhalb Stunden Hüftiger Scheiß Hast du noch ein Effing? Ja Ach ne, kann ich noch nicht, jetzt aber Aktives Killer, Hi konnte mir mal eine Runde zocken Können wir mal eine Runde zocken Ja, bestimmt Ähm, aber nicht mehr heute Add uns einfach unter den PSN Endys hier Und dann schauen wir mal Schauen wir mal die Tage Ja Was so abgeht Geht noch? Ich kann noch eins werfen Ja, ist schon Aber das Seelen ist gerade da drin Hätte ich dann da reinwerfen müssen, schätze ich mal Ja Was hast du gezogen? Ausgebrannt Ausgebrannt Sehr gut Ich mach das keiner an Warte, warte 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 Boah Ne, Tracks hier, das können wir leider nicht sehen Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du übertrieben lange dabei bist Genauso wie It's Nice Genauso wie It's Nice Die klingt ja von Nico Aber es sind einige dabei, die mal zwischendurch draußen waren und wieder reingekommen sind Ich brauche fünf Runden noch Können wir noch etwas verlangen Jo Aber wie gesagt, eine 70 zu zweit stehen zu haben, finde ich schon mal echt nice Ich hab schon gedacht, ey Das sah irgendwie aus ... Das war eine Stunde ... ... ... ... dann musst du dann auf jeden Fall gleich mal ziehen. Ja, gleich. Oh, sorry. Kein Ding. Ja, das stimmt. Ja, die Mutti wird auf jeden Fall knapp. Bei mir gehts noch, weil ich noch eine Aufladung von meinem Kaugummi habe. Aber danach wirds bei mir dann auch wieder abgehen. Woh, 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 woh! Woh, 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 woh! Hey, Doc, brauchst du Hilfe! Abo, Abo, lalala! Heute geht es schlecktes Wetter! Ich brauche eine Dusche, um das ganze Blut abzumachen! Nicht mal eine Sicherung, noch nicht mal einen Schreiner, da ist ja nichts fällt. Ja, haha! Hätte ich nicht lieber Muni sagen können. So, ich hoffe, es geht morgen weiter, aber schon mal nicht. Ich hoffe, es geht hier. Geil. Vielen, vielen Dank, Traxi! Super geil von dir! Für den Support! Und die Motivation! Genio, auch an dich ein herzliches Dankeschön! Wie es an dich! Wie gesagt, jetzt auf jeden Fall zieht's schon körperlich. Meine Beine brennt wie Sau! Meine höchste Runde war die 76, neun Stunden. Die von meiner Frau, ähm, acht Stunden, 45 Minuten für die 80er Runde. Sie ist also etwas flotter als ich unterwegs. Ich lass mir meistens etwas mehr Zeit. Dafür war es aber auch an dem Tafel. Genau, das muss man natürlich auch sagen. Ich hab da natürlich auch ordentlich mit der Gruppe zu kämpfen gehabt. Jetzt geht schon wieder etwas, aber auch noch angeschlagen. So, knallen wir mal wieder. Kaum sag ich's, muss ich wieder rufen. Die, die mir schmierten. Oha! Nicht? Alles ist gut, aber... Oha! Abo! Abo! Abo ist auch nicht besser. Abo ist auch nicht besser. Abo ist auch nicht besser. Anik ist dann gar nicht besser. Wuh! Wuh! Ist auch richtig gut. Was? Zwölf Muni nur! Ja, ein Schreiner, wo... Ich wette mit euch, die Muni, die kommt gleich genau dann, wenn ich meinen Kaugelmeer angewandt hab. Das würde mich nicht so stören. Da für dich ist ein bisschen eher... Ärgerlich. So, jetzt muss es an. Balle! Balle! Das ist derahl! Was habt ihr denn da? Wie du lästst? Dornado! Un-fassbar. Also, für mich ist immer noch der Feuerbogen am effektivsten. Ja... Also, innerhalb... Wenn sie da einmal reinschießt, die Zombies bleiben sofort stehen, man kann da erst rein durchlaufen. Bei dem Blitzbogen dauert es schon etwas länger, bis die so richtig gepackt werden. Also für den Weg freischießen auf jeden Fall. Der Feuerbogen auf jeden Fall besser. Ja. Ich habe eine High-Round allein. Begreift ihr Freischdecker langsam, wie der verläuft. Eieiei, ich habe kurz nur noch Abschuss, deshalb muss ich mich ein bisschen zurückhalten. So, mein Cowboys ist jetzt auch alle. So, kein Shit, ja. Die 75 Moni, ich gehe mal aufs Neukölln. Ach, da gehe ich jetzt auf jeden Fall nicht her. Ah, ja, ich bin mal weg. Vielen, vielen Dank, The Buds. Auch an dich. Wie gesagt, jetzt zieht es auch so langsam echt an den körperlichen Nerven. Kopfschmerzen auf jeden Fall. Mittlerweile nach knapp 8,5 Stunden Dauerzocken. 65 Runden. 5 Runden müssen wir noch. Mach mal schnell, weil ich habe auch keine Schild, ne? Aber irgendwie, ich springe auch nicht ein bisschen. Ja, springe noch. Aber irgendwie kriegen wir die 5 Runden jetzt auch noch rum. Wie gesagt, mit Runde 70 wäre ich auf jeden Fall mega zufrieden. Und wenn man ganz entspannt einen Raum hat. Habt ihr das gesehen? Das meine ich, das ist auf jeden Fall das Riesenmanko an den Blitzbogen. Man kann sich da nicht mehr in den Weg einballern. Das wird mir nie langweilig werden. Vergiss es! Aktives Killer. Das Easter Egg. An der Stelle sei schon mal gesagt, falls ihr noch nicht auf unserem YouTube-Kanal wart. Z.O.G. Zocker ohne Grenzen. Schaut mal vorbei. Da haben wir das Easter Egg schon in den verschiedensten Varianten absolviert. Oh ja! Im Einzelspielermodus zu zweit, zu dritt und zu viert. Alles ist abgedeckt. Alles, was das Easter Egg begehrt auf jeden Fall. Könnt ihr euch gerne angucken. Ich glaube, meine beste Einzelrunde war in Runde 15. Werde ich zu sein. Zu viert haben wir es auf jeden Fall gestern in Runde 16 geschafft. Ja. Ganz locker mit dem Marcel und dem Vanya. Auch zwei sehr, sehr gute Zocker. Kalle. Guck mal hin. Hätte ich gerade. Wunderbar. Wunderbar. Komm schon, Leute. Wie erst mit einem Wissen. Persönlichen Freier auf. Abo. Nur schnell gar nicht gehen? Wenn man einfach zu lange irgendwas... Wunderbar. Oh Gott. Ich verfliebe mich hier. Ciao, ne? Ihr seht, das wird auf jeden Fall heftig. vor allem weil wir jetzt halt auch zu zweit hier oben laufen, wie gesagt, wenn man an zwei verschiedenen Stellen traint, dann ist das eigentlich nicht so schwer. Aber wir machen jetzt halt viel Blödsinn, weil wir die Runden halt auch so schnell wie möglich beenden wollen. Wo war der Wohnhof jetzt? Ja, aber die Kaugumis, die hole ich mir einfach so neu. Aber danke trotzdem, Marcel. Ja, danke für den Tipp. Ich weiß nicht, wo sind die Kaugummi? Wo ist das Kaugummi? Das ist im Hintergrund, da muss ich gleich auch dran. Ja, ich muss da jetzt dran auf jeden Fall. Einmal probieren. Wunderfits weiß ich gerade nicht. Ein Unstirber, sehr schön. Kann ich natürlich nicht mehr benutzen. Jetzt direkt nochmal das alchemistische Antithese Kaugummi hinterher. Warte, ich suche mal, ich suche mal wunderbar. Auf jeden Fall, aber so langsam ist auch ohne Grenzen die Grenze jetzt schon erreicht. Aber so langsam ist auch ohne Grenzen die Grenze jetzt schon erreicht. Und dann ist der letzte Hund hier bei mir. Ja, ich habe hier noch einen Zombie-Gab. Wunderfits habe ich gerade gesehen. Egal, ich habe noch Zombie-Gab. Ja, ich habe hier auch noch einen. Hast du noch einen? Nee, nicht bei mir. Ja, dann nimm doch da. Jetzt haben wir noch einen Zombie hier. Dann hauen wir mal schnell rein. So, Runde 66 haben wir damit schon mal so gut wie erreicht. Boah, ich brauche mir jetzt ein Kiebchen. Kannst du mir auch mal noch... Ja, mach mal lieber bitte. Du kannst mir lieber mal hier... Weißt du, du hast den Zombie nicht. Machst du mir mal eine Kiebchen an? Ich habe doch gerade gesagt, ich mache gleich selber mal. Chill doch mal. Chill doch mal, lieber. Sei doch nicht sofort so... Gib mir doch mal das Feuerzeug. Mann, ey. Geh wir nicht auf den Sack, Alter. Man merkt, Spaß ist jetzt nicht mehr so einfach. Ist doch nicht. Vor allem, wenn du so ein Blödsinn kurselst. Ist aber Spaß. Ja, dieses Drittel nämlich trotzdem... Summit TV, das kommt ein bisschen darauf an. Ich gucke mir später mal deinen Channel an. Wenn ich heute noch dazu imstande bin. Nach der ganzen Zockerei. Und dann klar. Gegen Abos habe ich eigentlich nichts. Boah, jetzt erstmal... Eine Sekunde kurz zurücklehnen. Unfassbar, Leute. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an alle, die bis hierhin zugeguckt haben. Aktives Killer, vielen, vielen Dank. Freut uns natürlich. Wie gesagt, morgen könnte es das erste Mal wieder vorkommen, dass wir uns eine kleine Pause gönnen. Ja. Da wir jetzt fünf Tage im Dauer-Streaming waren sind. Mal vielleicht einen Tag ohne Stream. Aber am Montag seht ihr uns dann spätestens wieder. Mein Zocker. Mein Zocker. Drei weniger Abos, die weniger wie... Als du, nur mal so, als kleine Rechtschreib-Korrigation. Eine Korrigierung natürlich. Ja, Steven, auf jeden Fall. Du hast zum perfekten Zeitpunkt eingeschaltet. Du siehst auch jetzt schon so, wenn man es mit dem Anfang vom Stream vergleicht, wie unsere Gesichter aussehen. Das ist unfassbar. Mit 101 gibt es sowieso heute keinen mehr, weil ich zocke jetzt nicht nochmal zwölf Stunden. Das schaffe ich nicht. Hör auf. Wie gesagt, die 70 zu erreichen wird jetzt schon noch eine richtig üble Nummer werden. Es sind zwar nur noch vier Runden, aber nur noch vier Runden in dem Level-Bereich, Freunde. Ich muss gleich auch machen. Wo ist das? Da stelle ich mich gleich am Anfang der Runde hin. Dann kannst du den gleich killen. Oder kannst du nächste Runde auch ziehen, ne? Ja. Stellen wir uns beide direkt einfach dahin. Ist da bei Samantha nicht mehr? Ach doch, ich glaube schon. Ich guck mal ganz kurz. Wir heißen ZUG Zocker ohne Grenzen. Auf YouTube aktives Killer. Er ist nicht mehr. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Boah, Leute. Ja. Tut mir natürlich leid an der Stelle für die Leute, die jetzt erst einschalten. Aber bis zu 70 geben wir uns noch. Dann ist auf jeden Fall die Luft raus. Zocker ohne Grenzen. Traxy. Und auseinander geschrieben. Ja. Ja. So, Freunde. Geht sofort weiter. Ja. Wir wollen eure Geduld jetzt auch. Sorry, it's nice. Aber Zocker mit Erd am Ende nicht zocken. Genau. Die Zocker sind wir. So. Kann ich den schon kehlen, meinst du? Ja. Boah, Leute. Aber danke, Nico. Freut uns natürlich, dass ihr euch unser Kanal gefällt. Hast du den Elfkind? Nee. Alles weg. Scheiße. Ich weib mich. Kann immer noch nicht. Ja, kein Problem. Ich hau hier nochmal auf den. Wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal alchemistisch ziehe, dann geht's. Ja, aufs Haus kann ich nicht brauchen. Ich muss hier aber alles wegziehen. Ja, ja. Das ist nicht schlimm. Gibt hier schon mal. Hier, Schüssel. Ich kann immer noch nicht ziehen, jetzt erst. Da sind wir da drin. Hammer, ich hab's nicht einmal gekriegt. Jetzt muss ich hier erstmal rauskommen. Gehen wir lieber hierher. Samet, wir sind 26 und 24 Jahre alt. Genau. Es wäre auch viel, viel wichtiger gewesen, wenn du es gezogen hättest. Ja. Aber egal. Nee, ist die Runde. Die Runde müssen wir ja eh noch. So, jetzt geht's auf jeden Fall erstmal ruhig, fröhlich, weiter hier. Braucht kein Arsch mehr hier. Da ist die Muni. Ja, sehr geil. Warte noch, bis sie blinkt. Na. Ich knall noch eben an, bis raus, ich weiß nicht, was geht. Kannst du gleich wissen. Warte. Aber sofort. Ich knall noch ein bisschen hier rum. So, da blinkt sie auch schon. Ich nehm sie. Boah, unfassbar. Da laufe ich direkt in so einen Zombie-Pool rein. Und dann gehe ich direkt mal eben los. Ich dachte, wir wären schon draus. Unfassbar. Mein Daumen. Ja, mein Hirn. Wie lebt es mit jemandem in der Sturz? Spar deinen Bogen trotzdem mal noch so gut, wie es geht, auch solange du noch nicht alchemistischer hast. Was ist ein Knotbrauch, Sparky? Wie lebt es mit jemandem in der Sturz? Komm rein. Wie lebt es mit jemandem in der Sturz? Wie lebt es mit jemandem in der Sturz? Wir wollen sie nicht. Puh, Leute. Alles klar, DeBats. Wir sehen uns bestimmt noch. Yo. Freut mich, dass du... Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ja, es ist etwas zu schade, dass die Fahne mit ganzem Schwarm ist. Fuh. Fühlt ihr euch schon, ihr leckte Fleischaffen? Ich brauche eine Dusche, um das ganze Blut abzumaschen. Ich brauche eine Dusche, um das ganze Blut abzuwaschen. Heute geht es... Heile ist das Wetter! Track C, 104 Runden natürlich auch extrem krass. Nächstes Wochenende versuchen wir mal, also meine Frau auf jeden Fall, die 100 Runden zu toppen im Einzelspieler-Modus. Jetzt mittlerweile schon 5 und 4 Downs. Jetzt haben wir natürlich trotzdem noch beide ganz locker die Tausender KD gehalten. Falle! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Hallo Falle! Und wenn jetzt gleich nochmal Dicke kommen, wird es nochmal richtig witzig werden. Abgesehen davon, ihr merkt, egal ob man zu zweit läuft. Hi Daniel! Schön, dass du auch wieder da bist. Dauert trotzdem jetzt extrem lang. So eine Runde. Ja, Schatz. Wie lebt es sich eigentlich im Auge des Sturms? Super klasse! Super klasse! Super klasse! Bisschen windig, aber die haben so ein bisschen drei Wetterfach. Mein Schild ist irgendwie weg. Mein Schild ist wieder weg. Und ich auch! Dr. Snuggle. Ja, Traxy macht er bestimmt sofort. Was denn? Spielernamen nochmal zeigen. Ja, klar. Ich hoffe, du kannst es jetzt eben schnell sehen, bis ich zur Treppe komme. Und dann muss ich es natürlich wieder weg machen. Gleich muss mein Kaugummi wieder herhalten. Ich gucke gleich mal. Gleich, wo du merkst, am Ende dieser Runde, ob ich es drauf bekomme. Können wir hier auf Kakao uns in der Ecke stellen. Ich habe die Befürchtung, dass eine Runde 67 geht. Ja, das kann gut sein. Eine Hunderunde müsste eigentlich auch mal wieder so langsam kommen. Nichts reinziehen. Nichts reinziehen. Achtung! Elektrischer Sturm aus dem Durchreisen! Jetzt, solange das Kaugummi aktiv ist, auf jeden Fall alles rausknallen, was man hat. Ich habe eine Dusche, um das ganze Blut abzuwaschen. Ich habe eine Dusche, um das ganze Blut abzuwaschen. Und mach so viel Kraft, wie du lebst, Tonaro. Wie weit geht! Falle! 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 Unfassbar! Die Hand schmerzt. Ja, aber das Leben in der Kopf brennt. Gebt ihr nächtig! Geht's Kakao! Ich bin der Winzer eures Todes! Sie sind der Winzer eures Todes! Sag deine Ernsten! Er könnte dich nicht auflassen sollen. Ich bin der Winzer eures Todes! Das ist die ... Ihr seht, wir reden auch immer weniger. Das liegt auf jeden Fall auch daran, dass wir jetzt so langsam am Ende unserer Kräfte sind. Nein, das wäre jetzt auf gar keinen Fall witzig. Runde 67. Nur schnell Kaomi. Aber ganz schnell. Soll ich mitkommen? Ne, ich hab Mäpfchen. Sehr gut. Was ist eigentlich aus den schönen Hunderunden geworden? Alchemistische Antithese. Da ist sie drin. Dann hoffen wir mal, dass sie jetzt hier gleich den Weg ordentlich frei ballert. Dann kann ich meinen erstmal einigermaßen sparen. Obwohl, wir können uns auch einfach hier kurz ein wenig in die Ecke stellen. Und einfach mal reinhalten. Ich mach nichts, weil noch Wasser auf. Jetzt auf jeden Fall ein paar Powerrunden für unser Kaomi. So. 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 aufgenommen. Dafür habe ich natürlich schon meinen Pfeil aufgeladen. Meine Ragnarok ist wieder bereit. Somit ist die erste Aufladung meines Drummondes jetzt vorbei. Was machen wir? Bleiben wir weiter hier stehen? Nein, wir können jetzt wieder rumlaufen. Ich ballere eh mit meinem Mogen weiter durch. Kann ich auch, ich habe ja noch eine aufladen. Auf jeden Fall beide schon mal über 7000. Ansteiger? Ja. Runde 69, eine Runde 100. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Unfassbar heute. Die neunte Stunde haben wir jetzt gleich auch schon voll. Boah, Traum. Weiter geht's. Wie lebt das in die Mogen ist. Wie lebt das in die Mogen ist? Gut, wenn ich schieße es weg ans matrices ist. Oder wenn ich das nicht lebt und ich schieße es weg. Fühlt ihr euch schon erleuchtet, Fleischaffen? Und da ist mein Schild weg, ich bin auch mal kurz weg, ja. Mal so Muni zwischendurch, wäre auch cool. Ja, auch nice, ja. Ich habe noch eine Dingssicherung, da gehe ich auch mal eben. Oben links dieser schwarze Balken. Achso, das ist, wenn ich hier die ganze Zeit eingeladen werde zu Partys und so weiter, da nimmt YouTube direkt den Namen aus, jetzt zum Beispiel, um halt, damit ihr nicht sehen könnt, wer mich da gerade einlädt. Ha, mal zwei, sehr witzig auf jeden Fall. Und ja, deswegen wird das bei euch ausgeblendet und einfach nur als schwarzer Balken gezeigt. Genau, Muckstu, perfekt erklärt. Das war eng. Da bin ich wieder... So, direkt mal Falle an. Boah, Leute, was geht denn nicht hier ab, ey? Ja, ich bin wieder auf der Durchreise. Bleib voll auf hier. Ja, kann nicht, wenn ich hinter dir laufe. Schlag die Horde zurück! So, da wie ihr weitersterbt, feuere ich weiter. Echt, wirklich? Jetzt ist mein Schicht kaputt. Das wird mir nie langweilig werden. Vergiss es! Ich kann mich auch einsammeln und einfach mit dem Bratschi reinhalten. Und. Echt? Get's, hast du in der Flache? Ja, ich kann mich mal zurück. Ach du mich mal zurück. Ich bin hier am Ende. Ich habe jetzt noch 25 gesehen, weil ... 20 werde ich dann meine ... Ja, wir können uns jetzt gleich, wenn wir ... Ne, mach erst so bei 5 oder sowas. Okay. Und dann können wir uns wieder in die Ecke stellen und ordentlich reinknallen. Hast du auch? Ja, ich habe jetzt auch gleich keine Moni mehr. Dann können wir die Wegweide nehmen. Diese Schweinebappe. Ey. Das war ein Schuss. Das war ein Schuss. Mach so vieler Platz wie der Rest. Das war ein Schuss. Ja, wir sind immer noch, aber es geht für uns nur bis Runde 70. Anschließend werden wir aufhören auf jeden Fall. Ihr seht, wir würden es bestimmt auch bis Runde 100 packen. Aber da müssen wir uns heute aufgrund unserer Konzentration locker geschlagen geben. Ja. Kannst du da noch einmal aufpassen? Noch nicht. Ich will mal die wenigen Seiten. Wie ihr seht, bestesここier." Und dann noch ein Standard-Kaugummi, so dass ihr das immer ziehen könnt. Also das ist auf jeden Fall vorteilhaft und sollte man sich freischalten dauerhaft. Auf jeden Fall. Wenn man das nächste Prestige-Level erreicht. Ja, wir machen die Live-Übertragung über PS4. So, der letzte Schuss. Jetzt ist meine Kaugummi weg. An mir auch. Jetzt geht es erstmal wieder weiter. Ja, war ich in dieser Runde schon am Kaugummi-Automaten? Nein, das ist nicht der Kaugummi. Komm, wir gehen einfach mal. Ich gehe mal als erstes. Nein, ich kann nicht. Das weiß ich nicht. Dann kannst du dir die Zombies da ja erstmal in Ruhe sammeln. Und solange ich noch nicht da bin, Der Kaugummi automatisch schon mal aus. Sehr schön. Das freut einen doch. Einmal zu sehen. Er hier ist an. Wenn ich jetzt direkt wieder ziehe, wäre es einfach zu weiß. Nein, außer aus. Schade. Vorne. Das freut uns doch. Ja, auf jeden Fall. Lange muss er auch nicht mehr durchhalten. Nur noch bis 170. Ja, es sind nur noch drei Runden. Wir auch. Geben wir auf. Alles aus. Könnte der letzte sein. Zwei Runden sogar nur noch. Augen mir auch immer. Ja, da unten in dem Opferraum. In dem Opferraum lag diese Opfer. Ja, da kann ich jetzt auch ziehen. Ja, super. Ja, dann renn schon mal aufs Dach. Da ist Muni, da ist Muni. Ja, ich renne hier unten lang. Ja, ich gebe mir mal hier noch ein. Ich werde ein Händchen. Aber es geht doch nicht bis zu dir rein. Ach du Scheiße. Komm runter da. Nein. Gibt's nicht. Jetzt muss ich hier erstmal irgendwie raus. Das wird jetzt mega eng für mich. Und da bin ich dauernd. Hätte ich nicht machen sollen. Kannste versuchen, aber wenn nicht, ist auch nicht allzu schlimm. Jetzt mit dem Dicken ist natürlich nicht so schön. Wenn nicht, dann gibt ihr die Runde ruhig alleine. Können wir mal eine Runde der Klippdo zugucken, wenn es nicht klappt mit dem Wiederbeleben. Lass keine Kameraden über. Ja, von da schaffst du das nicht. Ist zu eng. Magst du nicht mehr. Schade. Damit kann ich jetzt gepflegt mal eine Runde zuschauen, meine Freunde. Das macht nur keinen Scheiß. Das schaffst du schon. Wie gesagt, eine Runde jetzt mal zuschauen für mich. Ja, Wanya, wie gesagt, wir für uns ist auf jeden Fall bei Runde 70 Schluss. Wir können mit unserer Konzentration nicht mehr. Jetzt kann ich mir mal ganz in Ruhe einrauchen, Freunde. Das ist richtig schön. Ich hoffe, du sprichst nicht mit uns, muckst du. Mal direkt danach eine Runde anfangen. Für mich auf jeden Fall nicht. Ich sprich erst mal voll um mein Leben. Kommt der Sack wirklich hier nicht? Wenn nicht, muss ich noch mal anfangen, weil ich noch verspringen. Gib dir das ruhig. Lass dir Zeit. Nein, Cheap. Jetzt bin ich auch vom Runde. Okay. Dauert jetzt ein wenig, Leute. Das Antriebssystem ist so faszinierend. Ich habe nämlich auch keinen Doppelschuss, deswegen drüben die Heimweißer zu nutzen. Antonio, Delira, an alle, die jetzt zugucken, wir geben uns natürlich bis Runde 70 noch fleißig. Ich bin gerade einmal dämlich verreckt. Ich kann mal zwischendurch die Kills hier. Und die Downs einblenden. Fünf Downs beide. Doch akzeptabel auf jeden Fall für diese Runde. Wie gesagt, bis Runde 70 geht es auf jeden Fall noch weiter. Und anschließend geben wir uns zu schlagen. Die Konzentration, die ist jetzt schon nicht mehr so, wie sie sein sollte. Amo. Und dann wird es jetzt schon nicht mehr so, wie sie sich in Gefahr. Da war der Weg, der die Dippe. Was macht er jeden Tag? Kellermann. Aber ihr seht, auch die Clips, die hatte drauf. Die Runden schafft er auch locker. Da bin ich von überzeugt. Die Falle steht. Mal sehen, ob unsere Wände auch jemanden tatmeln. Ja, eine Spiegel als eine Anleitung. Die Dicken auf jeden Fall jetzt schon ordentlich angefrackt. Nur noch 28. Muni, freu mich. Aktives Killer, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal an der Stelle. Von mir auch. Kein Account antworte ich auf jeden Fall nicht. Den Fusionsprozess, das kann man ja nicht. Das kann wohl dann klar werden. Das ist einfach unfassbar, wie jetzt der Urteil ist. Und da ist der erste umgefallen, nicht zu drehen. Nein! Nein, nein, nein! Sehr gut geschafft. Muni, sehr schön. Da kann direkt mal ein Edwin rausgehen. Die Atombombe ist noch besser. Wie gar nicht gesehen. Anbeliegend. Anbeliegend. Durch mich. Anbeliegend. und das ist er wie gesagt Leute auch durch behinderten Spaß ist wie ich gar nicht ein ich weiß gar nicht wie ich es anders formulieren soll ich habe er hat schon gesagt hat ein 15-jähriges blatt mit drei haaren am Sack und dann bei YouTube große Schnauze haben ist immer sehr sehr cool deswegen habe ich da nicht viel zu zu sagen jetzt haben wir es aber auch wirklich verdient dass wir Runde 69 eine Hunde Runde kriegen eine Abarschmusser Bescheid kann ich natürlich auch gerne übernehmen die 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 das ist ich ich Wie gesagt, mit Tuber habe ich ja auch so zwischendurch meine kleinen Nicklichkeiten zwischendurch komme ich natürlich mit seinem Humor klar und zwischendurch nervt der einfach auch so wie jedes andere Blach da hast du es schon selber abgeascht Glaubt ihr wirklich, ihr könnt den Doktor einfach umzingeln? ein schlummernder Vulkan erwacht für deine Seele ich hab nicht mal Runde 2 in 4 spielen auch sehr gut, der Nico ach ne Leute Hi Adi auch einen wunderschönen guten Abend an dich natürlich wie gesagt, für die Leute, die jetzt gerade erst einschalten tut es uns natürlich leid, es sind jetzt nur noch 2 Runden für uns weil wir bei Runde 70 aufhören da geben wir auf jeden Fall auf Konzentration ist jetzt schon nicht mehr so wie sie sein sollte ich lache dem Gegner nicht nur ins Gesicht ich schieße sie weg ich hab einfach mal mit aus Sympathie das war auf jeden Fall hast du schon gehackt wo ich wohne und so bist du mit 15 Jahren so krass auf jeden Fall ne aber SkillaTV wir gucken mal ob wir morgen streamen keine Ahnung kann ich dir jetzt noch nicht sagen Hi schön, dass auch du wieder dabei bist ja wie gesagt wir wissen noch nicht ganz genau ob wir morgen streamen nach den krassen letzten Tagen werden wir uns vielleicht mal wieder einfach Pause gönnen ich weiß schon wo wir wohnen ich weiß auch wo dein Haus wohnt bei dir zuhause Zocker hat anscheinend dicke Eier gekriegt ich weiß jetzt nicht ganz genau was er geschrieben hat du lachst noch aber gleich kommt Besuch ich hab Angst und aus welchem Gruselhäbchen das gerade abgeschrieben hat der zu viel Geschichten aus der Gruppe geguckt oder so ah herrlich Gänsehaut Unglaublich die Gänsehaut mein Freund ja er hat mein Paypal Konto gehackt ach ne Paypal Facebook alles ist drin hier macht die Junge gib dir ruhig ich glaub, ne noch nicht bringte da auch Kaffee und Kuchen mit mal auf so Behinderungskommentare eingehen meine Freunde. Man braucht nur die Armlänge an deinen Kopf halten und du kommst noch nicht mal an deinen Rand ey. Christina, die packt das schon, ne. Da bin ich sehr, sehr fest von überzeugt. Und keine Count, auf jeden Fall auch sehr, sehr krass. Wenn man groß schreibt, dann habe ich besonders Angst davor. Also schreib ruhig alles richtig groß. Das bringt so dein Schreien richtig auf jeden Fall zu Geltung. Ich will nicht, dass es lebt. Jo, Skiller, das ist auf jeden Fall ne fette Sache. Habe ich auch schon mal von einer Zuschauerin gehört. Die hat mal zwei extra süchtig in der Mitte und dann noch einmal zwei gekriegt. Also sowas hätte ich auch gerne mal. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Heiterstehens. St. Heute ist das auch du dabei bist. Mein Gott, ey, wie lange dauert es denn jetzt? Der war das für mich auch, und der hat keine Count. Neun Zentimeter schlaft zwölf, Zentimeter steigt. So viel Information wollen wir von dir gar nicht wissen. Ich hole mir mal ein Schild, ne? Ja, das mit den Aslaks, da denk ich, bist du sehr nah dran, Marcel. Die ist gleich oben angekommen, dass mein Schild schon da kommt. Wie gesagt, an alle, die jetzt gerade zuschauen, tut uns natürlich leid. Zwei Runden geben wir uns noch in Runde 70 geben wir dann auf, unsere Konzentration ist auf jeden Fall fertig. Nein, Schrexy, wir haben es nicht vergessen. Allerdings sei auch noch mal gesagt, falls euch der Stream bis hierhin gefallen hat, guckt mal auf unserem YouTube-Kanal ZOG Zocker ohne Grenzen oder auf unserer Facebook-Seite mit dem gleichen Namen nach. Lasst uns ein Abo oder ein Like, da würde uns natürlich freuen. Was ich tue, ist so wichtig, um über einen Fehlslagung zu kommen. Muss der jetzt erst wieder im Dumen nachschlagen, aber... Ich denk mal, irgendwo in seinem Heftchen stehen auf jeden Fall noch krasse Sprüche drin. Ich hab dich gemutet, also prinzipiell keine Count. Mute ich niemanden auf meinem Channel, das siehst du auch an Danny und schon feinlich genug, wenn du das nächste Mal wieder mit Tuber reinkommst, mit so einem dämlichen Spruch jetzt hier, dass du denkst, ich mute irgendwelche Leute. Ist mir vollkommen egal, wer reinkommt. Ich freue mich natürlich über die Leute, die hier was Sinnvolles zu beitragen und die wir unterhalten können. Die Leute, die hier meinen irgendwelche Hast-Tiraden loszulassen, gebt euch ruhig. Ja, du und ihr merkt ja, dass ich sowas nach der Zeit auf jeden Fall ignoriere, besonders wenn ich am Zocken bin. Heißt Zartek, Entschuldigung, dann ignoriere ich das, aber jetzt hab ich grad Zeit, weil ich gerade gestorben bin und da geh ich natürlich auch mal auf so einen Schwachsinn ein. Das ist natürlich auch mal witzig für mich. Aber glaubt mal nicht, dass ich hier irgendwelche Leute mute. Das hab ich nicht nötig. Ich bin auf jeden Fall schlagfertig genug, um es mit 15-jährigen Blagen aufzunehmen. Das glaubt mal. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht ein Freund von diesem H-Wort. Das muss nicht sein. Wie gesagt, wenn ihr euch noch auf einem vernünftigen Niveau mit ihm unterhalten könnt, auch wenn er es nicht kann, wär's mir auf jeden Fall lieber. Beleidigungen mit weiteren Beleidigungen zu bekämpfen funktioniert nicht. Ich lache dem Gegner nicht nur ins Gesicht. Ich schieße es ihm weg. Das ist natürlich eine richtig krasse Line. Wir mögen dich auf jeden Fall. Ja, sieh ja. Ja, sieh ja. So, für mich auch noch mit zu absolvieren. Jetzt so langsam kommt meine Küchen wieder klar. Das wär sehr nice. Das wär sehr nice. Das ist korrekt. Das ist auch richtig korrekt. Morgen! Was ist denn nicht hier in Ordnung mit denen? Genau so sieht's aus, Marcel. Solche Jungs sehen sich auf jeden Fall hart nach Aufmerksamkeit, weil sie sie im richtigen Leben nicht erhalten. Und ihren eigenen Eltern kommen immer gar nicht. Und ähm, deswegen ist es immer sehr traurig, wenn andere Leute hier auch noch darauf eingehen. Wie gesagt, ich gib's mir jetzt, weil ich gerade nicht am zocken bin, aber ansonsten merkt ihr ja selber, dass ich es immer wieder hart ignorieren. Nein, weil Leidig war in der Stellung. Das einfach keinen Sinn macht, auf jeden Fall. Na, dann mach dich vorbei. Nein. Sehr gut, dass du von den YouTube-Nachrichten direkt auf sein Aussehen schließen kannst. Du bist wahrscheinlich genauso einer der Leute, die später mal im Zelt sitzen mit einer Glaskugel und irgendeine Kacke in die Runde labern, mein Freund. Diese immerwährenden Schreie, sie werden lauter und lauter. Ich lache dem Gegner nicht nur ins Gesicht. Ich schieße sie weg. Nein, wie gesagt, Martin, ich... Du kannst natürlich schreiben, was du willst. Ich find's nur traurig, wenn andere Leute dann probieren, auch dieses Niveau von so einem Kind anzunehmen. Ihr solltet das auf jeden Fall nicht machen, aber es bleibt natürlich auch euch überlassen. Ihr müsst immer schön selber wissen, was ihr schreibt. Nicht durchkreuzen! Keiner wird das! Ich glaub, wie langsam sind's zuletzt. Nee, da kommen immer noch welche. Mein Gott. Ich muss gleich probieren und so rein, ne? Wie gesagt, ich halte mich aus solchen Kommentaren raus. Wenn ihr meint, ihr müsst ihn zurückbeleidigen, macht das. Da kann ich nichts dran ändern. Würde mich natürlich glücklicher schätzen, wenn ihr es nicht machen würdet. Wenn ihr so jemandem nichts adäquates zu sagen habt, dann haltet euch einfach geschlossen. Ansonsten lauft die Gefahr, genau das gleiche Niveau anzunehmen auf jeden Fall. Ja, The Bites, genau so seh ich das auch. Lass mich bloß nicht am Jugga wieder, wär ja viel zu korrekt für mich gewesen. Ja, hab ich auch. Ich hab aber noch... Sei mal froh! So, geht! Los jetzt hier! Ein Äffchen hab ich euch. Dann haut das Äffchen mal raus. So, wie gesagt... Dein Bogen nicht vergessen. Prost! Jetzt kann ich leider nicht mehr auf dich eingehen. Kein Account. Dann haben sie dich, dass du keine Count hast. So, gehen wir mal nach oben, ne? So, eine Runde noch, meine lieben Freunde. An der Stelle, wie gesagt, nochmal ein fettes, mega fettes Dankeschön, dass ihr so lange zugeguckt habt. Mach Falle drin. Richtig, richtig geil. Freut mich an dieser Stelle auch auf jeden Fall. Die Leute, die wir motivieren konnten und auch sehr korrekt sind, haben uns gemerkt. Die Runde ziehen wir auf jeden Fall jetzt noch hart durch für euch und für uns. Und dann werden wir den Stream, also zumindest erstmal die Runde beenden. Und dann, danach auch irgendwann den Stream. Du weißt nicht, ob du die Runde rauskommst. Äh, ne. Ganz klar. Denk mal noch unten, wenn du willst, dann gib dir ruhig mal hin. Ich hab noch nicht mal eine Ratenhauk. Ich hab gar nichts. Ich hab nur den Nutzbuch. Ich geh mal ne Runde einkaufen. So alleine einfach? Ja, ja. Ich mach das schon. Und wenn nicht, du hast doch gerade bewiesen, dass du auch die Runde ganz gut alleine hinkriegst. Hier ist ein Kaomi Automat beim Doppelschuss. Gucken wir mal, ob ich noch etwas Sinnvolles ziehen kann. Nein, leider nicht. Dann geht's für mich jetzt erstmal hier weiter. Erstmal die Ragnarok einsammeln. Ach, ich hab die Ragnarok, die ist nur noch nicht aufgeladen. Fällt mir grad auf, hör mal. Ja, wie gesagt, verteidigen kann ich mich schon alleine, David. Dan, David. Gar kein Problem. Aber sehr süß von dir auf jeden Fall. Aber ich hab die Falle angemacht. So. Jetzt hab ich deinen Kommentar gerade nicht lesen können, Steven. Du hast die Falle angemacht, hör ich gerade. Was hast du schon seit 10 Minuten? Guter Stream, Gruß Suki. Hey Steven, schöne Grüße an Suki dann zurück. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Achtung, elektrischer Sturm auf der Durchreise. Munition könnte jedoch trotzdem jetzt mal kommen. Ich hab zwar einen Sicherungs... Ja, wie gesagt, David, ich kann mich schon alleine verteidigen. Mal eben zur Sicherung, als du konnte gehen. Das geht schon, alles klar. Ne, geh ruhig. Ach so. Warte, ich komm. Eine Sekunde. Warte, warte. Ich muss noch mal kurz hier abgehen. Na? Gib mir mal. Danke. Ne, ich denke, das ist die. So, komm. Martin McFadden. Richtig cool. Ach, guck mal. Wunderfits. Da bleib ich doch nochmal schnell stehen. Neh mal mit, was kommt. Todeslecki. Oh nein. Oh. Junge. Mit dem Zombie. Amo. Amo, das war keine so gute Idee. Das ist natürlich auch eine sehr krasse Ansage. Keine Count. Jetzt geh ich schon wieder auf dich ein. Unpassbar. Ja, Instagram. Ach so, du bist ja noch hier unten. Ja. Egal jetzt. Bin schon fertig. Ihnen noch klar. Aber ich hab jetzt nur noch 5 Munitionen. Ja, die Runde wird auf jeden Fall auch nochmal 70 werden. Ich hab auch nochmal 26 und ich hab keine vernünftige Waffe. Ja, die Zeit vergeht schnell. Und du vergehst schneller. Was für ein dummes Argument. Eine hirnose Floskel aus einem noch holeren Kopf, meine Freunde. Na ja. Ja. Ich hoffe, ihr Tod war wenigstens ein bisschen traumatisch. Ja. Vielen Dank, Suki. Korrekt vom Steven auf jeden Fall. Ja, coole Sache. Du hast schon gesagt, Trixi, dass du 19 Jahre alt bist. Das hab ich mir gemerkt. Keine. Sie haben recht auf den Umzingelt. Wir brauchen ein Leben. Boah. Ich bin sowas von rot. Ja, ich hab aber nur noch einen Schuss jetzt. Ich bin sowas von weg. Ai, 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 ai. Also ihr merkt zunehmend, die Munition, die sind immer mehr benötigt. Jetzt durch die eine Runde gerade bei mir, hab ich jetzt auch keine Munition. nicht so schön. Ein Schuss bringt mir gar nichts in den Boden. Kaugummi hast du schon gezogen? Ja. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Am besten ist, ich lauf jetzt mal woanders und du reißt dir die da oben, damit wir die Runde noch vernünftig gebacken kriegen. Ja, ich mach hier unten. Alles klar, wenn du klarkommst. Oh ja, ja. Wird schon irgendwie gehen. Hau ordentlich rein. Kein Schild mehr, kein Bogen. Ich scheiße, ob das Schild jetzt. Das ist irgendwie so hinkriegen. Das wird auf jeden Fall eine witzige Runde werden, meine Freunde. Auch eine sehr witzige Frage, Trixie. Alk. Ich nenn dich jetzt mal einfach Alk. Hahahaha. Vielen Dank auch an dich! AlkYazari. Ja, besser AlkYazari. Ich krieg das manchmal nicht so schnell vernünftig zu Ende gelesen. Ich kann jetzt sowieso nicht auf die Kommentare eingehen. Gar kein Problem, du sollst dich ja auch da oben konzentrieren. Du bist hier so ziemlich unsere letzte Hoffnung. An der Stelle sei noch mal gesagt, an die Leute die jetzt gerade noch da zugeschaltet haben, wir geben uns diese Runde noch, bei 70 ist Schluss für uns, da wir wirklich nicht mehr konzentriert sind. Aber neuneinhalb Stunden. Da müssen wir leider aufgeben. Vielen, vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Schaut euch unseren ZUG Zocker ohne Grenzen YouTube Kanal an. Lasst uns ein Abo da, wenn ihr Lust habt. Oder unsere Facebook Seite mit dem gleichen Namen. Das wird uns natürlich freuen. Oder wir ziehen noch weiter los. Geschäfte rein. An die werten Zuschauer darf man doch eigentlich nicht so jetzt im Schlichtlafen, oder? Was meint ihr denn? Wollt ihr noch weitere 10 Runden sehen? Also noch mal 2-3 Stunden. Mal gucken, wenn wir so 10 Leute finden, die Bock drauf haben, dann lasse ich mich vielleicht noch mal überreden. Es liegt an euch. 10 Stimmen werden gebraucht. Mal alle einfach ein Plus schreiben. Genau. Und wir machen noch weitere 10 Runden. Ich zähle die Pluszeichen, die auf jeden Fall kommen. Von verschiedenen Leuten. Ja, normal. Jetzt nicht 80 Plus da reinschreiben. Ja, SkillaTV, wie gesagt, ein Plus wäre gut. Wir suchen ein Plus. Wo ist das erste Plus? Wer bietet mehr? Ja. Vorausgesetzt wir schaffen es auch noch mit der Munition hier, ne? Ja, ja. Aber dann würden wir uns wenigstens noch mal 10 Runden Mühe geben. Dann kann ich auch wieder vorne laufen, wenn du willst. Da ist das erste Plus vom Niko. Das zweite Plus vom Zocker vor Fun habe ich noch nicht gesehen, sorry. Trax, sie hat eine 10 geschrieben, werten wir das auch mal als Plus. Nein, ein Plus. Okay, ein Plus ist gegeben. Leute, da ist das nächste Plus vom Skilla. Also bis Ende dieser Runde habt ihr Zeit. Skilla, hast du schon? Da, ich glaube das sind jetzt 4 oder 5, sagen wir mal 5. Ich kann zwischendurch gar nicht so schnell gucken. Ich habe gleich keine Muni mehr, ne? Dann habe ich einfach nur noch eine SVG. Der Genio auch noch ein Plus. Dennis, Justin, Steven, Dave, verdammt. Ich glaube, da sind wir schon bei 9. Yasuki und Steven, ne? Also 9. Ja, das kann man. Ja, gucken wir mal, vielleicht kriegen wir ja noch einen Mitleidsplus. Unser Butz, der uns nicht verlassen kann. Verdammt, ja dann. Verdammt und nochmal verdammt, meine Lieben. Wir zocken dann noch bis 80. Wie gesagt, Leute, vorausgesetzt wir halten uns hier durch mit der Munition. Ihr seht ja, ich habe noch 4 Bogenschuss Munition. Pass auf, wir machen das so, wenn die Runde irgendwie machbar ist, ich habe gar kein Schild und ich mache so Scheiße. Dann laufe ich wieder vorne. Und du läufst so hier oben. Ja, erstmal müssen wir irgendwie gucken, wie wir die Runde überstehen. Und ich habe jetzt auch schon aus vollem Übersinn auf jeden Fall hier voll die schwachsinnigen Perks genommen, ne? Ja, ich weiß. Da müssen wir jetzt so spielen. Da müssen wir jetzt durch. Leute, Leute. Alkiazari, auch für dich nochmal. Danke für dein Plus. Nein. Boah. Boah. Aber für die Leute, die neu dazugekommen sind, die kann man auch nicht so jetzt einfach im Stich lassen. Oh. Und natürlich auch die Langzeitzuschauer. Ah, jetzt habe ich die Falle nicht angekriegt, verdammt. Wohin mit der Munition? Probieren wir es nochmal. Ey. Okay. Die Falle ist immer noch nicht an. Willst du mich eigentlich veralbern? So, jetzt aber. Ich will unbedingt ihren Gesichtsausdruck sehen, wenn sie zuschneiden. Ta! Die Falle an und die laufen da fröhlich durch. Ja. Irgendwie mittlerweile macht den das nicht mehr so viel. Leute, fast 10 Stunden. Mhm. Und glaubt mir, die nächsten 2 Runden, äh, die nächsten 10 Runden dauern nochmal locker 2 Stunden. Jo. Unfassbar. Ja, Zockerfrau von Antithese versucht mal zu bekommen, aber wir haben diese Runde beide schon jeweils einen Kaugummi gezogen. Somit können wir es leider nicht mehr. Ja. Wie gesagt, ich muss jetzt mir echt überlegen, wie ich das hier mache. Ich kann nichts punchen, mit der SVG jetzt hier blödsinnig reinzuhalten. Seht ihr ja selber? Macht keinen Sinn. Das muss ich irgendwie probieren mit der Falle einigermaßen zu klären. Ich hoffe mal, meine Frau hat gleich noch irgendwie eine vernünftige Idee. Ja, ich hab einen Zombie. Ähm, Benjamin, ich weiß nicht, warum du unseren Stream manchmal nicht finden kannst. Keine Ahnung. Du hast nur noch ein Zombie? Dann guck mal, dass du dir irgendwie... Oder... Ja, ich müsste mir auf jeden Fall mal eine andere Waffe holen. Ja, deswegen ja. Mach die kaputt. Hast du... Mach die kaputt? Wie mit denn? Mit meinem Bogen? Ja, sicher. Mit dem Zombie. Ich hab auch keinen Bogen mehr. Ja, du musst mir die hier mal irgendwie abnehmen, sonst werde ich mir gar keine neue Waffe holen Okay. Ich hab doch hier ein Zombie oben. Ja, und wie soll ich die jetzt killen? Schaffst du nicht mit deinem Bogen? Nein, du sollst die nehmen, damit die nicht neues bohren, Mann. Ach so, meinst du, das sind nicht alle? Nein, auf gar keinen Fall. Dann warte ich, komm. Oh Gott, das wird nix. Wenn ich angekommen bin, komm, lauf mit mir. Mit mir. Ja. Moment. Oh. Jetzt... Das war auf jeden Fall mega scheiße, was du da gemacht hast. Ja, deswegen hab ich gesagt, komm, lauf mit mir. Aber ist doch alles okay. Daniel, ach, ähm, Marcel, es geht. Es geht. Es geht auf jeden Fall. Wie gesagt, eigentlich ist meine Konzentration schon relativ weg. Ach du Scheiße. Das schaffe ich nie im Leben. Aber jetzt haben wir uns schon für die nächsten... Wir haben schon für die nächsten zehn Runden unterschrieben, meine Freunde. Ich mein, jetzt versuchen wir sie so gut es geht noch zu kriegen, ne? Also, wir geben uns weiterhin noch Mühe. Erstmal muss ich jetzt gucken, wie ich irgendwie zu einer vernünftigen Waffe komme. Die ich dann punchen kann. Ja, das ist das, glaube ich. Ich hab auf jeden Fall so die Zombies noch mal gemacht. Dann fahre ich mal eine Gorgon. Manowar, die nehme ich. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo das Pack-and-Punch-Ding ist. Oh, da kann ich jetzt nicht her springen. Ja, wie gesagt, Leute. Wir versuchen dann nochmal alles für euch zu geben. Oh ja. Zehn Runden lang. Bis 180. Keine leichte Aufgabe, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Richtig heftig. Wir müssen uns jetzt irgendwie probieren, in der Runde schon ein bisschen auszurüsten. Da ist der Danny. Taisa, ja. Unfassbar. Er schreibt Taisa, ist ja Wahnsinn. Jetzt schreibt ihr auch zu ihm, Mai, dann beleidigt er euch dringend. Der eine Vogel geht aus dem Stream raus, da kommt der nächste. Ich glaube, das ist alles Danny. Das muss alles Danny sein. Ja. Da ist das erste Hurensohn, sehr schön. So, eine Sekunde noch, ich funge noch eben. Dann habe ich wenigstens eine Waffe, mit der ich noch was anfangen kann. Oh, oh. So, von mir aus kannst du da 2 Waffen killen. Nee, ich muss auch noch eine zweite Waffe ziehen. Okay, ich komm. Hi Daniel, schön, dass du auch wieder da bist. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade schon gesagt, dass wir uns die nächsten... Ich habe hier die meisten schon. Komm. Okay, eher warte, ich geh hier erstmal Schild. Ich guck mal, ich hoffe, ich habe jetzt alle. Schon gesagt, dass wir die nächsten 10 Runden doch noch in Angriff nehmen werden. Ach scheiße, ich hab die jetzt getötet. Ist nicht schlimm. Mit ein paar kommst du, ja klar. Jetzt, wir trainen die hier halt erstmal ein wenig, damit wir uns ausrüsten können. Weil wir eigentlich von Runde 70 ausgegangen sind. Ja, Marcel, ich glaube auch. Und wir haben uns jetzt nicht mehr so viel Mühe gegeben. Ja, ich glaube auch, alles drei ein und dieselben auf jeden Fall. Wie gesagt, alles ein Kind, was 100 verschiedene YouTube-Accounts hat. Aber sei's drum, wie gesagt, ich werde direkt mit dem Ignorieren mega weitermachen. Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist, damit es weitergehen kann. Ja, auf jeden Fall. Kein Schild mehr, sehr schön. Guck auf jeden Fall, dass es ordentlich Gas gibt. Ja, ja, klar. Weil ich kann hier nicht so lange warten. An der Stelle trotzdem nochmal gesagt, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und auch an die Leute, die jetzt gerade reinkommen. Und mit Fiebern. Genau. Wir müssen uns kurz einmal aufbessern, weil unsere Bögen sind leer. Also meiner ist auf jeden Fall schon leer. Selbst von einem Raketenwerferschuss stirbt er nicht mehr. Ist doch Bescheid. Ja, wenn nicht, dann muss ich halt drauf scheißen. Ja, was hast du denn? Ja, nur noch Highmaker mit 40 Schuss. Ja, das ist natürlich eher schlecht. Oh, Reggie. Reggie, sehr schön. Dann punch die noch eben schnell. Ja. Ja. Ihr Matschöre glaubt, ihr habt mich umzingelt? Ihr seid genau da, wo ich euch haben will. Hi Leon. Auch schön dich wieder dabei zu haben. Wir versuchen, die nächsten 10 Runden noch zu knackeln. Yes, sir. Wir wollten ja eigentlich bei 70 aufhören, aber für euch werden wir es auf jeden Fall noch in Angriff nehmen, die nächsten 10 Runden zu absolvieren. Macht euch auf eine lange Runde gefasst. Auf ein paar lange Runden? Ja. Ja, habt direkt hochgerufen. Perfekt. Perfekt, dann fange ich jetzt mal. Jo. Das war vielleicht nicht drei zu clever. Das guck ich doch wirklich. Mach das lieber nicht. Wie gesagt, das müssen wir auch erstmal hinkriegen, noch elf Runden hier durchzuhalten. Munition wäre sehr wünschenswert. Auf jeden Fall. Was? Suchst du vielleicht einen Knochen? Neun Stunden, 40 Minuten. Was ist das für eine kranke Scheiße? Grüße. Grüße an Ennis. Gehen auf jeden Fall raus von uns. Hi. Und Reg Sie auch Grüße an dich von uns beiden. natürlich guckt schon Minimum 5-6 Stunden zu, der gute Kerl Mokker Lass dich nicht zu sehr auf die Racken auslusten Boah, sind wir schon beim U geöffnet? Nee Alles klar Dave und Martin, auf Wiedersehen Viel Spaß im Multiplayer, auch an dich nochmal schöne Grüße Ja und vielen Dank auch fürs Zuschauen Jetzt wirds übel, nein, geht noch klar Da war da nix mehr Ich hab hier noch ein bisschen wascht, oder? Ich sag ja langsam wie das läuft Ne Barz Wir haben los auf Was hat er geschrieben? Ich hab mir eine Runde 100 haben will, so ein Plus schreiben Ja, nee, nee Da frag ich mich erstmal bei Runde 80 wieder Ja Gucken wir erstmal wie spät es sein Und wenns so weitergeht, halten wir das eh nicht durch ohne unsere Bögen Wirds gleich auf jeden Fall sehr sehr kritisch Diese Hunde, die sind mega gemein Ja Noch viel gemeiner ist es, dass wir keine Hunde kriegen Unglaublich, einfach richtig unglaublich Mega unglaublich Da ist wieder kein Schild mehr drin Ich bin nicht in Stimmung für Umarmung im Frieden Ich bin nicht in Stimmung für Umarmung im Frieden Ich lass mal probieren, dass ich die hier wieder einigermaßen trainen kann Ich bin nicht in Stimmung für Umarmung im Frieden Ich bin nicht in Stimmung für Umarmung im Frieden Ich bin nicht in Stimmung für Umarmung im Frieden Dann komm ich nicht durch Und verstehe dich und versuch das nochmal Da muss ich erstmal irgendwie gucken, dass ich mir wieder ein Schild rappen kann Justin, vielen Dank für dein Kompliment Boah, unfassbar Ja, ich hab's gesehen Das war mega knapp, Leute Wenn ich gar nicht hoch oben drin gehabt hätte, wäre es vorbei gewesen für mich Freut uns natürlich, dass dir unser Livestream gefällt Schau doch auch mal auf unserem YouTube-Channel ZOG Zocker ohne Grenzen nach Vielleicht auch da sehr ansprechende Videos für dich dabei Ja, Marvin, wie gesagt, nach der Runde nehme ich die Freundschaftsanfrage auf jeden Fall an Glauben her, du brauchst mich nicht dran erinnern Mach ich auf jeden Fall Kannst den Flory fragen, den hab ich schon auf der Freundesliste Definitiv Gar kein Problem Aber du siehst ja selber Jetzt haben wir uns gerade hier noch zu weiteren 10 Runden verpflichtet Wir geben unser Bestes auf jeden Fall Ich brauch eine Dusche, um das ganze Blut abzuwaschen Ja, ich glaub noch nicht mal, dass es was wird Nein, da muss ich jetzt andersrum laufen Du kannst auf die Ruhe, ich geh ja nach vorne Nein, nein Bleib mal ruhig da oben Einer von uns muss wenigstensicher überleben Ein 1 gegen 1 gegen dich, Steven Du willst mich echt so hart blamieren Ich hab gedacht, du bist mein Freund Wie gesagt, ich bin kein Multiplayer-Spieler Wir können uns gerne mal eine Runde 1 gegen 1 geben Aber da werde ich jede Partie verlieren Das kann ich euch jetzt schon versprechen Was soll mir? Wenn mich gegründigt wird,cer specialt Ich hoffe, dass du das gut Okay, dann ein Duell der Mega-Lappen-Steven, sagst du. Wie gesagt, können wir gerne mal machen. Sollte kein Problem sein. Ich kann ja auch ganz entspannt dazu stehen, dass ich in Multiplayer nicht mal ansatzweise an meine Zombie-Leistung anknüpfen kann. Ey, wie viele sind das denn noch? Ja, 169 zu zweit. Was erwartest du denn? Weil ich dachte, wir haben schon einen Arschroll vorher gekillt. Ich hab jetzt gerade keinen mehr. Ja, ich hab noch einen. Du hast noch einen? Ja. Ich hab wirklich keinen mehr. Ja, soll ich den ja killen? Och, nein, nein, nein. Boah, kill den jetzt bloß nicht. Ich geh mir jetzt erstmal einen Retschi ziehen. Willst du dann nach hier oben laufen? Nee, wie gesagt, ich lauf hier unten. Bleib du mal da oben, bis wir wieder Munition haben. Dann können wir gerne wieder tauschen. Okay. Wo war die Kiste, die war hier irgendwo? Wisst ihr was? Ich komm auch mit der Manowar klar. Ja, ich geh nur mal direkt zu so einem Kaerunie-Automat. Steam, ja klar, wenn 1 gegen 1, dann wird das auch gestreamt. Ja, 1 gegen 1 streamen. Von mir aus gerne, wie gesagt. Ich bin da nicht der Pro-Gamer drin. Können wir gerne machen. Traxy, was ist denn los mit dir? Warum sollten wir dich immer vergessen? Moment, wo ist so ein Kaerunie-Automat? Sind hier alle aus? Coole Sache auf jeden Fall, dass ihr beide auch häufig miteinander zockt. Das freut mich, Steven und Daniel. So, weiter geht's jetzt. Gleich eine Sekunde. Ich fahre ganz kurz hier noch. Also hier ist nirgendswo ein Kaugummi. Andre, vielen Dank. Ja, 10 Stunden ist schon echt hart. Hier ist Kaugummi-Automat. So, von mir aus kannst du killen. Guck mal, dass du gleich auch irgendwann mal einmal hier runter gehst und dir ein Kaugummi ziehst. Hä? So, 70 Runden, unfassbar, Leute. Weitere 10 Folgen. So viele Kippen haben wir auch schon wieder gar nicht mehr, ne? Ja, super. Jawoll! Richtig geil. Ich gehe mal schnell nach unten und ziehe mit dem Kaugummi. Ja, mach das mal. Ich bleib direkt hier unten, dann kann ich die nächste Runde auch noch einziehen. Ja, der geht hier weg. Echt? Echt? Korrekt auf jeden Fall. Ja, die neue Muni. Muni ist drin. Runde 71 haben wir damit auch schon mal so gut wie sicher. Fehlen noch neun Runden. Fehlen noch neun Runden, Leute. Ist so nix, ja. Ich spring mal runter, vielleicht ist da. Nein, nein, nein. Raketenstart. Hier, ich hab hier vorne am Anfang. Am Anfang. Komm ich doch direkt mal dahin gejettet. Ich kann auch direkt am Anfang da runter einziehen. Ich bleib dann direkt hier vorne. Justin, müde, das geht noch so einigermaßen, aber mir schmerzt die Birne bis zum Gehtnichtmehr. Vielleicht denke mal nach Frau wird es nicht anders gehen. Es geht natürlich auch übelst auf die Konzentrationsknapp 10 Stunden jetzt durchzuzocken und mit kleinen Unterbrechungen natürlich, aber so gut wie es geht, halt durchzuzocken. Da bin ich jetzt erst. Nee, du nehm, du als erstes. Du musst nach oben. Und jetzt kommst du die Ding. Oh, unfassbar, Leute. Und noch ein 70. Ja, nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die bis hierhin zugucken oder jetzt gerade einschalten. Unfassbar von euch. Unfassbar, was ich hier für ein Blödsinn mache. Ich muss hier schnell weg. Da bin ich so gut wie da. Aber auch nicht. Ja, ich kann echt nicht machen. Alles klar, danke. Ja, super und der Kaugummi-Automaten geht weg, weg. Boah. Das war jetzt hart. Und da steh dich und versuch das noch mal. So. Musst du gleich machen. Erstmal jetzt die Falle an. Diese Freaks erwarten eine Überraschung. Alter Schwede. Moni, ist nicht wahr. Unfassbar, ne? Ja. So, jetzt geht's erstmal fleißig weiter hier mit dem Train. Jetzt erstmal wieder an unseren gewohnten Stellen. Da dürfte eigentlich erstmal nicht so viel schief gehen. Aber Runde 71 ist natürlich auch schon mal ein Brett. Und Leute, das mit den Granaten wegwerfen, dass man schnell Ammoni kriegt, halt für ein Gerücht. Weil haben wir auch schon versucht. Und wirklich, so viel hat es nicht zu heißen. Mach, der Pannu wegen uns sehr. Mach, der Pannu wegen uns sehr. Ihr seid echt krank ey. Was hier noch 10 Runden von uns abverlangt, kann ich natürlich verstehen. Ich hab schon kein Schild mehr. Dann geh ich mir mal direkt 1-0. Ich auch. Der Traxy. Erst regt er sich auf über Leute, die Werbung machen. Aber klar werden die ein oder anderen bestimmt tun. Warum denn auch nicht? Ach, jetzt wollte ich nach oben laufen. Das ganze Blut abzuwaschen. Unfassbar Leute. Ja. Vielleicht sind sie zu uns wegen drin. Aber trotzdem an dieser Stelle... Wie gesagt, wenn es nach mir gegangen wäre, das kann ich euch auf jeden Fall schwören. Hätte ich rund 70 aufgehört. Aber jetzt durch die ganzen Pluses natürlich auch nochmal ein Motivationsspiel. Wünsche, genau. Und natürlich... Kann man die zahlreichen Zuschauer ja auch nicht so einfach im Stich lassen. Das ist Soccer ohne Grenzen, meine Freunde. Daher kommt unser Name. Hardcore Buddy ist also Marvin. Ich denke, du bist es. Wie gesagt, wir haben uns jetzt erstmal noch für 10 Runden verpflichtet. Ich hoffe, du siehst es an meinem Gesicht jetzt so langsam. Mir quillen die Augen so langsam aus dem Kopf. Ich glaube nicht, dass ich danach nochmal eine Runde starten werde heute. Nimm dir das bitte nicht übel. Aber wie gesagt, eigentlich sollte schon Runde 70 Ende sein. Und jetzt haben wir nochmal gesagt, komm Runde 80 ziehen wir jetzt auch noch durch, weil so viele Leute so lange schon zugeguckt haben. Ja. Aber danach starte ich nicht nochmal eine Runde heute. Auf gar keinen Fall. Okay. Ich hole mir jetzt erstmal ein Schild. Ja, wie gesagt, wir zocken auf jeden Fall mit Flori und dir eine Runde. Aber ich denke nicht, dass es heute nochmal was wird. Ähm, Skiller... Ja, wie gesagt, ich würde mich jetzt nicht unbedingt als mega gut bezeichnen. Ähm, natürlich hat alles immer was mit Übung zu tun. Bei uns unser, ähm, Zombie-Skill ist auf jeden Fall auch durch viel Üben, ähm, erfolgt auf jeden Fall. Aber man muss halt so einen kleinen Fail. Ja, natürlich auch, gewisses Talent, aber... Aber alles ist ausbaufähig auf alle Fälle. Ja. Danke, Daniel, auch für deinen Kommentar. Sorry, habe ich jetzt gerade erst gelesen. Vielen, vielen Dank, Leute. Ihr seid echt einfach zu geil. Ja, Mann. Oh, mein Daumen blutet. Ich schwörst dir ohne Scheiß, der blutet. Was für Daumen, das ist nur noch Knochen, ey. So fühlt sich dann auf jeden Fall bei jedem, bei jeder Bewegung, Druckbewegung an. Das wird mir nie langweilig werden, vergesst es. Ey, ruf mal die Mandy an, die mal Kippen vorbeibringen, Alter, ich dreh gleich durch, wenn ich keine Kippen mehr hab. Fähre-Kämpfe habe ich sowieso noch nie erlebt. Ja. Ha, 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 das Track C. Was? Das Track C, hör mal. Was, was, was? Bei ihm ist die Wärmungsstandard, ha, ja, kann ich jetzt nicht mehr... Kein Problem, Track C, war auch erst als Joke gemeint. Normal. Wuh! Ah, viel. Justin. Ja, wir geben uns, wie gesagt, jetzt haben wir uns so oder so erst mal noch bis Runde 80 verpflichtet. Ah, viel. Wieso? Ah, viel Scheiße. Ich bin sowas von Rot gewesen. Konzentrier dich auf jeden Fall. Ich bin so was von Rot gewesen. Ah, viel geht's. Ich bin leicht überzeugt. Oh, tut das weh. Nein, die Frage wurde uns auch schon öfter gestellt. Wir haben leider keinen Scaff-Controller. Das wäre auf jeden Fall bei dieser Runde vom Vorteil gewesen. Ich würde vielleicht den ein oder anderen Fingerkrampf etwas schmälern. Aber... Ach, papalapap. Wie gesagt... Nur die Harten kommen hier in den Garten. Bei Zocker ohne Grenzen wird mit Standard-Controllern gezockt immer. Außer Steinzeit. Bis die Finger bluten. Ey, Leute. Kennt ihr dieses... Virtual... Hey, Larry. Hey, Mary. Mary? Hey, was los, Mary? Sorry, Larry. Du siehst auch... Wir sind 10 Stunden dabei. Also, wenn mal irgendwie was nötiges rauskommt, dann mich ernst zu kennen. Ich könnte jetzt auch noch jede Waffe ein bisschen voll machen. Ja, genau. Ja, genau. Ich fang mit der SVG an. Mit der Shiva, wohin? Wenn schon, denn schon scheiße. Jetzt hab ich schon wieder voll vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ach so, ja, dieses virtuelle Kacke da. Wo ihr so laufen müsst. Und so ne Brille aufhabt. Ja, Mann. Ey, jetzt stellt euch mal so ne High-Round vor. Erstmal wird mir übel schwindig werden, die ganze Zeit im Kreis zu laufen. Und konditionell würd ich das auf jeden Fall nicht packen. Zehn Stunden rennen, wohin? Ich war noch ne halbe Stunde für dich. Ich würd mich auf den Boden legen, ey. Ja, nach Müde kommen. Was? Das hier. Was? Ich? Meinst du mich? Nein, ich mein uns beide. Ja, ja. I'm fine, man. To you, Larry. And how are you? Hey, Larry. Nice to see you. Yeah, man. I hope you enjoy our stream. I feel good. After 10 hours, we are crazy, man. Oh, yeah. A little bit. It's so much better. So much better. Oh, my god. Good! That's nice. Oh, my god! Good! That's nice! Where are you from? Where are you from, yo? Sorry, man. Music is live. Hi, auch an dich. Ja, man. Geiler Name. Ja, was geht bei uns ab? Du siehst ja, jetzt die 10 Stunden Marke haben wir gerade eben passiert. Und dazu, Batman zu sagen. Und fast der längst der Stream, den ich jemals gemacht habe. Hat sie eh gut. Die dreht hier völlig ab neben mir, ich sag euch das. Die ist heute nicht mehr leise. Ne, jetzt die mehr. Was für eine Note in Englisch haben. Also ich habe beim Fachabi eine 2 gehabt. Ich auch mal. Lange ist es her. Aber wie gesagt, wenn man eine Sprache lange nicht benutzt, dann verlernt man sehr, sehr viel. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen aus der Schule raus, mein Freund. Aber ich stehe zu meinen Fehlern. Trotzdem, ich glaube, man versteht uns. Was? Ja, ist natürlich einfachstes, gebrochenes Schulenglisch. Ich arbeite zum Glück auch in einer Firma. Oder zum Glück kann man immer so verschieden interpretieren. Was ist eure Musikklasse? Ach, mein Daniel Steele-Torre. Was ist unsere Musikklasse? Ja, also ich bin auf jeden Fall mehr so der Hip-Hop und Rock-Fan. Und my real housewife hier neben mir. Ja, so Dan Fallhouse. Aber auch alles eigentlich, was ich gut anleut. Hip-Hop kann ich mich auch mit anfollen. Und ich finde, jedem Musik-Ziel hat so seine Macht, Teile auf jeden Fall. Auf jeden Fall, The Buds kommt noch mal. Freut uns auf jeden Fall. An der Stelle kann man auch noch mal sagen, wenn ihr es noch nicht wisst, schaut auf unserem YouTube-Kanal ZOG Zocker ohne Grenzen nach. Für unsere Englisch-Kanal Z-O-G-Gamers without Limits in German Zocker ohne Grenzen. Ja, auf jeden Fall. Dann Danilo bestimmt, wie gesagt, edit uns mal unter diesen Gamer-Tags hier. Dann können wir die nächste Zeit bestimmt auch mal mit euch zocken. Aber da sei auch schon mal gesagt, es warten schon einige Leute. Alles tut weh. Wir versuchen immer, so fair wie möglich zu sein und erstmal die dran zu nehmen, die jetzt schon etwas länger warten. Und deswegen nimmt es uns nicht übel. Wenn du siehst, ein Freund hat mich gefragt. Was? Da, lese selber. Soll ich noch mal für dich vorlesen? Nein, ich kann noch... Ja. Ja, ich hab den Namen noch nicht gesehen. Okay, Larry, and what's your name? Und PSN. So. Oh my gosh. Oh my gosh. Unfassbar, Leute. Nichts geht mehr. Na los, zeigt mal, was ihr könnt. Ich kriege einen richtigen Drehvon hier. The Butts. Ich kann dir auch sagen. The Butts. Hau mal mit dem Butts. So ein geiler Name nennen. The Butts. Ich kann dir auch sagen, wo es herkommt. Mit den The Butts richtig aussprechen. The Butts. Ich brauche eine Dusche, um das Ganze wieder anzumaschen. Ich sterb der jetzt mit meinem Bogen. Selbst mein Bogen bringt, glaube ich, nichts mehr. Aua. 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 Mama, hilf mir. Jenny. 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 Auch ein sehr geiler Film. Boris Kamp. Mein Name ist Boris. Boris Kamp. Savas, einer meiner Lieblingskünstler, Marcel. Ich hab kein Schild mehr. Wie gesagt, ich bin noch ein Hip-Hop-Fan aus der jetzt mittlerweile schon etwas älteren Generation. So, die Jugendlichen heutzutage ziehen sich ja lieber so etwas wie JBW-mäßiges rein. Zieh ich mir natürlich auch rein, gezwungenermaßen, wenn man nicht drumherum kommt. Junus, Yüksel, hi, auch dich hab ich schon mal gesehen. Ja, Junus, hi. Es soll im April rauskommen. Achso, okay, wissen wir doch. Wir wissen das jetzt nicht, hab ich gesagt. So, da stand noch irgendwas zur Aussprache, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, aber wie gesagt, nochmal zu dir, Marcel. Savas und Azad, auf jeden Fall die Künstler, mit denen ich angefangen habe Hip-Hop zu hören. Zumindest deutschen Hip-Hop. Skilla, auf jeden Fall, ihr wisst ihr Skill. Sechseinhalb bis sieben Stunden, Entschuldigung, ich wollte dich nicht an der Brechen. Ja, kein Problem. Savas ist halt geil. Justin, meine beste Runde war 76 im Solo-Modus und die von Christina 80. Mein erstes Spiel war Super Mario. Macho nicht unbedingt, macho ist nicht mein Fall. Jasko auch nicht, aber die ganzen Jungs, 257ers, alle richtig cool. Hi, Wanya, auch schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Und ja, im Moment, wie gesagt, geht ja in der Rap-Szene viel ab. Immer viele Newcomer. Ich hab mir auf jeden Fall das Album von Rapino gegeben. Wer auf harten Battle-Rap steht, sollte sich das mal geben. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut geworden. Nicht so ein Scheißgelaber, wie zum Beispiel bei einem Plankton-Weed-Tape. Ja, ansonsten hab ich das letzte Album von Summer natürlich hart gefeiert. Favorite natürlich auch. Obwohl mir sein Alter-Style besser gefallen hat. Ja, ihr seht, so Hip-Hop-technisch kann ich auf jeden Fall aus dem Nähkästchen plaudern. Hm. Bushido ist jetzt nicht unbedingt so mein Fall. Diese ganze EGJ-Schiene sowieso nicht. Da freut mich auf jeden Fall auch, dass Shakuza weggegangen ist. Babassat ist ja auch weggegangen. Ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, aber der Typ hat mit seinem Hanunken-Label auch vorhandlich abgesahnt. Hat ja Cassius Clay und Punch-Owl ganz unter Vertrag genommen. Auch sehr, sehr talentierte neue Rapper. Wo ist er kaum mit? Moment. Das weiß ich nicht. Ja, Marcel, ähm... Hör ich natürlich zwischendurch auch. Das Problem ist, dass amerikanischer Hip-Hop auf jeden Fall sehr, sehr viel Slang beinhaltet. Und man als Deutscher sehr schwierig nur hinterherkommt, so was die Texte angeht. Auch wenn man natürlich Englisch... Wie gesagt, Englisch reden, auch wenn ihr es gerade gehört habt, ist nicht gerade meine Stärke. Verstehen ist auf jeden Fall kein Problem. Aber, ähm, durch die ganzen Slangs ist amerikanischer Rap jetzt nicht unbedingt mein Fall. Ich hör mir natürlich, äh, trotzdem Ice Cube ist ein krasser Typ. Buster Ranks find ich jetzt nicht so cool. Ähm, dann natürlich Tupac. Kann man nichts Schlechtes drüber sagen. War ein richtig krasser Typ. Eminem 50 find ich auch nicht schlecht. Cypress Hill Exhibit. Die hab ich übrigens alle schon mal live gesehen. Hier in Essen. Ein sehr, sehr cooles Konzert. Von, ähm, The Slim Shady Show war's, glaub ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, da waren auf jeden Fall alle dabei. Exhibit 50 Cent. Ähm, Die 12. Ihr seid genau da, wo ich euch haben will. Ähm, Cypress Hill hab ich gerade schon gesagt, ne? Kein Plan. War auf jeden Fall alle dabei. War richtig cool. Schatzilein, hi auch an dich. Hi auch. Schön, dass du auch den Weg wieder zu uns gefunden hast. Freut mich sehr. Ähm, ja. Wir sind auf jeden Fall richtig Banane in der Birne. Kannst du schon richtig sagen. Danke für deinen Respekt trotzdem. Ja, trotzdem auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, hier jetzt schon 10 Stunden, 10 Minuten. Ihr könnt auf jeden Fall mal, sag ich so, anderthalb Stunden bis zwei Stunden abziehen. Für kleinere Pausen und sowas. Aber so acht Stunden zocken wir auf jeden Fall schon. Hartwig. Was für Insta-Kill. Meinst du, der ist unten bei der Rakete? Ich hab gar keinen Plan, Alter. Schwerst du dir, wir haben nur noch zwei Zigaretten? Ja. Ja. Moment. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Marcel. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich hatte Glück, da noch Karten für zu kriegen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hab da sieben Stunden angestanden. Und ich stand gerade mal im Mittelfeld auf dem Konzert. Also es gab da wirklich jetzt kein Scheiß. Leute, die sind zwei Tage vorher da hingegangen, haben da gezeltet und so Paxen. Dann ein Kollege, sehr witzige Anekdote auf jeden Fall. Sein Vater ist in einem Rocker-Club. Die haben an dem Abend die Security da gemacht für die Eminem-Show. Und der Kollege von mir hat an dem Abend keine Karten bekommen. Oder schon Monate vorher hat er das ja ausverkauft. Hat keine Karten bekommen. Hat sich auch auf Ebay noch bemüht, Karten zu kriegen. Die sind natürlich mega teuer gewesen. Hat er da nicht eingesehen. Und dann kam sein Vater an dem Tag und hat gesagt, ja willst du mitfragen? Ich mach da jetzt den Ordner. Und dann hat er ein VIP-Bändchen gekriegt. Der kleine Sack. Und durfte sogar Backstage. Und hat sich allerdings nicht getraut. Da waren wir alle noch ein bisschen jünger. Und ihr habt den ausgelassen? Ja, der hat sich nicht getraut. Ja, wir haben den natürlich erstmal ausgelacht. Und natürlich ein bisschen gestichelt. Hör mal zu. Hier, haha, wir haben Karten und so. Und dann hat er uns natürlich nachher ausgelacht. Und dann haben wir ihn wieder ausgelacht. Also er sich nicht getraut hat, wenigstens mal zu Eminem oder zu den V12 Jungs zu gehen. Und mal ein bisschen mit denen zu quatschen. Das hätte ich mir auf jeden Fall nicht empfehlen lassen. Vor allem, wenn ich schon Backstage, der stand einen Meter neben dem. Und hat sich aber nicht getraut, die anzusprechen. Aber wie gesagt, wir waren da so, ich war da so ungefähr 17, 18. Und er war da so 16, ungefähr. Da weiß ich auch nicht, wie ich mich aber doch mit 17. Da ist auf jeden Fall richtig abgegangen. Vor allem, wenn ich mal neben Eminem stehe, einen Meter daneben. Ich hätte im Dich erst mal deutsche Wörter beigebracht. Der steht ja so da drauf. Vielen, vielen Dank auch für dein Kompliment. Sehr schön, dass du uns gerade entdeckt hast. Freut uns. An die Leute, die neu dazubekommen sind, sei auch nochmal gesagt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, unseren YouTube-Kanal ZOG Zocker ohne Grenzen. Schaut mal drauf. Da sind auf jeden Fall auch schon sehr krasse Videos dabei. Über 10 Stunden haben wir noch nie gestreamt. Das ist auf jeden Fall jetzt erst mal hier unikat. An dieser Stelle dann schon mal Dank an die Leute, die es auch machen und uns unterschätzen. Support wird auf jeden Fall richtig korrekt. Und pusht unsere Motivation auf jeden Fall derbst. Warum kann die Mandy nicht Gedanken lesen? Ja, wenn das hier so leicht wäre, einen überzuhalten, dann würde ich ihn mal anrufen. Wir müssen so ein Notknopf empfinden, dass so ihr Hände dann voll genug abgeben. Und wie lange machen wir schon LED-Pläss? Was heißt das? Kannst du das übersetzen für mich vielleicht? Ich nicht, ne. Vielen, vielen Dank, Adin, an dich. Sehr korrekt von dir. Das freut uns auf jeden Fall. Oh, mein Daumen. Ich hab jetzt hier mal so ein... Habst du noch welche? Nö. Komm mal kurz her. Ich muss jetzt mal irgendwen wegen Zigaretten anrufen. Ja, ich kann doch jetzt anrufen. Ja, oder ruf du mal eben an. Genau, perfekt. Machen wir auf Nordsprecher. Ja, sicher. Dann ist das Mandy mal live online. Mandy hat Danke geschrieben. Ja, Danke geschrieben, weil die wollte ihre Play. Sie haben... Die ist online. Am Montag oder Dienstag. Ruft die mal direkt an. Ja, mach ich doch, Mensch. Halt mal ein bisschen näher in Richtung Kamera, wenn geht. Dann könnt ihr mal... Unsere Freundin Mandy, einen fetten Dank an sie. Wegen der Playstation, die sie uns jetzt bestimmt schon drei Wochen ausleiht. Hallo? Hallo? Ja, da? Sag mal Hallo an die Gemeinde. Hallo? Habt ihr es gehört? Wir machen gerade einen Livestream. Ey, Mandy? Hallo? Was machst du gerade? Was machst du gerade? Ich hör gerade, äh, du lehnt mal aufzuhalten ab? Ja. Ja. Hast du gerade oder holst du jetzt? Mach ich gerade. Wo bist du denn? Was machst du danach? Ich bin in Kirchen. Willst du danach vorbeikommen? Ähm, weiß nicht, muss ich morgen arbeiten. Ähm, ja. Ja, vielleicht wenigstens ein Stündchen. Wieso? Du könntest uns einen Mega-Gefallen tun. Wir sind hier schon zehn Stunden am Durchzocken. Uh, ein Zombie. Aber wir bräuchten Zigaretten. Und wir kommen hier nicht weg. Wärst du so süß und würdest uns welche bringen. Du kannst jetzt nicht Nein sagen. Wir gucken ganz viele Leute zu. Genau. Leute, soll ich Nein sagen? Nein! Die schreiben schon, du sollst hier vorbeikommen. Die wollen dich auch mal sehen. Ist unser Maskottchen, die liebe Mandy? Am Arsch! Am Arsch! Ich kann bestimmt kurz vorbeikommen und euch die Zigaretten bringen. Aber ich kann nicht weg. Auch nicht so halbe Stündchen, meinst du? Ich mache morgen den Laden auf. Ach so, okay. Du hast Frühschicht. Ja, ist ja schlecht. Das ist natürlich heftig. Ja, nicht schlimm. Weißt du denn schon, wann du hier wärst? Danke, André, auch an dich. Ich weiß nicht, ich stehe gerade hier vorhin kurz im Parkhotel und warte immer noch darauf, dass sie rauskommt. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ja, gut. Dann, weil wir gucken mal, wie wir das nämlich wegen der Tür machen. Aber schon mal fette Sache von dir. Was braucht ihr denn? LM für sieben. Da schreibt der André schon, Mandy! Mandy! Hallo! Nochmal! Ja, okay, mach recht. Sag nochmal! Hallo! 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 Okay, danke, ne? Wir sind ein bisschen durch, Mandy, ne? Bis gleich! Bis gleich, danke! Danke, tschüss! Danke, tschüss! Das war das, Mandy! So, weiter geht's. Meine Freunde. Yes, Sir! Yes, Sir! Wir könnten mal schnell noch ein Kaugummi ziehen. Ja. Ich glaube, ich habe diese Runde noch nicht. Wenn ich wüsste, wo war ich hier die ganze Zeit. Ich habe gar keinen Plan. Mal eben schnell gucken. Mandy! Mandy, komm gleich kurz. Ja, Mandy, komm gleich kurz. Eine sehr, sehr nette auf jeden Fall. Ne, ich habe diese Runde schon, ist hier oben. Aber wir können den ja hier killen. Dann können wir direkt noch mal ziehen. Ja, warte, lass mich erst mal vorerst. Ja, lass mal die letzten... Die letzte Kippe. Die letzten beiden. Boah, was meinst du, wie lange braucht die? Die braucht bestimmt noch lange, ne? Keine Ahnung. Komm, gucken wir mal, ob wir uns die teilen können. Ja, toll. Egal, kill mal den Zobby eben. Ja, warte mal, ich bin mit dem Ausflugband. Warte, warte. Würde ich nicht machen. Warum? Gib dir das gleich lieber in der Runde. Ja, aber ich will doch jetzt einen Bomben ziehen. Ach ja, stimmt. Sorry. Weil jetzt habe ich schon voll nass geraucht. Ja. Aber du stehst ja auf meinem Speichel. Ja, ja. Oh ja. Verrückter Typ. Oh, Mandy. Quasel, nicht ziehen. Du hast dich geschlossen. Syntex, sehr geil. Schieben wir mit deinem Bein hier rum. Jawohl, sehr geil. Oh, Kamerum. Ich hab nix, ich bin weg. Ja, geht denn hier nicht auf. Guckt euch das mal an. Komm, komm, alti, alti. Jawohl. Warte? Ja, sicher. Sauber. So, ich hab erstmal Ruhe. Ich mach erstmal die Falle an. Ich jettet wieder von vorne. Ach, drüben nur noch, meine Lieben. Wuhu. Ich nicht. Ich hab... Ich bin nicht in Stimmung für Umarmungen, Freak. das weiß ich Trixie und was war ja wir sind Schatzilein wir sind auf jeden Fall richtig durch über zehn Stunden das Leben der vor dem Monat gesagt hätte dass ich das mal mache ich kann es nicht mal gerne haben auf jeden Fall hätte ich es nicht für möglich gehalten nicht was sagen die Kills so jetzt schon um die Richtung von den 10.000 Kills vier Runden noch und wir haben den Rekord von ihnen drinnen warte auch auch das hätte ich gesehen müssen ja wir haben schon mehrere Dinos leider fünf Stück haben wir uns schon gezogen während der langen Stunden aber wie gesagt zu zweit braucht man ja primär erstmal nicht auf die Downs achten natürlich wollen wir ja auch nicht mit zehn Downs rausgehen fünf sind schon mehr als genug der Andre der ist ein Knaller ja auf jeden Fall Frikadellen haben wir auch noch wir sollen von ihr ein bisschen Konzentration mitbringen aber wenn ich gleich auch technisch zu schildern ja dann lass uns mal hier wieder ein paar Hardcore-Runden machen ok dauert jetzt lang vielen vielen Dank auch an dich Schatz ja man oh jetzt give you erst mal rette tete ja rette tete oh ja Red Bull ja wie soll man vernünftiges red bull mitbringen scheiße so jetzt wird es auf da habe ich mich voll eingeengt leute ok wünscht mir glück oh gott oh gott noch eine gute ich glaube auf jeden fall hier oben danke abu ja ich warte jetzt mal gucken ob du da rein auf ich hoffe das wird nicht zu verhindert werden abu ja gerade jagger geholt und schon kam die meute hinter mir angerannt ist jetzt ohne so ein äffchen nicht mehr allzu einfach scheiße ich lege genau beim jagger ich muss da erstmal hinkommen trexie wir können nicht immer auf jedes kommentar eingehen sorry wie es mich ärgert ihr seht es geht ganz schnell ich hätte natürlich auch mitlaufen müssen war auch großteil auf jeden fall meine schuld jetzt ist es zu ende leute wir haben alles gegeben tut uns echt leid auf jeden fall vielen 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 dank fürs zuschauen ihr wart einfach echt genial spitze wie gesagt wir haben alles gegeben wir hätten gerne die 80 für euch voll gemacht aber vielen dank für die unterstützung für eure 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 motivation meine wörter die können sich gar nicht mehr finden schaut gerne nochmal auf unserem youtube channel zog zocker ohne grenzen nach einem respekt an trexie andre justin und alle leute und alle leute die ich jetzt leider vergesse steven daniel genau hör auf schätzeleien also mega krass dass ihr uns so lange verfolgt habt und mitgefiebert habt ja auf jeden fall wie gesagt vielen vielen dank fürs zuschauen wie gesagt morgen weiß ich nicht ob wir beim stream noch mal dabei sind kann sein dass morgen mal einen tag pause kommt aber das wollen wir ja jetzt noch nicht verstehen auch kadashi und aydin und ja genau entschuldigung alle namen die ich nicht aussprechen kann an den larry vielen vielen dank unser youtube name zog zocker ohne grenzen schaut noch mal vorbei wenn ihr lust habt wie gesagt vielen vielen dank für eure unterstützung es hat uns richtig viel spaß gemacht bis zum nächsten mal euer zockteam tschöö